Delia Owens Der Gesang der Flusskrebse Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann Gelesen von Luise Helm Hörbuch Hamburg Verlag 2019 Auf dich Hätt ich dich nie gesehen Hätt ich dich nie gekannt Ich hab dich gesehen Und dich gekannt Und dich geliebt Für immer Teil 1 Das Marschland Prolog 1969 Marschland ist nicht gleich Sumpf Marschland ist ein Ort des Lichts Wo Gras in Wasser wächst Und Wasser in den Himmel fließt Träge Bäche meandern Tragen die Sonnenkugel mit sich zum Meer Und langbeinige Vögel Erheben sich mit unerwarteter Anmut Als wären sie nicht fürs Fliegen geschaffen Vor dem Getöse tausender Schneegänse Doch auch im Marschland schleicht sich hier und da Echter Sumpf in tiefliegende Moore Verborgen in feuchtkalten Wäldern Sumpfwasser ist still und dunkel Hat das Licht mit seinem schlammigen Schlund verschluckt Selbst nachtaktive Regenwürmer kriechen in diesem Refugium tagsüber umher Es gibt Geräusche natürlich Aber verglichen mit der Marsch ist der Sumpf still Denn Verwesung ist ein zelluläres Geschäft Leben zerfällt und stinkt und wird erneut zu Humus Ein elender Schlamm des Todes, der Leben erzeugt Am Morgen des 30. Oktober 1969 lag die Leiche von Chase Andrews in dem Sumpf Der sie sich bald lautlos gelassen einverleibt hätte Für alle Zeiten verborgen Ein Sumpf weiß alles über den Tod und versteht ihn nicht notwendigerweise als Tragödie Ganz sicher nicht als Sünde Doch an diesem Morgen radelten zwei Jungs aus dem Dorf hinaus zu dem alten Feuerwachturm Und als sie auf dem dritten Treppenabsatz ankamen, entdeckten sie seine Jeansjacke Kapitel 1 Mar 1952 Es war ein sengend heißer Augustmorgen Und der feuchte Atem der Marsch verhängte die Eichen Und Kiefern mit Nebel Eine ungewöhnliche Stille herrschte zwischen den Palmetto-Palmen Nur durchbrochen vom leisen, bedächtigen Flügelschlag des Fischreiers, der sich aus der Lagune erhob Und dann hörte Kaya, gerade mal sechs Jahre alt, die Fliegengittertür knallen Sie stand auf einem Hocker und war dabei, Maisgrieß aus dem Topf zu kratzen, den sie nun in das lauwarme Spülwasser sinken ließ Nichts war mehr zu hören, außer ihrem eigenen Atmen Wer hatte die Hütte verlassen? Bestimmt nicht Mar Sie ließ die Tür niemals zuschlagen Aber als Kaya zur Veranda rannte, sah sie ihre Mutter in einem langen, braunen Rock Die Gehfalten schwangen ihr um die Knöchel Auf hochhackigen Schuhen den Sandweg hinunterstöckeln Die Schuhe mit der abgeflachten Spitze waren aus künstlichem Krokodilleder Die trug sie nur, wenn sie ausging Kaya wollte ihr hinterherrufen, aber sie hatte Angst, Paar zu wecken Deshalb öffnete sie nur die Tür und trat auf die wackeligen Holzstufen Von dort konnte sie den blauen Koffer sehen, den Mar in der Hand trug Normalerweise wusste Kaya mit dem Vertrauen eines jungen Hundes, dass ihre Mutter zurückkommen würde Mit einem Stück Fleisch in fettiges, braunes Packpapier eingeschlagen Oder mit einem Hühnchen, dessen Kopf nach unten baumelte Aber sie trug nie die Krokoschuhe, nahm nie einen Koffer mit An der Stelle, wo der Fußweg auf die Straße traf, drehte Mar sich immer um Reckte einen Arm in die Luft und schwenkte eine bleiche Hand Ehe sie den Pfad nahm, der sich durch Moorwald und Schilflagunen schlängelte Und schließlich, falls die Gezeiten es zuließen, in die Stadt führte Heute jedoch ging sie weiter, stolperte über die tiefen Furchen Durch die Lücken zwischen den Bäumen war ihre hohe Gestalt immer wieder zu sehen Bis nur noch gelegentlich das weiße Kopftuch im Laub aufblitzte Kaya rannte zu der Stelle, sie wusste, von dort war der Weg zu sehen Bestimmt würde Mar von da hinten auswinken Aber als sie ankam, sah Kaya nur noch den blauen Koffer, die Farbe im Wald so viel am Platz, verschwinden Eine schwere, so zäh wie schwarzer Baumwollschlamm verengte ihr die Brust, als sie zu den Verandastufen zurückkehrte, um zu warten Kaya war das Jüngste von fünf Kindern, die Geschwister deutlich älter, obwohl sie sich später nicht mehr an deren Alter erinnern konnte Sie wohnten mit Mar und Pa zusammengepfercht wie Stallhasen in der grob zusammengezimmerten Hütte, deren mit Fliegen Draht umschlossene Veranda wie ein großes Auge unter den Eichen hervorstarrte Jodie, der Bruder der Kaya am nächsten war, aber immerhin sieben Jahre älter, kam aus dem Haus und blieb hinter ihr stehen Er hatte die gleichen dunklen Augen, das gleiche schwarze Haar wie sie, und er hatte ihr beigebracht, wie die verschiedenen Vögel sangen, wie die Sterne hießen, wie man das Boot durch Sägegras steuerte Ma kommt wieder, sagte er Weiß nicht, sie hat die Krokoschuhe an Na Ma lässt ihre Kinder nicht allein, sowas kann die gar nicht Du hast mir erzählt, die Fuchsmama hat ihre Babys allein gelassen Schon, aber die hatte ja auch ein aufgerissenes Bein Wenn sie versucht hätte, sich und ihre Jungen durchzubringen, wäre sie verhungert Da war es besser, dass sie die Kleinen allein lässt, gesund wird und später wieder welche wirft, die sie dann auch großziehen kann Ma ist nicht am Verhungern, die kommt wieder Jodie war nicht annähernd so zuversichtlich, wie er klang, aber er sagte es Kaya zuliebe Den Hals wie zugeschnürt, flüsterte sie Aber Ma hat den blauen Koffer dabei, als hätte sie was Großes vor Die Hütte lag etwas entfernt von den Palmetto-Palmen, die sich über Sandwatt bis zu einer Perlenschnur von grünen Lagunen erstreckten Und dahinter, in der Ferne, kam die weite Marsch Meilenweit widerstandsfähiges Rietgras, das sogar in Salzwasser wuchs Nur unterbrochen von Bäumen, die der Wind nach seinem Belieben gekrümmt hatte Eichenwald umringte die Hütte auf den anderen Seiten und schützte die nächstgelegene Lagune, deren Oberfläche vor Leben schäumte Salz, Luft und Möwengeschrei drangen vom Meer durch die Bäume herüber Die Landnahme hatte sich seit dem 16. Jahrhundert kaum verändert Die Grenzen der weit verstreuten Besitzungen im Marschland waren nicht juristisch festgelegt, sondern wurden durch natürliche Markierungen abgesteckt Ein Bachlauf hier, eine abgestorbene Eiche dort, und zwar von Gesetzlosen Kein Mensch baut sich einen Palmetto-Unterstand in einem Sumpf, wenn er nicht vor jemandem auf der Flucht ist oder am Ende seines eigenen Weges Das Marschland wurde von einer zerfaserten Küstenlinie bewacht, die frühe Entdecker als Friedhof des Atlantiks bezeichneten Weil heftige Strömungen, gefährliche Winde und Untiefen entlang dessen, was die Küste North Carolinas werden sollte, Schiffe wie Kinderspielzeug zerschellen ließen Ein Seemann schrieb in sein Tagebuch Fuhren die Küste ab, konnten aber keinen Zugang entdecken Ein gewaltiger Sturm überkam uns Zwang uns zurück auf See, um uns und das Schiff zu retten Und die Schnelligkeit einer starken Strömung riss uns mit Das Land ist morastig und von Sümpfen bedeckt Daher kehrten wir zu unserem Schiff zurück Abschreckung für alle, die hiernach in diese Gegend kommen, um zu siedeln Wer nach bebaubarem Land suchte, zog weiter Und diese verrufene Marsch wurde gleichsam zu einem Netz, das ein Sammelsurium von meuternden Seeleuten einfing Von Ausgestoßenen, Schuldnern und Menschen auf der Flucht vor Kriegen, Steuern oder Gesetzen, die ihnen nicht passten Diejenigen, die nicht an Malaria starben oder vom Sumpf verschluckt wurden Bildeten ein wettergegerbtes Stammesgemisch aus etlichen Rassen und vielerlei Kulturen Und jeder von ihnen konnte einen kleinen Wald mit der Axt fällen Oder einen erlegten Hirsch meilenweit schleppen Wie Biberratten hatte jeder sein eigenes Territorium Musste sich aber an dessen Grenzen halten Wenn er nicht eines Tages einfach im Sumpf verschwinden wollte 200 Jahre später stießen entlaufene Sklaven dazu Die in die Marsch entkommen waren und Maroons genannt wurden Und noch später kamen befreite Sklaven, bitterarm und entkräftet Die sich aus Mangel an Möglichkeiten in diesem Land des Wassers zerstreuten Es mochte ja ein hartes Land sein, aber es war keineswegs karg Vielschichtiges Leben, wuselige Strandkrabben, schlammstarkende Sumpfkrebse Wasservögel, Fische, Garnelen, Austern, fette Hirsche und dicke Gänse Tummelte sich an Land oder im Wasser Ein Mann, dem es nichts ausmachte, sich um sein Abendessen zu bemühen Würde niemals Hunger leiden Inzwischen schrieb man das Jahr 1952 Und somit waren einige Gebiete über vier Jahrhunderte hinweg von Menschen bewohnt worden Die nichts mit anderen zu schaffen hatten und über die es keinerlei Aufzeichnungen gab Die meisten waren schon vor dem Bürgerkrieg gekommen Andere hatten sich erst in jüngerer Zeit niedergelassen Vor allem nach den Weltkriegen, als gebrochene, mittellose Männer zurückkehrten Die Marsch engte sie nicht ein, sondern gab ihnen Halt und bewahrte ihre Geheimnisse Wie jeder heilige Boden Niemanden interessierte es, dass sie das Land in Besitz nahm, weil es sonst keiner haben wollte Die Marsch war schließlich nur ein öder Sumpf So wie die Marschbewohner ihren eigenen Whisky brannten, machten sie auch ihre eigenen Gesetze Nicht wie die in Steintafeln gemeißelten oder auf Pergament geschriebenen, sondern tiefergehende Eingestanzt in ihre Gene Uralt und natürlich, wie die der Falken und Tauben Ein Mensch, der in die Enge getrieben wird, verzweifelt oder isoliert ist, greift auf die Überlebensinstinkte zurück Schnell und gerecht Diese Instinkte werden immer Trumpfkarten sein Weil sie häufiger von einer Generation an die nächste weitergegeben werden als die sanfteren Gene Das hat nichts mit Moral zu tun, sondern schlicht mit Mathematik Tauben kämpfen untereinander ebenso oft wie Falken Ma kam an jenem Tag nicht zurück Niemand sprach darüber, Pa schon gar nicht Er stank nach Fisch und Fusel, als er scheppern Topfdeckel anhob Was gibt's zu essen? Die Geschwister zuckten mit gesenktem Blick die Achseln Pa fluchte, torkelte dann wieder nach draußen, in den Wald Es hatte früher schon Streit gegeben Ma war sogar ein paar Mal abgehauen, aber sie war immer zurückgekommen Und hatte das erstbeste Kind, das sich kuscheln ließ, in die Arme geschlossen Die beiden älteren Schwestern bereiteten rote Bohnen mit Maisbrot zu Aber niemand setzte sich zum gemeinsamen Abendessen an den Tisch Wie sie es getan hätten, wäre Ma da gewesen Sie schaufelten sich nur Bohnen auf einen Teller, legten Maisbrot darauf und gingen damit zu ihren jeweiligen Matratzen auf dem Boden oder zu dem verschlissenen Sofa Kaya bekam keinen Bissen herunter Sie saß auf den Verandastufen und starrte auf den Fußweg Sie war groß für ihr Alter, spindeldürr, und sie hatte tiefgebräunte Haut und glattes Haar, schwarz und dicht wie Krähenflügel Die Dunkelheit bereitete ihrer Wache ein Ende Das Quaken der Frösche würde eventuelle Schritte übertönen Dennoch lag sie in ihrem Bett auf der Veranda und lauschte Noch am Morgen war sie zu brutzelndem Speck in der Eisenpfanne und dem Duft von dem Holzofen bräunenden Brötchen aufgewacht Sie hatte rasch ihre Latzhose angezogen und war in die Küche gelaufen, um den Tisch zu decken Die Käfer aus dem Maisgrieß zu klauben Meistens lächelte Ma sie strahlend an und umarmte sie Guten Morgen, meine Kleine Und dann erledigten sie ihre jeweiligen Arbeiten wie in einem einstudierten Tanz Manchmal sang Ma alte Lieder oder sagte Kinderverse auf Dies kleine Schweinchen ging zum Markt Oder sie tanzte einen Jitterbug mit Kaya Mit auf dem Sperrholzboden polternden Füßen Bis die Musik aus dem Kofferradio den Geist aufgab und so klang, als tönte sie tief unten aus einem leeren Fass An anderen Morgen sprach Ma über Erwachsenen Dinge, die Kaya nicht verstand Aber sie dachte sich, Ma's Worte bräuchten einen Ort, wo sie hinkonnten Deshalb nahm sie sie durch die Haut auf, während sie immer mehr Holz in den Ofen schob Nickte, als wüsste sie Bescheid Dann die Hetzerei, alle wach und satt zu bekommen Pa nicht da Bei ihm gab es nur zwei Zustände Entweder er schwieg oder er brüllte Deshalb hatte keiner was dagegen, wenn er den Tag verschlief oder gar nicht erst nach Hause kam Aber an diesem Morgen war Ma still gewesen Ihr Lächeln verschwunden, ihre Augen rot Sie hatte sich ein weißes Kopftuch piratenmäßig umgebunden, tief um die Stirn Aber die lila und gelblichen Ränder eines Blutergusses krochen darunter hervor Gleich nach dem Frühstück, sogar noch vor dem Abwasch, hatte Ma ein paar Sachen in den blauen Koffer gepackt und war zur Straße gegangen Am nächsten Morgen nahm Kaya wieder ihren Posten auf den Stufen ein Ihre dunklen Augen starrten den Weg hinunter, wie im Tunnel beim Warten auf den Zug Die Marsch war in Nebel gehüllt, so tief, dass der federleichte Hintern auf dem Boden saß Kaya war barfuß Sie trommelte mit den Zehen, stupste Kugelasseln mit Grashalmen an Aber eine Sechsjährige kann nicht lange still sitzen Und so bummelte sie hinaus ins Bad, wo der Schlamm gurgelnd an ihren Zehen sog Am Rand des klaren Wassers ging sie in die Hocke und sah zu, wie Fischchen zwischen Sonnenflecken und Schatten hin und her huschten Sie hörte Jodie, der zwischen den Palmettos ihren Namen rief Sie blickte hinüber Vielleicht hatte er Neuigkeiten Aber als er durch die spitzen Wedel kam, sah sie an der Art, wie er sich bewegte, lässig, dass Ma nicht wieder zu Hause war Lust, ein Decker zu spielen? fragte er Du hast gesagt, dafür bist du zu alt Nee, hab ich nicht so gemeint Dafür bin ich nie zu alt Wer zuerst da ist Sie stürmten über die Niederung, dann durch den Wald zum Strand Kaya kreischte, als er sie überholte Und lachte, bis sie bei der großen Eiche anlangten, die ihre gewaltigen Arme über den Sand trägte Jodie und ihr älterer Bruder Murph hatten ein paar Bretter quer über die Äste gehämmert Als Wachturm und Baumhaus Jetzt waren sie größtenteils lose, hingen an rostigen Nägeln Wenn Kaya überhaupt mitspielen durfte, dann meistens nur als Sklavenmädchen, das ihren Brüdern warme Brötchen brachte, die sie aus Maas Ofen stibitzte Aber heute sagte Jodie, du darfst Käpt'n sein Kaya hob den rechten Arm zum Angriff Schlag die Spanier zurück! Sie brachen sich Stöcke als Schwerter ab und tobten durchs Gestrüpp, schrien und schlugen auf den Feind ein Dann, mühelos wieder zurück in der Wirklichkeit, ging sie zu einem bemoosten Baumstamm und setzte sich Er gesellte sich wortlos zu ihr Jodie wollte irgendwas sagen, um sie von Ma abzulenken Aber ihm fiel nichts ein Also betrachteten sie die schwimmenden Schatten der Wasserläufer Später kehrte Kaya auf die Verandastufen zurück und wartete lange Zeit Aber sie weinte kein einziges Mal, während sie den Weg im Blick behielt Ihr Gesicht war still, ihr Mund eine dünne Linie unter suchenden Augen Aber Ma kam auch an diesem Tag nicht wieder Nach Maas Fortgang machten sich im Laufe der folgenden Wochen auch Kajas ältester Bruder und ihre beiden Schwestern davon, als folgten sie dem Beispiel ihrer Mutter Sie hatten Paas zornglühende Wutanfälle ertragen, die mit lautem Geschrei begannen, dann zu Fausthieben oder brutalen Schlägen eskalierten, bis sie einer nach dem anderen verschwanden Sie waren ohnehin schon fast erwachsen Und später konnte sich Kaja weder an ihr Alter noch an ihre richtigen Namen erinnern Nur, dass sie Missy, Murph und Mandy genannt worden waren Auf ihrer Verandamatratze fand Kaja einen kleinen Berg Socken, den ihre Schwestern ihr dagelassen hatten An dem Morgen, als von allen Geschwistern nur noch Jodie geblieben war nahm Kaja beim Aufwachen lautes Geschepper und heißen Fettgeruch wahr als würde Frühstück gemacht Sie flitzte in die Küche, weil sie dachte, Ma wäre zurück und würde Maisküchlein und Pfannkuchen braten Aber es war Jodie, der am Holzofen stand und im Grießtopf rührte Sie lächelte, um die Enttäuschung zu überspielen und er tätschelte ihr den Kopf sagte dann sanft, sie solle leise sein Wenn sie Paar nicht aufweckten, könnten sie allein essen Jodie wusste nicht, wie man Brötchen backte und es gab keinen Speck Also kochte er Grieß und briet Rühreier in Schmalz und sie setzten sich an den Tisch, wechselten stummblicke und lächelten einander an Sie spülten rasch das Geschirr ab, liefen dann nach draußen, eher vorneweg Sie wollten Richtung Marsch Doch genau in dem Moment rief Paar ihren Namen und kam auf sie zugehumpelt Er war unwahrscheinlich mager und sein ganzer Körper schien schwankend mit der Schwerkraft zu kämpfen Seine Zähne so gelb wie die eines alten Hundes Kaya sah zu Jodie hoch Lass uns weglaufen, uns auf der Mooslichtung verstecken Ist okay, ist schon okay, sagte er Später, kurz vor Sonnenuntergang, kam Jodie zu Kaya an den Strand, wo sie aufs Meer hinausblickte Als er neben sie trat, schaute sie nicht zu ihm hoch, sondern hielt die Augen auf die gischtenden Wellen gerichtet Ich muss weg, Kaya Kann hier nicht mehr bleiben Fast hätte sie sich zu ihm umgedreht, tat es aber nicht Sie wollte ihn anflehen, sie nicht mit Paar allein zu lassen, aber die Worte blieben ihrem Halse stecken Wenn du alt genug bist, wirst du es verstehen, sagte er Kaya wollte losschreien, dass sie zwar klein war, aber nicht blöd Sie wusste, dass Paar der Grund war, warum alle weggingen Was sie nicht verstand, war, warum keiner sie mitnahm Sie hatte überlegt, auch abzuhauen, wusste aber nicht wohin Und außerdem hatte sie kein Geld für den Bus Kaya sei schön vorsichtig, hörst du Wenn irgendwer kommt, bleib weg vom Haus Dann können sie dich nicht kriegen Lauf tief in die Marsch, versteck dich in den Büschen Und verwisch immer deine Spuren, ich hab's dir beigebracht Und da kannst du dich auch vor Paar verstecken Als sie weiter schwieg, sagte er auf Wiedersehen Und ging über den Strand Richtung Wald Kurz bevor er die Bäume erreichte, wandte sie sich endlich um und sah ihm nach Dies kleine Schweinchen blieb zu Haus, sagte sie zu den Wellen Sie schüttelte sich aus ihrer Erstarrung und rannte zur Hütte Rief seinen Namen im Flur, aber Jodies Sachen waren schon weg Sein Bett auf dem Boden abgezogen Sie sank auf seine Matratze Sah den Rest des Tages die Wand hinabgleiten Das Licht hielt auch nach Sonnenuntergang noch eine Weile an Wie es das immer tut Und etwas davon sammelte sich in dem Zimmer Sodass die schäbigen Betten und Kleiderhaufen Für einen kurzen Moment mehr Gestalt und Farbe annahmen Als die Bäume draußen Ein nagender Hunger So etwas Banales überraschte sie Sie ging zur Küche und blieb in der Tür stehen Ihr ganzes Leben lang war dieser Raum von Brot im Ofen Kochenden Limabohnen oder blubberndem Fischeintopf erwärmt worden Jetzt war er muffig, still und dunkel Wer soll denn jetzt kochen? Fragte sie laut Sie hätte auch fragen können Wer soll denn jetzt tanzen? Sie zündete eine Kerze an Stocherte in der Glut im Holzofen und legte Anmachholz hinein Pumpte den Blasebalg Bis eine Flamme züngelte Gab noch mehr Holz dazu Der Eisschrank diente als normaler Schrank Weil die Hütte weit weg von jeglichem Stromanschluss lag Um den Schimmel in Schach zu halten Klemmte in der Tür eine Fliegenklatsche und hielt sie offen Trotzdem wuchs grünlich-schwarzer Schimmel in allen Ritzen Als sie die Reste vom Frühstück herausnahm, sagte sie Ich tu den Grieß in Schmalz und mach alles warm Was sie auch tat Dann aß sie aus der Pfanne, während sie durchs Fenster nach Paarausschau hielt Aber er kam nicht Als das Licht der Mondsichel endlich auf die Hütte fiel, kroch Kaya in ihr Verandabett Eine durchgelegene Matratze auf dem Boden, aber mit richtiger Bettwäsche Die mit kleinen blauen Rosen bedruckt war und die Ma auf einem Garagenflohmarkt gekauft hatte Und zum ersten Mal in ihrem Leben war sie nachts allein Zuerst setzte sie sich alle paar Minuten auf und spähte durchs Fliegengitter Lauschte auf Schritte im Wald Sie kannte die Formen aller Bäume Doch jetzt schienen manche hin und her zu springen Sich mit dem Mond zu bewegen Eine Zeit lang konnte sie nicht mal schlucken, weil sie so steif war Doch wie aufs Stichwort erfüllte der vertraute Gesang von Baumfröschen und Heuschrecken die Nacht Tröstlicher als jedes Schlaflied Die Dunkelheit barg einen süßlichen Geruch Den erdigen Atem von Fröschen und Salamandern, die wieder einen brütend heißen Tag überstanden hatten Dann schmiegte sich die Marsch mit einem Bodennebel an und Kaya schlief ein Paar ließ sich drei Tage lang nicht blicken Und Kaya kochte sich Rübstiel aus Marsgarten zum Frühstück, Mittag und Abendessen Sie war zum Hühnerstall gegangen, um Eier einzusammeln Fand ihn jedoch verlassen vor Nirgendwo ein Huhn oder Ei zu finden Ihr Scheißhühner! Ihr seid bloß blöde Scheißhühner! Sie hatte sich eigentlich um sie kümmern wollen, seit Marford war Aber im Grunde nicht viel gemacht Jetzt waren sie allesamt ausgebüxt Gackerten irgendwo tief im Wald Sie würde Mais verstreuen müssen, um sie hoffentlich in der Nähe zu halten Am Abend des vierten Tages tauchte Paar mit einer Flasche in der Hand auf und ließ sich auf sein Bett fallen Als er am nächsten Morgen in die Küche kam, brüllte er Wo sind denn alle? Weiß nicht, sagte sie, ohne ihn anzusehen Jeder Straßenköter weiß mehr wie du Überflüssig wie ein Kropf Kaya schlüpfte leise durch die Fliegengittertür und lief zum Strand, um nach Muscheln zu suchen Doch dann roch sie Rauch Sie blickte auf und sah dort, wo die Hütte lag, Qualm aufsteigen So schnell sie konnte, rannte sie zurück Und als sie zwischen den Bäumen hervorstürmte, loderte vor der Hütte ein großes Lagerfeuer Paar war dabei, Maß, Gemälde, Kleider und Bücher in die Flammen zu werfen Nein! schrie Kaya Er sah sie nicht an, sondern warf das alte Kofferradio ins Feuer Ihr brannten Gesicht und Arme, als sie nach den Bildern griff, und die Hitze trieb sie zurück Sie hastelte zur Tür, um Paar daran zu hindern, noch mehr aus der Hütte zu holen Sah ihm in die Augen Paar hob die Hand zum Schlag, doch sie wich nicht zurück Plötzlich wandte er sich ab und schlurfte in Richtung seines Boots Kaya sank auf die Verandastufen und sah zu, wie Maas Aquarelle von der Marsch zu Asche verbrannten Sie blieb dort sitzen, bis die Sonne unterging Bis alle Knöpfe wie Funken glühten und die Erinnerungen an den Jitterbug-Tanz mit Maar in den Flammen zerschmolzen Im Laufe der folgenden Tage lernte Kaya aus den Fehlern der anderen und vielleicht noch mehr von den Fischchen, wie sie mit Paar leben musste Immer aus dem Weg gehen, nie auffallen, von Sonnenflecken zu Schatten huschen Sie stand auf und verließ die Hütte, bevor er wach wurde, lebte in den Wäldern und am Wasser Schlich dann zurück, um in ihrem Bett auf der Veranda zu schlafen, so nah an der Marsch, wie sie nur konnte Paar hatte im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen gekämpft Sein linker Oberschenkelknochen war von einem Granatsplitter zertrümmert worden, das einzige, worauf sie noch stolz waren Sein wöchentlicher kriegsversehrten Scheck, ihre einzige Einnahmequelle Eine Woche nach Jodys Verschwinden war der Eisschrank leer und im Garten war kaum noch Rübstiel übrig Als Kaya an diesem Montagmorgen in die Küche kam, zeigte Paar auf den Tisch, wo ein zerknitterter Dollarschein und ein paar lose Münzen lagen Damit kriegst du Essen für eine Woche, Almosen gibt's nicht, sagte er Alles hat einen Preis und für das Geld hältst du das Haus in Ordnung, sammelst Feuerholz und machst die Wäsche Zum allerersten Mal machte sich Kaya allein auf den Weg nach Barclay Cove, um Lebensmittel zu kaufen Dies kleine Schweinchen ging zum Markt Sie stapfte vier Meilen weit durch tiefen Sand oder dunklen Matsch, bis die Bucht vor ihr glitzerte Mit dem Ort am Ufer Sumpfige Niederungen umgaben Barclay Cove, mischten ihren salzigen Dunst mit dem des Ozeans, der bei Flut auf der anderen Seite der Main Street anschwoll Gemeinsam trennten Marschland und Meer den Ort vom Rest der Welt Die einzige Verbindung bildete die einspurige Landstraße, die über rissigen Zement und Schlaglöcher in das Städtchen holperte Es gab zwei Straßen, die Main Street verlief am Meer entlang und hatte eine Reihe von Geschäften aufzuweisen An einem Ende war der Lebensmittelladen Piggly Wiggly, am anderen Ende das Geschäft Western Auto und in der Mitte der Diner Dazwischen lagen ein Cress Five & Dime, ein Pennies, auch Katalogbestellung, die Bäckerei Parkers und ein Schuhladen der Marke Buster Brown Gleich neben dem Piggly war die Doggone Beer Hall, eine Kneipe, in der man außer gebratenen Hotdogs und einem scharfen Chili auf frittierte Garnelen essen konnte, die in gefalteten Pappschiffchen serviert wurden Weder Ladies noch Kinder setzten je einen Fuß hinein, weil das Lokal nicht den besten Ruf hatte Aber sie konnten an einem Verkaufsfenster zur Straße hin Hotdogs und nie High-Cola bestellen Schwarze durften weder die Tür noch das Fenster benutzen Die andere Straße, Broad Street, verlief von der alten Landstraße geradewegs Richtung Ozean und mündete in die Main Street An der einzigen Kreuzung im Ort trafen sich folglich Main Street, Broad Street und der Atlantik Die Läden und Geschäfte lagen nicht wie in den meisten Kleinstädten direkt nebeneinander, sondern waren durch unbebaute Grundstücke getrennt, auf denen Strandhafer und Palmettos wuchsen, als hätte sich über Nacht die Marsch heranbeschoben Im Verlauf von über 200 Jahren hatten die Zedernschindeln der Hausfassaden kräftigen salzigen Winden widerstanden und allmählich die Farbe von Rost angenommen Während der größtenteils blaue oder weiße Anstrich der Fensterrahmen Risse bekommen hatte und abblätterte Alles in allem schien der Ort des Kampfes mit den Elementen müde zu sein und sich ihnen einfach zu ergeben Der städtische Pier, garniert mit ausgefransten Tauen und alten Pelikanen, ragte in die kleine Bucht, deren Wasser, wenn es ruhig war, das Rot und Gelb von Krabbenkuttern spiegelte Zu beiden Seiten der Geschäfte wandten sich unbefestigte Straßen, die von kleinen Häusern aus Zedernholz gesäumt wurden, durch die Bäume, um Lagunen herum und am Ozean entlang Barclay Cove war buchstäblich ein Provinznest, mit seinen verstreuten Teilen zwischen Mündungsarmen und Reet wie ein windgeschütteltes Reiernest Barfuß und in einer zu kurzen Latzhose blieb Kaya an der Stelle stehen, wo der Pfad durch die Marsch auf die Straße traf Sie biss sich auf die Lippe, wollte nach Hause rennen Sie hatte keine Ahnung, was sie zu den Leuten sagen, wie sie das mit dem Bezahlen hinkriegen sollte Aber der Hunger trieb sie weiter, also ging sie mit gesenktem Kopf über einen bröckligen Bürgersteig, der gelegentlich zwischen Grasbüscheln auftauchte, die Main Street entlang zu dem Lebensmittelladen Als sie kurz vor dem Five and Dime war, hörte sie laute Stimmen hinter sich und sprang just in dem Moment zur Seite, als drei Jungs, ein paar Jahre älter als sie, auf Fahrrädern an ihr vorbeisausten Der Anführer drehte sich zu ihr um, lachte über den beinahe Unfall und stieß dann fast mit einer Frau zusammen, die gerade aus dem Laden trat Chase Andrews, komm auf der Stelle wieder her, ihr alle drei Sie radelten noch ein paar Meter weiter, überlegten es sich dann anders und kehrten um zu der Frau Miss Pansy Price, Verkäuferin von Stoffen und Kurzwaren Ihre Familie hatte einmal die größte Farm am Rande der Marsch gehört Und obwohl sie Haus und Hof schon vor langer Zeit hatten verkaufen müssen, blieb Miss Pansy ihrer Rolle als vornehme Landbesitzerin treu Was kein leichtes war, wenn man in einer winzigen Wohnung über dem Deiner wohnte Miss Pansy trug für gewöhnlich Hüte, die aussahen wie seidene Turbane Und an diesem Morgen war ihre Kopfbedeckung rosa, was den roten Lippenstift und das kräftige Rusch auf ihren Wangen betonte Sie schimpfte die Jungen aus Ich hätte nicht übel Lust, das euren Mamas zu erzählen, oder besser noch euren Papas Auf dem Bürgersteig so zu rasen, ihr hättet mich um ein Haar überfahren Was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen, Chase? Er hatte das schönste Fahrrad Roter Sattel und hochaufragender Lenker aus Chrom Entschuldigen Sie, Miss Pansy, wir haben sie nicht gesehen, weil das Mädchen da hinten uns auf einmal im Weg war Chase, sonnengebräunt mit dunklem Haar, zeigte auf Kaya, die zurückgewichen war und halb in einem Mürtenbusch stand Kümmert euch nicht um die Es gehört sich nicht, die eigenen Sünden auf andere abzuwälzen, nicht einmal auf Sumpfgesindel Ihr Jungs macht das gefälligst wieder gut Da drüben geht Miss Ariel mit ihren Einkäufen Los helft ihr, die Sachen zu ihrem Pickup zu tragen Und steckt eure Hemden ordentlich in die Hose Jawohl, Ma'am, sagten die Jungen, während sie schon zu Miss Ariel hinüberfuhren, die sie alle in der zweiten Klasse unterrichtet hatte Kaya wusste, dass die Eltern des dunkelhaarigen Jungen das Geschäft Western Ordo besaßen Deshalb fuhr er auch das schickste Fahrrad Sie hatte ihn gesehen, wie er große Kartons mit Waren vom Lastwagen in den Laden trug Aber sie hatte noch nie ein Wort mit ihm oder den anderen geredet Sie wartete ein paar Minuten, dann ging sie mit gesenktem Kopf weiter zum Lebensmittelladen Im Piggly Wiggly angekommen, studierte Kaya die Auswahl an Maisgrieß Und entschied sich für die Einpfundpackung grob gemahlenen gelben Grieß Weil daran ein rotes Etikett hing Sonderangebot der Woche, wie Ma'am es ihr beigebracht hatte Sie drückte sich im Gang herum, bis keine anderen Kunden mehr an der Kasse warteten Dann ging sie hin und sah die Kassiererin, Mrs. Singletary, an, die sie fragte Wo steckt denn deine Mama? Mrs. Singletary's Haare waren kurzgeschnitten Dicht gekringelt und so lila gefärbt wie eine Iris im Sonnenlicht Muss Hausarbeit erledigen, Ma'am Na, du hast aber Geld für den Grieß dabei, oder? Jawohl, Ma'am Weil sie den genauen Betrag nicht abzählen konnte, legte sie den Dollarschein hin Mrs. Singletary fragte sich, ob das Kind die verschiedenen Münzen überhaupt kannte Deshalb legte sie das Wechselgeld in Kajas offene Hand und zählte langsam mit 25, 50, 60, 70, 80, 85 und drei Pennies Der Grieß kostet nämlich zwölf Cent Kaja wurde fast schlecht Musste sie jetzt wieder was zurückgeben? Sie starrte auf die rätselhaften Münzen in ihrer Hand Mrs. Singletary schien sich zu erbarmen Na dann, raus mit dir! Kaja flitzte aus dem Laden und ging so schnell sie konnte zurück zum Fußpfad in die Marsch Viele Male hatte Ma ihr eingeschärft Im Ort darfst du niemals rennen, sonst denken die Leute, du hättest was gestohlen Doch sobald sie den Sandweg erreicht hatte, spurtete sie eine gute halbe Meile Den Rest legte sie mit schnellen Schritten zurück Wieder daheim schüttete sie eine Portion Grieß in kochendes Wasser, weil sie meinte, Ma habe das immer so gemacht Aber er bildete im Nu einen großen, dicken Klumpen, der unten anbrannte und in der Mitte roh blieb So pampig, dass sie nur ein paar Bissen herunter bekam Also suchte sie erneut den Garten ab und fand noch etwas Rübstiel zwischen den Goldruten Den kochte sie und aß alles auf Schlürfte sogar noch den Sud aus dem Topf Innerhalb weniger Tage lernte sie, wie man Grieß zubereitete Doch so kräftig sie auch rührte, ein paar Klumpen blieben immer Die Woche darauf kaufte sie Rippchen, mit dem roten Etikett dran Und garte sie in einem schmackhaften Brei aus Grieß und Blattkohl Kaya hatte oft zusammen mit Ma die Wäsche gemacht Daher wusste sie, wie man Kleidung unter dem Wasserhahn im Hof auf dem Waschbrett mit Kernseife schrubbte Paars Latzhosen wurden, wenn sie nass waren, so schwer Dass sie sie mit ihren kleinen Händen nicht auswringen konnte Und da sie noch nicht an die Wäscheleine rankam Legte sie die tropfnassen Hosen über die Wedel der Palmetto-Palmen am Waldrand So lebten sie und Pa wie im Two-Step In derselben Hütte, aber getrennt Und manchmal sahen sie sich tagelang nicht Sie sprachen kaum miteinander Kaya räumte ihre und seine Sachen auf wie eine richtige kleine Hausfrau Sie konnte nicht annähernd gut genug kochen, um für ihn Mahlzeiten zuzubereiten Meistens war er ohnehin nicht da Aber sie machte sein Bett, putzte, fegte und erledigte meistens den Abwasch Nicht, weil er es ihr befohlen hatte Sondern weil das die einzige Möglichkeit war, die Hütte in ordentlichem Zustand für Ma's Rückkehr zu halten Ma hatte immer gesagt, dass an Kajas Geburtstag der Herbstmond aufgegangen war Und als der Mond sich eines Abends dick und golden aus der Lagune erhob Sagte sich Kaya deshalb, obwohl sie sich nicht an das Datum ihrer Geburt erinnern konnte Ich schätze, jetzt bin ich sieben Pa erwähnte nichts davon Und einen Kuchen gab es schon gar nicht Er sagte auch nichts darüber, dass sie nun zur Schule gehen müsste Und sie, die keine genaue Vorstellung davon hatte, traute sich nicht, es anzusprechen Bestimmt würde Ma zu ihrem Geburtstag zurückkommen Also zog Kaya am Morgen nach dem Erntemond ihr Cartoon-Kleid an und behielt den Weg im Auge Sie wünschte sich sehnlich, dass Ma auf sie zukam Noch immer in ihren Krokoschuhen und dem langen Rock Als nichts passierte, nahm sie den Topf mit Grieß und ging durch den Wald an den Strand Die Hände um den Mund gewölbt, legte sie den Kopf in den Nacken und schrie Kiau! 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 Silberne Flecken tauchten im Himmel auf Von überall am Strand, von oberhalb der Brandung Da sind sie! Ich kann gar nicht so weit zählen, wie es hier Möwen gibt, sagte sie Schreiend und kreischend umkreisten die Vögel sie, stießen herab, verharrten flügelschlagend vor ihrem Gesicht und landeten, als sie ihnen Grießbröckchen hinwarf Schließlich beruhigten sie sich, begannen ihr Gefieder zu putzen und Kaya setzte sich auf den Sand, die Beine seitlich angewinkelt Eine große Möwe ließ sich neben ihr nieder Ich habe heute Geburtstag, sagte Kaya zu dem Vogel Kapitel 3 Chase 1969 Die verrotteten Stützpfeiler des alten, verlassenen Feuerwachtturms spreizten sich über dem Sumpf, der seine eigenen Nebelschwaden aufsteigen ließ Bis auf das Krächzen von Krähen war der Wald still und schien förmlich den Atem anzuhalten, als die beiden zehnjährigen Jungen Benji Mason und Steve Long am Morgen des 30. Oktober 1969 die feuchte Treppe hinaufstiegen Viel zu heiß für Herbst, rief Steve Benji über die Schulter zu Stimmt, und bis auf die Krähen ist alles so still Steve spähte zwischen den Stufen hindurch und sagte Oha, was ist denn das da? Wo? Da unten, blaue Klamotten, als würde einer am Matsch liegen Benji rief Hey du, was machst denn da? Ich sehe ein Gesicht, aber das rührt sich nicht Mit rudernden Armen rannten sie wieder nach unten und stapften zur anderen Seite des Turms Grünlicher Matsch blieb an ihren Stiefeln kleben Da lag ein Mann, flach auf dem Rücken, das linke Bein ab Kniehöhe grotesk nach vorne verdreht Augen und Mund weit aufgerissen Ach du Schande, sagte Benji Großer Gott, das ist Chase Andrews Lass uns den Sheriff holen Aber wir dürfen doch eigentlich gar nicht hier draußen sein Ist jetzt egal, und bestimmt wollen die Krähen sich gleich auf ihn stürzen Sie starrten entsetzt in die Richtung, aus der das Krächzen kam Und Steve sagte Ich glaub, einer von uns muss hierbleiben und die Biester von ihm fernhalten Glaub mal bloß nicht, dass ich allein hier bleib Und ich wette, Nickel, du traust dich das auch nicht Und schon schwangen sie sich auf ihre Räder Strampelten über sirupartige Sandwege zurück zur Main Street Durch den Ort und rannten in das flache Gebäude Wo Sheriff Ed Jackson in einem von nackten Glühbirnen erhellten Büro an seinem Schreibtisch saß Er war kräftig und mittelgroß Hatte rotblondes Haar Und seine Arme waren mit blassen Sommersprossen übersät Er blätterte gerade in einer Jagdzeitschrift Die Jungs kamen ohne anzuklopfen durch die offene Tür gestürmt Sheriff! Hey, Steve, Benji, wo brennt's denn, Jungs? Chase Andrews liegt draußen im Sumpf unter dem Feuerwachtturm Sieht mausetot aus, rührt sich kein bisschen Seit Barkley Cove 1751 gegründet worden war Hatte kein Gesetzesvertreter sich je für irgendwas zuständig gefühlt Das außerhalb der Ortsgrenzen passierte In den 1940ern und 50ern hatten manche Sheriffs gelegentlich Häftlinge aus dem Inland Die in die Marsch entkommen waren, mit Hunden verfolgt Und nur für alle Fälle standen dem Sheriff auch heute noch Hunde zur Verfügung Aber Jackson kümmerte sich praktisch nie um Straftaten in den Sümpfen Warum Ratten dabei stören, wie sie sich gegenseitig umbrachten? Aber jetzt ging es um Chase Der Sheriff stand auf und nahm seinen Hut vom Haken Zeigt's mir Eichenäste und Stechpalmen schrammten am Pickup des Sheriffs entlang Als er ihn über den Sandweg manövrierte Neben ihm saß Dr. Vern Murphy Schlank und fit, mit graumiliertem Haar Der einzige Arzt im Ort Beide Männer schwankten im Rhythmus der tiefen Furchen Und Verns Kopf knallte beinahe gegen das Seitenfenster Sie waren schon lange befreundet Ungefähr im selben Alter Gingen gern gemeinsam angeln und mussten oft bei Fällen zusammenarbeiten Beide schwiegen jetzt in Aussicht auf Bestätigung Wessen Leiche da im Sumpf lag Steve und Benji saßen mit ihren Fahrrädern auf der Ladefläche Bis der Wagen anhielt Er ist da drüben, Mr. Jackson Hinter den Büschen Ed stieg aus Ihr Jungs bleibt hier Dann warteten er und Dr. Murphy durch den Schlamm zu der Stelle, wo Chase lag Die Krähen waren aufgeflogen, als der Pickup ankam Aber andere Vögel und Insekten umschwirrten ihn Leben, das ungerührt weiter pulsierte Es ist tatsächlich Chase Sam und Patty Love werden das nicht überleben Jede Zündkerze, die die Andrews bestellt hatten Jede geschriebene Rechnung, jedes aufgestellte Preisschild bei Western Ordo War für ihr einziges Kind Chase gewesen Vern ging neben dem Körper in die Hocke Lauschte mit seinem Stethoskop auf einen Herzschlag Und erklärte Chase dann für tot Was schätzt du, wie lange schon? Fragte Ed Ich würde sagen, mindestens zehn Stunden Der Gerichtsmediziner kann das genauer bestimmen Dann muss er letzte Nacht da hochgestiegen Und von oben runtergefallen sein Vern untersuchte Chase kurz, ohne ihn zu bewegen Dann trat er neben Ed Beide Männer starrten in Chases Augen Die noch immer aus dem aufgedunsenen Gesicht gen Himmel blickten Sahen dann auf seinen klaffenden Mund Wie oft habe ich den Leuten schon gesagt, dass sowas mal passieren wird Klagte der Sheriff Sie hatten Chase schon seit seiner Geburt gekannt Hatten mitbekommen, wie er sich vom goldigen Kind zum charmanten Teenager entwickelte Dann zum bewunderten Quarterback und Frauen schwarm wurde Und ins Geschäft seiner Eltern einstieg Schließlich der gut aussehende Mann, der das hübscheste Mädchen heiratete Jetzt lag er allein da Weniger würdevoll als das Schlammloch Wie immer hatte die Grausamkeit des Todes die Oberhand gewonnen Ed durchbrach das Schweigen Also was ich nicht verstehe, ist, wieso die anderen keine Hilfe geholt haben Die kommen immer zu mehreren her Oder wenigstens in Paaren, um rumzuknutschen Sheriff und Arzt nickten sich kurz, aber vielsagend zu Wohl wissend, dass Chase, obwohl er verheiratet war Möglicherweise eine andere Frau mit zum Turm genommen hatte Wir sollten ein Stück zurückgehen Uns alles genau anschauen, sagte Ed Und hob einen Fuß nach dem anderen an Machte weitere Schritte als notwendig Ihr Jungs bleibt, wo ihr seid Macht bloß nicht noch mehr Spuren Ed zeigte auf Fußabdrücke, die von der Treppe weg durch den Schlamm führten Und gut zwei Meter von Chase entfernt endeten Sind das eure Abdrücke von heute Morgen? Ja, Sir, bis dahin sind wir gegangen, sagte Benji Als wir gesehen haben, dass es Chase ist, sind wir rückwärts gegangen Da, sehen Sie, da sind wir rückwärts gegangen Okay Ed drehte sich um Wann, irgendwas stimmt hier nicht In der Nähe der Leiche sind keine Fußspuren Wenn er mit seinen Freunden oder wem auch immer hier war und runtergefallen ist Wären die doch nach unten gerannt und zu ihm gelaufen Hätten sich neben ihn gekniet, um festzustellen, ob er noch lebt Sieh dir an, wie tief unsere Spuren hier im Schlamm sind Aber sonst gibt es keine frischen Abdrücke Keine, die zu der Treppe führen oder von ihr weg Keine rings um die Leiche Dann war er vielleicht doch allein Das würde alles erklären Tja, aber weißt du, was das nicht erklärt? Wo sind seine Fußspuren? Wie ist Chase Andrews den Weg entlang gegangen, dann durch den Matsch hier zur Treppe, um nach oben zu steigen, ohne selbst Fußspuren zu hinterlassen? Kapitel 4 Schule 1952 Wenige Tage nach ihrem Geburtstag war Kaya barfuß allein im Schlick unterwegs Und beugte sich vor, um eine Kaulquappe zu betrachten, die schon ihre Froschbeine bekam Plötzlich richtete sie sich auf Ein Auto kämpfte sich durch den tiefen Sand am Ende des Weges zur Hütte Niemand kam je mit dem Auto zu ihnen heraus Dann drangen leise Stimmen durch die Bäume Ein Mann und eine Frau Kaya rannte rasch ins Gebüsch Weil sie von dort sehen konnte, wer da kam Aber immer noch einen Fluchtweg hatte Genau wie Jodie es ihr beigebracht hatte Eine große Frau stieg aus dem Auto und stöckelte auf hohen Absätzen den Sandweg entlang Genau wie Ma das getan hatte Das mussten die Waisenhausleute sein, die sie holen wollten Der kann nicht leicht davonlaufen An den Schuhen fällt sie glatt auf die Nase Kaya blieb, wo sie war Und sah zu, wie die Frau an die Fliegengittertür zur Veranda trat Huhu, jemand zu Hause? Ich bin die Schulinspektorin Ich möchte Catherine Clark zur Schule abholen Na sowas Kaya blieb stumm hocken Sie war sich ziemlich sicher, dass sie mit sechs in die Schule gemusst hätte Und die kam erst jetzt Ein Jahr zu spät Sie hatte keine Ahnung, wie sie mit anderen Kindern reden sollte Oder gar mit einer Lehrerin Aber sie wollte lesen lernen Und was nach 29 kam Catherine, Liebes Falls du mich hörst, bitte komm raus Du musst in die Schule gehen, Schätzchen Das schreibt das Gesetz vor Außerdem gefällt es dir da ganz bestimmt Du bekommst jeden Tag ein warmes Mittagessen Ich glaube, heute gibt's Hühnerpastete mit Teiggruste Das änderte die Sache Kaya war sehr hungrig Zum Frühstück hatte sie Grieß gekocht und Salzkracker untergerührt Weil sie sonst kein Salz hatte Wenn sie schon etwas über das Leben wusste Dann, dass man Grieß nicht ohne Salz essen kann Hühnerpastete hatte sie erst ein paar Mal in ihrem Leben gegessen Aber sie hatte noch immer den goldbraunen Teigmantel vor Augen Außen knusprig, innen weich Sie konnte den satten Geschmack der Füllung fühlen, als wäre er rund Ihr Magen tat, was er wollte Und brachte Kaya dazu, aus ihrem Versteck zwischen den Palmetto-Wedeln hervorzutreten Hallo, Liebes Ich bin Mrs. Culpepper Du bist ja schon richtig groß und willst in die Schule gehen, nicht wahr? Ja, Ma'am Sagte Kaya mit gesenktem Kopf Sehr schön Du kannst ruhig barfuß gehen, machen andere Kinder auch Aber weil du ein kleines Mädchen bist, musst du einen Rock tragen Hast du ein Kleid oder ein Rock, Schätzchen? Ja, Ma'am Okay, dann wollen wir dich mal hübsch machen Mrs. Culpepper folgte Kaya durch die Verandertür und musste dabei über eine Reihe Vogelnester steigen die Kaya auf dem Boden aufgereiht hatte Im Schlafzimmer zog Kaya das einzige Kleid an, das ihr passte ein karierter Trägerrock, an dem eine Schlaufe von einer Sicherheitsnadel zusammengehalten wurde Sehr gut, Liebes Damit kannst du dich sehen lassen Mrs. Culpepper streckte ihr die Hand entgegen Kaya starrte darauf Sie hatte seit Wochen keinen anderen Menschen mehr berührt hatte in ihrem ganzen Leben noch keine fremde Person berührt Aber sie schob ihre kleine Hand in die von Mrs. Culpepper und wurde den Weg hinunter zu dem Fort Crestliner geführt an dessen Steuer ein stiller Mann mit einem grauen Filzhut saß Kaya setzte sich auf die Rückbank ohne zu lächeln und fühlte sich nicht wie ein Küken unter dem Flügel seiner Mutter Barclay Cove hatte eine Schule für Weiße Die erste bis zwölfte Klasse waren in einem zweistöckigen Backsteinbau an dem der Polizeiwache gegenüberliegenden Ende der Main Street untergebracht Die schwarzen Kinder hatten eine eigene Schule ein flacher Betonklotz knapp außerhalb der schwarzen Siedlung Als Kaya ins Schulbüro geführt wurde fand man dort zwar ihren Namen aber kein Geburtsdatum im Geburtsregister des County Also steckte man sie in die zweite Klasse obwohl sie noch nie eine Schule von innen gesehen hatte Die erste Klasse, meinten sie, war schon zu voll und bei den Kindern aus dem Sumpf die manchmal nur ein paar Monate zur Schule kamen und sich dann nicht mehr blicken ließen war es ihr ohnehin egal Als der Direktor mit ihr den breiten Korridor entlang ging der ihre Schritte wiederhallen ließ perlte ihr Schweiß auf der Stirn Er öffnete die Tür zu einem Klassenzimmer und gab ihr einen leichten Stups Karierte Blusen, Tellerröcke, Schuhe jede Menge Schuhe, einige nackte Füße und Augen, die sie allesamt anstarrten Sie hatte noch nie so viele Menschen gesehen bestimmt ein Dutzend Die Lehrerin, dieselbe Miss Ariel Daniel, der die Jungs geholfen hatten brachte Kaya zu einem Tisch am hinteren Ende Sie könne ihre Sachen in das Fach legen wurde ihr gesagt aber Kaya hatte keine Sachen Die Lehrerin ging wieder nach vorne und sagte Catherine, bitte steh auf und sag der Klasse, wie du heißt Ihr Magen zog sich zusammen Nun komm schon, Liebes, sei nicht schüchtern Kaya stand auf Miss Catherine Danielle Clark sagte sie, weil Ma mal gesagt hatte das wäre ihr voller Name Kannst du für uns Hund buchstabieren? Kaya starrte zu Boden und sagte nichts Jodie und Ma hatten ihr ein paar Buchstaben beigebracht aber sie hatte noch nie für irgendwen ein Wort laut buchstabiert Ihr war schlecht vor Aufregung aber sie versuchte es trotzdem M U N D Lautes Gelächter brach aus Psst, Ruhe rief Miss Ariel Wir lachen uns nie gegenseitig aus Habt ihr verstanden? Niemals! Das solltet ihr eigentlich wissen Kaya setzte sich schnell wieder auf ihren Platz hinten in der Klasse wollte unsichtbar werden wie ein Borkenkäfer der mit dem furchigen Stamm einer Eiche verschmolz Doch so nervös sie auch war als die Lehrerin mit dem Unterricht fortfuhr beugte sie sich vor weil sie unbedingt lernen wollte was nach 29 kam Aber Miss Ariel redete erst mal nur über etwas das sich Lautbildung nannte und die Schüler sprachen ihr mit aufgerissenen Mündern A, I, O und U nach und hörten sich an wie gurrende Tauben Gegen elf Uhr zog der warmbuttrige Duft von Hefebrötchen und Pastetenteig durch die Flure und drang in den Klassenraum Kajas Magen rumurte und knurrte und als die Klasse sich endlich in einer Reihe aufstellte und in die Cafeteria marschierte lief ihr das Wasser im Munde zusammen Sie machte nach was die anderen taten nahm sich ein Tablett einen grünen Plastikteller und Besteck Ein großes Fenster mit Theke davor gewährte einen Blick in die Küche und sie sah eine riesige Emaillepfanne voll mit Hühnerpastete Zwischen den dicken knusprigen Teigstreifen die kreuzweise darauf angeordnet waren blubberte heiße Bratensauce Eine große schwarze Frau die lächelte und manche Kinder mit Namen ansprach klatschte ihr eine große Portion Pastete auf den Teller dann einen Löffel Sommererbsen in Butter und ein Hefebrötchen Außerdem bekam sie Bananenpudding und eine eigene kleine rot-weiße Packung Milch mit auf das Tablett Sie wandte sich dem Essbereich zu wo die meisten Tische schon mit lachenden plaudernden Kindern besetzt waren Sie bemerkte Chase Andrews und seine Freunde die sie mit ihren Fahrrädern fast vom Bürgersteig gerempelt hatten Deshalb sah sie weg und setzte sich an einen leeren Tisch Mehrmals rasch hintereinander verrieten ihre Augen sie und schielten hinüber zu den Jungs die einzigen Gesichter die sie kannte Aber die achteten gar nicht auf sie genau wie alle anderen Kaya starrte die Pastete an die mit Hühnchen Möhren Kartoffeln und kleinen Erbsen gefüllt war Goldbrauner Teig obendrauf Etliche Mädchen in Tellerröcken die mit Petticoats aufgebauscht waren kamen auf sie zu Eine war groß dünn und blond eine andere eher rund mit Pausbacken Kaya fragte sich wie diese Mädchen mit solchen Röcken auf Bäume klettern oder auch nur in ein Boot steigen konnten Durch Wasser warten um Frösche zu fangen war damit jedenfalls unmöglich Die konnten ja nicht mal ihre eigenen Füße sehen Als sie näher kamen starrte Kaya auf ihren Teller Was sollte sie sagen wenn die Mädchen sich neben sie setzten Aber sie gingen vorbei zwitschernd wie Vögel und gesellten sich zu ihren Freundinnen an einem anderen Tisch Obwohl Kaya einen Riesenhunger im Bauch hatte war ihr Mund so trocken dass sie kaum schlucken konnte Deshalb aß sie nur ein paar Bissen trank die ganze Milch aus und stopfte möglichst unauffällig so viel Pastete wie sie konnte in die leere Milchtüte die sie dann zusammen mit dem Brötchen in ihre Serviette wickelte Den Rest des Tages machte sie kein einziges Mal den Mund auf Selbst als die Lehrerin ihr eine Frage stellte blieb sie stumm Kaya fand sie sollte was von den anderen lernen nicht umgekehrt Wie so riskieren dass die mich auslachen dachte sie Nach dem letzten Klingeln erklärte man ihr der Bus würde sie drei Meilen vor dem Weg zu ihrer Hütte absetzen weil der Pfad ab da zu sandig war und dass sie jeden Morgen zu Fuß zum Bus gehen müsse Auf dem Heimweg während der Bus durch tiefe Furchen schaukelte und an weiten Flächen mit Schlickgras vorbeifuhr begann vorne ein Sprechchor Miss Catherine Daniel Clark großdünnblond und rund Pausbacke die Mädchen vom Mittagessen riefen Was denn nun Sumpfhuhn Wo ist dein Sack Sumpfpark Endlich hielt der Bus an einer nicht markierten Kreuzung von verschlungenen Wegen mitten im Wald Der Fahrer drückte die Tür auf und Kaya flitzte hinaus rannte fast eine halbe Meile so schnell sie konnte rang nach Luft und trabte dann bis zur Hütte Aber sie ging nicht hinein sondern lief weiter durch die Palmettos zur Lagune und dann den Pfad entlang der durch dichte schützende Eichen zum Ozean führte Als sie auf den leeren Strand stürmte breitete das Meer weit die Arme aus und der Wind löste ihr geflochtenes Haar als sie an der Flutlinie stehen blieb Sie war den Tränen nah wie schon den ganzen Tag Über das Tosen der Brandung hinweg rief Kaya die Vögel herbei Der Ozean sang Bass die Möwen sang Sopran Kreischend und schreiend kreisten sie über der Marsch und über dem Sand während Kaya zerbröselte Teigkruste und Brötchenstücke auf den Strand warf Sie landeten mit hängenden Beinen und sich windenden Köpfen Einige Vögel pickten behutsam zwischen Kajas Zehen und sie lachte weil das kitzelte bis ihr Tränen über die Wangen strömten und schließlich brachen laute würgende Schluchzer aus der engen Stelle unter ihrer Kehle hervor Als die Milchtüte leer war dachte sie sie würde den Schmerz nicht ertragen voller Angst die Vögel würden sie ebenso verlassen wie alle anderen Doch die Möwen ließen sich um sie herum am Strand nieder und machten sich daran ihre grauen ausgestreckten Flügel zu putzen Also setzte sie sich auch hin und wünschte sie könnte sie einsammeln und zum Schlafen mit auf die Veranda nehmen Sie stellte sich vor wie sie alle in ihrem Bett lagen ein flauschiger Berg aus warmen gefiederten Körpern mit ihr zusammen unter der Decke Zwei Tage später hörte sie den Fort Crestliner durch den Sand rumpeln und flüchtete in die Marsch stapfte schwer über Sandbänke machte unübersehbare Fußspuren ging dann auf Zehenspitzen ins Wasser wo sie keine Abdrücke hinterließ und stahl sich in umgekehrter Richtung davon Auf schlammigem Untergrund rannte sie im Kreis um eine verwirrende Vielfalt von Pferden zu legen Und dann als sie wieder festen Boden erreichte lief sie federleicht darüber hinweg sprang von Grasbüscheln auf herumliegende Äste hinterließ keine Spur Sie kamen noch einige Wochen lang alle zwei oder drei Tage der Mann mit dem Filzhut übernahm die Suche nach ihr gelangte aber nicht mal in ihre Nähe Und dann ließ sich eine ganze Woche lang niemand mehr blicken Nur das Krächzen von Krähen war zu hören Kaya ließ die Hände zu beiden Seiten hängen starrte auf den leeren Sandweg Sie ging in ihrem ganzen Leben nie wieder auch nur einen einzigen Tag zur Schule Sie widmete sich wieder dem Beobachten von Reiern und dem Sammeln von Muscheln weil sie fand dass sie dabei etwas lernen konnte Ich kann schon gurren wie eine Taube sagte sie sich und viel besser als die auch wenn sie noch so schöne Schuhe haben Eines Morgens etliche Wochen nach ihrem Tag in der Schule brannte die Sonne weißglühend als Kaya in die Baumfestung ihrer Brüder am Strand kletterte und nach Segelschiffen mit Totenkopf-Flagge Ausschau hielt Wie zum Beweis dass Fantasie auch auf einsamstem Boden gedeiht schrie sie Piraten in Sicht Sie schwang ihr Schwert und sprang vom Baum um anzugreifen Plötzlich schoss ein stechender Schmerz in ihren rechten Fuß und jagte wie Feuer das ganze Bein hoch Die Knie knickten ihr weg und sie fiel mit einem Schrei auf die Seite Sie sah einen langen rostigen Nagel tief in ihrer Fußsohle stecken Pa! schrie sie Sie versuchte sich zu erinnern ob er letzte Nacht nach Hause gekommen war Hilfe Pa! Hilf mir! rief sie aber es kam keine Antwort Mit einer jähen Bewegung griff sie nach unten riss den Nagel heraus kreischte dabei laut um den Schmerz zu überdecken Wimmernd bewegte sie die Arme ziellos durch den Sand Schließlich setzte sie sich auf und inspizierte ihren Fuß Da war bloß die winzige Öffnung einer kleinen tiefen Wunde die kaum blutete Sogleich packte sie die Angst vor Wundstarkrampf Ihr Magen zog sich zusammen und ihr wurde kalt Jodie hatte ihr von einem Jungen erzählt der auf einen rostigen Nagel getreten war und keine Tetanusspritze bekommen hatte Seine Kaumuskeln hatten sich so fest verkrampft dass er den Mund nicht mehr aufmachen konnte Dann hatte sich sein Rückgrat nach hinten gekrümmt wie ein gespannter Bogen aber keiner konnte irgendwas tun außer dabei stehen und zusehen wie er an den Verrenkungen starb Eines hatte Jodie klipp und klar gesagt Du musstest die Spritze bekommen und zwar spätestens zwei Tage nachdem du in einen Nagel getreten warst sonst warst du verloren Kaya hatte keine Ahnung wie sie an so eine Spritze kommen sollte Ich muss irgendwas machen Wenn ich auf Paar warte kriege ich todsicher den Krampf Schweißperlen rollten ihr übers Gesicht als sie über den Strand humpelte und schließlich die kühleren Eichen um die Hütte erreichte Ma hatte Verletzungen immer in Salzwasser eingeweicht und dann mit Schlamm mit allen möglichen Mittelchen drin bestrichen In der Küche war kein Salz also humpelte Kaya in den Wald zu einem Brackwassertümpel der bei Ebbe so salzig war dass an seinen Rändern strahlend weiße Kristalle glitzerten Sie setzte sich auf den Boden tauchte den Fuß in das Salzwasser der Marsch und bewegte dabei ununterbrochen den Mund Auf, zu, auf, zu Tat so als würde sie gähnen, kauen alles damit er sich nicht versteifte Nach fast einer Stunde war das Wasser so weit zurückgegangen dass sie mit den Fingern ein Loch in den schwarzen Schlamm graben und den Fuß behutsam in die weiche Erde schieben konnte Die Luft war hier kühl und die Schreie der Adler gaben ihr Halt Am späten Nachmittag wurde sie sehr hungrig und kehrte zur Hütte zurück Paars Zimmer war immer noch leer und er würde wahrscheinlich noch stundenlang nicht nach Hause kommen Poker und Whisky hielten einen Mann bis tief in die Nacht beschäftigt Es war kein Grieß mehr da aber nach kurzer Suche fand sie eine alte Dose mit Crisco-Backfett Sie löffelte ein bisschen von der weißen Masse heraus und strich sie auf einen Salzcracker knabberte ihn versuchsweise aß dann noch fünf weitere Sie legte sich vorsichtig in ihr Bett auf der Veranda horchte auf Paars Boot Die aufziehende Nacht war voller Geräusche und Bewegung und Kaya schreckte immer wieder hoch aber in den frühen Morgenstunden musste sie wohl doch eingeschlafen sein denn als sie erwachte schien ihr die Sonne mitten ins Gesicht Rasch öffnete sie weit den Mund Es ging noch Sie schleppte sich zwischen dem Brackwassertümpel und der Hütte hin und her bis sie schließlich anhand des Sonnenlaufs wusste dass zwei Tage vergangen waren Sie öffnete und schloss den Mund Vielleicht hatte sie es geschafft Als sie sich am Abend unter die Decke ihrer Matratze auf den Boden legte den schlammverkrusteten Fuß mit einem Lappen umwickelt fragte sie sich ob sie tot aufwachen würde Nein, fiel er wieder ein So leicht würde es nicht werden Ihr Rücken würde sich nach hinten biegen Ihre Gliedmaßen würden sich verdrehen Kurze Zeit später spürte sie ein Zucken tief im Rücken und setzte sich auf Oh nein, oh nein, Ma, Ma Das Gefühl im Rücken kam erneut und ließ sie verstummen Juck bloß ein bisschen murmelte sie Schließlich schlief sie völlig erschöpft ein und schlug die Augen erst wieder auf als Tauben in den Eichengurten Eine Woche lang ging sie zweimal am Tag zu dem Tümpel lebte von Crackern und Backfett und Pa kamen die ganze Zeit nicht nach Hause Am achten Tag konnte sie den Fuß schon locker kreisen lassen und der Schmerz beschränkte sich auf die Oberfläche Sie machte ein Freudentänzchen ohne den Fuß zu sehr zu belasten und jubelte Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Am nächsten Morgen machte sie sich zum Strand auf um wieder Piraten aufzuspüren Als erstes befehle ich meiner Mannschaft alle Nägel aufzusammeln Jeden Morgen erwachte sie früh und lauschte noch immer auf das geschäftige Pfannengeklapper von Ma in der Küche Ma's Lieblingsfrühstück bestand aus Omelette mit Eiern von ihren eigenen Hühnern dazu reife Tomaten in Scheiben geschnitten und Maisküchlein Die bereitete sie zu indem sie eine Mischung aus Maismehl, Wasser und Salz in so heißes Fett goss dass der Teig Blasen warf und die Ränder eine knusprige Kruste bekamen Ma sagte immer dass man nichts richtig briet solange man es im Nebenzimmer nicht brutzeln hörte und ihr ganzes Leben lang hatte Kaya beim Aufwachen diese in Fett knisternden Maisküchlein gehört hatte den bläulichen heißen Maisqualm gerochen aber jetzt war die Küche still, kalt und Kaya schlüpfte aus dem Bett und schlich von der Veranda zur Lagune Monate vergingen der Winter hielt leise Einkehr wie die Winter im Süden das tun die Sonne warm wie eine Decke umhüllte Kajas Schultern lockte sie tiefer in die Marsch manchmal hörte sie nachts Geräusche die sie nicht kannte oder sie erschrak sich wenn Gewitterblitze zu nah waren doch wenn sie stolperte war da immer das Land das sie auffing bis irgendwann in einem unbemerkten Moment der Herzschmerz versickerte wie Wasser in Sand noch immer da aber tief unten Kaya legte ihre Hand auf die atmende nasse Erde und die Marsch wurde ihr zur Mutter Kapitel 5 Ermittlung 1969 In den Bäumen kreischten Zikaden gegen die sengende Sonne an alle anderen Lebensformen duckten sich unter der Hitze ließen nur ein träges Summen aus dem Unterholz vernehmen Sheriff Jackson wischte sich über die Stirn Wollen hier's noch einiges zu tun sagte er aber mir ist nicht wohl dabei Chases Frau und seine Eltern wissen nicht dass er tot ist Ich fahr hin und sag's ihnen Ed erwiderte Dr. Vern Murphy Da wär ich dir sehr dankbar Nimm meinen Pickup schick einen Krankenwagen raus um Chase abzuholen und Joe soll mit dem Pickup herkommen Aber sag ansonsten keiner Menschen Seele was davon Ich will nicht dass die halbe Stadt herkommt und genau das wird passieren wenn du es irgendwem erzählst Ehe Vern abfuhr blieb er noch einen langen Moment stehen und blickte auf Chase als hätte er irgendetwas übersehen Er war Arzt er sollte das in Ordnung bringen Drückende Sumpfluft stand hinter ihnen wartete geduldig ab bis sie wieder übernehmen konnte Ed wandte sich an die Jungs Ihr bleibt schön hier Ich will nicht dass jemand die Sache hier in der ganzen Stadt rum erzählt und fasst nichts an und macht keine Spuren mehr im Schlamm Klasse sagte Benji Sie denken irgendwer hat Chase umgebracht nicht? Weil es keine Fußspuren gibt Hat ihn vielleicht von da oben runtergeschubst oder? Davon habe ich kein Wort gesagt Das ist alles bloß polizeiliche Routine So nun stört mich nicht weiter und erzählt keinem was ihr hier draußen hört Deputy Joe Perdue ein kleiner Mann mit buschigen Koteletten traf keine 15 Minuten später mit dem Pickup ein Ich komm nicht drüber weg Chase tot Er war der beste Quarterback den die Stadt je hatte es echt nicht zu fassen Das kannst du laut sagen Also machen wir uns an die Arbeit Was haben wir bis jetzt? Er zog ihn ein Stück von den Jungen weg Tja Auf den ersten Blick sieht es natürlich wie ein Unfall aus Tödlicher Sturz vom Turm Aber bis jetzt habe ich weder Fußspuren von ihm Richtung Treppe gefunden noch irgendwelche anderen Lass uns mal nachsehen ob wir vielleicht Hinweise darauf finden dass jemand die Spuren verwischt hat Die beiden Sheriffs suchten das Gebiet ganze 10 Minuten lang ab Hast recht sagte Joe Hier sind bloß die Abdrücke von den Jungs Ja und keinerlei Anzeichen dafür dass jemand Spuren beseitigt hat sagte Ed Sie machten Fotos von der Leiche von ihrer Position im Verhältnis zur Treppe Nahaufnahmen von der Kopfwunde dem grotesk abgewinkelten Bein Joe machte Notizen während Ed diktierte Als sie dabei waren die Distanz zwischen Körper und Fahrt zu messen hörten sie den Krankenwagen dessen Seitenwände kratzend an den dichten Büschen entlang schrammten die den Sandweg säumten Der Fahrer ein alter Schwarzer der die verletzten kranken sterbenden und toten schon seit Jahrzehnten transportierte Senkte Pietät voll den Kopf und überlegte im Flüsterton Mal sehen die Arme von ihm kriege ich nicht richtig angedrückt Heißt also ich kriege ihn nicht auf die Trage gerollt Muss ihn hochheben und er ist schwer Sheriff Sir Sie nehmen den Kopf von Mr. Chase So ist gut meine Güte Am späten Vormittag hatten sie ihn schließlich hinten in den Wagen verfrachtet und mit ihm den ganzen Matsch der noch an ihm klebte Da Dr. Murphy inzwischen Chases Eltern die Todesnachricht überbracht hatte schickte Ed die Jungs nach Hause und er und Joe erklommen die Treppe die sich in Kehren nach oben wand und mit jedem Absatz schmaler wurde Je höher sie kamen desto weiter entfernte sich der Horizont und der üppige satte Wald und die vom Wasser beherrschte Marschlandschaft erstreckten sich bis zum äußersten Rand der Welt Als sie die letzte Stufe erreichten griff Jackson nach oben und öffnete eine eiserne Gitterluke Nachdem sie auf die Plattform geklettert waren ließ er das Gitter wieder herunter weil es zum Teil den Boden bildete Die Mitte der Plattform war mit rissigen grau verwitterten Holzplanken ausgelegt doch am Rand bestand der Boden umlaufend aus einer Reihe von quadratischen Gittern durch die man hindurch sehen konnte und die sich hochklappen ließen Im geschlossenen Zustand waren sie sicher begehbar doch falls eines dieser Gitter offen gelassen wurde konnte man fast 20 Meter in die Tiefe stürzen Hey sieh dir das an Ed zeigte auf den gegenüberliegenden Rand der Plattform wo eine Gitterluke offen stand Was zum Teufel sagte Joe als sie an die Öffnung herantraten Sie spähten nach unten und sahen die deutlich erkennbaren Umrisse von Chases verunstaltetem Körper im Schlamm eingedrückt Gelblicher Matsch und Entengröze waren seitlich weggeschwappt wie bei einem Spritzgemälde Das ergibt keinen Sinn sagte Ed Manche vergessen das Gitter über der Treppe zu schließen wenn sie wieder runtersteigen haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt aber die anderen werden so gut wie nie offen gelassen Warum hätte Chase das hier aufmachen sollen oder überhaupt irgendwer Es sei denn jemand hatte vor irgendwen in den Tod zu stürzen sagte Ed Und warum hat dieser jemand das Gitter hinterher nicht wieder geschlossen? Weil Chase es nicht wieder hätte schließen können nachdem er hier runtergefallen ist Es musste offen bleiben damit es wie ein Unfall aussieht Guck mal der Querbalken da unter dem Loch Siehst du die Delle mit den Splittern? Ja sehe ich Da muss Chase beim Sturz mit dem Kopf gegengeschlagen sein Ich kletter da runter und suche nach Blut und Haarproben Sammle ein paar Splitter ein Danke Joe und mach ein paar Nahaufnahmen Ich hole ein Seil um dich zu sichern Zwei Leichen an einem Tag da unten in dem Schlamm können wir nun weiß Gott nicht gebrauchen Und wir müssen das Gitter hier nach Fingerabdrücken absuchen Außerdem die Luke über der Treppe das Geländer die Brüstung alles was jemand angefasst haben könnte Und falls wir Haare und Fasern finden wir dir auch sichern Über zwei Stunden später reckten die Männer sich weil ihnen vom vielen Bücken und Kauern der Rücken weh tat Ed sagte Ich will nicht behaupten dass hier Fremdeinwirkung vorliegt Dafür ist es noch viel zu früh Außerdem wüsste ich niemanden der Chase hätte umbringen wollen Naja ich würde sagen da fällt mir eine ganze Liste ein widersprach der Deputy Wer denn zum Beispiel Was willst du damit sagen Ach komm schon Ed Du weißt doch selbst wie Chase war Zig Frauengeschichten brünstig wie ein Bulle frisch aus dem Stall Vor seiner Heirat nach seiner Heirat mit unverheirateten Frauen mit verheirateten Frauen da würden sich geile Rüden bei läufigen Weibchen besser benehmen Ja So schlimm war er nun auch nicht Klar er war bekannt als Frauenheld Aber ich kann mir nicht vorstellen dass jemand in dieser Stadt deshalb zum Mörder wird Ich sag ja bloß es gibt Leute die ihn nicht abkonnten Vielleicht ein eifersüchtiger Ehemann Es müsste jemand gewesen sein den er kannte Mit einem Fremden wäre Chase wahrscheinlich nicht hier hochgestiegen sagte Joe Es sei denn er war bei irgendwem von auswärts bis über beide Ohren verschuldet Vielleicht gibt's da irgendwas wovon wir nichts wissen Und ein Mann der stark genug ist Chase Andrews einen so kräftigen Stoß zu verpassen Keine leichte Aufgabe Joe sagte Da fallen mir auf Anib ein paar Kerle ein denen ich das zutrauen würde Kapitel 6 Ein Boot und ein Junge 1952 Eines Morgens kam Pa frisch rasiert und in einem zerknitterten Button-Down-Hemd in die Küche und erklärte dass er mit dem Bus nach Asheville fahren würde um ein paar Sachen mit der Armee zu klären Er meinte ihm stünde mehr kriegsversehrten Geld zu Er wolle sich darum kümmern und würde drei oder vier Tage fort sein Er hatte Kaya nie erzählt was er machte wohin er wollte oder wann er zurückkommen würde Deshalb stand sie jetzt in ihrer zu kurzen Latzhose da und starrte ihn nur stumm an Ich glaube du kapierst auch gar nichts sagte er und ließ die Verandatür hinter sich zuknallen Kaya sah ihm nach wie er den Weg entlang hinkte das linke Bein immer erst zur Seite und dann nach vorne schwang Ihre Finger verkrampften sich Vielleicht würden sie alle so weggehen einer nach dem anderen den Weg runter sie allein zurücklassen Als er die Straße erreichte und sich unerwartet umdrehte riss sie die Hand hoch und winkte heftig ein Versuch ihn festzuhalten Pa die Marsch fuhr und er dahinter kam würde er sie mit seinem Gürtel verdreschen oder mit dem Paddel das griffbereit neben der Verandatür stand Pa Willkommensknüppel hatte Jodie es genannt Vielleicht zog sie die Sehnsucht weiter in die Welt vorzudringen zu dem verbeulten Flachbodenboot aus Metall das Pa zum Angeln benutzte Sie war schon oft darin rausgefahren meistens mit Jodie Manchmal hatte er sie steuern lassen sie kannte sogar den Weg durch einige der verschlungenen Kanäle und Flussarme die einen flicken Teppich aus Wasser und Land Land und Wasser durchzogen bis sie schließlich das Meer erreichten Denn obwohl der Ozean gleich hinter den Bäumen lag die rings um die Hütte standen konnte man ihn per Boot nur erreichen indem man in die entgegengesetzte Richtung also landeinwärts fuhr und meilenweit durch das Labyrinth von Wasserwegen steuerte die dann irgendwann wieder zum Meer führten aber da sie erst sieben und noch dazu ein Mädchen war hatte sie das Boot nie allein manövriert es lag da nur mit einem Strick an einen Baumstamm verteut grauer dreck ausgefranstes angelzeug und zerdrückte bierdosen bedeckten den Bootsboden als sie hineinkletterte sagte sie laut erst gucken wie viel Benzin drin ist wie Jodie gesagt hat damit Panik mitkriegt dass ich damit gefahren bin sie schob ein abgebrochenes Schilfrohr in den verrosteten Tank ich schätze das reicht für ne kurze Fahrt wie jeder gute Räuber sah sie sich noch einmal um ehe sie die Leine von dem Baumstamm löste und mit dem einzigen Paddel losstarkte die lautlose Libellenwolke teilte sich vor ihr unfähig dem Drang zu widerstehen zog sie die Anlasserschnur und schreckte zurück als der Motor auf Anhieb ansprang knatternd weißen Qualmausspie sie packte die Pinne gab aber zu viel Gas sodass der Motor aufjaulte und das Boot sich jäh in die Kurve legte sie ließ den Gashebel los riss die Hände hoch und das Boot wurde langsamer bis bis schließlich nur leise schnurrend schaukelte wenn es schwierig wird loslassen und einfach in den Leerlauf gehen sie beschleunigte jetzt sachter steuerte um die alte umgestürzte Zypresse herum tuk 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 an dem Ästeberg des Biberbaus vorbei dann nahm sie mit angehaltenem Atem Kurs auf die Laguneneinfahrt die fast von Gestrüpp verdeckt wurde sie duckte sich unter den tief hängenden Ästen riesiger Bäume hindurch und glitt langsam über hundert Meter weit durch Dickicht wo entspannte Schildkröten von umgekippten Baumstämmen glitten ein Teppich aus Entengrütze trieb auf dem Wasser und färbte es ebenso grün wie das Laubdach wodurch ein smaragdener Tunnel entstand schließlich öffneten sich die Bäume und sie gelangte an einen Ort mit weitem Himmel und hohen Gräsern und dem Krächzen von Vögeln Der Ausblick eines Kükens dachte sie wenn es endlich seine Schale durchbricht Kaya fuhr dahin ein winziger Klecks von einem Mädchen in einem Boot lenkte mal hierhin mal dorthin während endlose Wasserläufe sich vor ihr gabelten und verzweigten beim rausfahren immer links halten hatte Jodie gesagt sie fasste den Gashebel kaum an ließ das Boot vorsichtig durch die Strömung gleiten mit möglichst leise tuckerndem Motor als sie um einen Schilfgürtel herum kam stand da eine Weißwedel Hirschkuh die zusammen mit ihrem Kälbchen vom Frühjahr trank ihre Köpfe schnellten hoch schleuderten Tropfen durch die Luft Kaya hielt nicht an weil sie dann fliehen würden eine Lektion die sie beim Beobachten von wilden Truth Hühnern gelernt hatte wenn du dich wie ein Raubtier verhältst verhalten sie sich wie Beutetiere man musste sie einfach ignorieren langsam weiterfahren sie trieb vorbei und die Hirschkuh blieb reglos wie eine Kiefer stehen bis Kaya hinter dem Schlick Gras verschwand sie kam in ein Lagunen unter Eichen und erinnerte sich an einen Kanal weiter hinten der zu einem riesigen Mündungslauf floss mehrmals geriet sie in Sackgassen musste zurück und einen anderen Weg nehmen prägte sich alle Orientierungspunkte genau ein damit sie den Rückweg finden würde endlich breitete sich der Mündungslauf vor ihr aus die Wasserfläche so weit dass sich der ganze Himmel und alle Wolken darin spiegelten die Wasserlinien am Ufer wenn der Pegel tief genug gefallen wäre was nicht mehr allzu lange dauern würde konnten manche Kanäle so seicht werden dass Kaya mit dem Boden auf Grund laufen stranden würde sie musste unbedingt vorher wieder zurück als sie eine hohe Grasinsel umkurvte starrte ihr plötzlich das Gesicht des Ozeans entgegen grau finster und pulsierend Wellen peitschten einander überspült von ihrem eigenen weißen Speichel brachen am Strand mit lautem Getöse auseinander wilde Kraft die gegen das Land anrannte dann verflachten sie sich zu stillen Schaumzungen warteten auf den nächsten Ansturm die Brandung lockte sie forderte sie heraus die Wellen zu durchstoßen und aufs Meer zu fahren aber ohne Jodie fehlte ihr der Mut es war ohnehin Zeit umzukehren Gewitterwolken brauten sich am westlichen Nemel zusammen formten gewaltige graue Pilze die sich immer höher auftürmten sie hatte keine anderen Menschen gesehen nicht mal Boote in der Ferne deshalb war es eine Überraschung als sie wieder in den großen Mündungslauf kam und ein Junge nicht weit vom Sumpfgras von einem Boot aus angelte was genauso ramponiert war wie Iris ihr Kurs würde sie nur knapp sechs Meter an ihm vorbeiführen mittlerweile sah sie wahrhaftig wie ein Sumpfkind aus Haare vom Wind zerzaust staubige Wangen von Windtränen durchzogen weder zu wenig Benzin noch das drohende Unwetter lösten bei ihr dasselbe mulmige Gefühl aus wie der Anblick eines anderen Menschen besonders eines Jungen Ma hatte Kajas ältere Schwestern immer ermahnt sich vor Jungs in Acht zu nehmen wenn du verführerisch aussiehst werden aus Männern Raubtiere sie presste die Lippen zusammen dachte was soll ich machen ich muss direkt an ihm vorbei aus dem Augenwinkel sah sie dass er dünn war goldgelbe Locken unter eine rote Baseball Kappe gestopft viel älter als sie elf oder vielleicht zwölf ihr Gesicht war grimmig als sie auf warm und offen und tippte an den Schirm seiner Mütze wie ein Gentleman der eine feine Dame in Abendkleid und Haube grüßte sie nickte knapp blickte dann gerade aus gab mehr Gas und rauschte an ihm vorbei sie wollte jetzt nur noch zurück in vertrautes Terrain aber irgendwo musste sie falsch abgebogen sein denn als sie die zweite Kette von Lagunen erreichte konnte sie den Eichen und Myrten Sträuchern vorbei allmählich machte sich Panik in ihr breit die grasigen Ufer Sandbänke und Biegungen sahen jetzt alle gleich aus sie drosselte den Motor stellte sich breitbeinig mitten ins Boot und versuchte über das Schilf hinweg zu sehen aber vergeblich sie setzte sich verirrt kaum noch Benzin im Tank und ein Unwetter zog auf sie benutzte sie verlassen hatte verdammt Jodie ich scheiß auf dich ehrlich ich scheiß auf dich sie wimmerte einmal kurz während das Boot in der sanften Strömung schaukelte Wolken setzten sich gegen die Sonne durch schoben sich schwer aber lautlos über Kaya hinweg eroberten den Himmel und zogen Schatten über das klare Wasser jeden Moment könnte ein Sturm losbrechen aber noch schlimmer war wenn sie weiter so rumtuckerte würde Paar merken dass sie das Boot genommen hatte sie fuhr langsam zurück vielleicht konnte sie ja diesen Jungen finden nach einigen weiteren Minuten auf dem Wasser kam sie um eine Biegung und vor ihr lag wieder der breite Mündungslauf und auf der anderen Seite war der Junge in seinem Boot Silberreiher flogen auf eine Schnur aus weißen Fahnen vor den anschwellenden grauen Wolken mit den Augen voller Angst zu ihm zu fahren voller Angst es nicht zu tun schließlich querte sie die Wasserfläche als sie näher kam sah er auf hey sagte er hey sie blickte über seine Schulter ins Schilf in welche Richtung willst du eigentlich fragte er hoffentlich nicht raus wir kriegen Sturm nein sagte sie sah nach unten aufs Wasser alles klar mit dir ihr hals schnürte sich gegen ein schluchzen zusammen sie nickte konnte aber nicht sprechen hast du dich verirrt wieder neigte sie den Kopf sie würde nicht losheulen wie ein Mädchen nicht schlimm ich verirre mich andauernd sagte er und lächelte hey ich kenn dich du bist die Schwester von Jodie Clark war ich mal er ist weg dann bist du trotzdem noch seine aber er sprach den Satz nicht zu Ende woher kennst du mich sie wagte einen kurzen direkten Blick in seine Augen naja ich bin früher oft mit Jodie angeln gewesen da hab ich dich ein paar mal gesehen als du noch ganz klein warst du bist Kaya nicht jemand kannte ihren Namen sie war verblüfft fühlte sich mit etwas verankert von etwas anderem befreit ja weißt du wie ich nach Hause komme von hier glaub schon wird sowieso allmählich Zeit er deutete mit dem Kinn Richtung Wolken fahr mir nach er holte seine Schnur ein packte das Angelzeug in eine Kiste und warf seinen Außenbord Motor an als er losfuhr winkte er und sie folgte ihm er tuckerte gemächlich über den Mündungsarm und direkt in den rechten Kanal schaute nach hinten um sich zu vergewissern dass sie noch hinter ihm war und fuhr und fuhr weiter er machte das jedes mal bevor er abbog bis zu den Eichenlagunen als er in den dunklen Wasserweg lenkte der zu ihr nach Hause führte erkannte sie wo sie sich vertan hatte und würde diesen Fehler nie wieder machen er lotste sie selbst nachdem sie ihm mit einem wink signalisiert hatte dass sie nun allein zurecht kam über ihre Lagune bis zu dem Ufer wo die Hütte im Wasser an und verteute das Boot er trieb ein Stück zurück schaukelte in ihren gegenläufigen Heckwellen kommst du jetzt klar ja okay der Sturm kommt ich muss los sie nickte erinnerte sich dann daran was Ma ihr beigebracht hatte danke na denn ich heiße übrigens Tate falls du mich mal wieder siehst sie antwortete nicht deshalb sagte er bis dann als er davon fuhr klatschten die ersten Regentropfen auf die Lagune und Kaya sagte gleich regnet Ochsen Frösche der Junge wird klitschnass sie beugte sich über den Tank und steckte ihren Schilfmessstab hinein dabei legte sie die Hände um den Rand damit kein Regen hineinfiel sie konnte zwar keine Münzen zählen aber sie wusste ganz genau dass kein Wasser ins Benzin kommen darf viel zu niedrig Pa wird's merken ich muss mit dem Kanister zu Sing Oil bevor Pa wieder da ist sie wusste dass der Inhaber Mr. Johnny Lane ihre Familie immer bloß als Sumpfgesindel bezeichnete aber mit ihm fertig zu werden die Stürme und die Gezeiten wären es wert denn jetzt konnte sie nur daran denken wieder an diesen Ort aus Gras und Himmel und Wasser zurück zu kehren allein hatte sie Angst gehabt aber die schlug bereits in eine sonderbar prickelnde Begeisterung um und da war noch etwas die Ruhe dieses Jungen sie hatte noch keinen Menschen gekannt der sich so gelassen bewegte so gelassen redete sicher und entspannt schon in seiner Nähe zu sein und nicht mal richtig nah hatte ihre Anspannung gelöst Zum ersten Mal seit Ma und Jodie fort waren atmete sie ohne Schmerz sie empfand etwas anderes als den Verlust sie brauchte dieses Boot und diesen Jungen Am selben Nachmittag schob Tate Walker gemächlich sein Fahrrad durch den Ort nickte Miss Pansy im Pfeifen Dime zu und ging dann an Western Auto vorbei bis zur Spitze des Piers Er suchte das Meer nach dem Krabbenkutter seines Vaters ab und entdeckte ihren hellroten Anstrich weit draußen ihre breiten Netzausleger schaukelten in der Dünung als das Schiff näher kam eskortiert von einem Möwenschwarm winkte er und sein Vater ein großer Mann mit massigen Schultern einem dichten roten Haarschopf und Bart reckte die Hände in die Luft Skapa wie jeder im Dorf ihn nannte warf Tate die Leine zu der sie festband und dann an Bord sprang um der Crew beim Ausladen des Fangs zu helfen Skapa Krabben in Kisten die sie auf den Pier schleppten redeten darüber noch ein Bier im Dog Garn zu trinken und der eine oder andere erkundigte sich bei Tate nach der Schule Skapa der eine Handbreit größer war als die anderen Männer nahm sich immer drei Kisten auf einmal trug sie über den Steg und ging zurück um die nächsten zu holen Seine Fäuste waren Pranken die Knöchel wund und rissig Keine vierzig Minuten später war das Deck mit einem Schlauch abgespritzt die Netze eingeholt die Leinen gesichert Er erklärte der Crew dass er ein anderes Mal auf ein Bier mitkäme Er müsste noch ein bisschen am Motor schrauben bevor er nach Hause ging Im Ruderhaus legte Skapa eine alte Schallplatte mit Milica Corjus auf den ans Armaturenbrett geschnallten Plattenspieler und drehte die Lautstärke auf Er und Tate gingen nach unten und quetschten sich in den Maschinenraum wo Tate seinem Dad alles anreichte was der brauchte um im Licht einer trüben Glühbirne Teile zu ölen und Schrauben fest zu ziehen Die ganze Zeit stieg die erhebende schöne Opernmusik höher und höher in den Himmel Skapas Ur-Urgroßvater war in den 1760ern aus Schottland emigriert und hatte als einziger den Untergang des Schiffes vor der Küste von North Carolina überlebt Er schaffte es schwimmend bis zu den Outer Banks wo er sich niederließ heiratete und 13 Kinder zeugte Viele konnten ihre Wurzeln zu diesem einen Mr. Walker zurückverfolgen doch Skapa und Tate blieben meist unter sich Sie nahmen nur selten an den großen Sonntagspicknicks der Verwandtschaft teil mit Geflügelsalat und russischen Eiern längst nicht so oft wie früher als Tates Mutter und Schwester noch lebten Schließlich als es schon dämmerte schlug Skapa seinem Sohn auf die Schulter Fertig gehen wir nach Hause und machen uns was zum Abendessen Sie Sie liefen Sie liefen den Pier entlang die Main Street hinunter und dann über eine gewundene Straße zu ihrem Haus einem zweistöckigen Bau aus dem 19. Jahrhundert mit einer Verkleidung aus verwitterten Zedernschindeln Die weißen Fensterrahmen waren frisch gestrichen und der Rasen der sich fast bis zum Meer erstreckte war ordentlich gemäht aber die Azaleen und Rosenbüsche direkt am Haus erstickten in Umkraut Als Scabber seine gelben Gummistiefel im Hauseingang auszog fragte er Hängen dir Burger langsam zum Hals raus? Von Burgern kriege ich nie genug In der Küche nahm Tate eine Portion Gehacktes formte Fladen daraus und legte sie auf einen Teller Seine Mutter und Schwester Carrie Beide mit Baseball Kappen auf dem Kopf lachten ihn von einem Bild aus an das neben dem Fenster hing Carrie Anne hatte diese Mütze der Atlanta Crackers geliebt und sie ständig getragen Er sah weg fing an Tomaten zu schneiden und rührte die Baked Beans um Wenn er nicht gewesen wäre wären die beiden jetzt hier Seine Mutter würde ein Hähnchen braten Carrie Brötchen aufschneiden Wie üblich ließ Scupper die Burger ein bisschen anbrennen aber sie waren innen saftig und dick wie das Telefonbuch einer Kleinstadt Da beide hungrig waren aßen sie eine Weile schweigend und dann wollte Scupper von Tate wissen wie es in der Schule lief Biologie ist gut gefällt mir aber in Literatur nehmen wir gerade Gedichte durch damit kann ich nicht viel Anfang jeder von uns muss eins vorlesen du hast früher welche aufgesagt aber die habe ich vergessen ich habe das passende Gedicht für dich mein Junge sagte Scupper mein Lieblingsgedicht die Verbrennung des Sam McGee von Robert Service habe ich euch früher oft vorgelesen war auch das Lieblingsgedicht von deiner Mama sie musste jedes mal lachen wenn ich es vorgelesen habe konnte es gar nicht oft genug hören bei der Erwähnung seiner Mutter blickte Tate nach unten stocherte in seinen Bohnen auf dem Teller Scupper redete weiter denk ja nicht Gedichte wären bloß was für Mem klar es gibt kitschige Liebesgedichte aber es gibt auch lustige viele über die Natur oder sogar den Krieg worauf es ankommt ist dass du durch sie etwas fühlst sein Dad hatte ihm oft sei einer der weint ohne sich zu schämen Gedichte mit dem Herzen liest Opern Musik in der Seele spürt und tut was notwendig ist um eine Frau zu beschützen Scupper ging ins Wohnzimmer und rief über die Schulter ich hab's mal fast auswendig gekonnt aber jetzt nicht mehr da ist es ich lese es dir vor er setzte sich wieder an den Tisch und begann als er an die Stelle kam und da saß Sam ganz gelassen und zahm mitten in feuriger Glut und er lächelte breit und er lächelte weit und sprach schließt bitte die Tür recht gut hier drin ist behaglich doch ich fürchte wahrlich die Kälte kennt keiner Baum seit ich von Plumtree im Süden herauf kam ist mir zum ersten Mal warm mussten Skabber und Tate schmunzeln an der Stelle hat deine Mom immer gelacht sie lächelten erinnerten sich saßen einen Moment still da dann sagte Skabber er würde das Geschirr spülen während Tate Hausaufgaben machte als Tate in seinem Zimmer den Lyrikband durchblätterte um ein Gedicht auszusuchen das er in der Schule vorlesen könnte stieß er auf eines von Thomas Moore fortest sie im Sumpf mit dem dunklen See und nächtens gleitet sie wie eine Fee übers Wasser im weißen Kanu bald werde ich ihren Feenschein sehen und ihr Paddel ich bald werd vernehmen unser Leben wird lang sein und nie vergehen und ich verberg sie im Wald wo Zypressen stehen wenn der Tod kommt und will sie mir nehmen bei den Zeilen musste er an Kaya denken Jodys kleine Schwester sie hatte so zart und allein gewirkt in der unendlichen Weite der Marsch er stellte sich seine eigene Schwester dort draußen verloren vor sein Dad hatte recht Gedichte ließen dich was fühlen Kapitel 7 Die Angelsaison 1952 An dem Abend nachdem der angelnde Junge sie durch die Marsch nach Hause gelotst hatte saß Kaya im Schneidersitz auf ihrem Verandabett Dunst von dem Wolkenbruch drang durch das geflickte Fliegengitter befingerte ihr Gesicht sie dachte über den Jungen nach freundlich und stark zugleich wie Jodie Die einzigen Menschen mit denen sie jetzt noch sprach waren Paar dann und wann und noch seltener die Kassiererin im Piggly Wiggly Mrs. Singletary die seit neuestem damit angefangen hatte Kaya zu erklären welche Münzen 25 Cent 10 Cent und 5 Cent wert waren Pennies kannte sie schon Aber Mrs. Singletary konnte auch ganz schön neugierig sein Schätzchen wie heißt du überhaupt und wieso kommt deine Mom gar nicht mehr hab sie nicht mehr gesehen seit es die ersten Rüben gegeben hat Ma hat viel Arbeit deshalb schickt sie mich einkaufen Ja schon liebes aber du kaufst doch nie genug für die ganze Familie Entschuldigung Ma ich muss gehen Ma braucht den Grieß Wenn möglich ging Kaya Mrs. Singletary aus dem Weg und zahlte bei der anderen Kassiererin die sie in Ruhe ließ und nur manchmal sagte Kinder sollten nicht barfuß in den Laden kommen Am liebsten hätte sie der Frau gesagt sie habe ja nicht vor Trauben mehr und mehr sprach Kaya nur noch mit den Möwen sie überlegte ob sie vielleicht mit Dad eine Vereinbarung treffen könnte dass er ihr erlaubte das Boot zu benutzen draußen in der Marsch könnte sie Federn und Muscheln sammeln und vielleicht manchmal den Jungen sehen sie hatte nie einen Freund gehabt aber sie spürte dass es schön wäre sehnte sich danach sie könnten zusammen die Wasserwege und Sumpfgebiete erkunden wahrscheinlich war sie für ihn bloß ein kleines Mädchen aber erkannte sich im Marschland aus und könnte ihr einiges beibringen Pa hatte kein Auto er fuhr mit dem Boot zum Angeln in die Stadt manövrierte damit durch den Sumpf zum Swamp Guinea einer heruntergekommenen Kneipe in der Poker gespielt wurde und von der aus man über einen wackeligen Planken Weg durch Schilf hindurch auf festen Boden gelangte der Schuppen zusammengezimmert aus ungehubelten Brettern mit einem Blechdach war im Laufe der Jahre durch etliche Anbauten vergrößert worden deren Böden jeweils unterschiedlich hoch waren je nachdem wie weit die Backsteinsockel aus dem Sumpf ragten Wenn Pa dorthin oder irgendwo anders hin wollte nahm er das Boot ging fast nie zu Fuß warum also sollte er es ihr leihen aber er hatte ihren Brüdern erlaubt es zu benutzen wenn er es nicht brauchte wahrscheinlich weil sie dann Fische fürs Abendessen angelten sie hatte keine Lust zu angeln aber vielleicht könnte sie irgendwas anderes machen um ihn zu erweichen kochen vielleicht das Haus besser in Ordnung halten bis Ma zurück kam der Regen ließ nach nur noch dann und wann schüttelte ein einzelner Tropfen ein Blatt als würde ein Katzenohr zucken Kaya sprang auf wischte den Eisküchenschrank aus putzte den verdreckten Sperrholz Boden und kratzte die festgebackenen Grützreste der letzten Monate von der Kochplatte des Holzofens früh am nächsten Morgen schrubbte sie Pa Bettwäsche die nach Schweiß und Whisky stank auf dem Waschbrett und hängte sie über die Palmettos sie ging in das Zimmer ihrer Brüder kaum größer als ein Schrank wischte Staub und putzte hinten an der Wand türmten sich schmutzige Socken und vergelbte Comichefte lagen neben den beiden alten Matratzen auf dem Boden verstreut sie versuchte sich die Gesichter der Jungen vorzustellen die Füße die zu den Socken gehörten aber die Einzelheiten verwischten sogar Jodys Gesicht wurde allmählich undeutlich manchmal sah sie für einen Moment seine Augen dann glitten sie davon schlossen sich am nächsten Morgen ging sie mit einem leeren Kanister den Sandweg entlang zum Pigli kaufte Streichhölzer Rippchen und Salz und behielt zwei Zehn-Cent-Stücke zurück heute keine Milch muss Benzin kaufen danach ging sie weiter zur Tankstelle Sing Oil die knapp außerhalb von Barclay Cove in einem Kiefernwäldchen lag und von verrosteten Pickups und alten Schrottautos auf Zementblöcken umgeben war Mr. Lane sah Kaya kommen verschwinde du Bettelgörer elendes Sumpfpack ich hab Geld Mr. Lane ich Motor sie hielt ihm zwei Zehn-Cent-Münzen zwei Fünf-Cent-Münzen und fünf Pennies hin naja für so'n Kleckerbetrag lohnt sich die Mühe kaum aber gib her ergriff nach dem verbeulten viereckigen Kanister sie sie dankte Mr. Lane der nur mürrisch brummte die Einkäufe und das Benzin wurden mit jeder Meile schwerer sie brauchte lange bis er wieder zu Hause ankam schließlich leerte sie im Schatten der Lagune den Kanister in den Tank und schrubbte das Boot mit Lappen und nassem Sand als Scheuermittel bis die Metallseiten unter dem Dreck zum Vorschein kamen am vierten Tag nach Paas Abfahrt begann sie nach ihm Ausschau zu halten am späten Nachmittag beschlich sie eine kalte Angst und ihr Atem wurde flacher so brutal er auch war ohne ihn würde sie nicht klarkommen endlich am frühen Abend erblickte sie ihn wie er den Sandweg entlang ging sie lief in die Küche und verteilte gekochten Mangold Rippchen und Grieß auf Schüsseln Sud von den Rippchen in dem weiße Fettbrückchen schwammen in ein leeres Einmachglas die Teller waren gesprungen und passten nicht zusammen aber Kaya hatte die Gabel auf die linke und das Messer auf die rechte Seite gelegt genau wie Maas ihr beigebracht hatte dann wartete sie flach gegen den Eisschrank gedrückt wie ein überfahrener Storch er stieß die Tür so heftig auf dass sie gegen die Wand knallte und ging geradewegs in sein Schlafzimmer ohne sie zu rufen oder einen Blick in die Küche zu werfen es war normal sie hörte wie er seinen Koffer auf den Boden stellte Schubladen aufzog bestimmt würde ihm die frische Bettwäsche auffallen der saubere Fußboden wenn er den Unterschied schon nicht sah so würde er ihn wenigstens riechen nach ein paar Minuten kam er heraus und direkt in die Küche er sah den gedeckten Tisch die dampfenden Schüsseln mit Essen er sah sie am Eisschrank stehen und sie starrten einander an als hätten sie sich noch nie zuvor gesehen menschenskind mädchen was ist das bist du auf einmal erwachsen geworden eine richtige kleine Hausfrau er lächelte nicht aber sein Gesicht war ruhig er war unrasiert und dunkle fettige Haare hingen ihm über die linke Schläfe aber er war nüchtern sie kannte die Anzeichen jassa hab auch Maisbrot gemacht das ist nix geworden na danke bist ein brabes Mädchen ich bin hundemüde und mir hängt der Magen in den Knie kehlen er zog einen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzte sich also tat sie das auch schweigend füllten sie ihre Teller und zupften zähes Fleisch von mageren Rippchen erhob einen Knochen und lutschte ihn aus fettiger Saft glänzte auf seinen bärtigen Wangen er nagte an den Knochen bis sie so glatt waren wie Seidenbänder das mal was besseres als Brot mit kalten Kohlblättern drauf sagte er ich wünschte das Maisbrot wäre was geworden vielleicht hätte ich mehr Backpulver reintun müssen und weniger Eier Kaya staunte selbst dass sie so viel redete aber sie konnte nicht mehr aufhören Ma hat's immer so gut hingekriegt aber ich hab nicht richtig drauf geachtet wie sie's macht dann fiel ihr ein dass sie lieber nicht über Ma reden sollte und sie verstummte Pa schob ihr seinen Teller hin Reicht's noch für Nachschlag Klasse ist noch jede Menge da Ach und gib mir was Maisbrot dazu ich hab Lust den Sud aufzutunken und ich wette dein Brot ist genau richtig weich wie Löffelbrot sie lächelte in sich hinein und füllte seinen Teller wer hätte gedacht dass Maisbrot was sein könnte bei dem sie sich einig waren aber jetzt wo sie drüber nachdachte kam ihr Bedenken dass er meinen könnte sie hätte nur gekocht und sauber aber jetzt sah die Sache irgendwie anders aus sie fand es schön mit ihm am Tisch zu sitzen und wie eine Familie zu essen ihr bedürfnis mit jemandem zu reden war riesig deshalb sprach sie ihn nicht auf das Boot an sondern fragte stattdessen kann ich mal mit dir zum angeln raus fahren er lachte laut aber es klang nicht gemein sein erstes lachen seit Ma und die anderen du bist ein Mädchen sagte er mit Blick auf seinen Teller einem Knochen nagend jawohl sa ich bin deine Tochter tja vielleicht kann ich dich ja irgendwann mal mitnehmen am nächsten morgen sauste Kaya die Arme weit ausgebreitet den Sandweg hinunter und machte Blubbergeräusche mit den Lippen dass die Spucke flog sie hob ab und segelte über die Marsch hielt Ausschau nach Nestern dann schwang sie sich höher und flog Flügel an Flügel mit den Adlern ihre Finger wurden zu langen Federn vor dem Himmel gespreizt getragen von dem Wind unter ihr dann wurde sie plötzlich zurück auf die Erde geholt weil Pa vom Boot aus nach ihr rief ihre Flügel fielen in sich zusammen der Magen sackte ihr weg bestimmt hatte er gemerkt dass sie rausgefahren war sie konnte schon das Paddel auf ihrem Hintern und der Rückseite der Oberschenkel spüren sie wusste wo sie sich verstecken könnte bis er wieder betrunken war und er würde sie nie finden aber sie war schon zu weit den Weg hinunter so dass er sie sehen konnte und er stand da mit all seinen Angeln und Ruten winkte sie zu sich sie ging zu ihm still verängstigt das Angelzeug war ausgepackt eine Feldflasche mit Mais Whisky unter seinem Sitz verstaut steige ein sagte er bloß sie wollte Freude oder Dankbarkeit äußern doch als sie sein ausdrucksloses Gesicht sah hielt sie sich zurück kletterte in den Bug und setzte sich mit Blick nach vorne auf den Metallsitz er warf den Motor an und sie fuhren den Kanal hoch duckten sich unter Ästen und hängenden Pflanzen hindurch während sie die Wasserwege entlang tuckerten Kaya prägte sich umgestürzte Bäume und alte Stümpfe als Wegweiser ein in einem kleinen Seitenarm drosselte er den Motor und bedeutete ihr in die Mitte des Bootes zu kommen Na los kratzen paar Würmer aus der Dose sagte er eine selbst gedrehte Zigarette in den Mundwinkel geklemmt er zeigte ihr wie man den Köder am Haken befestigte wie man Schnur aus warf und ein holte es schien als würde er seinen Körper seltsam verdrehen um ja nicht gegen sie zu stoßen sie redeten nur über das Angeln schnitten keine anderen Themen an und lächelten kaum sondern widmeten sich nur friedlich der gemeinsamen Beschäftigung er trank Whisky aber dann machte er sich an die Arbeit ohne einen weiteren Schluck zu nehmen als der Tag sich neigte seufzte die Sonne und verblasste zu der Farbe von Butter und vielleicht merkten sie es nicht aber auch ihre Schultern sanken endlich herab und ihre Hälse entspannten sich insgeheim hoffte Kaya dass sie keinen Fisch fangen würde doch dann spürte sie ein Ziehen riss an der Leine und hob eine dicke silbrig blau schimmernde Brasse aus dem Wasser Pa beugte sich über den Bootsrand und holte sie mit dem Kescher ein dann setzte er sich wieder und johlte wie sie es noch nie bei ihm erlebt hatte sie grinste breit und sie sahen sich in die Augen der Kreis schloss sich ehe Pa die Brasse aufhängte zappelte sie im Rumpf des nicht in die sterbenden Fischaugen zu sehen die in eine Welt ohne Wasser starrten das breite Maul das nutzlose lufteinsog aber was es sie kostete und was es den Fisch kostete war kein zu hoher Preis für dieses kleine Fitzelchen Familienleben vielleicht sah der Fisch das anders aber dennoch am nächsten Tag fuhren sie wieder gemeinsam raus und in einer dunklen Lagune erblickte Kaya Virginia Uhus die auf dem Wasser trieben jede bog sich an beiden Enden nach oben sodass sie aussahen wie winzige orange Boote sie fischte sie heraus und steckte sie ein später sah sie ein leeres Kolibri Nest verwoben mit einem ausgestreckten Ast und verstaute es sicher im Bug am Abend briet Paar Fisch in einer Panade aus Maismehl und schwarzem Pfeffer und dazu gab es Grieß und Gemüse Als Kaya hinterher den Abwasch machte kam Paar mit seinem alten Soldaten Rucksack aus dem Zweiten Weltkrieg in die Küche Er blieb bei der Tür stehen und warf ihn so achtlos auf einen Stuhl dass er runterrutschte und mit einem dumpfen Knall auf dem Boden landete Kaya erschrak und wirbelte herum hab mir gedacht den kannst du für deine Federn und Vogelnester und das ganze andere Zeug nehmen was du so sammelst Oh sagte Kaya Oh danke aber er war schon durch die Verandatür verschwunden sie hob den abgegriffenen Rucksack auf er war aus unverwüstlichem Segeltuch das ewig halten würde und hatte zahllose Taschen und Geheimfächer robuste Reißverschlüsse sie starrte aus dem Fenster er hatte ihr noch nie irgendwas geschenkt an jedem einigermaßen warmen Tag im Winter und an jedem Tag im Frühling fuhren Pa und Kaya raus weit die Küste rauf und runter und warfen gemeinsam die Angelschnüre aus ob im Mündungsarm oder in kleinen Nebengewässern überall hielt sie Ausschau nach diesem Jungen Tate in seinem Boot hoffte ihn wiederzusehen Manchmal dachte sie an ihn wollte seine Freundin sein hatte aber keine Ahnung wie sie das anstellen oder ihn überhaupt finden sollte und dann einfach so kamen Pa und sie um eine Biegung und da war er angelte fast an derselben Stelle wo sie ihn das erste Mal gesehen hatte er grinste prompt und winkte ohne nachzudenken reckte sie den Arm und winkte zurück lächelte beinahe dann ließ sie die Hand genauso schnell wieder sinken als Pa sie überrascht ansah einer von Jodies Freunden von früher sagte sie da ja vorsichtig mit den Leuten hier sagte er im Wald Wimmels von weißem Gesindel hier draußen sind fast alle Halunken sie nickte wollte sich nach dem Jungen umdrehen tat es aber nicht dann dann bekam sie Angst dass er sie für unfreundlich halten würde Pa kannte die Marsch wie ein Habicht seine Wiese kennt er wusste wie man jagt wie man sich versteckt wie man Eindringlinge abschreckt und Kajas staunende Fragen brachten ihn dazu ihr die Züge der Gänse zu erklären die Gewohnheiten der Fische wie man das Wetter an den Wolken ablas und versteckte Strömungen an den Wellen erkannte manchmal packte sie etwas zum Abendessen in den Rucksack und dann aßen sie krümeliges Maisbrot das sie inzwischen einigermaßen hinbekam mit Zwiebelscheiben während die untergehende Sonne über der Marsch posierte gelegentlich vergaß er den Whisky und sie tranken Tee aus Marmeladengläsern meine Eltern sind nicht immer arm gewesen platzte Pa eines Tages heraus als sie unter schattigen Eichen saßen und in einer braunen Lagune angelten über deren Wasserfläche zahllose Insekten schwirrten die hatten Land fettes Land haben Tabak und Baumwolle und so weiter angebaut drüben bei Asheville seine Oma hat lange Kleider getragen und Hüte große wie Wagenräder wir haben in einem Haus gewohnt das war zwei Stockwerke hoch und hatte eine Veranda die ging einmal ganz rum das war schön richtig schön eine Oma Kajas Mund klappte auf irgendwo gab es eine Großmutter oder hatte es gegeben wo war sie jetzt Kaja hätte furchtbar gern gefragt was aus all dem geworden war traute sich aber nicht pa redete auch ungefragt weiter dann ist alles dem bach runter gegangen ich war da noch klein deswegen weiß ich nicht so genau Bescheid aber da war die große Krise der Baumwollkäfer und noch so einiges sonst und dann war alles futsch am Ende gab es bloß noch Schulden haufenweise Schulden mit diesen spärlichen Angaben versuchte Kaja sich seine Vergangenheit vorzustellen Maas Geschichte lag im Dunkeln Pa war immer gleich wütend geworden wenn einer von ihnen über ihr Leben vor Kajas Geburt redete sie wusste dass ihre Familie irgendwo weit weg vom Marschland gelebt hatte in der Nähe von ihren anderen Großeltern an einem Ort wo Ma in Geschäften Kleider gekauft hatte mit kleinen Permutknöpfen Satanschleifen und Spitzenbesatz nachdem sie in die Hütte gezogen waren bewahrte Maa ihre Kleider in Truhen auf nahm alle paar Jahre eines raus und nähte es zu einem Arbeitskittel um weil kein Geld da war um irgendwas Neues zu kaufen jetzt waren diese feinen Sachen zusammen mit Maas Geschichte verschwunden in dem Lagerfeuer verbrannt das Pa gemacht hatte nachdem Jodie fortgegangen war Kaja und Pa warfen erneut die Angelschnüre über den weichen gelben Pollen aus die auf dem stillen Wasser trieben und sie dachte damit wäre das Thema beendet doch Pa sagte irgendwann fahre ich mal mit dir nach Asheville zeig dir das Land das uns gehört hat das du hättest kriegen sollen nach einem Moment riss er an seiner Angel guck mal Schätzchen ich hab uns im Großen gefangen groß wie Alabama zu Hause in der Hütte brieten sie den Fisch und machten Mais Klößchen dazu dick wie Gänse Eier dann sortierte sie ihre Sammlung steckte Insekten vorsichtig mit Nadeln auf einzelne Stücke Pappe und die Federn in einer sanften anrührenden Collage an die Wand im hinteren Schlafzimmer später lag sie in ihrem Bett auf der Veranda und lauschte den Kiefern sie schloss die Augen und riss sie weit wieder auf er hatte sich Schätzchen genannt Kapitel 8 Negativspuren 1969 Nachdem Sheriff Ed Jackson und Deputy Joe Perdue ihre morgendliche Ermittlungsarbeit am Feuerwachtturm abgeschlossen hatten begleiteten sie Chases Witwe Pearl und seine Eltern Patty Love und Sam zum Krankenhaus wo er in einem kühlen Labor das als Leichenhalle diente unter einem Tuch auf einem Stahltisch lag damit sie sich von ihm verabschieden konnten aber es war zu kalt für jede Mutter unerträglich für jede Ehefrau beide mussten gestützt und aus dem Raum geführt werden wieder zurück im Büro des Sheriffs sagte Joe Tja das war furchtbar Gott ja ich weiß nicht wie man sowas durchsteht Sam hat kein Wort gesagt er war nie besonders gesprächig aber das verkraftet er nicht manche sagen die Salzwassermarsch kann zum Frühstück einen Zementblock fressen und nicht mal das bunkerähnliche Büro des Sheriffs konnte sie sich vom Leib halten Wasserspuren von Salzkristallen umrissen welten sich unten an den Wänden entlang und schwarzer Schimmel breitete sich wie Adern in Richtung Decke aus kleine dunkle Pilze hockten in den Ecken der Sheriff holte eine Flasche aus der untersten Schublade seines Schreibtisches hervor und goss ihnen beiden einen doppelten in Kaffeebecher sie tranken bis die Sonne so golden und schlierig wie der Bourbon ins Meer schlüpfte Vier Tage später schwenkte Joe einige Unterlagen als er in das Büro trat Ich hab die ersten Laborberichte Dann wollen wir mal sehen Sie setzten sich einander gegenüber an den Schreibtisch des Sheriffs und überflogen die Seiten Dann und wann schlug Joe nach einer einsamen Stubenfliege Ed las vor Todeszeitpunkt zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1969 Genau wie wir gedacht haben Nachdem er einen Moment weitergelesen hatte erklärte er Was wir hier haben sind Negativspuren Stimmt genau Das bringt uns kein bisschen weiter Sheriff Außer von den beiden Jungs die bis zum dritten Treppenabsatz hoch gegangen sind gibt es keine frischen Fingerabdrücke am Geländer den Gitterluken nirgends Weder von Chase noch von jemand anderem Nachmittags Bartstoppeln verdunkelten das ansonsten rötliche Gesicht des Sheriffs Also hat sie jemand weggewischt überall Wenigstens auf dem Geländer und der Luke hätten doch seine Fingerabdrücke sein müssen oder Genau Erst hatten wir keine Fußspuren jetzt keine Fingerabdrücke Es gibt Es gibt überhaupt keinen Beweis dafür dass er durch den Schlamm zur Treppe gegangen und dann nach oben gestiegen ist oder dass er die beiden Gitterluken geöffnet hat Weder die eine direkt über der Treppe noch die andere durch die er runtergefallen ist oder dass das jemand anderes getan hat Aber Negativdaten sind immer noch Daten Irgendwer hat richtig gut sauber gemacht oder hat ihn woanders getötet und seine Leiche zum Turm geschafft Aber wenn seine Leiche zum Turm gebracht worden wäre müsste es doch Reifenspuren geben Stimmt Wir müssen nochmal da raus und nach Profilabdrücken außer unseren eigenen und denen vom Krankenwagen suchen Vielleicht haben wir was übersehen Ed las einen Moment weiter Dann sagte er Jedenfalls bin ich mir jetzt sicher dass es kein Unfall war Joe sagte Ganz meine Meinung und nicht jeder kann Spuren so gut verwischen Ich hab Hunger Machen wir noch einen Zwischenstopp im Diner bevor wir raus fahren Na dann mach dich auch was gefasst Die ganze Stadt ist in Aufruhr Der Mord an Chase Andrews ist wahrscheinlich der größte Aufreger der hier passiert ist Die Leute reden über nichts anderes mehr Tja halt die Ohren offen Vielleicht kriegen wir das eine oder andere interessante zu hören Die meisten blödmänner können ja ihre Klappe nicht halten Eine ganze Reihe von Fenster Umrahmt von Fenster Läden die bei Sturm geschlossen wurden erstreckte sich über die Front vom Barclay Cove Diner der Blick auf den Hafenboot Nur eine schmale Straße trennte das 1889 errichtete Gebäude von den glitschigen Stufen zum Pier Ausrangierte Krabbenkörbe und achtlos aufgehäufte Fischernetze säumten die Wand unter den Fenstern und hier und da lagen Molluskenschalen auf dem Bürgersteig Überall Schreie von Seevögeln Kot von Seevögeln Der Duft nach Bratensauce Rübstiel und Brathähnchen überdeckte zum Glück den Gestank der Fischfässer die aufgereiht am Kai standen Dumpfes Stimmengewirr rang heraus als der Sheriff die Tür öffnete Jede Sitznische rot gepolsterte Bänke mit hohen Rückenlehnen war ebenso besetzt wie die Joe zeigte auf zwei leere Hocker an der Theke und die beiden Männer gingen darauf zu Auf dem Weg dorthin hörten sie Mr. Lane von der Sing-Oil Tankstelle zu seinem Mechaniker sagen Ich schätze Lamar Sands war's Er hat doch seine Frau dabei erwischt wie sie es mit Chase mitten auf dem Deck von seinem schicken Wasserski boot getrieben hat Das nenne ich war der Bande mit dabei die Reifen vom Sheriff aufgeschlitzt hat damals waren die doch noch Kinder da war auch noch irgendwas anderes fällt mir aber gerade nicht ein hinter der Theke sprang der Diner Betreiber und Koch Jimbo Sweeney hin und her wendete Krebspuffer rührte das Maispüree in einem Topf auf dem Herd durch und kontrollierte die Hähnchenschenkel in der Fritteuse um dann wieder von vorn an zu fangen zwischendurch stellte er Gästen üppig gefüllte Teller hin die Leute sagten er könne mit einer Hand Brötchenteig kneten während und er mit der anderen einen Katzenwels filetierte seine berühmte Spezialität Flunder vom Grill gefüllt mit Krabben und serviert auf einem Bett aus Maisgrieß mit Kirschpaprika und Käse bot er nur wenige Tage im Jahr an Reklame war nicht erforderlich das sprach sich von allein rum Als Sheriff und Deputy sich weiter zwischen den Tischen hindurch zur Theke bewegten hörten sie Miss Pansy Price von Cress Five and Dime zu einer Freundin sagen vielleicht war es diese Frau die draußen im Sumpf lebt die ist verrückt gehört eigentlich in die Klapse ich sag's dir der wäre so was zu zu trauen wie kommst du denn da drauf was sollte die denn damit zu tun haben naja es gab mal eine Zeit da hatte die was mit als Sheriff und Deputy an die Theke getraten sagte Ed lass uns bloß ein paar Sandwiches mit Fleisch und Krabben zum Mitnehmen bestellen da müssen wir uns dieses ganze Gerede nicht anhören Kapitel 9 Jumpin 1953 Kaya saß im Bug und spähte in den tiefhängenden Nebel dessen Finger nach ihrem Boot griffen zuerst trieben einzelne Schwaden über ihre Köpfe hinweg dann umhüllte das Grau sie und nur noch das leise Tuckern des Motors war zu hören kurz darauf tauchten kleine unerwartete Farbflecke auf und die verwitterten Umrisse der Tankstelle die direkt an dem kleinen Yachthafen lag glitten in Sicht als würde sie sich bewegen und nicht das Boot Pa steuerte darauf zu und sie legten mit einem sanften Stoß an Kaya war erst ein einziges Mal hier gewesen der Betreiber ein alter Schwarzer sprang von seinem Stuhl auf um ihnen zu helfen der Grund warum er von allen Jumpin genannt wurde seine weißen Koteletten und die grau melierten Haare umrahmten ein breites offenes Gesicht mit Eulenaugen er war groß und hager und schien unablässig zu reden zu lächeln oder den Kopf zu seiner ganz eigenen Art von Lachen in den Nacken zu werfen die Lippen fest geschlossen Er Er trug keine Latzhose wie die meisten Männer hier sondern ein gebügeltes blaues button-down Hemd eine zu kurze dunkle Hose und Arbeitsstiefel Selten an ganz besonders heißen Sommertagen sah man ihn auch schon mal mit einem ausgefransten Strohhut Sein kleines Gas and Bait wo er nicht nur Treibstoff sondern auch Fischköder verkaufte stand windschief auf einem eigenen wackeligen Steg Ein Kabel das sich von der nächsten Eiche am Ufer zwölf Meter weiter übers Wasser erstreckte hielt ihn mit aller Macht fest Jumpins Urgroßvater hatte den Anleger und die Hütte vor unendlich langer Zeit irgendwann vor dem Bürgerkrieg aus Zypressenbrettern gebaut Drei Generationen hatten bunte Metallschilder Nehigh Grape Soda Royal Crown Cola Camel Filters und Autonummernschilder von North Carolina aus den letzten zwanzig Jahren an die Hütte genagelt und deren knallige Farben waren selbst bei dichtem Nebel noch vom Meer aus zu sehen Hallo Mr. Jake Wie geht's Ganz gut soweit Bin wenigstens noch nicht unter der Erde antwortete Pa Er redete über den guten Fischfang in letzter Zeit. Dann fragte er Paar, »Einmal voll tanken, Mr. Jake?« »Ja, so voll, wie es geht.« Die Männer unterhielten sich übers Wetter, übers Fischen und dann noch mehr übers Wetter, bis der Tank voll war. »Dann einen schönen Tag noch«, sagte Jumpin, als er ihnen die Leine zuwarf. Paar steuerte das Boot langsam wieder hinaus auf eine helle See. Die Sonne hatte den Nebel schneller weggefressen, als Jumpin' gebraucht hatte, um den Tank zu füllen. Sie fuhren etliche Meilen um eine mit Kiefern bestandene Halbinsel herum nach Barclay Cove, wo Paar an den tiefgefurchten Pfosten des städtischen Peers festmachte. Etliche Fischer waren bei der Arbeit, packten Fisch ab, knoteten Taue. »Ich schlag vor, wir gehen was futtern«, sagte Paar und führte sie über den Pier zum Barclay Cove Diner. Kaya hatte noch nie in einem Lokal gegessen oder auch nur eines betreten. Ihr Herz pochte wie wild, während sie getrockneten Schlamm von ihrer viel zu kurzen Latzhose klopfte und ihr ungekämmtes Haar glattstrich. Als Paar die Tür aufzog, blickten alle Gäste von ihrem Essen auf. Ein paar Männer nickten Paar knapp zu. Die Frauen runzelten die Stirn und sahen weg. Eine zischte. »Tja, wahrscheinlich können die nicht lesen, dass da steht, Zutritt nur mit Hemd und Schuhen.« Paar bedeutete ihr, sich an einen kleinen Tisch mit Blick auf den Pier zu setzen. Sie konnte die Speisekarte nicht lesen, aber er erklärte ihr, was draufstand, und sie bestellte Brathähnchen, Kartoffelpüree mit Bratensauce, Kuhbohnen und Brötchen, die so luftig waren wie frisch gepflückte Baumwolle. Er nahm gebratene Garnelen, Maisgrieß mit Käse, frittierte Okraschoten und gebratene grüne Tomaten. Die Kellnerin stellte einen ganzen Teller mit Butterstückchen auf Eiswürfeln, einen Korb mit Maisbrot und Brötchen auf ihren Tisch und mehr süßen Eistee, als sie trinken konnten. Zum Nachttisch gab es Brombeerkuchen mit Eiscreme. Kaya war so satt, dass sie schon dachte, sie würde platzen, aber sie fand, dass es das wert wäre. Als Paar zur Kasse ging, um die Rechnung zu bezahlen, trat Kaya auf den Bürgersteig. Der durchdringende Geruch der Fischerboote hing über der Bucht. Sie hielt eine fettige Serviette in der Hand, in der sie das restliche Hähnchen und die Brötchen eingewickelt hatte, die sie nicht mehr hatte essen können. Die Taschen ihrer Latzhose waren voll mit abgepackten Salzkräckern, die die Kellnerin ihnen zum Mitnehmen auf den Tisch gelegt hatte. »Hi!« Kaya hörte eine helle Stimme hinter sich, und als sie sich umdrehte, sah sie ein etwa vierjähriges Mädchen mit blonden Ringellöckchen, das zu ihr hochschaute. Die Kleine trug ein hellblaues Kleidchen und streckte die Hand aus. Kaya starrte auf die winzige Hand. Sie sah dicklich weich aus und war vielleicht das Sauberste, was Kaya je gesehen hatte. Nie nur mit Kernseife geschrubbt und eindeutig kein Muscheldreck unter den Fingernägeln. Dann sah sie in die Augen des Mädchens, in denen sie sich spiegelte als ein ganz normales, anderes Kind. Kaya wechselte die Serviette in die linke Hand und streckte dem Mädchen langsam die rechte entgegen. »Hey da! Verschwinde!« Mrs. Theresa White, Frau des Methodistenpredigers, kam aus der Tür des Schuhgeschäfts gehastet. Barkley Cove nahm es mit der Religion bitter ernst. So klein es auch war, hatte es doch vier Kirchen vorzuweisen, und die waren nur für die Weißen. Die Schwarzen hatten noch drei weitere. Selbstverständlich genossen die Pastoren und Prediger und ganz besonders deren Ehefrauen hohes Ansehen im Ort und achteten stets darauf, sich entsprechend zu kleiden und zu verhalten. Theresa White trug gern pastellfarbene Röcke und weiße Blusen mit dazu passenden Pumps und einer ebensolchen Handtasche. Jetzt eilte sie zu ihrer Tochter und hob sie hoch. Nachdem sie ein Stück von Kaya weggetreten war, stellte sie die Kleine wieder auf den Bürgersteig und ging vor ihr in die Hocke. »Mary Lynn, Herzchen, komm diesem Mädchen nicht zu nahe, hast du verstanden? Die ist schmutzig!« Kaya sah zu, wie die Mutter dem Kind mit den Fingern durch die Locken fuhr. Ihr entging nicht, wie lange die beiden sich in die Augen sahen. Eine Frau tauchte aus dem Piggly Wiggly auf und kam rasch auf sie zu. »Alles in Ordnung, Theresa? Was war denn los? Hat das Mädchen deine Marilyn geärgert?« »Ich hab's gerade noch rechtzeitig gesehen. Danke, Jenny. Ich wünschte, diese Leute würden nicht in die Stadt kommen. Schau sie dir an. Verdreckt. Richtig ekelhaft. Im Moment geht so eine Magen-Darm-Grippe um und ich bin mir sicher, dass die sie mitgebracht haben. Letztes Jahr haben sie die Masern eingeschleppt und damit ist nicht zu spaßen.« Theresa marschierte davon, ihre Tochter fest an der Hand. In dem Moment rief Pa, eine braune Papiertüte mit ein paar Flaschen Bier in der Hand, ihren Namen. »Nu komm schon! Wir müssen los, bald ist Ebbe!« Kaya drehte sich um und folgte ihm, und während sie zurück in die Marsch fuhren, sah sie die Locken und Augen von Mutter und Kind vor sich. Pa verschwand noch immer manchmal für mehrere Tage, aber nicht mehr so häufig wie früher. Und wenn er dann zurückkam, fiel er nicht sturzbetrunken auf sein Bett, sondern aß mit ihr und redete ein bisschen. Einmal spielten sie abends Jenromi, und er lachte laut, als sie gewann, und sie kicherte hinter vorgehaltener Hand wie ein ganz normales Mädchen. Immer wenn Kaya von der Veranda trat, spähte sie den Weg hinunter, und obwohl der Spätfrühling die wilden Glycinien allmählich verblassen ließ und ihre Mutter ein Jahr zuvor im Spätsommer fortgegangen war, dachte sie jedes Mal, dass sie vielleicht Ma sehen würde, wie sie durch den Sand nach Hause kam, noch immer in ihren Schuhen aus künstlichem Krokodilleder. Jetzt, wo Pa und sie zusammen angelten und miteinander redeten, könnten sie vielleicht noch mal versuchen, eine Familie zu sein. Pa hatte sie alle geschlagen, vor allem, wenn er betrunken war. Oft war er ein paar Tage hintereinander einigermaßen okay gewesen, und sie hatten zusammen Hühnersuppe gegessen und einmal sogar am Strand einen Drachen fliegen lassen. Dann trinken, fluchen, schlagen. An einige seiner Wutanfälle konnte sie sich noch glasklar erinnern. Einmal hatte Pa ihre Mutter gegen die Küchenwand gestoßen und auf sie eingeprügelt, bis sie zusammensackte. Kaya hatte ihn schluchzend angefleht aufzuhören und am Arm berührt. Er hatte Kaya an den Schultern gepackt, sie angebrüllt, sie sollte ihre Jeans und Unterhose runterziehen, und sie dann gegen den Küchentisch gedrückt. In einer einzigen fließenden Bewegung hatte er seinen Gürtel aus den Schlaufen gezogen und sie damit geschlagen. Natürlich erinnerte sie sich an den brennenden Schmerz, der ihr durch den nackten Hintern fuhr, aber seltsamerweise hatte sie die Jeans um ihre mageren Fußknöchel deutlicher in Erinnerung. Und Ma, die in einer Ecke neben dem Herd kauerte und laut schrie. Kaya wusste nicht, worum es bei dem Streit gegangen war. Aber wenn Ma jetzt zurückkäme, wo Pa sich anständig benahm, könnten sie vielleicht neu anfangen. Kaya hätte nie gedacht, dass Ma diejenige sein würde, die fortging und das Pa bleiben würde. Aber sie wusste genau, dass ihre Mutter sie nicht für immer verlassen würde. Falls sie irgendwo da draußen in der Welt war, würde sie zurückkommen. Kaya sah noch immer die vollen roten Lippen, wenn Ma zur Musik im Radio sang, und hörte ihre Ermahnung, »Hör Mr. Orson Welles genau zu. Er spricht wie ein echter Gentleman und sagt nie nix. Das ist gar kein richtiges Wort.« Ma hatte die Wasserarme und Sonnenuntergänge gemalt, in so satten Öl- und Wasserfarben, dass es aussah, als wären sie aus der Erde selbst gegraben worden. Sie hatte einiges mitgebracht, was sie zum Malen brauchte, und das ein oder andere kaufte sie im Five and Dime. Manchmal hatte Ma sogar Kaya auf braunen Papiertüten von Piggly Wiggly eigene Bilder malen lassen. An einem von der Hitze ausgebleichten Nachmittag Anfang September in jenem Angelsommer ging Kaya zum Briefkasten am Ende des Weges. Sie blätterte die Reklamesendungen durch und blieb wie angewurzelt stehen, als sie einen blauen Umschlag mit einer Adresse in Maas säuberlicher Handschrift sah. Einige Platanenblätter nahmen allmählich dieselbe gelbliche Färbung an, wie damals, als Ma fortgegangen war. Die ganze Zeit ohne die geringste Spur und jetzt ein Brief. Kaya starrte ihn an, hielt ihn gegen das Licht, fuhr mit den Fingern über die leicht geneigten, vollkommenen Buchstaben. Das Herz hämmerte ihr in der Brust. Ma ist am Leben. Lebt irgendwo anders. Wieso ist sie nicht nach Hause gekommen? Sie überlegte, den Brief aufzureißen, aber das einzige Wort, das sie mit Sicherheit lesen konnte, war ihr Name, und der stand nicht auf dem Umschlag. Sie rannte zur Hütte, aber Pa war mit dem Boot weggefahren. Also lehnte sie den Brief gegen den Salzstreuer auf dem Tisch, wo er ihn gleich sehen würde. Während sie Schwarzaugenbohnen mit Zwiebeln kochte, behielt sie den Brief unablässig im Auge, aus Furcht, er könnte sich in Luft auflösen. Alle paar Sekunden horchte sie am Küchenfenster auf das Brummen des Bootsmotors. Und dann kam Pa plötzlich die Verandastufen heraufgehinkt. Aller Mut verließ sie. Sie flitzte an ihm vorbei nach draußen, rief ihm zu, sie müsste kurz aufs Plumpsklo und das Essen wäre bald fertig. Sie stand in dem übel riechenden Häuschen und hatte das Gefühl, als würde ihr das Herz in die Hose rutschen. Sie stieg auf die Holzbank und beobachtete die Hütte durch den kleinen, in die Tür geschnittenen Viertelmond, ohne recht zu wissen, worauf sie wartete. Dann knallte die Verandatür und sie sah Pa schnell in Richtung Lagune gehen. Er stieg geradewegs ins Boot, Feldflasche in der Hand, warf den Motor an und fuhr davon. Sie rannte zur Hütte, in die Küche, aber der Brief war weg. Sie riss die Schubladen seiner Kommode auf, durchwühlte seinen Schrank, suchte überall. Der gehört mir auch, mir genauso wie dir. Zurück in der Küche schaute sie in den Mülleimer und entdeckte die Asche des Briefes, noch immer mit blauem Rand. Sie holte sie mit einem Löffel heraus und legte sie auf den Tisch, ein Häufchen aus schwarzen und blauen Überresten. Sie suchte den Müll sorgfältig ab, vielleicht waren ja einige Worte im Eimer ganz nach unten gerutscht, aber da war nichts außer Aschestaub, der an Zwiebelschalen haftete. Sie setzte sich an den Tisch und starrte das Häuflein an, während die Bohnen weiter im Topf köchelten. Ma hat das angefasst. Vielleicht erzählt Pa mir, was sie geschrieben hat. Sei nicht blöd, er schneit's im Sumpf. Sogar die Briefmarke war weg. Jetzt würde sie nie erfahren, wo Ma war. Sie füllte die Asche in ein Töpfchen und verstaute es in einer Zigarrenkiste neben ihrem Bett. Pa kam an dem Abend nicht nach Hause und auch nicht am nächsten Tag und als er endlich wieder auftauchte, war er wieder der alte Säufer, der durch die Tür trockelte. Als sie den Mut aufbrachte, ihn nach dem Brief zu fragen, blaffte er, Geht dich nix an! Und dann, Sie kommt nicht wieder, also vergiss es! Mit einer Feldflasche in der Hand schlurfte er zum Boot. Das stimmt nicht! rief Kaya ihm nach, die Hände zu Fäusten geballt. Sie sah ihn davonfahren. Dann schrie sie in die menschenleere Lagune hinaus. Nix ist gar kein richtiges Wort! Später fragte sie sich oft, ob sie den Brief hätte öffnen, ihn Pa nicht mal hätte zeigen sollen. Dann hätte sie ihn aufbewahrt, bis sie ihn irgendwann hätte lesen können und ihm wäre es besser ergangen, wenn er nie was davon erfahren hätte. Pa fuhr nie wieder mit ihr zum Angeln raus. Jene warmen Tage waren bloß ein Intermezzo. Tiefe Wolken, die kurz aufreißen, damit die Sonne ihre Welt bescheint und sich dann wieder schließen, dunkel und undurchdringlich. Kaya hatte vergessen, wie man betet. Kam es darauf an, wie man die Hände hielt oder wie fest man die Augen zusammendrückte? Vielleicht kommen Ma und Jodie nach Hause, wenn ich richtig bete. Auch wenn's oft Krach und Streit gegeben hat, war das Leben damals besser als dieser Mist. Sie sang Kirchenlieder, an die sie sich von den wenigen Besuchen in der kleinen weißen Kirche mit Ma noch halbwegs erinnerte. Und er geht an meiner Seite, wenn Tau auf den Rosen liegt. Das letzte Mal waren sie an dem Ostersonntag da gewesen, bevor Ma fortging. Aber viel war Kaya von dem Feiertag nicht in Erinnerung geblieben. Bloß Geschrei und Blut und jemand fiel hin und sie rannte mit Ma weg. Deshalb dachte sie lieber überhaupt nicht mehr daran. Kaya blickte durch die Bäume zu Maß Mais- und Rübstielbeet hinüber, längst von Unkraut überwuchert. Und Rosen gab's da nun wirklich nicht. Vergiss es! In den Garten kommt kein Gott mehr. Kapitel 10 Bloß Gras im Wind 1969 Sand bewahrt Geheimnisse besser als Schlamm. Der Sheriff parkte sein Auto am Anfang des Weges zum Feuerwachturm, damit sie keine Spuren überrollten, die ein Wagen eventuell in der Nacht des mutmaßlichen Mordes hinterlassen hatte. Aber als sie die Strecke abgingen und nach Reifenabdrücken suchten, die nicht von ihrem Fahrzeug stammten, bildeten sich mit jedem ihrer Schritte nichts als formlose Mulden im sandigen Boden. Als sie dann zu den Schlammlöchern und dem sumpfigen Gelände um den Turm herum kamen, offenbarte sich ihnen eine Fülle von detailreichen Geschichten. Eine Waschbär-Mama mit ihren vier Jungen war mehrfach durch den Matsch gelaufen. Eine Schnecke hatte ein zartes Muster gemalt, das von der Tatze eines Bären zerstört worden war. Eine kleine Schildkröte hatte in dem kühlen Schlamm gelegen und mit dem Bauch eine glatte, flache Vertiefung hineingedrückt. Alles klar und deutlich, aber abgesehen von unseren Reifenabdrücken keine menschlichen Spuren. »Ich weiß nicht«, sagte Joe. »Guck dir diese gerade Kante und das kleine Dreieck da an. Das könnte ein Fußabdruck sein.« »Nein, ich glaube, das ist eine Truthahn-Spur, auf die ein Hirsch draufgetreten ist. Deshalb sieht das so geometrisch aus.« Nach einer weiteren Viertelstunde sagte der Sheriff, »Lass uns mal rüber zu der kleinen Bucht laufen. Vielleicht ist ja jemand mit dem Boot hergekommen und nicht mit dem Auto.« Sie bahnten sich einen Weg durch stark duftende Myrtensträucher zu dem kleinen Strand. Der feuchte Sand zeigte Abdrücke von Krebsen, Reihern und Strandläufern, aber nicht von Menschen. »Aber sieh dir das an!« Joe zeigte auf ein großes Muster aus durcheinandergeratenen Sandkristallen, das einen fast perfekten Halbkreis bildete. »Könnte der Abdruck von einem Boot mit rundem Bug sein, das hier an Land gezogen wurde?« »Nein.« »Guck mal, da hat der Wind einen geknickten Grashalm auf dem Sand hin und her geweht und diesen Halbkreis gezeichnet. Das ist bloß Gras im Wind.« Sie blieben stehen und schauten sich um. Der Rest des kleinen, sichelförmigen Strandes war mit einer dicken Schicht aus zerbrochenen Muscheln verschiedenen Teilen von Schalentieren und Krebsscheren bedeckt. Und Muscheln können Geheimnisse am besten hüten. Kapitel 11 Zwei Jutesäcke voll 1956 Im Winter 1956, als Kaya zehn Jahre alt war, kam Paar immer seltener zur Hütte gehinkt. Wochen vergingen ohne Whiskyflasche auf dem Boden, ohne den schnarchenden Körper auf seinem Bett, ohne Montagsgeld. Immerzu rechnete sie damit, dass er mit seiner Feldflasche zwischen den Bäumen hervorgehumpelt käme. Ein Vollmond und dann noch einer waren vergangen, seit sie ihn zuletzt gesehen hatte. Platanen und Hickorybäume reckten kahles Geäst in den trüben Himmel und der unerbittliche Wind fegte jegliche Freude hinweg, die die Wintersonne über die Trostlosigkeit gebreitet haben mochte. Ein nutzloser, trocknender Wind in einer Meerlandschaft, die nicht trocknen konnte. Kaya saß auf den Verandastufen und dachte nach. Paar könnte in einem Streit beim Pokern zusammengeschlagen und in einer kalten, regnerischen Nacht in den Sumpf geworfen worden sein. Oder vielleicht hatte er sich einfach sinnlos betrunken, war in den Wald getorkelt und kopfüber in irgendeinen Brackwassertümpel gestürzt. »Ich schätze, der kommt nicht wieder!« Sie biss sich auf die Lippen, bis ihr Mund weiß wurde. Es war nicht wie der Schmerz, als Mar fortging. Eigentlich empfand sie gar keine Trauer um ihn. Aber völlig allein zu sein, war ein so ungeheuer gewaltiges Gefühl, dass es in ihr halte, und wenn die Behörden das mitbekamen, würden sie sie abholen. Sie würde so tun müssen, als wäre Paar noch da, selbst Jumping gegenüber. Und es würde kein Montagsgeld mehr geben. Sie hatte die letzten paar Dollar über Wochen gestreckt, sich von Grieß, gekochten Miesmuscheln und dem ein oder anderen zufällig gefundenen Ei von den mageren Hühnern ernährt. Jetzt hatte sie nur noch ein paar Streichhölzer, ein Klümpchen Seife und eine Handvoll Maisgrieß. Mit den wenigen Streichhölzern würde sie nicht über den Winter kommen. Ohne sie konnte sie keinen Grieß für sich selbst, die Möwen und die Hühner kochen. Ich weiß nicht, wie ich ohne Grieß klarkommen soll. Wenigstens war Paar, wohin auch immer er diesmal verschwunden war, zu Fuß gegangen, dachte sie. Kaya hatte das Boot. Natürlich würde sie eine andere Möglichkeit finden müssen, um an Essen zu kommen, aber zunächst mal schob sie den Gedanken beiseite. Nach einem Abendessen aus gekochten Miesmuscheln – inzwischen hatte sie gelernt, die Muscheln zu einer Paste zu zerdrücken und auf Salzkracker zu streichen – blätterte sie maßgeliebte Bücher durch, tat so, als würde sie die Märchen lesen. Auch mit zehn Jahren konnte sie mit Buchstaben immer noch nichts anfangen. Dann flackerte die Petroleumlampe, wurde schwächer und erlosch. Eben noch eine weiche, kreisrunde Welt, dann Dunkelheit. Sie stieß einen erschreckten Laut aus. Paar hatte immer das Petroleum gekauft und die Lampe gefüllt, deshalb hatte sie nicht weiter darüber nachgedacht, bis es finster wurde. Sie saß einen Moment da und versuchte, das letzte Glimm wieder zu entfachen, doch die Lampe war fast völlig leer. Dann nahm die rundliche Form des Eisschranks und der Fensterrahmen im Dunkeln allmählich gestallt an und Kaya tastete mit den Fingern über die Küchenplatte, bis sie einen Kerzenstummel fand. Ihn anzuzünden, würde sie ein Streichholz kosten und sie hatte nur noch fünf übrig, aber die Dunkelheit war unerträglich. Zisch! Sie entfachte das Streichholz, zündete die Kerze an und die Finsternis zog sich in die Ecken zurück. Aber sie hatte genug davon gesehen, um zu wissen, dass sie Licht brauchte und Petroleum kostete Geld. Sie öffnete den Mund zu einem hohlen Keuchen. Vielleicht sollte ich in die Stadt gehen und mich bei den Behörden melden. Die geben mir wenigstens zu essen und schicken mich in die Schule. Doch nach kurzem Nachdenken sagte sie, nee, ich kann die Möwen nicht verlassen, die Reier, die Hütte. Die Marsch ist die einzige Familie, die ich hab. Und als sie da im Licht ihrer letzten Kerze saß, kam ihr eine Idee. Am nächsten Morgen stand sie früher als sonst auf, um die Ebbe zu erwischen, schlüpfte in ihre Latzhose und zog mit einem Eimer, einem Krallenmesser und einigen leeren Säcken los. Im Schlamm hockend sammelte sie Muscheln von den Tümpelrändern, wie Ma es ihr beigebracht hatte, und nach vier Stunden Bücken und Knien hatte sie zwei Jutesäcke voll. Die träge Sonne löste sich langsam vom Meer, als Kaya durch dichten Nebel zu Jumpins, Gas & Bait fuhr. Als sie näher kam, sprang er auf. Hallo, Miss Kaya, brauchst du Benzin? Sie zog den Kopf ein. Er hatte seit ihrem letzten Einkauf im Piggly Wiggly mit niemandem geredet und ihre Sprache ließ ein bisschen nach. Vielleicht. Kommt drauf an. Ich hab gehört, du kaufst Muscheln und ich hab hier welche. Kannst du mir dafür was Geld geben und noch Benzin dazu? Sie deutete auf die Säcke. Jawohl, mach ich. Sind die frisch? Hab ich heute Morgen ausgebuddelt. Gerade eben. Na dann, ich geb dir 50 Cent für einen Sack und für den anderen tanke ich dir voll. Kaya lächelte schwach. Echtes, selbstverdientes Geld. Danke, sagte sie nur. Während Jumpin den Tank füllte, ging Kaya zu dem kleinen Lädchen direkt auf dem Pier. Sie hatte nie sonderlich drauf geachtet, weil sie im Piggly einkaufte. Aber jetzt sah sie, dass Jumpin nicht bloß Köder und Tabak verkaufte, sondern auch Streichhölzer, Speck, Seife, Sardinen, Wiener Würstchen, Maisgrieß, Salzkracker, Klopapier und Kerosin. So ziemlich alles, was sie zum Leben brauchte, gab es gleich hier. Auf der Theke standen einige große Gläser mit Süßigkeiten. Zimtbonbons, Lackritz und Dauerlutscher. So viele Süßigkeiten hatte sie noch nie auf einem Haufen gesehen. Mit ihrem Muschelgeld kaufte sie Streichhölzer, eine Kerze und Grieß. Petroleum und Seife würden auf einen anderen Sack voll Muscheln warten müssen. Sie musste sich schwer beherrschen, nicht einen Lutscher statt der Kerze zu kaufen. Wie viele Säcke kaufst du pro Woche? fragte sie. Na, werden wir jetzt Geschäftspartner? fragte er und lachte auf seine typische Art, Mund geschlossen, Kopf in den Nacken geworfen. Ich kaufe rund 40 Pfund alle zwei, drei Tage. Aber andere bringen mir auch welche. Wenn du zu spät kommst und ich hab schon welche, tja, dann bist du raus. Wer zuerst kommt, malt zuerst, anders geht's nicht. Okay, danke, alles klar. Bis dann, Jumpin. Dann sagte sie noch, ach so, übrigens, mein Paar lässt schön grüßen. Wirklich? Na, dann grüßt du ihn auch, ja? auf bald, Miss Kaya. Er lächelte breit, während sie davon fuhr. Fast hätte sie auch gelächelt. Sie hatte selbst Benzin und Lebensmittel gekauft. Das hieß ja wohl, dass sie erwachsen war. Als sie später in der Hütte ihre kleine Tüte mit Einkäufen auspackte, sah sie ganz unten drin eine gelbrote Überraschung liegen. Nicht zu erwachsen für einen Dauerlutscher, den Jumpin mit eingepackt hatte. Um vor den anderen Muschelverkäufern bei Jumpin zu sein, ging Kaya bei Kerzen oder Mondlicht in die Marsch. Ihr Schatten flackerte auf dem glänzenden Sand, wenn sie mitten in der Nacht Muscheln sammelte. Sie erweiterte ihr Angebot um Austern und schlief manchmal unter dem Sternenhimmel am Rand von Gezeiten-Tümpeln, um bei Jumpin zu sein, sobald der Tag anbrach. Das Muschelgeld war verlässlicher als das Montagsgeld je gewesen war und meistens schaffte sie es, die anderen Sammler auszuboten. Sie ging nicht mehr zu Piggly, wo Mrs. Singletary sie jedes Mal fragte, warum sie nicht in der Schule war. Früher oder später würden die sie schnappen und wegbringen. Mit ihren Einkäufen bei Jumpin kam sie zurecht und sie hatte mehr Muscheln, als sie essen konnte. In Grieß mitgekocht, bis zur Unkenntlichkeit zermatscht, schmeckten sie gar nicht so übel und anders als die Fische hatten sie keine Augen, die sie anstarrten. Kapitel 12 Pennies und Grieß 1956 In den ersten Wochen nach Paars Verschwinden blickte Kaya jedes Mal auf, wenn die Raben krächtsten. Vielleicht hatten sie ihn ja gesehen, wie er mit schwingendem linken Bein durch den Wald hinkte. Bei jedem ungewohnten Geräusch im Wind legte sie den Kopf schief, lauschte, ob da jemand kam. Irgendwer. Selbst eine wilde Flucht vor der Schulinspektorin wäre eine schöne Abwechslung. Die meiste Zeit hielt sie Ausschau nach dem Jungen. Im Laufe der Jahre hatte sie ihn ein paar Mal in der Ferne gesehen, aber sie hatte nicht mit ihm geredet, seit sie sieben war, vor drei Jahren, als er ihr den Weg nach Hause durch das Marschland gezeigt hatte. Außer Jumpin und ein paar Verkäuferinnen war er der einzige Mensch auf der Welt, den sie kannte. Wann immer sie auf dem Wasser unterwegs war, hoffte sie, ihn zu entdecken. Eines Morgens bog sie in einen von Schlickgras gesäumten Wasserarm und sah sein Boot halb im Schilf versteckt. Tate trug eine andere Baseballkappe und war jetzt größer, aber selbst aus über fünfzig Metern Entfernung erkannte sie die blonden Locken. Kaya drosselte den Motor, steuerte leise in das hohe Gras und beobachtete ihn von dort aus. Sie presste die Lippen zusammen, überlegte, zu ihm rüber zu fahren und ihn vielleicht zu fragen, ob er schon was gefangen hatte. Das hatte Paar gemacht und anscheinend tat es auch jeder andere in der Marsch immer, wenn sie jemandem begegneten. Weißen sie heute? Schon was am Haken gehabt? Doch sie starrte nur weiter, rührte sich nicht. Sie fühlte sich stark zu ihm hingezogen und zugleich wollte sie nichts wie weg, so dass sie auf der Stelle verharrte. Schließlich lenkte sie das Boot mit hämmerndem Herzen vorsichtig nach Hause. Jedes Mal, wenn sie ihn sah, war es dasselbe, sie beobachtete ihn, wie sie die Reier beobachtete. Noch immer sammelte sie Federn und Muscheln, ließ sie aber allesamt salzig und sandig vor den Verandastufen liegen. Einen Großteil des Tages vertrödelte sie, obwohl sich das schmutzige Geschirr in der Spülschüssel stapelte und wozu Latzhosen waschen, die sowieso wieder dreckig wurden. Sie trug schon länger die abgelegten Klamotten ihrer verschwundenen Geschwister. Ihre Hemden waren voller Löcher, Schuhe hatte sie gar keine mehr. Eines Abends nahm Kaya das rosa-grün geblümte Sommerkleid, das Ma immer zur Kirche getragen hatte, vom Drahtbügel. Jahrelang hatte sie diese Schönheit befingert, das einzige Kleid, das Paar nicht verbrannt hatte und die kleinen rosa Blümchen berührt. Auf der Vorderseite waren Flecken, verblasste, braune Tupfen unterhalb der Träger, vielleicht Blut, aber sie waren jetzt kaum noch zu sehen, ausgewaschen wie andere böse Erinnerungen. Kaya streifte sich das Kleid über den Kopf, strich es an ihrem dünnen Körper glatt. Der Saum fiel ihr fast bis auf die Zähne, so ging das nicht. Sie zog es aus und hängte es wieder auf, beschloss, noch ein paar Jahre zu warten. Es wäre zu schade, es abzuschneiden, um es beim Muschelsammeln zu tragen. Ein paar Tage später fuhr Kaya mit dem Boot nach Point Beach, einem weiten, weißen Sandstrand etliche Meilen südlich von Jumpinsladen. Zeit, Wellen und Wind hatten ihn zu einer länglichen Landspitze geformt, wo sich mehr Muscheln ansammelten als auf anderen Stränden und Kaya hatte schon selten Exemplare dort gefunden. Nachdem sie ihr Boot am Südende verteut hatte, ging sie langsam suchend gen Norden. Plötzlich trieben ferne Stimmen, schrill und aufgeregt durch die Luft. Flux rannte sie quer über den Strand zum Wald hinüber, wo eine weit ausladende Eiche knietief in tropischen Fahnen stand. Hinter dem Baum versteckt, beobachtete Kaya, wie mehrere Kinder über den Sand spaziert kamen, dann und wann gischt spritzend in die Wellen sprangen. Ein Junge lief voraus, ein anderer warf einen Football. Ihre bunt karierten Shorts sahen vor dem weißen Sand aus wie farbenfrohe Vögel und sie kündeten vom Wechsel der Jahreszeiten. Kaya sah den Sommer über den Strand auf sich zukommen. Als die Kinder in ihre Nähe kamen, drückte sie sich gegen die Eiche und lugte hinter dem Stamm hervor. Fünf Mädchen und vier Jungen, ein bisschen älter als sie, etwa zwölf. Sie erkannte Chase Andrews wieder, der den Jungs, mit denen er immer zusammen war, den Ball zuwarf. Die Mädchen, großdünn Blond, Pferdeschwanz Sommersprossen, kurzes schwarzes Haar, nie ohne Perlen und Rundpausbacke, trödelten plappernd und kichernd hinterdrein. Ihre Stimmen schallten zu Kaya herüber wie Glöckchen. Sie war zu jung, um sich groß für die Jungs zu interessieren. Ihre Augen richteten sich gebannt auf die kleine Charme-Mädchen. Gemeinsam hockten sie sich hin und beobachteten einen Krebs, der seitwärts über den Strand huschte. Lachend lehnten sie sich aneinander, bis sie schließlich alle gleichzeitig auf den Sand plumpsten. Kaya biss sich auf die Unterlippe, während sie ihnen zusah. Die Freude der Mädchen war eine fast sichtbare Aura vor dem dunkler werdenden Himmel. Ma hatte gesagt, Frauen brauchten einander mehr, als sie Männer brauchten. Aber sie hatte Kaya nie erklärt, wie sie in ein solches Rudel aufgenommen werden könnte. Leichtfüßig schlüpfte sie tiefer in den Wald, versteckte sich hinter riesigen Farnen und beobachtete die Kinder, bis sie den Strand wieder hinunterspazierten und schließlich nur noch kleine Flecken auf dem Sand waren. Die Morgendämmerung glühte hinter grauen Wolken, als Kaya ein Jump-Ins Steg anlegte. Er trat kopfschüttelnd aus seinem kleinen Laden. Tut mir leid wie nur was, Miss Kaya, sagte er. Aber die anderen sind schneller gewesen. Ich hab genug Muscheln für die Woche, kann keine mehr kaufen. Sie stellte den Motor ab und das Boot stieß gegen einen Stützpfahl. Das war die zweite Woche hintereinander, in der sie zu spät dran war. Ihr Geld war alle und sie konnte sich rein gar nichts kaufen, hatte bloß noch Pennies und Gries. Miss Kaya, du musst dir noch was anderes überlegen, womit du Geld verdienst. Auf einem Bein kannst du nicht stehen. Wieder zu Hause setzte sie sich auf die Verandastufen und grübelte, bis ihr eine neue Idee kam. Sie fischte acht Stunden lang, dann legte sie ihre Beute von zwanzig Fischen über Nacht in Salzlake. Bei Tagesanbruch verteilte sie sie in den Regalen von Paas alter Räucherhütte, nicht größer als ein Klohäuschen und auch genauso gebaut, machte ein Feuer in der Grube und legte grüne Äste darauf, wie sie das bei ihm gesehen hatte. Blaugrauer Rauch quoll hervor, stieg aus dem Schornstein und aus jeder Ritze in den Wänden, die ganze Hütte qualmte. Am nächsten Tag fuhr sie zu Jumpin und hielt schon vom Boot aus ihren Eimer hoch. Alles in allem war es ein klägliches Ergebnis, kleine Brassen und Karpfen, die fast auseinander fielen. Kaufst da auch Kräucherfisch, Jumpin? Ich hab hier ein paar. Wahrhaftig, Miss Kaya, was sagt man dazu? Vorschlag. Ich nehm die in Kommission. Wenn ich sie verkaufe, kriegst du das Geld. Falls nicht, kriegst du sie so wieder zurück, wie sie sind, okay? Okay. Danke, Jumpin. Am Abend ging Jumpin den Sandweg entlang zur Schwarzen Siedlung. Eine Ansammlung von Hütten und Schuppen und sogar ein paar richtigen Häusern, die sich zwischen Brackwasserarm und Schlammtümpeln duckten. Das weit verstreute Dorf lag tief im Wald, ein gutes Stück weg vom Meer, ohne den frischen Seewind und mit mehr Mücken als in ganz Georgia. Nach rund drei Meilen roch er den Rauch, der von den Feuerstellen durch die Kiefern trieb und hörte die plappernden Stimmen von einigen seiner Enkelkinder. In der schwarzen Siedlung gab es keine Straßen, nur Pfade, die kreuz und quer durch den Wald zu den Behausungen der verschiedenen Familien führten. Er wohnte in einem richtigen Haus, das sein Paar und er aus Kiefernholz erbaut hatten, mit einem Zaun aus dünnen Ästen rings um den Hof, dessen festgetretene Erde von Mabel, seiner kräftigen Frau, stets genauso sauber gefegt wurde wie ein Fußboden. Keine Schlange konnte sich den Eingangsstufen auf dreißig Meter nähern, ohne von ihrer Gartenhacke erwischt zu werden. Sie trat aus der Haustür, um ihn mit einem Lächeln zu begrüßen, wie sie das oft tat, und er reichte ihr den Eimer mit Kajas geräucherten Fischen. Was denn das? fragte sie. So was würden ja nicht mal die Hunde fressen. Ist wieder von dem Mädchen. Miss Kaja hat sie mir gebracht. Manchmal ist sie nicht die Erste, die mir Muscheln bringt. Deshalb hat sie angefangen, Fische zu räuchern. Ich soll sie verkaufen. Lieber Gott, irgendwer muss sich doch mal um das Kind kümmern. Die Fische hier kauft kein Mensch. Ich kann eine Suppe draus machen. Unsere Kirche Motten gegen Karpfen tauschen. Welche Größe hat sie denn? Woher soll ich das wissen? Dünn, dünn wie eine Zecke an einem Fahnenmast. Ich schätze, morgen kommt sie in aller Herrgotts Frühe wieder. Sie hat keinen Penny mehr. Nachdem Kaja aufgewärmte Miesmuscheln in Grieß zum Frühstück gegessen hatte, fuhr sie zu Jumpin hinüber, um herauszufinden, ob ihr Räucherfisch Geld eingebracht hatte. In all den Jahren war er immer entweder allein gewesen oder hatte gerade Kunden bedient, aber als sie langsam näher kam, sah sie eine beleibte Schwarze, die den Steg fegte, als wäre es ein Küchenbuden. Jumpin saß auf seinem Stuhl, den er gegen die Ladenwand gekippelt hatte und notierte etwas in seinem Kassenbuch. Als er sie erblickte, sprang er auf und an den Steg. Hallo, Miss Kaya, hier ist wer, der dich mal kennenlernen will. Das ist Mabel, meine Frau. Mabel trat neben Jumpin und stand Kaya, die aus dem Boot auf den Steg geklettert war, plötzlich dicht gegenüber. Mabel nahm Kajas Hand, hielt sie sanft fest und sagte, ist richtig schön, dich mal kennenzulernen, Miss Kaya. Jumpin hat mir erzählt, was für Mabel ihren Garten beackerte, den halben Tag lang kochte und für Weiße putzte und stopfte, war ihre Hand weich. Kaya ließ ihre Finger in diesem samtigen Handschuh und schwieg, da sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Also, Miss Kaya, wir haben eine Familie, die für deinen Räucherfisch, Kleidung und andere Sachen, die du brauchst, tauschen will. Kaya nickte, lächelte nach unten, sagte dann, was ist mit Benzin für mein Brot? Mabel sah Jumpin fragend an. Naja, sagte er, heute kriegst du welches, weil ich weiß, dass du knapp bist, aber bring mir weiter Muscheln und so, wenn du kannst. Mabel sagte mit ihrer dröhnenden Stimme, Gottkindchen, lass uns mal nicht über die Einzelheiten nachdenken. Jetzt lass dich mal angucken. Ich muss sie führte sie in den kleinen Laden. Setz dich dahin und erzähl mir, was du so alles brauchst. Nachdem sie eine Liste gemacht hatten, malte Mabel Kajas Füße auf einer braunen Papiertüte ab. Dann sagte sie, gut, komm morgen wieder, dann haben wir hier was für dich. Vielen Dank, Mabel. Dann sagte sie mit leiser Stimme, da ist noch was, ich habe so alte Samentütchen gefunden, aber ich habe keine Ahnung von Gartenarbeit. Also wirklich, Mabel lehnte sich zurück und ein Lachen stieg aus den Tiefen ihres üppigen Busens. Von Gartenarbeit verstehe ich was. Sie erklärte jeden einzelnen Schritt haarklein, griff dann in ein paar Dosen und holte Zucchini, Tomaten und Kürbissamen hervor. Sie faltete sie jeweils in ein Stück Papier und malte ein Bild des Gemüses darauf. Kaya fragte sich, ob Mabel das tat, weil sie nicht schreiben konnte oder weil sie wusste, dass Kaya nicht lesen konnte. Jedenfalls kamen sie so beide zurecht. Sie bedankte sich noch einmal bei beiden, als sie wieder in ihr Boot stieg. Freut mich, dir ein bisschen zu helfen, Miss Kaya. Komm morgen deine Sachen holen, sagte Mabel. Noch am selben Nachmittag machte Kaya sich daran, in Maas früherem Garten Pflanz reinzuziehen. Die Hacke machte bei jedem Schlag ein dumpfes Geräusch, ließ erdige Gerüche aufsteigen und beförderte rosa Würmer ans Tageslicht. Dann ertönte ein helleres Geräusch und als Kaya sich vorbeugte, entdeckte sie eine von Maas alten Haarspangen aus Metall sie behutsam an ihrer Latzhose ab, bis der letzte Dreck sich löste. Als würden sie sich in dem billigen Gegenstand spiegeln, sah sie Maas roten Mund und ihre dunklen Augen plötzlich so klar vor sich wie schon seit Jahren nicht mehr. Kaya schaute sich um. Bestimmt kam Ma just in diesem Augenblick den Weg hoch, um ihr beim Umgraben zu helfen. Endlich wieder daheim. So eine Stille war selten, selbst die Krähen schwiegen und Kaya hörte ihren eigenen Atem. Sie schob ein dickes Büschel Haar nach hinten und steckte die Spange über ihrem linken Ohr fest. Vielleicht würde Ma nie mehr nach Hause kommen. Vielleicht sollten manche Träume einfach in Vergessenheit geraten. Sie hob die Hacke und zertrümmerte einen harten Erdklumpen in tausend Stücke. Als Kaya am nächsten Morgen zu Jump-Ins Steg kam, war er allein. Vielleicht war die völlige Gestalt seiner Frau mit den schönen Ideen bloß eine Illusion gewesen. Aber nein, da auf dem Steg standen zwei Kartons mit Sachen, auf die Jump-In zeigte, ein breites Grinsen im Gesicht. Morgen, Miss Kaya, das da ist für dich. Kaya sprang aus dem Boot und starrte die übervollen Kisten an. Na los, sagte Jump-In, gehört alles dir. Vorsichtig zog sie Latzhosen, Jeans und richtige Blusen heraus, nicht bloß T-Shirts. Ein paar dunkelblaue Ketz-Schuhe und ein paar zweifarbige Sattelschuhe von Buster Brown, so oft braun und weiß gewienert, dass sie glänzten. Kaya hielt eine weiße Bluse mit Spitzenkragen und blauer Satinschleife am Ausschnitt hoch. Ihr schluglich leicht. In der anderen Kiste waren Streichhölzer, Maisgrieß, eine Packung Margarine, getrocknete Bohnen und ein Literbehälter mit hausgemachtem Schmalz. Obendrauf lagen jeweils in Zeitungspapier eingewickelt frische Rübstiel, Blattkohl, Steckrüben und Okraschoten. Jump-In, sagte sie leise, das ist viel mehr als die Fische gekostet hätten. Dafür müsste ich bestimmt einen Monat lang Fisch liefern. Tja, aber was sollen die Leute mit den alten Sachen machen? Die liegen doch bloß bei denen rum. Wenn die die Sachen übrig haben und du brauchst sie und wenn du Fisch hast und die welchen brauchen, dann passt das doch. Du musst das Zeug mitnehmen, ich habe hier keinen Platz dafür. Kaya wusste, dass das stimmte. Jump-In hatte kaum freie Flächen, deshalb würde sie ihm einen Gefallen tun, wenn sie die Kisten von seinem Steg schaffte. Dann nehme ich sie, aber sag den Leuten, dass ich mich bedanke, ja? Und ich räuchere schnell noch mehr Fische und bring sie dir, sobald ich kann. Gut, Miss Kaya, ist in Ordnung, bring Fisch vorbei, wenn du welchen hast. Kaya tuckerte zurück aufs Meer. Sobald sie um die Halbinsel herum war und Jumpen sie nicht mehr sehen konnte, drosselte sie den Motor, griff in die Kiste und holte die Bluse mit dem Spitzenkragen heraus. Sie zog sie einfach über ihre kratzige Latzhose mit den geflickten Knien und band das kleine Satin Band fuhr sie übers Meer und durch die Marsch nach Hause. Kapitel 13 Federn 1960 Hoch aufgeschossen, aber muskulös für eine 14-Jährige stand Kaya eines Nachmittags am Strand und warf den Möwen Brotstückchen zu. Sie konnte sie immer noch nicht zählen, konnte immer noch nicht lesen. Sie träumte nicht mehr davon, mit den Adlern zu fliegen. Wenn du dein Abendessen aus dem Schlamm wühlen musst, verflacht die Fantasie vielleicht zu der von Erwachsenen. Marsommerkleid saß jetzt gut um ihre Brüste und reichte ihr bis knapp unter die Knie. Sie fand, sie hatte gut aufgeholt und mehr als das. Sie ging zur Hütte zurück, nahm eine Gerade als sie die Leine auswarf, knackte ein Ast hinter ihr. Sie riss den Kopf herum, spähte hierhin und dorthin, ein Schritt im Unterholz. Kein Bär, dessen große Tatzen eher patschten, sondern ein deutliches Auftreten im Gestrüpp. Dann krächzten die Krähen. Krähen können Geheimnisse ebenso schlecht bewahren wie Schlamm. Sobald sie irgendetwas Seltsames im Wald sehen, müssen sie es allen erzählen. Wer auf sie hört, wird belohnt, entweder vor Räubern gewarnt oder auf Essbares aufmerksam gemacht. Kaya wusste, irgendwas stimmte nicht. Sie holte die Leine ein und wickelte sie um die Angelrute, während sie sich schon leise mit den Schultern voran durch Stickicht schob. Stehen blieb, lauschte. Eine dunkle Lichtung, einer ihrer Lieblingsplätze, breitete sich höhlenartig unter fünf Eichen aus, die so dicht belaubt waren, dass nur hier und da dämmeriges Sonnenlicht durch das Blätterdach drang und üppige Waldlilien und weiße Pfeilchen beschien. Kajas Augen suchten die Lichtung ab, entdeckten aber niemanden. Dann schlich eine Gestalt durch das Dickicht dahinter und ihr Blick schwenkte dorthin. Die Gestalt verharrte. Kajas Herz pochte schneller. Sie duckte sich, schlüpfte gebückt und lautlos in das Unterholz am Rande der Lichtung. Als sie durch die Zweige spähte, sah sie einen älteren Jungen, der schnell durch den Wald ging, dabei unablässig nach rechts und links schaute. Er blieb stehen, als er sie entdeckte. Kaja kauerte sich hinter einen Dornenbusch, zwängte sich dann im Zickzack durch ein Gestrüpp, so stacheligen Büschen, blieb widerstehen, lauschte, versteckte sich dort in der sengenden Hitze, die Kehle wie ausgedörrt. Als sich nach zehn Minuten noch immer niemand blicken ließ, schlich sie zu einer kleinen Quelle im Moos und trank wie ein Tier. Sie fragte sich, wer der Junge war und was er hier wollte. Das war der Nachteil ihrer zzuche bei Jumpin. Sie wurde dort von anderen gesehen, schutzlos wie der Bauch eines Stachelschweins. Endlich dann, als die Dämmerung in Dunkelheit überging und die Schatten undeutlich wurden, machte sie sich über die Eichenlichtung auf den Rückweg zur Hütte. Bloß weil der sich hier rumtreibt, habe ich keine Fische zum Räuchern gefangen. In der Mitte der Lichtung stand ein halb verrotteter Baumstumpf, der so dicht mit Moos überwuchert war, dass es aussah, als würde sich ein alter Mann unter einem Umhang verbergen. Als Kaya schon fast daran vorbei war, blieb sie stehen. Eine dünne schwarze Feder, gut zwölf Zentimeter lang, steckte aufrecht darin. Die meisten hätten sie für nichts Besonderes gehalten, vielleicht für die Schwungfeder einer Krähe. Aber Kaya wusste, dass sie etwas ganz Außergewöhnliches war, nämlich die Augenbraue eines Kanada-Reihers, die Feder, die sich anmutig von oberhalb des Auges bis hinter den eleganten Kopf wölbt. Eines der erlesensten Fundstücke der Küstenmarsch und dann hier auf ihrer Lichtung. Sie hatte noch nie eine gefunden, wusste aber sofort, was es war, weil sie schon ihr ganzes Leben lang Reier beobachtete. Ein Kanada-Reier hat die Farbe von grauem Nebel, der sich in blauem Wasser spiegelt. Und genau wie Nebel kann er mit dem Hintergrund verschmelzen, so dass nichts mehr von ihm zu sehen ist, außer den konzentrischen Kreisen seiner starren Augen. Er ist ein geduldiger, einsamer Jäger, der allein und still dasteht, bis er sein Opfer packt. Oder aber er bewegt sich, wenn er seine Beute erspäht hat, mit extrem langsamen Schritten darauf und doch jagt er gelegentlich auch im Fliegen, schießt durch die Luft und taucht jäh herab den Schwertspitzen Schnabel voraus. Wieso steckt die denn so kerzengerade da drin? flüsterte Kaya und blickte sich um. Die muss der Junge dahin getan haben. Vielleicht beobachtet er mich jetzt. Sie stand reglos da und wieder raste ihr Herz. Dann wich sie zurück, ließ die Feder, wo sie war und rannte zur Hütte. Sie verriegelte die Fliegengittertür, was sie praktisch nie tat, weil sie ohnehin nur wenig Schutz bot. Doch sobald das erste Morgenlicht zwischen die Bäume kroch, spürte sie den starken Drang, zu der Feder zurückzukehren, um sie sich wenigstens noch einmal anzusehen. Bei Sonnenaufgang lief sie zur Lichtung. Sie sah sich vorsichtig um, ging dann zu dem Baumstumpf und zog die Feder heraus. Sie war glatt, fast seidig. Wieder zurück in der Hütte gab sie ihr einen Ehrenplatz in der Mitte ihrer Sammlung, von winzigen Kolibri-Federchen bis zu den großen Schwanzfedern von Adlern, die sich über die Wand schwangen. Sie fragte sich, warum ein Junge ihr eine Feder bringen sollte. Am nächsten Morgen wollte Kaya zu dem Baumstumpf rennen, um nachzusehen, ob wieder eine Feder dort steckte, aber sie zwang sich zu warten. Sie durfte dem Jungen nicht über den Weg laufen. Schließlich kurz vor Mittag ging sie zur Lichtung, näherte sich ihr langsam, lauschte. Sie hörte und sah niemanden, also trat sie aus der Deckung und ein seltenes kurzes Lächeln erhellte ihr dünne, weiße Feder in dem Stumpf stecken sah. Sie reichte ihr von den Fingerspitzen bis zum Ellbogen, war elegant geschwungen und lief in einer schlanken Spitze aus. Kaya nahm sie und lachte laut auf, die prächtige Schwanzfeder eines Tropikvogels. Sie hatte diese Seevögel noch nie gesehen, weil sie in ihrer Gegend nicht vorkamen, aber hin und wieder wurden sie auf Hurricane-Flügeln übers Festland geweht. Kaya's Herz füllte sich mit Staunen, weil jemand offenbar eine so große Sammlung von seltenen Federn besaß, dass er diese hier erübrigen konnte. Da sie Ma's altes Handbuch nicht lesen konnte, wusste sie nicht, wie die meisten Vögel oder Insekten hießen, deshalb dachte sie sich eigene Namen für sie aus. Und obwohl Kaya nicht schreiben konnte, hatte sie eine Möglichkeit gefunden, Ihr Talent war herangereift und sie konnte jetzt alles zeichnen, malen und skizzieren. Mit Kreide- oder Wasserfarben aus dem Five-and-Dime zeichnete sie Vögel, Insekten oder Muscheln auf Einkaufstüten und befestigte sie an ihren Fundstücken. An diesem Abend war sie verschwenderisch und zündete zwei Kerzen an, die sie in Untertassen auf den Küchentisch stellte, damit sie alle Schattierungen des Weiß sehen und die Feder des Trubikvogels malen konnte. Über eine Woche lang fand sie keine Feder mehr auf dem Baumstumpf. Sie ging jeden Tag mehrmals hin, spähte vorsichtig zwischen den Fahnen hindurch, sah aber nichts. Dann saß sie am helllichten Tag in der Hütte, was so gut wie nie vorkam. Hätte Bohnen fürs Abendessen einweichen sollen, jetzt ist es zu spät. Sie ging in die Küche, durchstöberte den Schrank trommelte mit den Fingern auf dem Tisch, überlegte zu malen, tat es aber nicht, lief wieder zu dem Baumstumpf. Schon aus der Ferne konnte sie die lange gestreifte Schwanzfeder eines Truthuhens sehen. Schlagartig war sie war sie gerührt. Truthhühner hatte sie immer besonders gemocht. Einmal hatte sie gesehen, wie sich sage und schreibe zwölf Küken unter die Flügel ihrer Mutter schmiegten, während die Henne ungerührt weiter stulzierte. Dann und wann purzelten einige heraus und hasteten hinterher, um sie wieder einzuholen. Aber vor ungefähr einem Jahr hatte sie ein schrilles Kreischen gehört, als sie gerade durch ein Kiefernwäldchen lief. Eine Schar von fünfzehn Truthhühnern, überwiegend Hennen, ein paar ausgewachsene und halbwüchsige Männchen, pickte in heller Aufregung an etwas auf dem Boden herum, das aussah wie ein großer ölverschmierter Lappen. Ihre Füße wirbelten Staub auf, der die Bäume umwölkte, nach oben durch die Äste trieb, dort hängen blieb. Als Kaya sich näher heranschlich, sah sie auf der Erde eine Henne liegen, die von den Vögeln ihrer eigenen Schar mit Schnäbeln und Krallen taktiert wurde. Irgendwie hatte sie sich so rettungslos mit den Flügeln in Dornengestrüpp verfangen, dass sie nicht mehr fliegen konnte und ihre Federn in seltsamen Winkeln abstanden. Jodie hatte mal gesagt, wenn ein Vogel sich plötzlich von den anderen unterscheidet, weil er entstellt oder verletzt ist, zieht er leichter Raubtiere an und deshalb töten ihn die eigenen Artgenossen, da das besser ist, als einen Adler anzulocken, der dann vielleicht auch noch einen von ihnen erwischt. Eine große Henne krallte ihre mächtigen hornigen Füße in das hilflose Tier, presste es dann auf die Erde, während eine andere Henne auf dessen nackten Hals und Kopf einhackte. Der Vogel schrie, starrte mit wilden Augen auf seine eigene Herde, die über ihn herfiel. Kaya rannte auf die Lichtung, schwenkte die Arme. Hey, was soll denn das? Haut ab, hört auf! Flügelflattern wirbelte noch mehr Staub auf, als die Truthühner in die Büsche stoben und zwei von ihnen schwerfällig in das Geäst einer Eiche flogen. Aber Kaya war zu spät. Die Henne lag leblos da, die Augen weit offen. Blut strömte aus ihrem grotesk verbogenen runzligen Hals. Verschwindet! Kaya scheuchte die letzten Vögel weg, bis sie davon liefen, ihre Arbeit erledigt. Sie kniete sich neben die tote Henne und bedeckte ihr die Augen mit einem Platanenblatt. Am Abend nach ihrem Erlebnis mit den Truthühnern aß sie übrig gebliebenes Maisbrot mit Bohnen und legte sich dann auf ihr Verandabett, betrachtete den Stimmen im Wald, die sich der Hütte näherten. Sie klangen nervös, schrill, jung, keine Männer. Kaya setzte sich auf. Es gab keine Hintertür. Sie sollte schleunigst weglaufen, sonst würde sie noch auf dem Bett sitzen, wenn die Jungen ankamen. Wieselflink sprang sie zur Tür, doch da tauchten auch schon Kerzen auf, die auf- und abwippten, ihre flammenzittrige kleine Lichtgrenze. Zu spät, um zu fliehen. Die Stimmen wurden lauter. Besuch für dich, Marschmädchen! Juhu, bist du da drin, du Sumpfschlampe? Zeig uns deine Titten, wir wollen was sehen! Schallendes Gelächter. Sie drückte sich tief an die untere Hälfte der Verandawand, als die Schritte näher kamen. Die Kerzenflammen flackerten wild und erloschen dann ganz, als fünf Jungen, etwa 13 oder 14 Jahre alt, über den Hof gelaufen kamen. Sie verstummten, sprangen in vollem Tempo die Verandastufen hoch und trommelten mit den Händen klatschend gegen die Tür. Jeder schlag ein Stoß in das Truthunherz. An die Wand gepresst, musste Kaya ein Wimmern unterdrücken. Die Jungen könnten die Tür mit Leichtigkeit aufbrechen, einmal kräftig daran gerissen und sie wären drin. Aber sie zogen sich zurück, die Stufen hinunter und in den Wald, johlend und grölend vor Erleichterung, dass sie das Marschmädchen überlebt hatten, das Wolfskind, das Mädchen, das nicht mal Hund buchstabieren konnte. Ihre Stimmen und ihr Lachen drangen noch aus dem Wald zu Kaya herüber, während sie in die Nacht verschwanden, zurück in ihre sichere Welt. Sie beobachtete die neu entzündeten Kerzen, die zwischen den Bäumen tanzten. Dann saß sie da und starrte in die totenstille Dunkelheit. Beschämt. Immer wenn Kaya wilde Truthhühner sah, musste sie an jenen Tag und jene Nacht denken, aber sie freute sich unbändig, als sie die Schwanzfeder auf dem Baumstumpf sah, einfach weil sie wusste, dass das Spiel weiter ging. Kapitel 14 Rote Fasern 1969 Gewittrige Hitze trübte den Morgen zu einem Dunst ohne Meer ohne Himmel. Joe trat aus dem Büro des Sheriffs und sah Ed aus dem Streifenwagen steigen. Komm mal mit, Sheriff, ich hab neue Laborberichte zu Chase Andrews, aber drin ist es heiß wie Wildschwein Atem. Er ging zu einer großen Eiche hinüber, deren uralte Wurzeln wie Fäuste aus dem Boden brachen. Der Sheriff zertrat Eicheln unter seinen Sohlen, als er ihm folgte, und sie blieben im Schatten stehen, hielten die Gesichter in die leichte Meeresbrise. Joe las vor. Großflächige Prellungen und innere Verletzungen, die mit einem Sturz aus großer Höhe übereinstimmen. Er Er ist Könnte ein Pullover sein, ein Schal oder ein Hut, sagte Joe. Hemd, Rock, Socken, Schultertuch, könnte praktisch alles sein. Und wir müssen es verdammt noch mal finden. Kapitel 15 Das Spiel 1960 Am nächsten Morgen näherte sich Kaya langsam, fast wie im Gebet, dem Baumstumpf, die Hände an den Wangen. Aber da war keine Feder. Sie kniff die Lippen zusammen. Ja, klar, ich muss ihm auch was hinlegen. Am Morgen hatte sie die Schwanzfeder eines Weißkopfseeadlers gefunden, eines dreijährigen Jungvogels, dessen Kopf sich noch nicht ganz weiß gefärbt hatte, und die zog sie jetzt aus der Tasche. Nur jemand, der viel von Vögeln verstand, würde erkennen, dass diese fleckige, zerfledderte Feder von einem Adler stammte. Nicht so kostbar wie die Schwanzfeder des Tropikvogels, aber dennoch nicht zu verachten. Sie platzierte sie behutsam auf den Stumpf und beschwerte sie zum Schutz gegen den Wind mit einem Stein. In der Nacht lag sie auf ihrem Verandabett, die Arme unter dem Kopf verschränkt, ein leises Lächeln im Gesicht. Ihre Familie hatte sie allein in einem Sumpf zurückgelassen, aber jetzt war da jemand, der aus freien Stücken zu ihr kam und Geschenke und Geschenke für sie in den Wald legte. Ihre Unsicherheit blieb, aber je länger sie darüber nachdachte, desto wahrscheinlicher schien ihr, dass der Junge nichts Böses im Schilde führte. Sie glaubte, dass jemand, Vögel mochte, einfach nicht gemein sein konnte. Am nächsten Morgen sprang sie aus dem Bett und begann voller Elan ein Großreinemachen, wie Mar das immer genannt hatte. Als sie zur Frisierkommode ihrer Mutter kam, wollte sie eigentlich nur die Schubladen ausräumen, doch dann nahm sie maßalte Schere mit dem Messinggriff in die Hand, die Fingerlöcher mit einem verschnörkelten Lilienmuster verziert, zog plötzlich ihr Haar nach hinten, das seit Maas Fortgang vor über sieben Jahren nicht mehr geschnitten worden war, und kürzte es um gut zwanzig Zentimeter. Jetzt fiel es ihr nur noch bis knapp über die Schultern. Sie betrachtete sich selbst im Spiegel, wackelte ein bisschen mit dem Kopf, lächelte, säuberte ihre Fingernägel und kämmte sich die Haare, bis sie glänzten. Sie legte Bürste und Schere beiseite und ging maßalte Kosmetika durch. Die flüssige Grundierung und das Rouge waren eingetrocknet und rissig, aber Lippenstift war anscheinend jahrzehntelang haltbar, denn als sie die Kappe abzog, sah er ganz frisch aus. herausgeputzt, malte sie sich etwas davon auf die Lippen, presste sie aufeinander, lächelte dann in den Spiegel, fand, dass sie ein bisschen hübsch aussah, nicht wie Ma, aber ganz nett. Sie kicherte, dann wischte sie die Farbe wieder ab. Kurz bevor sie die Schublade schloss, fiel ihr Blick auf ein eingetrocknetes Fläschchen Revlon-Nagellack, zartrosa. Kaya nahm es aus der Schublade und erinnerte sich daran, wie Ma eines Tages ausgerechnet mit diesem Fläschchen Nagellack aus der Stadt zurückgekommen war. Ma meinte, es würde richtig gut zu ihrem olivfarbenen Teint passen. Sie setzte Kaya und ihre beiden großen Schwestern nebeneinander auf das zerschlissene Sofa, sagte, sie sollten ihre nackten Füße ausstrecken und malte ihnen die Zehen und auch noch die Fingernägel an. Dann lackierte sie sich selbst die Nägel und sie lachten und machten sich einen Spaß daraus im Hof herum zu spazieren und ihre rosa Fingernägel vorzuzeigen. Pa war irgendwo unterwegs, aber das Boot lag in der Lagune verteut. Ma kam auf die Idee, mit dem Boot rauszufahren, was sie noch nie gemacht hatten. Sie stiegen alle vier in das alte Metallboot, noch immer so ausgelassen, als wären sie beschwipst. Nach ein paar vergeblichen Versuchen mit der Anlasserschnur sprang der Außenbordmotor schließlich an und los ging's. Ma steuerte quer über die Lagune auf den schmalen Kanal zu, der in die Marsch führte. Sie sausten die Wasserarme entlang, aber Ma kannte sich nicht gut genug aus und als sie in eine flache Lagune kamen, blieben sie in klebrigem zähem Schlamm stecken, dick wie Teer. Sie versuchten, das Boot wieder freizustarken, aber es rührte sich nicht. Es blieb ihnen nichts anderes übrig als auszusteigen, worauf sie in ihren Röcken prompt bis zu den Knien im Matsch versanken. Ma rief immerzu, passt auf, nicht dass es kentert, Mädchen, nicht dass es kentert, und sie zogen an dem Boot, bis sie es frei bekamen, kreischten vor Lachen über ihre schlamm verschmierten Gesichter. Es war gar nicht so leicht wieder einzusteigen und sie plumpsten über die Seitenwand wie gestrandete Fische und statt sich auf die Bänke zu setzen blieben sie alle vier nebeneinander im Boots rum fliegen, streckten die Füße gen Himmel, wackelten mit den Zehen und bewunderten ihre rosa Nägel, die durch den Matsch schimmerten. Während sie so da lagen, sagte Ma, hört mal alle zu, Mädchen, das ist jetzt eine wichtige Lektion für euer Leben. Ja, wir haben uns festgefahren, aber was haben wir Mädchen gemacht? Wir haben uns einen Spaß draus gemacht, wir haben gelacht. Dafür sind Schwestern und Freundinnen da, dass wir zusammenhalten, sogar im Schlamm, besonders im Schlamm. Ma hatte keinen Nagellackentferner gekauft, und als der Lack allmählich abblätterte, hatten sie alle bleiche, fleckig rosa Finger und Zehennägel, die sie daran erinnerten, wie viel Spaß sie gehabt hatten und an diese wichtige Lebenslektion. Kaya starrte auf das alte Fläschchen und versuchte sich, die Gesichter ihrer Schwestern vorzustellen. Dann sagte sie laut, »Wo bist du jetzt, Ma? Warum hast du nicht zu mir gehalten?« Sobald sie am nächsten Nachmittag zu der Eichenlichtung kam, sah Kaya leuchtende, unnatürliche Farben vor den matten grünen und braunen Tönen des Waldes. Auf dem Baumstumpf war eine kleine rot-weiße Milchpackung und daneben eine weitere Feder. Der Junge hatte offenbar den Einsatz erhöht. Kaya ging hinüber und nahm zuerst die Feder. Sie war silbern und weich, aus der Haube eines Nachtreihers, eines der schönsten Vögel im Marschland. Dann schaute sie in die Milchpackung. Einige fest zusammengerollte Tütchen mit Samen, Steckrüben, Möhren und grüne Bohnen und auf dem Boden der Packung, in braunes Papier eingewickelt, eine Zündkerze für ihren Bootsmotor. Sie lächelte wieder und drehte sich einmal im Kreis. Sie hatte gelernt, ohne die meisten Dinge zu leben, aber hin und wieder brauchte sie eine Zündkerze. Jumpin hatte ihr beigebracht, ein paar kleinere Reparaturen selbst zu erledigen, aber jedes Ersatzteil kostete Geld und bedeutete einen Weg in die Stadt. Doch jetzt hatte sie eine zusätzliche Zündkerze, die sie verwahren konnte, bis sie sie brauchte. Ein Vorrat. Ihr Herz lief über. Dasselbe Gefühl, wie wenn der Bootstank randvoll war oder wenn die Sonne vor einem bunt verfärbten Himmel unterging. Kaya stand vollkommen still da, versuchte es zu fassen, zu verstehen, was das bedeutete. Sie hatte männliche Vögel beobachtet, die Weibchen umwarben, indem sie ihnen Geschenke brachten. Aber sie war eigentlich noch zu jung zum Brüten. Unten in der Milchpackung lag ein Zettel. Sie faltete ihn auseinander und betrachtete die Wörter darauf. Sie waren in einer einfachen, klaren Schrift geschrieben, gut leserlich für ein Kind. Kaya kannte die Zeiten von Ebbe und Flut auswendig, konnte anhand der Sterne ihren Weg nach Hause finden, kannte jede Feder an einem Adler, aber selbst mit 14 konnte sie diese Wörter nicht lesen. Sie hatte vergessen, irgendwas mitzubringen, was sie dalassen konnte. In den Taschen hatte sie nur durchschnittliche Federn, Muscheln und Samenhülsen, deshalb lief sie schnell zurück zur Hütte und stellte sich vor ihre Federwand wie vor ein Schaufenster. Die elegantesten waren Schwanzfedern eines Pfeifschwans. Sie nahm eine von der Wand, um sie auf den Baumstumpf zu legen, wenn sie das nächste Mal daran vorbeikam. Als es Abend wurde, nahm sie ihre Decke und schlief draußen, neben einer Wasserrinne voller Mond und Muscheln und bei Tagesanbruch hatte sie zwei Säcke gefüllt. Benzingeld. Sie waren zu schwer, um sie zu schleppen, deshalb schleifte sie den ersten zurück zur Lagune. Dabei nahm sie einen Umweg in Kauf, um die Feder zu der Eichenlichtung zu bringen. Sie trat ohne hinzusehen zwischen die Bäume und da, an dem Baumstumpf gelehnt, war der Federjunge. Sie erkannte, dass es Tate war, der ihr, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, den Nachhauseweg durch den Marsch gezeigt hatte. Tate, den sie jahrelang aus der Ferne beobachtet hatte, ohne den Mut aufzubringen, sich ihm zu nähern. Natürlich war er jetzt größer und älter, wahrscheinlich 18. Das blonde Haar kringelte sich wild unter seiner Mütze hervor und sein Gesicht war sonnengebräunt, nett Er war ruhig, lächelte breit, strahlte übers ganze Gesicht, aber was sie wirklich fesselte, waren seine Augen, goldbraun mit grünen Einsprengseln und auf sie gerichtet wie Reiher Augen, die ein Fischchen entdeckt haben. Sie stockte, erschreckt von dem jähen Bruch ihrer ungeschriebenen Regeln. Das war ja das Schöne gewesen, ein Spiel, bei dem sie nicht reden oder auch nur gesehen werden mussten. »Hey, Kaya, bitte nicht weglaufen, ich bin's nur, Tate«, sagte er, sehr leise, langsam, als wäre sie blöd oder so. Wahrscheinlich erzählten sich das die Leute in der Stadt über sie, dass sie kaum wie ein Mensch sprach. Tate konnte nicht aufhören, sie anzustarren. Sie musste dreizehn oder vierzehn sein, dachte er. Doch selbst in diesem jungen Alter hatte sie das aparteste Gesicht, das er je gesehen hatte. Mit ihren großen, fast schwarzen Augen und der schmalen Nase über ebenmäßigen Lippen wirkte sie exotisch. Sie war groß und dünn und machte einen zarten, geschmeidigen Eindruck, als wäre sie wild vom Wind geformt worden. Doch zugleich vermittelten die jungen, senigen Muskeln eine stille Kraft. Wie immer wollte sie instinktiv die Flucht ergreifen, Aber da war auch ein anderes Gefühl, eine Erfüllung, die sie seit Jahren nicht empfunden hatte. Als wäre etwas Warmes in ihr Herz gegossen worden. Sie dachte an die Federn, die Zündkerze und die Samen. Mit all dem könnte es zu Ende sein, wenn sie jetzt davon lief. Wortlos hub sie die Hand und hielt ihm die Schwanenfeder hin. Langsam, als könnte sie wegspringen wie ein erschrecktes Kitz, kam er näher und studierte ihre Hand. Sie schwieg weiter, blickte nur auf die Feder, nicht in sein Gesicht, schon gar nicht in seine Augen. Pfeifschwan, nicht wahr? Unglaublich, Kaya, vielen Dank, sagte er. Er war um einiges größer als sie und beugte sich leicht, als er ihr die Feder aus der Hand nahm. Natürlich wäre das der passende Moment, ihm für seine Geschenke zu danken, doch sie stand nur stumm da, wünschte er würde gehen, wünschte, sie könnten mit ihrem Spiel so weitermachen wie bisher. Um das Schweigen zu füllen, redete er weiter. Alles, was ich über Vögel weiß, habe ich von meinem Dad gelernt. Endlich sah sie zu ihm hoch und sagte, ich kann deinen Zettel nicht lesen. Ja, klar, weil du ja nicht zur Schule gehst, habe ich vergessen. Da stand nur, dass ich dich ein paar Mal gesehen habe, wenn ich draußen angeln war und dass ich mir gedacht habe, du könntest die Samen und die Zündkerze gebrauchen. Ich hatte die übrig und ich habe gedacht, das erspart dir den Weg in die Stadt. Außerdem habe ich mir gedacht, die Federn würden dir gefallen. Kaya ließ den Kopf hängen und sagte, ja, danke, das war echt nett von dir. Tate fiel auf, dass ihr Gesicht und ihr Körper zwar die ersten Ansätze und Rundungen von Weiblichkeit zeigten, dass ihr Verhalten und ihre Ausdrucksweise aber irgendwie kindlich wirkten, ganz anders als die Mädchen in der Stadt, deren Getue, zu viel Make-up, Fluchen und Rauchen auffälliger war als ihre Rundungen. Gern geschehen. Tja, ich muss jetzt los. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich dich hin und wieder mal besuchen. Kaya antwortete nicht. Das Spiel war wohl zu Ende. Sobald er merkte, dass ich nichts mehr sagen würde, nickte er ihr zu, tippte an seine Baseballkappe und wandte sich zum Gehen. Als er gerade den Kopf einzog, um sich ins Unterholz zu bücken, drehte er sich um. Weißt du was? Ich könnte dir Lesen beibringen. Kapitel 16 Lesen 1960 Tagelang ließ Tate sich nicht blicken, um ihr Unterricht im Lesen zu geben. Vor dem Spiel mit den Federn war Einsamkeit für Kaya ein natürlicher Teil von ihr geworden, wie ein Arm. Jetzt schlug sie Wurzeln in ihr und drückte von innen gegen die Brust. An einem Spätnachmittag fuhr sie mit dem Boot hinaus. Kann doch nicht die ganze Zeit hier rumhocken und warten. Anstatt bei Jumpin' anzulegen, wo man sie sehen würde, versteckte sie das Boot in einer kleinen Bucht knapp südlich davon und ging mit einem Jutesack auf dem Rücken den schattigen Fußweg Richtung Schwarzensiedlung. Fast den ganzen Tag hatte es sanft geregnet, und jetzt, da die Sonne sich dem Horizont näherte, bildete der Wald seinen eigenen Nebel, der durch sattgrüne Lichtungen trieb. Sie war noch nie in der Schwarzensiedlung gewesen, wusste aber, wo sie lag, und ging davon aus, dass sie das Haus von Jumpin' und Mabel schon finden würde, wenn sie erst mal da war. Sie trug Jeans und eine rosa Bluse von Mabel. In dem Jutesack waren zwei große Gläser mit ziemlich flüssiger Brombeermarmelade, die sie selbst gemacht hatte, um sich für die Großzügigkeit der beiden zu bedanken. Das Bedürfnis nach anderen Menschen, die Aussicht, sich mit einer Freundin zu unterhalten, trieb Kaya zu ihnen. Falls Jumpin' noch nicht zu Hause war, könnte sie vielleicht ein Weilchen mit Mabel zusammensetzen. Dann, als sie sich einer Biegung näherte, hörte Kaya Stimmen auf sie zukommen. Sie blieb stehen, lauschte aufmerksam. Rasch schlüpfte sie von dem Pfad in den Wald und versteckte sich hinter einem Myrtenstrauch. Eine Minute später kamen zwei weiße Jungs um die Kurve. Sie hatten schäbige Latzhosen an und trugen Angelzeug und eine Leine mit etlichen Katzenwälzen daran, so lang wie Kajas Arm. Sie blieb hinter dem Strauch und wartete ab. Einer der Jungs zeigte dem Pfad hinunter. Guck mal da! Das nenne ich Schwein! Nigger auf dem Weg ins Niggerdorf! Kaya spähte den Pfad hinunter und da war Jumpin' auf dem Nachhauseweg nach getaner Arbeit. Er war so nah, dass er die Jungs bestimmt gehört hatte, aber er senkte bloß den Kopf, trat vom Weg, um ihnen Platz zu machen und ging weiter. Was denn los mit ihm? Wieso macht er nichts? fragte sich Kaya wütend. Sie wusste, dass es ein ganz böses Wort war. Das wusste sie, weil Paa es immer als Schimpfwort benutzt hatte. Jumpin' hätte den Jungen eine Knallen, ihnen einen Denkzettel verpassen können, aber er ging schnell weiter. Bloß ein alter Nigger, der hier rumspaziert. Pass auf, alter Nigger, dass dir nichts passiert, beschimpften sie Jumpin', der den Blick auf seine Schuhe gerichtet hielt. Einer der Jungen hob einen Stein auf und warf ihn Jumpin' in den Rücken. Er traf ihn mit einem dumpfen Schlag knapp unterhalb der Schulter. Jumpin' taumelte kurz und ging weiter. Die Jungen lachten, als er um die Biegung verschwand, hoben dann noch mehr Steine auf und folgten ihm. Kaya hastete durchs Unterholz, bis sie vor den beiden war, behielt zwischen den Ästen hindurch ihre hüpfenden Kappen im Blick. Sie kauerte sich an eine Stelle, wo dichte Büsche gleich neben dem Weg wuchsen und wo die Jungen in wenigen Augenblicken dicht an ihr vorbeikommen mussten. Jumpin' war weiter vorne, außer Sicht. Sie zwirbelte den Stoffsack zusammen und verknotete ihn dicht über den Marmeladengläsern. Als die Jungen auf gleicher Höhe mit den Büschen waren, schwang sie den schweren Sack und erwischte den ersten mit voller Wucht am Hinterkopf. Er kippte nach vorne und fiel aufs Gesicht. Laut brüllend und schreiend sprang sie auf den zweiten zu, holte schon zum Schlag aus, aber der rannte davon. Kaya lief etwa zwanzig Meter in den Wald, ging dort in Deckung und wartete, bis der erste Junge sich aufrappelte und sich fluchend den Kopf rieb. Dann schulterte sie ihren Sack mit Marmelade, kehrte zum Boot zurück und fuhr nach Hause. Dachte, dass sie wahrscheinlich nie wieder versuchen würde, jemanden zu besuchen. Am nächsten Tag hörte Kaya das Geräusch von Tates Motor vom Kanal her und lief zur Lagune. Sie blieb zwischen den Bäumen stehen und sah zu, wie er aus seinem Boot stieg, einen Rucksack in der Hand. Er schaute sich um und als er nach ihr rief, trat sie langsam vor. Sie trug eine Jeans, die ihr gut passte und eine weiße Bluse mit zusammengewürfelten Knöpfen. Hallo Kaya, tut mir leid, dass ich nicht früher kommen konnte, musste meinem Dad helfen, aber wirst schon sehen, wir bringen dir im Nullkomman nix lesen bei. Hallo Tate. Komm, setzen wir uns hier hin. Er zeigte auf einer Eichenwurzel im tiefen Schatten der Lagune. Aus dem Rucksack zog er ein dünnes, abgegriffenes Buch mit dem Alphabet und einen linierten Schreibblock hervor. Langsam und sorgfältig schrieb er die Buchstaben, kleines A, großes A und kleines B, großes B, zwischen die Linien, forderte sie auf, dasselbe zu tun und sah dann geduldig zu, wie sie sich mit der Zunge zwischen den Lippen abmühte. Während sie schrieb, sprach er die Buchstaben aus, leise, bedächtig. Sie erinnerte sich an ein paar Buchstaben, die ihr Jodie und Ma beigebracht hatten, aber sie konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wie man daraus richtige Wörter machen sollte. Nach nur wenigen Minuten sagte er, siehst du jetzt, kannst du schon ein Wort schreiben? Wieso? ABC? Du kannst das Wort ABC schreiben. Was ist ein ABC? fragte sie. Er war so klug, nicht zu lachen. Ist nicht schlimm, wenn du das nicht weißt. Machen wir weiter, dann kannst du bald Wörter schreiben, die du kennst. Später sagte er, du musst das Alphabet richtig auswendig lernen. Das würde ein Weilchen dauern, aber du kannst jetzt schon ein bisschen lesen. Ich zeig's dir. Er hatte kein Anfängerlesebuch, deshalb machte sie ihre ersten Versuche mit dem Sand County Almanac. von Aldo Leopold, den Tate von seinem Vater ausgeliehen hatte. Er zeigte auf den ersten Satz und bat sie, ihn vorzulesen. Das erste Wort war manche. Und sie musste wieder im Alphabet nachsehen und den Klang jedes Buchstabens üben, aber er war geduldig, erklärte ihr die besondere Aussprache von CH, und als sie es endlich laut las, riss sie die Arme hoch und lachte. Er strahlte sie an. Langsam enträtselte sie jedes Wort des Satzes. Manche Menschen können ohne wilde Dinge leben und manche können das nicht. »Oh«, sagte sie, »oh«, »du kannst lesen, Kaya. Es wird nie wieder eine Zeit geben, in der du nicht lesen kannst.« »Das ist es nicht allein«, sie flüsterte beinahe. »Ich hab nicht gedacht, dass Wörter so viel meinen können. Ich hab nicht gewusst, dass ein Satz so voll sein kann«, er lächelte. »Das ist aber auch ein sehr guter Satz. Nicht alle Worte sagen so viel.« In den folgenden Tagen brachte Tate ihr im Schatten auf der Eichenwurzel oder in der Sonne am Strand das Lesen von Wörtern bei, die von den Gänsen und Kranichen sangen, von der Wirklichkeit um sie herum. Was, wenn es keinen Gesang der Gänse mehr gäbe? Wenn Tate nicht seinem Vater half oder mit seinen Freunden Baseball spielte, kam er mehrmals die Woche zu Kajas Lagune, und sie lauschte jetzt stets auf das Geräusch seines Bootes, das den Kanal hochkam, ganz gleich, ob sie im Garten Unkraut jätete, die Hühner fütterte oder nach Muscheln suchte. Eines Tages am Strand, nachdem sie gelesen hatten, was Meisen zu Mittagessen, fragte sie ihn, »Du lebst mit deiner Familie in Barkley Cove, nicht?« »Ich lebe mit meinem Dad zusammen.« »Ja, in Barkley.« Kaja fragte nicht, ob er früher noch mehr Familie gehabt hatte. Bestimmt hatte seine Mutter ihn auch verlassen. Etwas in ihr sehnte sich danach, seine Hand zu berühren. Ein seltsamer Wunsch, aber ihre Finger weigerten sich. Stattdessen prägte sie sich die bläulichen Adern auf der Innenseite seines Handgelenks ein, so zart wie die gezeichnete Maserung auf den Flügeln von Wespen. Nachts saß sie am Küchentisch und ging die Lektionen im Licht der Petroleumlampe durch, deren sanfter Schein durch die Hüttenfenster drang und die unteren Äste der Eichen berührte. Das einzige Licht im Umkreis von meilenweiter Dunkelheit, bis auf das sanfte Glimm der Leuchtkäfer. Sorgsam schrieb sie jedes Wort und sprach es immer wieder laut aus. Tate hatte gesagt, lange Wörter wären bloß kurze, die aneinandergereiht waren. Deshalb hatte sie keine Angst vor ihnen, sondern lernte, »Pleist du zähn« ebenso wie Tat. Lesen zu lernen war die größte Freude, die sie je gehabt hatte. Dennoch konnte sie nicht begreifen, warum Tate angeboten hatte, es jemandem wie ihr beizubringen, wo sie doch zum weißen Pack gehörte, oder warum er überhaupt damit angefangen hatte, ihr diese herrlichen Federn zu schenken. Aber sie fragte ihn nicht, weil sie fürchtete, er könnte es sich dann anders überlegen und nicht mehr kommen. Jetzt endlich konnte Kaya all ihre kostbaren, gesammelten Exemplare beschriften. Sie nahm jede Feder, jedes Insekt, jede Muschel oder Blume, sah in Maß Büchern nach, wie der Name buchstabiert wurde und schrieb ihn sorgfältig auf ihre gemalten Bilder auf braunen Papiertüten. »Was kommt nach 29?«, fragte sie Tate eines Tages. Er sah sie an. Sie wusste mehr über die Gezeiten, über Schneegänse, Adler und Sterne, als die meisten Menschen je wissen würden, konnte aber nicht bis 30 zählen. Er wollte sie nicht beschämen, deshalb ließ er sich seine Überraschung nicht anmerken. Sie war schrecklich gut darin, Gesichtsausdrücke zu deuten. »30«, sagte er nur. »Komm, ich zeig dir die Zahlen und wir lernen ein bisschen rechnen. Ist ganz leicht. Ich bring dir ein paar Bücher dazu mit.« Sie gewöhnte sich an, alles zu lesen, die Kochanleitungen auf der Grießpackung, Tates Zettel und die Geschichten in ihren Märchenbüchern, die sie jahrelang nur zum Schein gelesen hatte. Eines Nachts dann entfuhr ihr ein leises »Oh« und sie nahm die alte Bibel vom Regal. Nachdem sie sich an den Tisch gesetzt hatte, blätterte sie die dünnen Seiten vorsichtig um, bis sie zu der mit den Namen der Familie kam. Sie entdeckte ihren eigenen ganz unten. Da war er, ihr Geburtstag. »Miss Catherine Danielle Clark, 10. Oktober 1945.« Dann ging sie die Liste nach oben durch und las die richtigen Namen ihrer Geschwister. »Master Jeremy Andrew Clark, 2. Januar 1939.« »Jeremy«, sagte sie laut. »Jodie, ich hätte nie gedacht, dass du ein Master Jeremy bist. Miss Amanda Margaret Clark, 17. Mai 1937. Kaya berührte den Namen mit ihren Fingern, wiederholte ihn mehrmals. Sie las weiter. Master Napier Murphy Clark, 4. April 1936. Kaya sagte leise. Murph, du hast Napier geheißen. Ganz oben stand die Älteste. Miss Mary Helen Clark, 19. September 1934. Wieder fuhr sie mit den Fingerspitzen über die Namen, die für sie die Gesichter heraufbeschworen. Sie waren unscharf, aber Kaya konnte sie alle um den Tisch gedrängt sitzen sehen, wie sie Suppe aßen, Maisbrot rumreichten, sogar manchmal lachten. Sie schämte sich, dass sie ihren Namen vergessen hatte. Aber jetzt, wo sie diese gefunden hatte, würde sie sie nie wieder loslassen. Über der Liste mit den Kindern las sie, Mr. Jackson Henry Clark hat sich am 12. Juni 1933 mit Miss Julianne Maria Jacques vermählt. Bis zu diesem Moment hatte sie die vollen Namen ihrer Eltern nicht gekannt. Sie saß einige Minuten so da, die Bibel aufgeschlagen auf dem Tisch, ihre Familie vor ihr. Die Zeit sorgt dafür, dass Kinder ihre Eltern nie jung erleben. Kaya würde nie den gutaussehenden Jake sehen, der Anfang 1930 selbstbewusst eine Eisdiele in Asheville betrat, wo sein Blick auf Maria Jacques fiel, eine Schönheit mit schwarzen Locken und roten Lippen, die aus New Orleans zu Besuch war. Bei einem Milchshake erzählte er ihr, dass seine Familie eine Plantage besaß und dass er nach der Highschool studieren und Anwalt werden und in einer herrschaftlichen Villa leben würde. Aber als die Wirtschaftskrise sich verschärfte, versteigerte die Bank das Land der Clarks unter deren Füßen weg und sein Vater nahm Jake von der Schule. Sie zogen in eine kleine Hütte aus Kiefernholz in der Nähe, die früher, und das war noch gar nicht so lange her, von Sklaven bewohnt worden war. Jake arbeitete auf den Tabakfeldern, stapelte Blätter zusammen mit schwarzen Männern und Frauen, die Babys in bunten Tüchern auf den Rücken gebunden hatten. Zwei Jahre später brach Jake eines Nachts vor Tagesanbruch auf, ohne sich von irgendwem zu verabschieden, und nahm so viele teure Kleidungsstücke und Familienschätze mit, wie er tragen konnte. Darunter auch die goldene Taschenuhr seines Urgroßvaters und den Brillantring seiner Großmutter. Er fuhr per Anhalter nach New Orleans, wo Maria mit ihrer Familie in einem eleganten Haus in der Nähe des Hafens lebte. Sie waren Nachfahren eines französischen Kaufmanns, besaßen eine Schuhfabrik. Jake versetzte die Familienerbstücke und lud Maria in edle Restaurants mit roten Samtvorhängen ein, erzählte ihr, er würde ihr die herrschaftliche Villa kaufen, von der er gesprochen hatte. Als er unter einer Magnolie vor ihr auf die Knie fiel, nahm sie seinen Heiratsantrag an, und 1933 fand in einer kleinen Kirche die Trauung statt, an der ihre Familie stumm teilnahm. Inzwischen war das Geld aufgebraucht, also nahm er von seinem Schwiegervater einen Job in der Schuhfabrik an. Jake ging davon aus, dass er Geschäftsführer werden würde, doch Mr. Jacques, ein Mann, der sich nicht leicht etwas vormachen ließ, bestand darauf, dass Jake das Geschäft von der Pike auf lernte wie jeder andere Angestellte. Also musste Jake erst einmal Sohlen zurechtschneiden. Er und Maria bewohnten ein kleines Apartment über einer Garage, das mit einigen prächtigen Möbeln aus ihrer Mitgift und mit Tischen und Stühlen vom Flohmarkt eingerichtet war. Er besuchte Abendkurse, um den Highschool-Abschluss nachzuholen, aber meistens schwänzte er den Unterricht, spielte stattdessen lieber Poker und kehrte erst spätnachts nach Whisky-Stinken zu seiner Angetrauten zurück. Es dauerte nur drei Wochen, dann flog er von der Schule. Maria flehte ihn an, mit dem Trinken aufzuhören, sich bei der Arbeit anzustrengen, damit ihr Vater ihn beförderte. Doch dann kamen die Babys und die Trinkerei hörte nicht auf. Zwischen 1934 und 1940 bekamen sie vier Kinder und Jake wurde nur ein einziges Mal befördert. Der Krieg mit Deutschland war ein Gleichmacher. In dieselbe Uniformfarbe gesteckt wie alle anderen, konnte er seine Schande verbergen und wieder den Stolzen spielen. Aber als er eines Nachts in einem verschlammten Schützengraben in Frankreich saß, schrie jemand, der Sergeant wäre angeschossen und läge blutend 20 Meter entfernt. Jung wie sie waren, hätten sie eigentlich bei einem Baseballspiel auf der Spielerbank sitzen und nervös darauf warten müssen, endlich zum Einsatz zu kommen. Doch sie kletterten flink aus dem Graben und robbten zu dem Verwundeten hinüber. Alle bis auf einen. Jake hockte in einer Ecke, zu verängstigt, um sich zu bewegen. Doch dann explodierte eine Granate gelb-weiß genau neben dem Schützengraben und zertrümmerte die Knochen seines linken Beins. Als die Soldaten zurück in den Graben fielen, den Sergeant hinter sich herschleifend, dachten sie, Jake wäre getroffen worden, während er ihnen half, ihren Kameraden zu retten. Man erklärte ihn zum Helden. Niemand würde je wissen, wie es wirklich gewesen war. Außer Jake. Er wurde mit einem Orden und einem ärztlichen Entlassungsschein nach Hause geschickt. Entschlossen, nicht wieder in der Schuhfabrik zu schuften, blieb Jake nur wenige Nächte in New Orleans. Maria sah sprachlos zu, wie er ihre schönen Möbel und das Tafelsilber verkaufte, die ganze Familie in einen Zug verfrachtete und mit ihr nach North Carolina zog. Von einem alten Bekannten hatte er erfahren, dass seine Eltern verstorben waren und seinem Plan nicht mehr im Wege standen. Er hatte Maria davon überzeugt, dass es ein neuer Anfang für sie wäre, in das Häuschen an der Küste von North Carolina zu ziehen, das seinem Vater als Fischerhütte gedient hatte. Sie würden mietfrei wohnen können und Jake würde endlich den Highschool-Abschluss machen. Er kaufte ein kleines Fischerboot in Barclay Cove, lud seine Familie und all ihre Habseligkeiten ein, einige wenige elegante Hutschachteln obendrauf und fuhr meilenweit durch die Wasserarme der Marsch. Als sie endlich in die Lagune einbogen, wo die schäbige Hütte mit verrosteten Fliegengittern unter den Eichen hockte, umklammerte Maria ihr jüngstes Kind Jodie und kämpfte mit den Tränen. Jake beruhigte sie. »Mach dir mal keine Sorgen! Die bringe ich flott wieder auf Vordermann!« Aber Jake reparierte die Hütte nicht und er machte auch nie seinen Highschool-Abschluss. Schon kurz nach ihrer Ankunft trank er regelmäßig im Swamp Guinea und spielte Poker, versuchte, die Erinnerung an den Schützengraben in einem Whiskyglas zu ertränken. Maria tat, was sie konnte, um ihren Kindern ein Zuhause zu bieten. Sie kaufte bei Ramschverkäufen Laken für die Matratzen am Boden und eine freistehende Zinkbadewanne. Sie wusch die Wäsche unter der Pumpe im Hof und brachte sich selbst bei, wie man einen Garten anlegte und Hühner hielt. Sobald es ging, zog sie den Kindern ihre besten Sachen an und marschierte mit ihnen nach Barclay Cove, um sie in der Schule anzumelden. Jake hingegen machte sich darüber lustig, dass seine Kinder etwas lernen sollten, und riet Murph und Jodie meistens, die Schule zu schwänzen und lieber Eichhörnchen oder Fische fürs Abendessen zu fangen. Ein einziges Mal machte er mit Maria einen Bootsausflug im Mondschein, und das Ergebnis war ihr letztes Kind, eine Tochter namens Catherine, dann ja, später nur noch Kaya genannt, weil sie sagte, dass sie so heiße, als sie das erste Mal nach ihrem Namen gefragt wurde. Hin und wieder, wenn Jake nüchtern war, träumte er noch immer davon, den Schulabschluss zu machen, für sie alle ein besseres Leben aufzubauen. Aber der Schatten des Schützengrabens verschwand nicht aus seinem Kopf. Immer wenn er, der mal selbstsicher und übermütig, gutaussehend und sportlich gewesen war, den Mann nicht ertragen konnte, der er geworden war, griff er zur Flasche. Sich unter die prügelnden, saufenden, fluchenden Gesetzlosen des Marschlandes zu mischen, fiel Jake am leichtesten. Kapitel 17 Über die Schwelle hinweg 1960 Als sie während des Lesesommers eines Tages mal wieder zu Jumpin'n fuhr, sagte er, Miss Kaya, da ist noch was. Ein paar Männer haben sich umgehört, nach dir gefragt. Sie sah ihn direkt an, statt zur Seite. Wer? Was wollen die? Ich glaub, die sind vom Jugendamt oder so. Haben alles Mögliche gefragt. Ist dein Paar noch hier, wo deine Ma ist, ob du in die Schule gehst und so. Und wann du so herkommst. Die wollten genau wissen, wann du herkommst. Was hast du denen gesagt, Jumpin'? Tja, ich hab versucht, sie abzuwimmeln. Hab gesagt, deinem Paar geht's gut, dass er zum Fischen rausfährt und so. Er lachte mit in den Nacken geworfenem Kopf. Dann hab ich gesagt, ich wüsste nie, wann du kommst. Bloß keine Bange, Miss Kaya. Wenn die nochmal wiederkommen, schickt Jumpin'n dir auf ne falsche Fährte. Danke. Sobald ihr Tank voll war, fuhr Kaya auf schnellstem Weg nach Hause. Sie würde jetzt vorsichtiger sein müssen, sich vielleicht einen Ort in der Marsch suchen, wo sie sich eine Weile verstecken konnte, bis die aufhörten, nach ihr zu suchen. Später am Nachmittag, als Tates Boot mit leisem Knirschen am Strand auflief, sagte sie, können wir uns auch woanders treffen außer hier? Hallo Kaya, schön dich zu sehen, begrüßte Tate sie und blieb an der Pinne sitzen. Was meinst du? Es heißt, woanders als, nicht außer. Und es ist höflich, Leute erst zu begrüßen, bevor man sie um einen Gefallen bittet. Du sagst auch manchmal Sachen, die nicht so richtig sind, sagte sie und musste beinahe lächeln. Stimmt, wir hier im tiefsten North Carolina haben's nicht immer leicht mit unserer Sprache, aber wir müssen es versuchen. Guten Tag, Mr. Tate, sagte sie und machte einen kleinen Knicks. Er bekam eine Ahnung von dem kleinen Frechdachs, der sich in ihr verbarg. Können wir uns jetzt irgendwo anders treffen als hier, bitte? Klar, aber wieso? Jumpin hat gesagt, dass Leute vom Jugendamt nach mir suchen. Ich hab Angst, die fangen mich ein wie eine Forelle und bringen mich bei einer wildfremden Familie unter oder so. Tja, dann verstecken wir uns lieber irgendwo draußen, wo die Krebse singen. Mir tun alle Pflegeeltern leid, die dich aufnehmen würden. Tate lächelte übers ganze Gesicht. Was heißt denn das eigentlich, wo die Flusskrebse singen? Ma hat das auch immer gesagt. Kaya erinnerte sich daran, dass Ma sie dauernd ermutigt hatte, die Marsch zu erkunden. Geh so weit du kannst, bis dahin, wo die Flusskrebse singen. Das heißt bloß weit draußen, wo die Tiere noch wild sind und sich benehmen wie Tiere. Also hast du irgendeine Idee, wo wir uns treffen könnten? Es gibt da so eine halb verfallene Hütte, die ich mal zufällig entdeckt habe. Wenn du weißt, welche Abzweigung du nehmen musst, kannst du mit dem Boot hinkommen. Ich könnte von hier aus laufen. Alles klar, steig ein. Zeig's mir und nächstes Mal treffen wir uns gleich da. Wenn ich da draußen bin, mache ich einen kleinen Steinhaufen neben dem Stamm, wo ich mein Boot anbinde. Kaya zeigte auf die Stelle am Strand. Ansonsten laufe ich hier irgendwo rum und komm raus, wenn ich deinen Motor höre. Sie tuckerten langsam durch die Marsch, bogen dann nach Süden, aufs offene Meer, weg von der Stadt. Kaya hielt sich am wippenden Bug fest. Windtränen strömten ihr über die Wangen und kitzelten ihr kalt in den Ohren. Als sie eine kleine Bucht erreichten, dirigierte sie ihnen einen schmalen Süßwasserfluss mit tiefhängenden Brombeerbüschen hinauf. Mehrmals schien es, als würde der Fluss versiegen, aber Kaya bedeutete Tate, dass er ruhig weiterfahren konnte, und sie brachen durch noch mehr Buschwerk. Endlich tat sich eine weite Wiese vor ihnen auf. Unmittelbar am Flussufer stand eine kleine Blockhütte, die auf einer Seite eingefallen war. Die Holzstämme waren eingeknickt und lagen herum wie Mikado-Stäbe. Das Dach klammerte sich an den noch stehenden Teil und hing schräg herunter wie ein schiefer Hut. Tate steuerte das Boot an das schlammige Ufer, und sie gingen schweigend zu der offenen Tür. Im Innern der Hütte war es dunkel, und es stank nach Ratnorin. »Tja, ich hoffe, du hast nicht vor, hier einzuziehen. Das ganze Ding kann jeden Moment zusammenbrechen.« Tate drückte gegen die Wand. Sie kam ihm einigermaßen stabil vor. »Ist bloß ein Unterschlupf. Ich kann ein bisschen was zu essen hier verstecken, falls ich mal eine Weile untertauchen muss.« Tate wandte sich um und sah sie an, während ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. »Kaja, hast du mal überlegt, einfach wieder zur Schule zu gehen?« »Es würde dich nicht umbringen, und vielleicht würden sie dich dann in Ruhe lassen.« »Die müssen gemerkt haben, dass ich allein bin. Und wenn ich hingehe, schnappen sie mich und bringen mich irgendwo unter. Außerdem bin ich jetzt sowieso zu alt für die Schule. Um welche Klasse sollen die mich denn stecken? Die erste?« Ihre Augen wurden groß, als sie sich vorstellte, auf einem winzigen Stuhl zu sitzen, umgeben von Kindern, die Wörter aussprechen und bis fünfzig zählen konnten. »Und was sonst? Hast du vor, ewig alleine in der Marsch zu leben?« »Immer noch besser als eine Pflegefamilie. Wenn wir nicht hören wollten, hat Paar oft gesagt, er würde uns weggeben. Hat gesagt, die wären übel.« »Nein, sind sie nicht.« »Nicht immer. Die meisten sind nette Leute, die Kinder mögen.«, widersprach er. »Würdest du etwa lieber bei einer Pflegefamilie leben als in der Marsch?«, fragte sie, das Kinn vorgereckt, eine Hand auf der Hüfte. Er schwieg einen Moment. »Na denn, bring ein paar Decken hier raus, Streichhölzer, falls es kalt wird. Vielleicht ein paar Sardinenbüchsen, die halten ewig. Aber keine frischen Lebensmittel, die locken die Bären an.« »Vor Bären habe ich keine Angst, die tun nix.« »Die tun nichts.« Den Rest des Sommers unterrichtete Tate sie in der baufälligen Blockhütte. Mitte August hatten sie den Sand County Almanac von vorne bis hinten durchgearbeitet, und obwohl Kaya nicht jedes Wort lesen konnte, verstand sie doch das meiste. Aldo Leopold lehrte sie, dass Überschwemmungsgebiete lebendige Erweiterungen von Flüssen sind, die diese immer wieder in Beschlag nehmen, wenn ihnen danach ist. Alle, die in Überschwemmungsgebieten leben, warten nur darauf. Sie lernte, wo die Gänse überwintern und was ihr Gesang bedeutete. Seine sanften Worte, die fast poetisch klangen, lehrten sie, dass das Erdreich prallvoll mit Leben ist und zu den kostbarsten Reichtümern dieses Planeten gehört. Dass das Trockenlegen von Sumpfgebieten das Land noch über Meilen hinaus ausdörrt und dass zusammen mit dem Wasser auch Pflanzen und Tiere verschwinden. Manche Samenkörner ruhen und warten jahrzehntelang in der trockenen Erde, und wenn das Wasser endlich wieder heimkehrt, brechen sie durch den Boden und entfalten sich. Wunder und lebensnahes Wissen, das sie in der Schule nie gelernt hätte. Wahrheiten, die jeder kennen sollte, die aber scheinbar wie die Samenkörner irgendwie verborgen blieben, obwohl sie überall um sie herum offensichtlich waren. Sie trafen sich mehrmals pro Woche in der Holzhütte, doch die meisten Nächte schlief sie in ihrem Verandabett oder am Strand mit den Möwen. Sie musste Feuerholz sammeln, bevor der Winter kam, also machte sie sich an die Arbeit, schleppte von nah und fern trockenes Holz herbei und stapelte es einigermaßen ordentlich zwischen zwei Kiefern. Die Steckrüben in ihrem Garten lugten kaum über die Goldruten hinweg, dennoch hatte sie mehr Gemüse, als sie und das Wild essen konnten. Sie erntete das letzte Spätsommergemüse und lagerte Kürbisse und Rüben im kühlen Schatten der Verandastufen. Die ganze Zeit horchte sie dabei auf das Dröhnen eines Autos, in dem Männer saßen, um sie zu holen. Manchmal war das Lauschen ermüdend und unheimlich. Dann ging sie zu der Blockhütte und verbrachte die Nacht dort auf dem Sandboden, in ihre Ersatzdecke gewickelt. Sie sammelte Muscheln und räucherte Fisch zeitlich so abgestimmt, dass Tate die Waren bei Jumpin' abgeben und ihr frische Vorräte mitbringen konnte, machte sich weniger angreifbar. »Weißt du noch, als du deinen ersten Satz gelesen hast, dass du gesagt hast, manche Worte können so viel meinen?« fragte Tate eines Tages, als sie am Flussufer saßen. »Ja, weiß ich noch, wieso?« »Vor allem Gedichte. Die Wörter in Gedichten sagen nicht nur etwas. Sie wecken Gefühle, können dich sogar zum Lachen bringen.« »Mar hat uns früher Gedichte vorgelesen, aber ich kann keins mehr.« »Hör dir das mal an, das ist von Edward Lear.« Er faltete ein Blatt Papier auseinander und las. Dann sprangen Opa Langbein und flinke Fliege auf, sie stürmten hin zum Wasser in zwölfbeinigem Lauf und fanden dort ein kleines Schiff mit Segeln grau und rot und segelten aufs Meer davon im späten Abendbrot. Sie lächelte und sagte, »Das klingt, wie wenn Wellen auf den Strand laufen.« Danach geriet sie in eine dichterische Phase, ließ sich Gedichte einfallen, während sie durch die Marsch fuhr oder Muscheln suchte, kleine Verse, kurz und albern. »Eine Blauheermama fliegt hoch in den Baum, ich kann auch fliegen, aber nur im Traum.« Ihre Reime brachten sie zum Lachen, füllten ein paar einsame Minuten eines langen, einsamen Tages. Als sie eines Nachmittags am Küchentisch saß und las, fiel ihr Marsbuch mit Gedichten ein, und sie suchte so lange, bis sie es fand. Der Band war zerfleddert, die Buchdecke längst abgefallen, die Seiten nur von zwei dünnen Gummibändern zusammengehalten. Kaya zog sie behutsam ab und blätterte das Buch durch, las Mars Anmerkungen am Rand. Ganz am Ende entdeckte sie eine Liste mit Seitenzahlen von Mars Lieblingsgedichten. Kaya schlug eins von James Wright auf. Plötzlich, verloren und kalt, der Hof lag verlassen vor mir. Ich wollte es fassen und halten, mein Kind, mein sprechendes Kind, ob lachend, gezähmt oder wild. Bäume und Sonne verschwunden, nur wir im dunkelnden Licht. Seine Mutter sang im Haus und hielt unser Essen warm und liebte uns. Gott weiß, wie die weite Welt so sehr schwand. Und eins von Galway Kinnell Ich hab mich bemüht. Ich hab alles gesagt, was ich dachte. In den sanftesten mir möglichen Worten. Und jetzt? Ich muss sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Am Ende empfand ich nur noch Mitleid. Mit diesem Drang hin zu noch mehr Leben. Adieu. Kaya berührte die Wörter, als wären sie eine Botschaft. Als hätte Mars sie extra für ihre Tochter unterstrichen, damit diese sie eines Tages im trüben Licht der Petroleumlampe lesen und verstehen würde. Es war nicht viel. Kein handgeschriebener Brief, tief in einer Sockenschublade versteckt. Aber es war immerhin etwas. Sie spürte, dass die Worte eine kraftvolle Bedeutung hatten, konnte sie aber nicht herausschütteln. Falls sie je dichterin wurde, würde sie die Botschaft klar und deutlich machen. Als im September Tates letztes Schuljahr begann, konnte er nicht mehr so oft zu Kaya kommen wie früher. Wenn er sie besuchte, brachte er aber oft ausrangierte Schulbücher für sie mit. Er erwähnte mit keinem Wort, dass die Biologiebücher noch zu schwer für sie seien. Also kämpfte sie sich durch Kapitel, die sie in der Schule noch lange nicht durchgenommen hätte. Keine Bange, sagte er. Jedes Mal, wenn du das liest, verstehst du ein bisschen mehr. Und es stimmte auch. Die Tage wurden allmählich kürzer, und sie trafen sich wieder in der Lagune, weil es zu früh dunkel wurde, um zur Lesehütte zu kommen. Sie hatten immer draußen gelernt, doch als eines Morgens ein stürmischer Wind toste, machte Kaya Feuer im Holzofen. Seit Paar vor mehr als vier Jahren verschwunden war, hatte niemand mehr einen Fuß über die Schwelle der Hütte hinweggesetzt, und es wäre undenkbar, einen Fremden hereinzubitten. Aber Tate war kein Fremder. »Sollen wir uns an den Ofen in der Küche setzen?« fragte sie, als er sein Boot auf den Strand der Lagune zog. »Klar«, sagte er bewusst beiläufig, um keine große Sache aus der Einladung zu machen. Als er die Veranda betrat, brauchte er erst mal fast zwanzig Minuten, um Kajas Federn und Muscheln und Knochen und Nester zu studieren und zu bewundern. Schließlich setzten sie sich an den Tisch, und sie zog ihren Stuhl so dicht an seinen, dass ihre Arme und Ellbogen sich beinahe berührten, nur um ihn ganz nah zu spüren. Da Tate jetzt die meiste Zeit seinem Dad helfen musste, schleppten sich Kajas eintönige Tage dahin. Eines späten Abends nahm sie ihren ersten Roman, »Rebecca« von Daphne du Maurier aus Mars' Bücherregal, und las über die Liebe. Nach einer Weile schloss sie das Buch und ging zum Schrank. Sie streifte Mars' Sommerkleid über und tänzelte darin durch den Raum, schwenkte den Rock hin und her, drehte sich vor dem Spiegel. Sie ließ ihre langen Haare und die Hüften schwingen, stellte sich vor, wie Tate sie zum Tanzen aufforderte. Seine Hand auf ihrer Taille, als wäre sie Mrs. de Winter. Sie stockte abrupt und beugte sich kichernd vor. Dann blieb sie reglos stehend. »Komm rauf, Kindchen«, rief Mabel eines Nachmittags. »Ich hab Sachen für dich.« Normalerweise trug Jumpin die Kisten mit den Geschenken für Kaja auf den Steg, aber wenn Mabel auftauchte, war meistens etwas Besonderes dabei. »Na los, guck's dir an. Ich tanke in der Zeit voll«, sagte Jumpin, und Kaja sprang aus dem Boot. »Schau mal, Miss Kaja«, sagte Mabel, und hielt ein pfirsichfarbenes Kleid mit einer Lage Chiffon auf dem geblümten Rock hoch, das schönste Kleidungsstück, das Kaja je gesehen hatte, hübscher als Mars' Sommerkleid. »Das Kleid ist genau richtig für eine Prinzessin wie dich!« Sie hielt das Kleid vor Kaja, die es berührte und lächelte. Dann, mit dem Rücken zu Jumpin, beugte Mabel sich schwerfällig über die Kiste und zog einen weißen Büstenhalter heraus. Kaja spürte, wie er ganz heiß wurde. »Na, na, Miss Kaja, nicht verlegen werden, Schätzchen. So allmählich brauchst du einen. Und Kind, wenn's irgendwas gibt, worüber du mit mir reden willst, irgendwas, was du nicht verstehst, dann kommst du zur alten Mabel, ja?« »Ja, Ma'am. Danke, Mabel.« Kaja stopfte den Büstenhalter tief in die Kiste unter eine Jeans und T-Shirts, einen Sack Schwarzaugenbohnen und ein Glas eingemachte Pfirsiche. Ein paar Wochen später, als Kaja mit dem Boot unterwegs war und jagende Pelikane beobachtete, die über die Wellen glitten, bekam sie plötzlich Krämpfe im Unterleib. Sie war nie seekrank gewesen, und dieser Schmerz fühlte sich anders an als alles, was sie je erlebt hatte. Sie zog ihr Boot am Point Beach an Land und setzte sich auf den Sand, die Beine seitlich angewinkelt wie einen Flügel. Der Schmerz wurde schlimmer, und sie verzog das Gesicht, stöhnte leise. Bestimmt kriegte sie Dünnpfiff. Plötzlich hörte sie einen Motor brummen und sah Tates Boot durch die weiß-schäumende Brandung fahren. Sobald er sie sah, wendete er und steuerte auf den Strand zu. Sie zischte ein paar von Paars Flüchen. Sie freute sich immer, Tate zu sehen, aber nicht, wenn sie drauf und dran war, Durchfall zu kriegen und jeden Moment in den Wald rennen müsste. Nachdem er sein Boot neben ihrem an Land gezogen hatte, kam er zu ihr und ließ sich in den Sand plumpsen. Hallo, Kaya, was machst du hier? Ich wollte gerade zu dir. Hallo, Tate, schön, dass du da bist. Sie versuchte, möglichst normal zu klingen, doch ein stechender Schmerz zog ihr durch den Bauch. Was hast du? fragte er. Wieso? Du siehst nicht gut aus. Was hast du? Ich glaube, ich werde krank. Hab schlimme Krämpfe im Bauch. Oh. Tate schaute aufs Meer hinaus, grub seine nackten Zehen in den Sand. Vielleicht gehst du lieber, sagte sie mit hängendem Kopf. Und vielleicht sollte ich bleiben, bis es dir besser geht. Was, wenn du es nicht allein nach Hause schaffst? Kann sein, dass ich gleich schnell in den Wald muss, weil mir schlecht wird. Möglich, aber ich glaube nicht, dass es dir dann besser geht, sagte er leise. Wie meinst du das? Du weißt doch gar nicht, was ich habe. Fühlt sich das anders an als andere Bauchschmerzen? Ja. Du bist fast fünfzehn, stimmt's? Ja. Was hat denn das damit zu tun? Er schwieg einen Moment, wackelte mit den Füßen, grub die Zehen tiefer in den Sand. Ohne sie anzusehen, sagte er, es könnte das sein, was mit den Mädchen in deinem Alter passiert, weißt du? Ich habe dir doch vor ein paar Monaten so eine Broschüre darüber gebracht. Die war bei den Biologiebüchern. Tate schielte kurz zu ihr rüber, knallrot im Gesicht und sah dann wieder weg. Kaya schlug die Augen nieder, als ihr ganzer Körper errötete. Natürlich war Ma nicht da gewesen, um es ihr zu erklären, aber tatsächlich hatte sie einiges aus einem Schulheftchen gelernt, das Tate ihr mitgebracht hatte. Jetzt war ihre Zeit gekommen und sie saß hier am Strand und wurde direkt vor der Nase eines Jungen zur Frau. Scham und Panik erfüllten sie. Was sollte sie tun? Was genau würde passieren? Wie viel Blut würde es sein? Sie stellte sich vor, wie es in den Sand um sie herum sickerte. Sie saß stumm da, während ein ziehender Schmerz ihr durch den Leib fuhr. Schaffst du es allein nach Hause? fragte er, noch immer ohne sie anzusehen. Ich glaube ja. Das wird schon, Kaya. Alle Mädchen überstehen das. Fahr nach Hause. Ich folge dir ein gutes Stück entfernt und pass auf, dass du gut ankommst. Musst du nicht. Mach ich gern. Dann mal los. Er stand auf und ging zu seinem Boot, blickte stur geradeaus. Er legte ab und wartete ein gutes Stück draußen auf sie, bis sie die Küste entlang in Richtung ihres Kanals fuhr. Er blieb hinter ihr, nur ein Fleck in der Ferne, bis sie ihre Lagune erreicht hatte. Dann stellte sie sich auf die Bootsbank und winkte ihm knapp, das Gesicht gesenkt, seinen Blick meidend. Genau wie sie fast alle Dinge gemeistert hatte, meisterte sie jetzt den Übergang vom Mädchen zur Frau. Allein. Am nächsten Morgen fuhr sie bei Tagesanbruch zu Jumpin hinüber. Eine bleiche Sonne schien in dichtem Nebel zu hängen, als sie seinen Steg erreichte und nach Mabel Ausschau hielt, obwohl sie wusste, dass die wohl kaum da sein würde. Tatsächlich kam nur Jumpin heraus, um sie zu begrüßen. »Hi, Miss Kaya. Schon wieder volltanken?« Kaya blieb im Boot sitzen und antwortete leise. »Ich muss Mabel sprechen.« »Tut mir leid, Kind. Mabel ist heute nicht da. Kann ich dir helfen?« Den Kopf tief gesenkt, sagte sie, »Ich muss Mabel unbedingt sprechen. So schnell, wie es geht.« »Na dann.« Jumpin blickte über die kleine Bucht Richtung Meer und sah keine weiteren Boote reinkommen. Wenn Leute bei ihm tanken wollten, konnten sie darauf zählen, dass Jumpin zu jeder Tageszeit und an jedem Tag des Jahres einschließlich Weihnachten da war. In fünfzig Jahren hatte er bloß einen einzigen Tag verpasst, als ihr kleiner Engel, ihre Daisy, starb. Er konnte seinen Posten nicht verlassen. »Bleib schön hier, Miss Kaya. Ich laufe ein Stückchen den Weg hoch und sage ein paar Kindern Bescheid, dass sie Mabel holen sollen. Falls ein Boot reinkommt, sagst du ihnen, ich bin gleich wieder da.« »Ach, ich danke.« Jumpin eilte den Steg hoch und verschwand, während Kaya wartete, alle paar Sekunden über die Bucht spähte und inständig hoffte, dass kein anderes Boot einlaufen würde. Aber er war im Handumdrehen wieder zurück und sagte, ein paar Kinder seien losgelaufen, um Mabel zu holen. Kaya sollte bloß ein Weilchen warten. Jumpin beschäftigte sich damit, Kautabakpäckchen in Regale einzusortieren und hier und da herumzukramen. Kaya blieb im Boot. Endlich kam Mabel über die Planken gehastet, die unter ihren schwungvollen Schritten erbebten, als würde ein kleines Klavier den Steg entlang geschoben. Sie hatte eine Papiertüte in der Hand und begrüßte Kaya nicht schon laut und vernehmlich von Weitem, wie sie das sonst getan hätte, sondern blieb über ihr auf dem Steg stehen und sagte leise, »Morgen, Miss Kaya. Was ist denn los, Kind? Was hast du, Schätzchen?« Kaya ließ den Kopf noch tiefer hängen und murmelte irgendwas, das Mabel nicht verstand. »Kannst du hochkommen oder soll ich zu dir runterkommen?« Kaya antwortete nicht. Also stieg Mabel fast 200 Pfund Lebendgewicht, erst mit einem Fuß, dann mit dem anderen in das kleine Boot, das aus Protest gegen die Stützpfähle schaukelte. Sie setzte sich auf die mittlere Bank und sah Kaya an, die im Heck saß. »Also, Kindchen, was hast du?« Die beiden steckten die Köpfe zusammen. Kaya flüsterte und dann zog Mabel sie fest an ihren üppigen Busen, schlang die Arme um sie und wiegte sie hin und her. Kaya war zuerst stocksteif, nicht an Umarmungen gewöhnt, aber das schreckte Mabel nicht ab und schließlich fügte sich Kaya und gab sich dem Trost dieser weichen Kissen hin. Nach einer Weile ließ Mabel sie los und öffnete die braune Papiertüte. »Tja, ich hab mir schon gedacht, was los ist und dir was mitgebracht.« In dem Boot an Jumpins Steg klärte Mabel Kaya darüber auf, was mit ihr los war. »Also, Miss Kaya, das ist nix, wofür du dich schämen musst. Und es ist auch kein Fluch, wie manche sagen. Damit fängt alles Leben an und nur Frauen können das. Du bist jetzt eine Frau, Kleines.« Als Kaya am nächsten Nachmittag Tates Boot hörte, versteckte sie sich im Gebüsch und beobachtete ihn. Dass jemand sie überhaupt kannte, war eigentlich schon seltsam genug, aber jetzt wusste er von dem persönlichsten und privatesten Ereignis ihres Lebens. Beim Gedanken daran brannten ihr die Wangen. Sie würde in ihrem Versteck bleiben, bis er wieder fuhr. Er landete das Boot an und als er ausstieg, hielt er eine weiße Schachtel mit einer Schleife darum in der Hand. »Hey! Kaya, wo steckst du?« rief er. »Ich hab Kuchen von Parkers mitgebracht.« Sowas wie Kuchen hatte Kaya seit Jahren nicht mehr gegessen. Als Tate dann auch noch einige Bücher aus dem Boot nahm, konnte sie nicht widerstehen und trat hinter ihm auf den Strand. »Ach, da bist du! Schau dir das an!« Er öffnete die Schachtel und zeigte ihr die hübsch sortierten viereckigen Küchlein, jedes nur drei Zentimeter breit, mit Vanilleguss und einer winzigen rosa Rose obendrauf. »Na los, greif zu!« Kaya sah Tate noch immer nicht an, aber sie nahm eines heraus und biss hinein. Dann schob sie den Rest auf einmal in den Mund und leckte sich die Finger. »Hier!« Tate stellte die Schachtel neben ihre Eiche. »Nimm so viel du willst! Lass uns anfangen, ich hab ein neues Buch mitgebracht!« Und das war's. Sie machten mit dem Unterricht weiter und sprachen nie wieder über die andere Sache. Der Herbst kam. Die immergrünen Pflanzen merkten es vielleicht nicht, die Platanen dagegen schon. Sie ließen tausende goldene Blätter vor einem schiefergrauen Himmel leuchten. Eines Nachmittags blieb Tate nach dem Unterricht noch länger, obwohl es schon spät war und er eigentlich nach Hause musste. Kaya und er saßen auf einem Baumstamm im Wald. Endlich sprach sie die Frage aus, die sie schon seit Monaten hatte stellen wollen. »Tate, ich bin dir dankbar, dass du mir Lesen beibringst und mir so viele Sachen geschenkt hast. Aber warum machst du das? Hast du keine Freundin oder so?« »Nein, naja, manchmal schon. Ich hatte eine, aber jetzt nicht mehr. Ich bin gern hier draußen, wo es ruhig ist. Und ich find's toll, dass du so viel über die Marsch weißt, Kaya. Die meisten Leute kommen doch nur zum Angeln raus. Die finden, die Landschaft ist öde und sollte trockengelegt werden, damit man hier bauen kann. Sie begreifen nicht, wie sehr die meisten Meerestiere, auch die, die sie essen, die Marsch zum Überleben brauchen. Er verschwieg, dass sie ihm leid tat, weil sie so allein war. Dass er wusste, wie andere Kinder sie über Jahre hinweg behandelt hatten. Dass die Menschen im Dorf sie das Marschmädchen nannten und Geschichten über sie erfanden. Für Jungs an der Schwelle zum Mann war es eine Tradition geworden, eine Art Initiation, sich nachts im Dunkeln an ihre Hütte anzuschleichen und an die Tür zu trommeln. Was sagte das über junge Männer aus? Einige von ihnen schlossen schon Wetten ab, wer der Erste sein würde, der sie entjungferte. So etwas machte ihn wütend und er sorgte sich um sie. Aber das war nicht der Hauptgrund, warum er für Kaya Federn auf den Baumstumpf gelegt hatte oder warum er sie weiter besuchte. Was Tate außerdem verschwieg, waren seine Gefühle für sie, die irgendwie eine Mischung aus der wehmütigen Liebe für eine verlorene Schwester und der leidenschaftlichen Liebe für ein Mädchen waren. Er schaffte es nicht mal ansatzweise, dieses Wirrwarr zu entflechten, aber er war nie von einer mächtigeren Welle erfasst worden. Einer Gewalt von Emotionen, ebenso schmerzlich wie lustvoll. Kaya schob einen Grashalm in ein Ameisenloch und fragte schließlich Wo ist deine Ma? Ein Windhauch strich durch die Bäume, bewegte sacht die Äste. Tate antwortete nicht. Du brauchst es mir nicht erzählen, sagte sie. Zu erzählen. Du brauchst es mir nicht zu erzählen. Meine Mutter und meine kleine Schwester sind bei einem Autounfall drüben in Asheville gestorben. Meine Schwester hieß Carrie Ann. Oh, das tut mir leid, Tate. Ich wette, deine Ma war richtig nett und hübsch. Ja, das waren sie beide. Während er sprach, blickte er auf den Boden zwischen seinen Knien. Ich habe noch nie darüber geredet, mit niemandem. Ich auch nicht, dachte Kaya. Dann sagte sie, meine Ma ist eines Tages einfach gegangen und nie zurückgekommen. Eine Hirschmama kommt immer zurück. Na, du kannst wenigstens hoffen, dass sie irgendwann wiederkommt. Meine kommt ganz sicher nicht zurück. Sie schwiegen einen Moment. Dann sagte Tate, ich glaube, aber er sprach nicht weiter und schaute weg. Kaya sah ihn an, doch er starrte zu Boden. Stumm. Sie sagte, was? Was glaubst du? Du kannst mir alles sagen. Er schwieg weiter. Mit einer Geduld, die aus Verständnis erwuchs, wartete sie ab. Schließlich sagte er sehr leise, ich glaube, sie sind nach Asheville gefahren, um ein Geburtstagsgeschenk für mich zu kaufen. Ich habe mir ein ganz bestimmtes Fahrrad gewünscht, wollte es unbedingt haben. Bei Western Auto hatten sie das nicht und ich glaube, sie sind nach Asheville gefahren, um mir das Fahrrad zu kaufen. Deswegen ist es aber nicht deine Schuld, sagte sie. Ich weiß, aber es fühlt sich an, als wäre es meine Schuld, sagte Tate. Ich weiß nicht mal mehr, was für ein Fahrrad das war. Kaya beugte sich näher zu ihm. Nicht so weit, dass sie ihn berührte, aber sie spürte ein Prickeln, fast so, als hätte sich der Raum zwischen ihnen beiden verwandelt. Sie fragte sich, ob Tate es auch spürte. Sie wollte sich noch ein kleines Stück näher zu ihm lehnen, nur so weit, dass ihre Arme sich sachte streiften, berührten. Und sie fragte sich, ob Tate es merken würde. Und genau in dem Moment frischte der Wind auf und abertausende gelbe Platanenblätter rissen sich von ihrer Lebensader los und strömten über den Himmel. Herbstblätter fallen nicht, sie fliegen. Sie nehmen sich Zeit und genießen ihre einzige Chance, frei zu sein. Sie blitzten im Sonnenlicht, wirbelten und segelten und flatterten auf den Schwingen des Windes. Tate sprang vom Stamm auf und rief Kaya zu, Versuch so viele Blätter zu fangen, wie du kannst, bevor sie landen. Kaya lief los und die beiden sprangen und hüpften durch den Vorhang aus schwebenden Blättern, reckten die Arme, schnappten sie, bevor sie zur Erde sanken. Lachten. Tate hechtete nach einem Blatt knapp über dem Boden, fing es und rollte sich ab, hielt seine Trophäe in die Luft. Kaya riss die Arme hoch, gab alle Blätter, die sie gerettet hatte, dem Wind zurück. Als sie durch sie hindurch rannte, verfingen sie sich wie Gold in ihren Haaren. Sie drehte sich im Kreis und plötzlich stieß sie mit Tate zusammen, der aufgestanden war, sie beide erstarrten, sahen sich in die Augen. Sie hörten auf zu lachen. Er fasste sie an den Schultern, zögerte einen Moment, dann küßte er ihre Lippen, während um sie herum Blätter herabregneten und tanzten, lautlos wie Schnee. Sie wusste nicht, wie man küsste und hielt ihren Kopf und die Lippen ganz steif. Sie lösten sich voneinander, sahen einander an, wussten nicht, wie es dazu gekommen war und was sie als nächstes tun sollten. Er zog sachte ein Blatt aus ihren Haaren und ließ es zu Boden fallen. Ihr Herz schlug wie wild. Was auch immer sie an ruppiger Liebe von ihrer gestörten Familie erfahren hatte, nichts hatte sich so angefühlt. Bin ich jetzt deine Freundin? fragte sie. Er lächelte. Möchtest du das denn? Ja. Vielleicht bist du dafür noch zu jung, sagte er. Aber ich kenne mich mit Federn aus. Ich wette, das tun die anderen Mädchen nicht. Also gut. Und er küsste sie erneut. Diesmal neigte sie den Kopf zur Seite und ihre Lippen wurden weich. Und zum ersten Mal in ihrem Leben war ihr Herz voll. Kapitel 18 Das weiße Kanu 1960 Nun begann jedes neue Wort mit einem Freudenschrei, jeder Satz als Wettrennen. Tate, der Kaya umfasste, während sie beide durch Herbst roten Saueramt verpurzelten, halb kindlich, halb nicht. Sei mal kurz ernst, sagte er. Das Einmaleins musst du einfach auswendig lernen. Er schrieb, zwölf mal zwölf ist gleich 144 in den Sand. Aber sie rannte an ihm vorbei, tauchte durch die rauschende Brandung hinunter in ruhiges Wasser und schwamm, bis er ihr dorthin folgte, wo graublaue Lichtstrahlen schräg durch die Stille drangen und ihre Körper beleuchteten. Glatt und glänzend wie Tümmler. Später, sandig und salzig, rollten sie über den Strand, eng umschlungen, als wären sie eins. Am nächsten Nachmittag kam er in die Lagune gefahren, blieb aber in seinem Boot sitzen, nachdem es auf den Strand aufgelaufen war. Ein großer Korb mit einem rot karierten Tuch darüber stand zu seinen Füßen. Was ist das? Was hast du mitgebracht? fragte sie. Eine Überraschung. Komm, steig ein. Sie glitten durch die träge dahintreibenden Kanäle hinaus aufs Meer, dann nach Süden zu einer winzigen halbmondförmigen Bucht. Nachdem er rasch eine Decke auf dem Sand ausgebreitet hatte, stellte er den zugedeckten Korb darauf und als sie sich beide gesetzt hatten, lüftete er das Tuch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kaya, sagte er. Du bist jetzt fünfzehn. Ein zweistöckiger Konditorkuchen, hoch wie eine Hutschachtel und mit Muscheln aus rosa Zuckerguss verziert, thronte in dem Korb. Ihr Name obendrauf. Um den Kuchen herumlagen Geschenke, bunt verpackt und mit Schleifchen dran. Sie stierte entgeistert mit offenem Mund. Seit Ma fortgegangen war, hatte ihr niemand mehr zum Geburtstag gratuliert. Niemand hatte je einen richtigen Kuchen mit ihrem Namen drauf für sie gekauft. Sie hatte nie Geschenke in schönem Papier mit Schleifen bekommen. Woher hast du gewusst, dass mein Geburtstag ist? Sie besaß keinen Kalender und hatte keine Ahnung gehabt, dass er heute war. in deiner Bibel gelesen. Sie flehte ihn an, ihren Namen nicht kaputt zu machen, als er große Stücke aus dem Kuchen schnitt und auf Pappteller platschte. Sie sahen sich in die Augen, brachen Bissen ab und stopften sie sich in den Mund, schmatzten laut, leckten sich die Finger, lachten mit Zuckerguss verschmiertem Grinsen, aßen den Kuchen so, wie er gegessen werden sollte, wie alle ihn essen wollen. »Machst du jetzt deine Geschenke auf?« fragte er lächelnd. Das erste, eine kleine Lupe, damit du die feinen Details der Insektenflügel sehen kannst. Das zweite, eine Plastikspange, silbern lackiert und mit einer Möwe aus Strasssteinchen verziert. »Für dein Haar!« Leicht ungeschickt strich sie sich ein paar Strähnen hinters Ohr und klemmte die Spange fest. Sie befingerte sie. Schöner als die von Ma. Das letzte Geschenk war in einer größeren Schachtel und als Kaya sie öffnete, fand sie darin zehn Tuben mit Ölfarben, Töpfchen mit Wasserfarben und Pinsel in verschiedenen Größen. »Für deine Bilder!« Kaya nahm nacheinander jede Farbe, jeden Pinsel in die Hand. »Ich kann dir noch mehr besorgen, wenn du welche brauchst. Sogar Leinwand aus Sea Oaks!« Sie neigte den Kopf. »Danke, Tate!« »Sachte!« »Immer schön langsam!« rief Skapper, als Tate, umgeben von Fischernetzen, Ölzeug und sich putzenden Pelikanen, die Winde anwarf. Der Bug der Cherry Pie wackelte in der Halterung und glitt dann auf die Unterwasserschienen von Peets Bootswerft, die mit ihrem windschiefen Pier und rostigen Bootshaus die einzige Möglichkeit in Barkley Cove war, Schiffe ins Trockene zu holen. »Okay, gut! Sie liegt auf! Zieh sie raus!« Tate gab der Winde mehr Saft und das Boot kroch die Schienen herauf und ins Trockendock. Sie sicherten es mit Kabeln und machten sich daran, dicke Seepocken von der Außenwand zu kratzen, während kristallklare Arien von Melissa Corjus aus dem Plattenspieler schalten. Sie würden erst eine Grundierung und dann den jährlichen roten Anstrich auftragen müssen. Tates Mutter hatte die Farbe ausgewählt und Skapper würde sie niemals ändern. Zwischendurch hörte Skapper immer mal wieder auf zu kratzen und schwenkte seine kräftigen Arme zur gewundenen Musik. Jetzt, zu Beginn des Winters, zahlte Skapper seinem Sohn den Lohn eines Erwachsenen, wenn er ihm nach der Schule und an den Wochenenden half, was aber bedeutete, dass Tate nicht mehr so oft zu Kaya hinausfahren konnte. Er sprach nicht mit seinem Dad darüber. Er hatte überhaupt nie mit ihm über Kaya gesprochen. Sie plagten sich mit den Seepocken ab, bis es dunkel wurde, bis selbst Skapper die Arme erlarmten. Ich bin zu müde, um was zu kochen und du bestimmt auch. Lass uns auf dem Nachhauseweg im Deiner was futtern. Dort angekommen, nickten sie allen Gästen zu, unter denen niemand war, den sie nicht kannten, und setzten sich an einen Ecktisch. Beide bestellten sie das Tagesgericht. Rinderkotelett, Kartoffelpüree mit Bratensauce, Rübstiel und Krautsalat, Brötchen, Pekanuskuchen mit Eiscreme. Am Nebentisch fasste sich eine vierköpfige Familie an den Händen und senkte die Köpfe, während der Vater laut ein Gebet sprach. Beim Armen spitzten sie die Lippen, drückten einander die Hände und reichten dann das Maisbrot herum. Skapper sagte, hör mal, mein Junge, ich weiß, die Arbeit lässt dir nicht viel Zeit für andere Sachen. Es ist nun mal so, aber du bist letztes Jahr schon nicht auf den Schulball gegangen und ich will nicht, dass du das alles verpasst wirst, doch dein letztes Jahr hier ist. Demnächst gibt's ja hier im Pavillon den großen Tanzabend. Hast du schon ein Mädchen eingeladen? Nee, ich weiß noch nicht, ob ich hingehe, aber es gibt sowieso keine, die ich fragen möchte. In der ganzen Schule gibt's kein einziges Mädchen, mit dem du da hingehen willst? Nein. Na dann. Skapper lehnte sich zurück, als ihm die Kellnerin seinen Teller hinstellte. Danke, Betty, den habt ihr aber ordentlich vollgemacht. Betty ging um den Tisch und stellte Tates Teller hin, auf dem sich das Essen noch höher türmte. Alles schön aufessen, sagte sie. Wenn es nicht reicht, keine Sorge, beim Tagesgericht gibt's immer einen Nachschlag. Sie lächelte Tate an, bevor sie betont, die Hüften schwingend zurück in die Küche ging. Tate sagte, die Mädchen in der Schule sind albern, reden über nichts anderes als über Frisuren und Stöckelschuhe. Na, was machen Mädchen eben? Manchmal musst du die Dinge so nehmen, wie sie sind. Kann sein. Hör mal, mein Junge, ich achte nicht besonders darauf, was so geredet wird, hab ich nie getan. Aber inzwischen zerreißen sich die Leute regelrecht die Mäuler darüber, dass da was zwischen dir und dem Mädchen aus der Marsch läuft. Tate riss die Hände hoch. Nein, warte, warte, sagte Skapa. Die ganzen Geschichten über sie glaube ich nicht. Wahrscheinlich ist sie nett. Aber sei vorsichtig, Junge. Pass auf, dass du nicht zu früh eine Familie gründest. Du verstehst doch, was ich meine, oder? Tates Stimme war leise und wütend. Erst sagst du, du glaubst die Geschichten über sie nicht, dann sagst du, ich soll keine Familie gründen. Was beweist für was für eine Art Mädchen du sie hältst? Aber ich kann dir sagen, so ist sie nicht. Sie ist reiner und unschuldiger als irgendeine von denen, die ich zum Tanzen einladen soll, wenn es nach dir ginge. Oh Mann, manche Mädchen in dieser Stadt, tja, sagen wir mal, sie jagen in Rudeln, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, ich war oft draußen bei Kaya. Weißt du warum? Ich bring ihr Lesen bei, weil die Menschen in dieser Stadt so gemein zu ihr sind, dass sie nicht mal zur Schule gehen konnte. Das ist schön, Tate. Das ist eine gute Sache. Aber bitte versteh doch, es ist nun mal meine Aufgabe, dir sowas zu sagen. So ein Gespräch ist vielleicht nicht gerade angenehm, aber Eltern müssen ihre Kinder nun mal vor manchen Dingen warnen. Also sei nicht gleich beleidigt. Ich weiß, knurrte Tate, während er Butter auf ein Brötchen strich und sich sehr beleidigt fühlte. Na los, wir bestellen uns noch einen Nachschlag und dann was von dem Pekanuskuchen. Als der Kuchen kam, sagte Skapa, da wir gerade über Dinge geredet haben, die wir sonst totschweigen, kann ich gleich noch was anderes loswerden, das mich beschäftigt. Tate starrte auf seinen Kuchen und verdrehte die Augen. Skapa ließ sich nicht beirren. Ich möchte dir sagen, wie stolz ich auf dich bin, mein Junge. Du hast ganz allein die Natur in der Marsch studiert, warst in der Schule immer richtig gut, hast dich am College beworben, um Naturwissenschaft zu studieren und bist angenommen worden. Es liegt mir einfach nicht viel, über sowas zu reden. Aber ich bin mächtig stolz auf dich, mein Junge. Klar? Okay. Klar. Später, allein in seinem Zimmer, murmelte Tate zwei Zeilen aus seinem Lieblingsgedicht. Ach, wann werde ich ihn sehen, den dunklen See und das weiße Kanu meiner Liebsten. Trotz aller Arbeit fuhr Tate, so oft es nur ging, zu Kaya hinaus, konnte aber nie lange bleiben. Manchmal war er vierzig Minuten mit dem Boot unterwegs, um dann zehn Minuten mit ihr am Strand spazieren zu gehen und ihre Hand zu halten, sie viel zu küssen, keine Minute zu verschwenden. Dann ging es wieder zurück. Er wollte ihre Brüste berühren, hätte Gott weiß was getan, um sie nur anschauen zu dürfen. Wenn er nachts wach lag, dachte er an ihre Schenkel, die bestimmt weich und doch fest waren. Wenn er an noch mehr dachte als an ihre Schenkel, wälzte er sich im Bett hin und her. Aber sie war so jung und schüchtern. Wenn er sich falsch verhielt, könnte ihr das irgendwie schaden und dann wäre er schlimmer als die Jungs, die nur darüber redeten, sie zu bumsen. Sein Wunsch, sie zu schützen, war ebenso stark wie sein Verlangen. Manchmal. Immer wenn Tate zu Kaya fuhr, brachte er ihr Schulbücher oder Bücher aus der Bibliothek mit, besonders solche, die sich mit der Tierwelt in der Marsch und mit Biologie im Allgemeinen befassten. Ihre Fortschritte waren erstaunlich. Sie konnte jetzt alles lesen, sagte er, und wer alles lesen kann, kann auch alles lernen. Es kam auf sie selbst an. Niemand schafft es auch nur ansatzweise, sein Gehirn auszuschöpfen, sagte er. Wir sind wie Giraffen, die ihre langen Hälse nicht nutzen, um an die höheren Blätter zu kommen. In vielen einsamen Stunden las Kaya im Licht der Laterne, wie Pflanzen und Tiere sich im Laufe der Zeit ihrer Umwelt anpassen, die im ständigen Wandel begriffen ist. Wie manche Zellen sich teilen und zu Lungen oder Herzen werden, während andere als Stammzellen unverbindlich bleiben, für den Fall, dass sie später gebraucht werden. Dass Vögel hauptsächlich bei Tagesanbruch singen, weil die kühle, feuchte Morgenluft ihren Gesang und dessen Bedeutung sehr viel weiter trägt. All diese Wunder hatte sie ihr Leben lang auf Augenhöhe beobachtet. Deshalb war ihr das Wirken der Natur leicht zugänglich. Und in allen Bereichen der Biologie suchte sie nach einer Erklärung dafür, warum eine Mutter ihren Nachwuchs verlassen sollte. An einem kalten Tag, lange nachdem die letzten Platanenblätter gefallen waren, stieg Tate mit einem in rot-grünem Papier eingepackten Geschenk aus seinem Boot. Ich hab nichts für dich, sagte sie, als er ihr das Geschenk hinhielt. Ich wusste nicht, dass heute Weihnachten ist. Ist es auch nicht, er lächelte. Noch lange nicht, log er. Na, los, mach auf, es ist nur eine Kleinigkeit. Behutsam entfernte sie das Papier und zum Vorschein kam ein gebrauchtes Lexikon. Oh, Tate, danke. Guck mal rein, sagte er. Bei S steckte eine Silbermöwenfeder. Zwischen zwei Seiten von V waren Vergissmeinnichtblüten gepresst und der P fand sie einen getrockneten Pilz. So viele Schätze waren zwischen den Seiten versteckt, dass das Buch sich nicht ganz schließen ließ. Ich versuche, am Tag nach Weihnachten wiederzukommen. Vielleicht kann ich was vom Truthahnbraten mitbringen. Er küsste sie zum Abschied. Als er weg war, fluchte sie laut. Ihre erste Chance seit Maas verschwinden, jemandem, den sie liebte, etwas zu schenken, und sie hatte sie verpasst. Einige Tage später wartete sie fröstelnd in dem ärmellosen, pfirsichfarbenen Chiffonkleid am Strand der Lagune auf Tate. Während sie auf- und abging, hielt sie ihr Geschenk für ihn, die Federhaube eines Rotkardinals, fest in der Hand. Es war in das Papier eingepackt, das Tate benutzt hatte. Sobald er aus dem Boot stieg, drückte sie es ihm in die Hand und bestand darauf, dass er es umgehend aufmachte, also tat er es. Vielen Dank, Kaya. So eine habe ich nicht. Ihr Weihnachten war perfekt. Jetzt lass uns schnell reingehen, in dem Kleid musste ja furchtbar kalt sein. Von dem Feuer am Holzofen war es in der Küche gemütlich warm, aber er meinte trotzdem, sie sollte sich lieber Pullover und Jeans anziehen. Gemeinsam wärmten sie das Essen auf, das er mitgebracht hatte. Truthahn, Maisbrot, Preiselbeersoße, Süßkartoffelauflauf und Kürbiskuchen, lauter Reste vom Weihnachtsessen mit seinem Dad im Diner. Kaya hatte Brötchen gebacken und sie aßen am Küchentisch, den sie mit Stechpalmen, Zweigen und Muscheln dekoriert hatte. Ich war schnell ab, sagte sie, als sie heißes Wasser vom Ofen nahm und in die Schüssel goss. Ich helf dir. Und er trat hinter sie und schlang die Arme um ihre Taille. Sie lehnte den Kopf zurück gegen seine Brust, Augen geschlossen. Langsam glitten seine Hände unter ihren Pullover, über ihren glatten Bauch, höher zu ihren Brüsten. Wie üblich trug sie keinen Büstenhalter und seine Finger umkreisten ihre Nippel. Seine Berührung verharrte dort, aber ein Gefühl breitete sich durch ihren Körper nach unten aus, als hätten sich seine Hände zwischen ihre Beine bewegt. Eine Leere, die dringend gefüllt werden wollte, pulsierte durch sie hindurch. Aber sie wusste nicht, was sie tun, was sie sagen sollte, also schob sie ihn weg. Ist schon gut, sagte er und hielt sie einfach fest, beide schwer atmend. Zwischen Tagen mit schneidendem Wind und bitterkaltem Regen lugte gelegentlich die Sonne hervor, war aber noch immer zaghaft und dem Winter unterwürfig. Dann, eines Nachmittags, kämpfte sich der Frühling endgültig den Weg frei. Es wurde warm und der Himmel glänzte wie blank geputzt. Kaya sprach leise, während sie mit Tate am grasigen Ufer eines tiefen Flusslaufs entlang ging, der von hohen Amberbäumen beschattet wurde. Plötzlich packte er ihre Hand, legte einen Finger an die Lippen. Ihr Blick folgte seinem zum Rand des Wassers, wo ein dicker Ochsenfrosch unter Laubwerk hockte. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber dieser Frosch war vollständig und strahlend weiß. Tate und Kaya grinsten einander kurz an und bewunderten das Tier, bis es mit einem lautlosen, langbeinigen Sprung verschwand. Doch auch dann schwiegen sie weiter, wichen leise ein gutes Stück ins Gebüsch zurück. Kaya hielt sich die Hände vor den Mund und kicherte, tänzelte mit kindlichen Hüpfern in einem nicht mehr ganz so kindlichen Körper von Tate weg. Tate betrachtete sie einen Moment lang, dachte nicht mehr an Frösche. Er machte einen entschlossenen Schritt auf sie zu. Sein Gesichtsausdruck ließ sie vor einer breiten Eiche verharren. Er umfasste ihre Schultern und presste sie gegen den Baum. Er küsste sie, hielt ihre Arme fest und drückte seinen Schritt gegen ihren. Seit Weihnachten hatten sie sich oft geküsst und vorsichtig erkundet. Das hier war anders. Immer hatte er die Führung übernommen und genau auf Zeichen von ihr geachtet, wie weit er gehen durfte. Das jetzt war anders. Er löste sich von ihr, die goldbraunen Tiefen seiner Augen bohrten sich in ihre. Langsam knöpfte er ihre Bluse auf und streifte sie ab und blöste ihre Brüste. Er nahm sich Zeit, erforschte sie mit seinen Augen und Fingern und kreiste ihre Nippel. Dann öffnete er den Reißverschluss ihrer Shorts und schob sie nach unten, bis sie zu Boden fiel. Kaya war zum ersten Mal fast nackt vor ihm. Sie schnappte nach Luft und wollte ihre Blöße bedecken. Er schob sanft ihre Hände weg und studierte ihren Körper von oben bis unten. Sie spürte ein Pochen im Schritt, als wäre alles Blut dorthin gerauscht. Er starrte sie weiter an, streifte dann seine Shorts ab und drückte seine Erektion gegen sie. Als sie sich verlegen wegdrehte, hob er ihr Kinn und sagte, »Sieh mich an! Sieh mir in die Augen, Kaya!« »Tate!« Sie griff nach ihm, wollte ihn küssen, aber er hielt sie auf Abstand, zwang sie ihn nur anzuschauen. Sie hatte nicht gewusst, dass schiere Nacktheit ein solches Begehren auslösen konnte. Er drückte mit den Händen sachte gegen ihre Schenkel und sie schob instinktiv beide Füße leicht nach außen. Seine Finger bewegten sich zwischen ihren Beinen, massierten Sanfteile von ihr, von denen sie gar nicht gewusst hatte, dass es sie gab. Sie warf den Kopf nach hinten und wimmerte. Plötzlich stieß er sich von ihr ab und trat zurück. »Gott, Kaya, es tut mir leid. Es tut mir leid. Tate, bitte, ich will das. Nicht so, Kaya. Warum nicht? Warum nicht so?« Sie griff nach seinen Schultern und versuchte ihn wieder an sich zu ziehen. »Warum nicht?« fragte sie erneut. Er nahm Kajas Kleidung und streifte sie ihr über, ohne sie dort zu berühren, wo sie es wollte, wo Teile ihres Körpers noch immer pulsierten. Dann hob er sie hoch und trug sie zum Flussufer, setzte sie ab und sank neben sie. »Kaya, ich will dich, mehr als alles andere. Ich will dich für immer. Aber du bist zu jung, du bist erst fünfzehn. Na und? Du bist bloß vier Jahre älter. Tu nicht so, als wärst du auf einmal der große Erwachsene Alleswisser. Du hast ja recht, aber ich kann nicht schwanger werden und es kann mich nicht so leicht verletzen wie dich. Ich werde es nicht tun, Kaya, weil ich dich liebe. Liebe. In dem Wort steckte nichts, was sie verstand. »Du hältst mich noch immer für ein dummes, kleines Mädchen,« sagte sie wütend. »Kaya, im Moment hörst du dich tatsächlich wie ein kleines Mädchen an.« Aber er lächelte, als er das sagte und zog sie näher. »Aber wann denn, wenn nicht jetzt? Wann können wir?« Eben jetzt noch nicht? Sie schwiegen eine Weile und dann fragte sie, »Wie hast du gewusst, was du machen musst?« Kopf gesenkt, wieder schüchtern. »Und genau so, wie du es gewusst hast.« Eines Nachmittags im Mai, als sie von der Lagune zum Strand gingen, sagte er, »Du weißt ja, dass ich bald weg muss, aufs College.« Er hatte davon geredet, dass er nach Chapel Hill gehen würde, aber Kaya hatte nicht daran denken wollen und sich damit getröstet, dass sie ja noch den ganzen langen Sommer hatten. »Wann?« »Doch nicht sofort. Dauert aber nicht mehr lange, in ein paar Wochen. Wieso das denn? Ich habe gedacht, das College fängt erst im Herbst an. Ich habe einen Job in einem Biologielabor auf dem Campus ergattert. Den kann ich mir nicht entgehen lassen. Deshalb fange ich schon im Sommer an.« Von all den Menschen, die sie verlassen hatten, war Jodie der Einzige gewesen, der sich von ihr verabschiedet hatte. Die anderen waren einfach für immer verschwunden. Aber das hier fühlte sich kein bisschen besser an. Ihr wurde brennend heiß in der Brust. »Ich komme so oft wieder, wie ich kann. So weit ist es gar nicht. Nicht mal eine Tagesreise mit dem Bus.« Sie schwieg lange. Schließlich fragte sie, »Warum musst du überhaupt aufs College Tate? Warum kannst du nicht hierbleiben und Krabben fischen wie dein Dad?« »Kaja, du weißt, warum. Ich kann es einfach nicht. Ich will das Marschland studieren, will Forschungsbiologe werden.« Sie hatten den Strand erreicht und setzten sich auf den Sand. »Und was dann? Solche Jobs gibt's hier nicht. Du kommst nie wieder nach Hause.« Sie sprang auf, erschreckte die Regenpfeifer, die kreischend aufflogen. Sie rannte vom Strand in den Wald. Tate lief ihr nach, doch sobald er die Bäume erreichte, blieb er stehen, sah sich um. Sie hatte ihn bereits abgeschüttelt. Aber nur für den Fall, dass sie irgendwo in Hörweite war, rief er, »Kaja, du kannst nicht immer nur weglaufen. Manchmal muss man Dinge bereden, sich ihnen stellen.« Dann, mit wachsender Ungeduld, »Verdammt noch mal, Kaja, rutsch mir doch den Buckel runter.« Eine Woche später hörte Kaja Tates Boot durch ihre Lagune tuckern und versteckte sich hinter einem Gebüsch. Als er in den Kanal bog, erhob sich ein Reier auf langsamem Silberschwingen. Ein Teil von ihr wollte weglaufen, doch sie trat auf den Strand, wartete. »Hey«, sagte er. Ausnahmsweise trug er keine Baseballkappe und seine wilden, blonden Locken wehten ihm um das gebräunte Gesicht. Es schien, als hätten sich seine Schultern in den letzten Monaten zu denen eines Mannes verbreitert. »Hey«, er stieg aus dem Boot, nahm ihre Hand und zog sie mit zur Lesehütte, wo sie sich hinsetzten. »Ich muss doch schon früher abreisen, als ich dachte. Ich lasse sogar die Abschlussfeier an der Schule ausfallen, damit ich meinen Job anfangen kann. Kaja, ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Selbst seine Stimme wirkte irgendwie männlicher, bereit für eine erwachsenere Welt. Sie antwortete nicht und mied es, ihn anzusehen. Ihre Kehle schnürte sich zu. Er stellte zwei Beutel mit Büchern vor ihre Füße, hauptsächlich wissenschaftliche Ausgaben, die von der Schule und der Bibliothek ausgemustert worden waren. Sie glaubte nicht, dass sie ein Wort herausbringen konnte. Sie wollte, dass er mit ihr wieder zu der Stelle mit dem weißen Frosch ging. Für den Fall, dass er nie zurückkam, wollte sie, dass er sie jetzt dorthin mitnahm. Du wirst mir fehlen, Kaja. Jeden Tag, den ganzen Tag. Vielleicht vergisst du mich ja, wenn du erst mal mit dem ganzen College-Zeug beschäftigt bist und die vielen hübschen Mädchen da siehst. Ich werde dich nicht vergessen. Niemals. Versprich mir, dass du dich um die Marsch kümmerst, bis ich wiederkomme und vorsichtig bist. Versprochen. Ich mein's ernst, Kaja. Hüte dich vor anderen Menschen. Lass keine Fremden in deine Nähe. Ich glaube, ich kann jedem davonlaufen und mich so verstecken, dass mich keiner findet. Ja, das kannst du. Ich komme in ungefähr einem Monat wieder. Versprochen. Zum 4. Juli. Wirst sehen, die Zeit vergeht wie im Flug. Sie antwortete nicht und er stand auf, stopfte die Hände in seine Jeans-Taschen. Sie trat neben ihn, aber sie blickten beide weg in den Wald. Er umfasste ihre Schultern und küßte sie lange. Auf Wiedersehen, Kaja. Für einen Moment sah sie über seine Schulter hinweg und dann in seine Augen. Ein Abgrund, den sie bis in die tiefsten Tiefen kannte. Auf Wiedersehen, Tate. Ohne ein weiteres Wort ging sie zur Lagune zurück und er stieg in sein Boot. Kurz bevor er im überhängenden Gestrüpp des Kanals verschwand, drehte er sich um und winkte. Sie reckte eine Hand hoch über den Kopf und legte sie dann auf ihr Herz. Kapitel 19 Verschiedene Quellen 1969 Am Morgen nach der Lektüre des zweiten Laborberichts, am achten Tag, seit Chase Andrews Leiche im Sumpf entdeckt worden war, stieß Deputy Perdue die Bürotür des Sheriffs mit dem Fuß auf und trat ein. In den Händen hatte er zwei Pappbecher Kaffee und eine Tüte mit noch warmen Donuts, frisch aus der Fritteuse. Oh Mann, riecht das gut, sagte Ed, als Joe alles auf den Tisch packte. Beide Männer nahmen sich je einen riesigen Donut aus der fettigen braunen Tüte, schmatzten laut, leckten sich Glasur von den Fingern. Dann erklärten sie wie aus einem Munde, also ich hab was. Du zuerst, sagte Ed. Ich hab von verschiedenen Quellen gehört, dass Chase in der Marsch irgendwas am Laufen hatte. Am Laufen? Was soll das heißen? Weiß ich noch nicht genau, aber im Doggone haben sie erzählt, Chase wäre vor circa vier Jahren auf einmal oft allein draußen in der Marsch gewesen und hätte ein ziemliches Geheimnis draus gemacht. Er ist noch weiterhin mit seinen Freunden zum Fischen rausgefahren und so, aber oft ist er auch allein los. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich mit Kiffern oder schlimmeren Leuten eingelassen. Oder er hat es sich mit irgendeinem Drogengangster verscherzt. Wer sich mit Hunden hinlegt, steht mit Flöhen wieder auf. Oder in seinem Fall gar nicht mehr. Na, ich weiß nicht. Er war ein guter Sportler. Kann mir nicht vorstellen, dass er was mit Drogen zu tun hatte, sagte der Sheriff. Er war früher mal ein guter Sportler. Außerdem nehmen viele von denen Drogen. Wenn die Glanzzeiten des Helden vorbei sind, muss er sich seinen Kick woanders holen. vielleicht hatte er aber auch eine Frau da draußen. Ich wüsste aber keine Frau da draußen, die sein Typ gewesen wäre. Er hat doch immer nur mit der sogenannten Oberschicht von Barclay Cove rumgehangen. Nie mit irgendwelchen Gesindel. Naja, vielleicht fand er ja selbst, dass die Affäre unter seinem Niveau war und deshalb hat er keinem davon erzählt. Möglich, sagte der Sheriff. Wie dem auch sei, was auch immer, er da draußen getrieben hat. Es zeigt eine ganz neue Seite seines Lebens, von der wir noch nichts wussten. Wir sollten uns umhören und mehr darüber rausfinden. Du hast gesagt, du hast auch was? Ich weiß noch nicht genau was. Chases Mutter hat angerufen und gesagt, sie hätte uns was Wichtiges zu erzählen. Es geht anscheinend um ein Muschelhalsband, das er immer getragen hat. Sie hält das für ein bedeutsames Indiz, will herkommen und uns mehr dazu sagen. Wann? Heute Nachmittag, also gleich. Wäre gut, wenn wir mal was Konkretes hätten. Jedenfalls besser, als nach irgendwem mit einem roten Wollpullover zu suchen, der auch noch ein Motiv hat. Mal ehrlich, falls es Mord war, dann war es ein ziemlich cleverer Mord. Die Marsch hat sämtliche Spuren durchgekaut und verschluckt, falls es überhaupt welche gab. Haben wir noch Zeit fürs Mittagessen, bevor Paddy Love herkommt? Klar, und heute gibt's Schweinekotelett, Brombeerkuchen. Kapitel 20 4. Juli 1961 Kaya hatte ihr inzwischen zu kurzes, pfirsichfarbenes Chiffonkleid angezogen, als sie am 4. Juli barfuß zur Lagune ging und sich auf den Lesebaumstamm setzte. Sengende Hitze vertrieb die letzten Nebelreste und eine drückende Schwüle in der Luft machte das Atmen schwer. Dann und wann kniete sie sich hin, um ihren Hals mit kühlem Wasser zu bespritzen und die ganze Zeit lauschte sie auf das Brummen von Tates Boot. Das Warten machte ihr nichts aus. Sie las die Bücher, die er ihr geschenkt hatte. Der Tag schleppte sich schwerfällig dahin und die Sonne schien am Himmel festzuhängen. Nach einer Weile wurde Kaya der Stamm zu hart, deshalb ließ sie sich auf den Boden nieder, lehnte den Rücken gegen den Baum. Irgendwann trieb der Hunger sie zurück zur Hütte, wo sie ein Stück Wurst mit Brot aß, schnell, weil sie fürchtete, Tate würde kommen, während sie ihren Posten verlassen hatte. Der feuchtheiße Nachmittag war ein Fest für Moskitos. Kein Boot, kein Tate. Als es dämmerte, erhob sie sich, stand kerzengerade und reglos und stumm wie ein Storch da, starrte auf die leere, stille Kanalmündung. Das Atmen tat weh. Sie zog das Kleid aus, ging langsam ins Wasser und schwamm in der dunklen Kühle, die über ihre Haut glitt, die Hitze aus ihrem Körper sog. Sie stieg aus der Lagune, setzte sich nackt auf eine mosige Stelle am Ufer, bis sie wieder trocken war und der Mond am Horizont versank. Dann ging sie mit ihrem Kleid über dem Arm zurück zur Hütte. Am nächsten Tag wartete sie erneut. Am Vormittag wurde die Luft mit jeder Stunde wärmer, am Nachmittag sengend heiß und flirrte auch noch nach Sonnenuntergang. Später warf der Mond Hoffnung übers Wasser, aber auch die erstarb. Ein weiterer Sonnenaufgang, ein weiterer glühend heißer Tag, erneuter Sonnenuntergang. Alle Hoffnung auf Null. Ihre Augen bewegten sich teilnahmslos und obwohl sie noch immer auf Tates Boot horchte, war sie nicht mehr angespannt. Die Lagune roch nach Leben und Tod zugleich, organischer Mischmasch aus Verheißung und Fäulnis. Frösche quakten. Mit dumpfem Blick sah sie zu, wie Leuchtkäfer ihre Zeichen in die Nacht kritzelten. Sie hatte nie Leuchtkäfer in Flaschen gesammelt. Man lernt sehr viel mehr über Dinge, wenn sie nicht in einem Glas stecken. Jodie hatte ihr erklärt, dass das Leuchtkäferweibchen das Licht unter dem Schwanz blinken lässt, um dem Männchen zu signalisieren, dass es paarungsbereit ist. Jede Leuchtkäferart hat ihre eigenen Blinkzeichen. Kaya sah, dass einige Weibchen Punkt, 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 Strich schrieben und ein Zickzacktanz flogen, während manche in einem anderen Tanzmuster Strich, Strich, Punkt blinkten. Die Männchen erkannten natürlich die Signale ihrer Art und flogen nur zu diesen Weibchen. Dann, so hatte Jodie sich ausgedrückt, rieben sie ihre Hinterteile aneinander, wie die meisten Lebewesen das machten, wenn sie Nachwuchs produzieren wollten. Plötzlich setzte Kaya sich auf und sah genauer hin. Eines der Weibchen hatte seinen Code geändert. Erst blinkte es die richtige Abfolge von Strichen und Punkten, lockte ein Männchen seiner Art an und paarte sich mit ihm. Dann ließ es ein anderes Signal aufleuchten und das Männchen einer anderen Spezies flog zu ihr. Aufgrund der Botschaft war das zweite Männchen sicher, ein williges Weibchen seiner eigenen Art gefunden zu haben und schwebte zu ihr herab. Doch dann schnellte das Weibchen hoch, schnappte sich das Männchen und fraß es auf, komplett mit allen sechs Beinen und den Flügeln. Kaya beobachtete das auch bei anderen. Die Weibchen bekamen, was sie wollten, erst ein Männchen, dann eine Mahlzeit, in dem sie einfach ihre Signale änderten. Kaya wusste, dass ein moralisches Urteil hier nicht angebracht war. Es war keine Bosheit im Spiel, nur das Leben, das seinen pulsierenden Weg ging, auch auf Kosten einiger Beteiligter. Die Biologie betrachtet richtig und falsch lediglich als dieselbe Farbe unter einem anderen Licht. Sie wartete noch eine Stunde auf Tate, dann kehrte sie endlich zur Hütte zurück. Am nächsten Morgen ging sie wieder zur Lagune, obwohl sie die letzten Reste grausamer Hoffnung innerlich verfluchte. Sie saß am Wasser und horchte auf das Geräusch eines Bootes, das durch den Kanal oder über ferne Mündungsarme tuckerte. Gegen Mittag stand sie auf und schrie, Tate! Tate! Nein! Nein! Dann fiel sie auf die Knie, das Gesicht in den Schlamm gedrückt. Sie spürte den starken Sog des Verlustes, eine Gezeitenströmung, die Kaya nur allzu gut kannte. Kapitel 21 Bus 1961 Heißer Wind ließ die Wedel der Palmettos rasseln wie kleine trockene Knochen. Nachdem Kaya die Hoffnung auf Tates Rückkehr aufgegeben hatte, verließ sie drei Tage lang nicht mehr das Bett. Benommen von Verzweiflung und Hitze warf sie sich in schweißfeuchten Laken hin und her. Die Kleidung klebte ihr am Körper. Sie schickte ihre Zehen auf Erkundungsmission, um kühle Stellen im Bett zu finden, doch sie fanden keine. Sie achtete weder auf den Mondaufgang, noch sah sie, als ein Virginia-Uhu mitten am Tag im Sturzflug einen Blauherr schlug. Vom Bett aus hörte sie die Marsch draußen im Schlagen der Amselflügel, blieb aber, wo sie war. Die Klageschreie der Möwen über dem Strand, die nach ihr riefen, taten ihr weh. Doch zum ersten Mal in ihrem Leben ging sie nicht zu ihnen. Sie hoffte, der Schmerz, den sie empfand, weil sie ihre Möwen vernachlässigte, würde den Riss in ihrem Herzen überdecken. Doch dem war nicht so. Apathisch fragte sie sich, was sie getan hatte, dass alle sie verließen. Ihre Ma, ihre Schwestern, ihre ganze Familie, Jodie und jetzt Tate. Ihre bittersten Erinnerungen waren jene unbestimmten Tage, an denen Familienangehörige den Weg hinunter verschwunden waren. Der Zipfel eines weißen Kopftuchs, das noch durchs Laubwerk schimmert, ein paar Socken auf einer Matratze zurückgelassen. Tate und das Leben und die Liebe waren ein und dasselbe gewesen. Jetzt gab es keinen Tate mehr. Warum? Tate, warum? murmelte sie in ihr Kissen. Du solltest doch anders sein. Du solltest bleiben. Du hast gesagt, du liebst mich, aber sowas wie Liebe gibt es nicht. Es gibt niemanden auf der Erde, auf den man sich verlassen kann. Tief in ihrem Innersten rang sie sich das Versprechen ab, nie wieder einem Menschen ihr Vertrauen oder ihre Liebe zu schenken. Immer hatte sie die Kraft und Beherztheit gefunden, die sie brauchte, um sich durchzuschlagen, den nächsten Schritt zu tun, ganz gleich, wie zittrig der auch war. Aber was hatte ihr all der Mumm gebracht? Sie dämmerte immer wieder in einen leichten Schlaf. Plötzlich fiel ihr die Sonne ins Gesicht, voll, hell und gleißend. noch nie in ihrem Leben hatte sie bis zum Mittag geschlafen. Sie hörte ein leises Rascheln und als sie sich auf die Ellbogen stützte, sah sie einen rabengroßen Rotschwanz-Bussard auf der anderen Seite der Fliegengittertür stehen und hereinspähen. Zum ersten Mal seit Tagen regte sich ein gewisses Interesse in ihr. Sie stand auf, als der Bussard davonflog. Endlich machte sie einen Brei aus warmem Wasser und Grieß und ging damit zum Strand, um die Möwen zu füttern. Als sie aus dem Wald trat, stoben alle auf, schwirrten und flatterten um sie herum und sie fiel auf die Knie, warf das Futter auf den Boden. Dann drängten sich die Vögel um sie und Kaya spürte die Federn, die ihre Arme und Beine streiften und sie warf den Kopf zurück, lächelte mit ihnen. Selbst dann noch, als sie Tränen über die Wangen strömten. Nach dem 4. Juli blieb Kaya einen ganzen Monat nur in der Nähe ihrer Hütte. Sie ging nicht in die Marsch, fuhr nicht zu jumpen, um Benzin oder Vorräte zu kaufen. Sie ernährte sich von Fisch, Miesmuscheln, Austern, Grieß und Gemüse. Als alle ihre Regale leer waren, fuhr sie schließlich doch mit dem Boot zu jumpen und deckte sich mit Vorräten ein, aber sie plauderte nicht wie sonst mit ihm, erledigte ihre Einkäufe und ließ ihn dann ratlos stehen. Andere Menschen zu brauchen brachte nur Schmerz. Einige Tage später hockte der Rotschwanz Bussard wieder auf den Verandastufen und spähte durch das Fliegengitter. Wie seltsam, dachte sie, während sie ihn mit schiefgelegtem Kopf musterte. Hallo Buss. Er machte einen kleinen Hüpfer, flatterte auf, flog dann einmal tief an ihr vorbei, ehe er sich hoch in die Wolken schwang. Sie schaute ihm nach und sagte endlich zu sich selbst, ich muss zurück in die Marsch. Sie fuhr mit dem Boot hinaus, manövrierte durch die Kanäle und Wasserläufe, suchte zum ersten Mal, seit Tate sie verlassen hatte, nach Vogelnestern, Federn und Muscheln. Dennoch wurde sie die Gedanken an ihn nicht los. Die intellektuellen Herausforderungen oder die hübschen Mädchen in Chapel Hill hatten ihn verführt. Sie konnte sich keine Studentinnen vorstellen, aber ganz gleich, wie sie aussahen, es war bestimmt besser als eine zottelhaarige Miesmuschelsammlerin, die barfuß lief und in einer Hütte hauste. Als der August sich dem Ende neigte, hatte ihr Leben wieder einen gewissen Rhythmus gefunden, Boot, Sammeln, Malen. Monate vergingen. Sie fuhr nur zu jumpen, wenn es unbedingt erforderlich war, sprach aber kaum mit ihm. Ihre Sammlungen wurden ausgereifter, methodisch nach Ordnung, Gattung und Spezies unterteilt, nach Alter, anhand der Knochenabnutzung, nach Größe der Federn in Millimetern oder nach den zartesten Grüntönen. Wissenschaft und Kunst befruchteten sich gegenseitig. Die Farben, das Licht, die Spezies, das Leben ließen ein Meisterwerk an Wissen und Schönheit entstehen, das jeden Winkel der Hütte ausfüllte. Ihre Welt. Sie selbst wuchs mit, der Stamm des Rebstocks, allein, aber all diese Wunder zusammenhaltend. Doch so wie ihre Sammlungen wuchsen, wuchs auch ihre Einsamkeit. Ein Schmerz, so groß wie ihr Herz, wohnte in ihrer Brust. Nichts konnte ihn lindern. Weder die Möwen, noch ein grandioser Sonnenuntergang, noch die seltensten Muschel-Exemplare. Monate wurden zu einem Jahr. Die Einsamkeit wurde unerträglich für sie. Sie sehnte sich nach der Stimme, der Gegenwart, der Berührung eines Menschen, aber noch größer war ihr Wunsch, ihr Herz zu schützen. Monate wurden zu einem weiteren Jahr, dann noch einem. Teil 2 Der Sumpf Kapitel 22 Gezeiten 1965 Kaya, 19 Jahre alt, Beine länger, Augen größer und dunkler wirkend, saß am Point Beach und sah Strandkrabben zu, die sich rückwärts in den Sand gruben. Plötzlich hörte sie Stimmen aus südlicher Richtung und sprang auf. Die Gruppe von Kindern, jetzt junge Erwachsene, die sie im Laufe der Jahre immer mal wieder beobachtet hatte, kam in ihre Richtung geschlendert. Sie warfen sich einen Football zu, spielten Fangen und planschten in den Wellen. Sie wollte nicht gesehen werden, deshalb lief sie zu den Bäumen mit sandaufwirbelnden Fersen und versteckte sich hinter dem wuchtigen Stamm einer Eiche, wohl wissend, wie seltsam ihr Verhalten war. Hat sich nicht viel verändert, dachte sie. Die lachen, ich verkrieche mich wie eine Strandkrabbe. Ein wildes Wesen, das sich für sein eigenes verrücktes Verhalten schämt. Großdünnblond, Pferdeschwanz Sommersprossen, kurzes schwarzes Haar, nie ohne Perlen und Rundpausbacke tolten kichernd und Arm in Arm über den Strand. Bei Kajas wenigen Besuchen in der Stadt hatte sie ihre höhnischen Bemerkungen zu hören bekommen. Stellt euch vor, dass Marschmähchenkrieg von den schwarzen Klamotten geschenkt und muss Muscheln gegen Grieß eintauschen. Aber nach all den Jahren waren sie noch immer Freundinnen. Das war doch was. Ein bisschen albern, von außen betrachtet, zugegeben. Aber sie hielten zusammen, wie Mabel oft gesagt hatte. Du brauchst Freundinnen, Schätzchen, weil auf die kannst du dich verlassen. Das ist ein Versprechen, das hält. Ein Trupp Freundinnen ist der zärtlichste und härteste Platz auf der Welt. Kaja musste leise lachen, als die Mädchen sich gegenseitig mit Salzwasser bespritzten. Dann sprangen sie kreischend gemeinsam in die tieferen Wellen. Kajas Lächeln erstarb, als sie sich gegenseitig aus dem Wasser halfen und in ihre traditionelle Gruppenumarmung zogen. Ihr Gelächter machte Kajas Schweigen noch lauter. Ihr Zusammensein verstärkte Kajas Einsamkeit, aber sie wusste, dass sie für diese Mädchen Sumpfpack war und blieb in ihrem Versteck. Ihre Augen wanderten zu dem größten Jungen. In Kaki-Shorts und ohne Hemd warf er den Football. Kaja sah das Spiel der Muskelstränge in seinem Rücken, sah seine braungebrannten Schultern. Sie wusste, das war Chase Andrews, der sie damals fast mit seinem Fahrrad umgefahren hätte, denn im Laufe der Jahre hatte sie ihn immer wieder mit seinen Freunden gesehen, am Strand oder auf dem Weg in den Diner, um Milchshakes zu trinken oder bei Jumpin', um sein Boot voll zu tanken. Jetzt, als die Gruppe immer näher kam, hatte sie nur noch Augen für ihn. Ein anderer Junge warf ihm den Ball zu und Chase musste mit nackten Füßen, die tief in den heißen Sand sanken, ein Stück Rennen, um ihn aufzufangen. Dabei kam er in die Nähe von Kajas Baum. Als er den Arm zum Wurf hob, schaute er über die Schulter und ihre Blicke trafen sich. Er warf den Football, ohne die anderen auf sie aufmerksam zu machen, drehte sich um und sah ihr in die Augen. Sein Haar war schwarz, genau wie ihres, aber seine Augen waren hellblau, das Gesicht kräftig, markant. Der Schatten eines Lächelns umspielte seinen Mund. Dann ging er zurück zu den anderen, Schultern entspannt, selbstsicher. Aber er hatte sie bemerkt, hatte ihren Blick festgehalten. Er stockte der Atem, als Wärme sie durchströmte. Heimlich folgte sie ihnen, vor allem ihm, den Strand hinunter. Ihr Verstand wollte in die eine Richtung, ihr Begehren in die andere. Ihr Körper beobachtete Chase Andrews, nicht ihr Herz. Am nächsten Tag fuhr sie erneut zum Point Beach. Derselbe Gezeitenstand, andere Uhrzeit, aber es war niemand da, bloß lärmige Strandläufer und wellenreitende Strandkrabben. Sie versuchte, sich zu zwingen, den Strand zu meiden und in der Marsch zu bleiben, dort Vogelnester und Federn zu sammeln, in Sicherheit zu bleiben und die Möwen mit Grieß zu füttern. Das Leben hatte aus ihr eine Expertin darin gemacht, Gefühle auf lagerfähige Größe zu quetschen. Aber Einsamkeit hat ihren eigenen Kompass. Und am nächsten Tag kehrte sie erneut zu dem Strand zurück, um nach Chase Andrews zu suchen. Und am nächsten. Eines frühen Abends, nachdem Kaya mal wieder nach Chase Andrews Ausschau gehalten hat, legt sie sich auf einen schmalen Streifen Strand in der Nähe ihrer Hütte, erst noch klamm von der letzten Welle. Sie hebt die Arme über den Kopf, drückt sie auf den nassen Sand und streckt die Beine aus, zehn nach vorne. Mit geschlossenen Augen rollt sie Richtung Meer. Durch die Bewegung hinterlassen ihre Hüften und Arme kleine Mulden im glänzenden Sand, die aufschimmern und sich dann wieder trüben. Sie rollt immer näher an die Wellen heran, spürt das Tosen des Ozeans im ganzen Körper und fragt sich, wann wird das Meer mich berühren? Wo wird es mich zuerst berühren? Die schaumige Brandung rauscht auf den Strand, greift nach ihr. Zitternd vor Vorfreude atmet sie tief ein, rollt immer langsamer. Bei jeder Umdrehung, kurz bevor ihr Gesicht den Sand berührt, hebt sie leicht den Kopf und genießt den Sonnesalzgeruch. Ich bin kurz davor, ganz kurz davor. Es kommt. Wann werde ich es spüren? Ein Fieber steigt in ihr auf. Der Sand unter ihr nasser, das Donnern der Brandung lauter. Sie bewegt sich noch langsamer, zentimeterweise, wartet auf die Berührung, bald, bald, spürt sie schon fast, bevor sie passiert. Sie möchte die Augen öffnen und hinsehen, wie lange noch. Aber sie widersteht, schließt die Lider noch fester, die Helligkeit des Himmels dahinter liefert keine Anhaltspunkte. Plötzlich schreit sie auf, als die Kraft unter ihr hindurchrauscht, ihre Oberschenkel liebkost, zwischen ihren Beinen, an ihrem Rücken entlang fließt, unter ihrem Kopf wirbelt, ihr Haar in glatte, schwarze Strähnen zieht. Sie rollt schneller in die mächtige Welle hinein, gegen dahin strömende Muscheln und winzige Teilchen im Ozean lässt sich vom Wasser umschlingen. Gegen den starken Körper, der See gepresst, wird sie gepackt, gehalten, ist nicht allein. Kaya setzt sich auf, öffnet die Augen und sieht den Ozean um sie herum in weichen, weißen Mustern schäumen, in ewigem Wandel. Seit Chase sie am Strand bemerkt hatte, war sie schon zweimal innerhalb einer Woche bei Jumpin gewesen, ohne sich selbst einzugestehen, dass sie hoffte, Chase dort zu begegnen. Von jemand anderem wahrgenommen zu werden, hatte eine soziale Seite in ihr angeschlagen, und jetzt fragte sie Jumpin, übrigens, wie geht's Mabel? Habt ihr Besuch von euren Enkeln? Wie sie das früher oft getan hatte. Jumpin fiel die Veränderung auf, aber er ließ sich lieber nichts anmerken. Und ob! Haben gerade vier bei uns! So viel Gekicher und was weiß ich noch alles hat's bei uns schon lang nicht mehr gegeben. Ein paar Tage später, als Kaya morgens am Steg anlegte, war Jumpin nirgends zu sehen. Braune Pelikane hockten auf Pfosten und beäugten sie, als würden sie auf seinen Laden aufpassen. Kaya lächelte sie an. Eine Hand auf ihrer Schulter ließ sie zusammenfahren. Hi! Als sie sich umdrehte, stand Chase hinter ihr. Das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht. Ich bin Chase Andrews. Seine kühlblauen Augen starrten in ihre. Es schien ihn überhaupt nicht zu verunsichern, sie zu mustern. Sie sagte nichts, trat nur von einem Bein aufs andere. Ich hab dich immer mal wieder gesehen. Ich mein, über die Jahre, in der Marsch. Wie heißt denn du? Einen Moment lang dachte er, sie würde nicht antworten. Vielleicht war sie ja stumm oder hatte bloß eine primitive Sprache, wie manche erzählt hatten. Ein weniger selbstbewusster Mann wäre wahrscheinlich gegangen. Kaya. Selbstverständlich erinnerte er sich nicht mehr an den Fahrradzwischenfall auf dem Bürgersteig und erkannte sie lediglich als das Marschmädchen. Kaya. Ausgefallener Name, aber hübsch. Hast du Lust auf einen Picknickausflug? Mit meinem Boot am Sonntag? Sie sah an ihm vorbei, nahm sich die Zeit, seinen Vorschlag abzuwägen, konnte ihn aber nicht wirklich einschätzen. Endlich hatte sie die Chance, mit jemandem zusammen zu sein. Schließlich sagte sie, okay. Er sagte, sie solle gegen Mittag zu der mit Eichen bestandenen Halbinsel nördlich von Point Beach kommen. Dann sprang er in sein blau-weißes Wasserskiboot, wo auf jeder erdenklichen Oberfläche Metall glänzte und raste davon. Sie hörte andere Schritte hinter sich und drehte sich um. Jumping kam über den Steg gelaufen. Hi, Miss Kaya. Tut mir leid, hab bloß ein paar leere Kisten weggebracht. Einmal vollmachen? Kaya nickte. Auf dem Nachhauseweg stellte sie den Motor ab und ließ das Boot treiben, das Ufer in Sicht. Gegen den alten Rucksack gelehnt, blickte sie in den Himmel und sagte Gedichte auf, wie sie das manchmal tat. Eines, das sie besonders mochte, war John Macefields Seefieber. Ich wünsch mir bloß einen windigen Tag, wenn Wolken am Himmel jagen, wenn hoch die Gischt peitscht und Wellenschaum weht und die Schreie der Möwen klagen. Dann fiel Kaya eines von einer unbekannteren Dichterin ein, Amanda Hamilton. Es war kürzlich in der Lokalzeitung veröffentlicht worden, die sie im Piggly Wiggly gekauft hatte. Im Innern eingeschlossen ist Liebe ein gefangenes Tier, das sein eigenes Fleisch frisst. Liebe muss umherstreifen, am selbstgewählten Ufer landen und atmen. Die Zeilen weckten Erinnerungen an Tate und ihr stockte der Atem. Er hatte bloß eine bessere finden müssen und weg war er, hatte es nicht mal für nötig gehalten, Lebewohl zu sagen. Kaya wusste es nicht, aber Tate war zurückgekommen. Einen Tag bevor er mit dem Bus zum 4. Juli nach Hause fahren wollte, war Professor Bloom, der ihm den Job verschafft hatte, ins Proto-Zoologielabor gekommen und hatte ihn gefragt, ob er sich einigen renommierten Ökologen anschließen wollte, die übers Wochenende eine Exkursion zur Beobachtung der Vogelwelt planten. Mir ist ihr Interesse an Ornithologie aufgefallen und ich denke, das wäre was für sie. Es gibt nur Platz für einen einzigen Studenten und da habe ich gleich an sie gedacht. Ja, unbedingt, sehr gern. Nachdem Professor Bloom wieder gegangen war, stand Tate da, allein, umgeben von Labortischen, Mikroskopen und dem summenden Autoklav und fragte sich, wie er so schnell hatte einknicken können, was ihn getrieben hatte, gleich die erste Gelegenheit zu nutzen, um seinen Professor zu beeindrucken. Der Stolz, weil die Auswahl auf ihn gefallen war, weil er als einziger Student mitfahren durfte. Die nächste Möglichkeit, nach Hause zu fahren, und das auch nur für eine Nacht, hatte sich fünfzehn Tage später ergeben. Er wollte sich unbedingt bei Kaya entschuldigen, die bestimmt Verständnis haben würde, wenn er ihr von Professor Blooms Einladung erzählte. Er drosselte den Motor, als er vom offenen Meer in den Kanal bog, wo sich zahllose Schildkröten auf ungestürzten Baumstämmen die glänzenden Rücken von der Sonne wärmen ließen. Auf halbem Weg entdeckte er ihr Boot, das sorgsam in hohem Schlickgras versteckt war. Sofort wurde er noch langsamer und sah Kaya weiter vorne auf einer breiten Sandbank knien, anscheinend fasziniert von irgendeinem kleinen Schalentier. Sie hielt den Kopf tief gesenkt und hatte ihn noch nicht bemerkt. Er steuerte sein Skiff leise ins Schilf, außer Sicht. Seit Jahren wusste er, dass sie ihn manchmal aus irgendwelchen Verstecken heimlich beobachtet hatte. Spontan beschloss er, es ihr nachzutun. Sie stand auf, barfuß in einer abgeschnittenen Jeans und einem weißen T-Shirt. Als sie ihre Arme hochreckte, kam ihre wespendünne Taille zur Geltung. Dann kniete sie sich erneut hin und nahm händeweise Sand auf, ließ ihn durch die Finger rieseln, untersuchte die wimmelnden Organismen, die auf ihrem Handteller zurückblieben. Er lächelte beim Anblick dieser jungen Biologin, die so konzentriert, so weltvergessen war. Er stellte sie sich auf der Vogelkundler-Exkursion vor, wie sie im Hintergrund geblieben wäre, aber jeden Vogel stets als erste entdeckt und benannt hätte. Schüchtern und leise hätte sie die genauen Grassorten aufgelistet, die in die verschiedenen Nester eingeflochten waren, oder das exakte Alter eines weiblichen Jungvogels nur anhand der sich abzeichnenden Farben an den Flügelspitzen bestimmt. Feine Details, die jedes Lehrbuch oder das Wissen der angesehenen Ökologengruppe in den Schatten stellten. Die kleinsten Besonderheiten, die eine Spezies ausmachen. Die Essenz. Tate erschrak, als Kaya plötzlich aufsprang, eine Handvoll Sand achtlos fallen ließ und Strom aufwärts spähte. Weg von Tate. Er konnte so gerade eben das leise Tuckern eines näherkommenden Bootes mit Außenbordmotor hören, wahrscheinlich ein Fischer oder ein Marschbewohner auf dem Weg in die Stadt. Ein sanftes Brummen, alltäglich und ruhig wie das Gurren von Tauben. Aber Kaya schnappte ihren Rucksack, sprintete über die Sandbank und tauchte in das hohe Gras. Tief geduckt und sich immer wieder umschauend, ob das Boot schon zu sehen war, schlich sie im Endengang zu ihrem Boot. Die Knie fast bis ans Kinn gehoben. Sie war jetzt näher bei ihm, und Tate konnte ihre Augen sehen, dunkel und gehetzt. Als sie ihr Boot erreichte, hockte sie sich neben dessen Seitenwand und zog den Kopf ein. Der Fischer, ein alter Mann mit Hut und gutmütigem Gesicht, kam in Sicht, bemerkte weder Kaya noch Tate und verschwand um die nächste Biegung. Aber sie blieb wie erstarrt, horchte, bis der Motor in der Ferne verklang. Dann erst stand sie auf und wischte sich die Stirn, blickte aber weiter in die Richtung des fremden Bootes, wie eine Antilope das Gebüsch beäugt, in dem ein Panther verschwunden ist. In gewisser Weise war ihm bewusst, dass sie sich so verhielt, aber seit dem Federspiel hatte er diesen rohen, unbehaunen Kern nicht mehr erlebt. Wie gequält, einsam und fremd. Er war noch keine zwei Monate auf dem College und hatte doch schon das Gefühl, genau die Welt betreten zu haben, die er wollte, wo er die verblüffende Symmetrie der DNA-Moleküle studierte, als ob er in eine schimmernde Kathedrale aus verschlungenen Atomen gekrochen wäre und die gewundenen Basensprossen der Helix hinaufstiege. Er hatte erkannt, dass alles Leben von diesem präzisen und komplizierten Code abhängt, der auf fragilen, organischen Teilchen eingeschrieben ist, die in einem nur leicht wärmeren oder kälteren Umfeld sofort zugrunde gehen würden. Endlich umgeben von gewaltigen Fragen und von Menschen, die ebenso neugierig wie er nach Antworten suchten, konnte er sein Ziel anstreben, als Forschungsbiologe in einem eigenen Labor mit anderen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Kajas Verstand könnte dort gut leben, aber sie selbst könnte es nicht. Versteckt im Schlickgras sah er sich schwer atmend mit einer Entscheidung konfrontiert. Kaja oder alles andere? Kaja? Kaja, ich kann das einfach nicht, flüsterte er. Es tut mir leid. Als sie weit genug weg war, wendete er sein Boot und fuhr zurück aufs Meer. Kaja, verfluchte den Feigling in sich, er sich nicht mal von ihr verabschieden konnte. Kapitel 23 Die Muschel 1965 An dem Abend, nachdem sie Chase Andrews auf Jumpins Steg begegnet war, saß Kaja im mild flackernden Licht der Laterne an ihrem Küchentisch. Sie hatte wieder begonnen zu kochen und aß eine Mahlzeit aus Buttermilchbrötchen, Rüben und Pindobohnen, während sie las. Doch die Gedanken an ihre Verabredung zum Picknick mit Chase am nächsten Tag machten es ihr schwer, sich auf die Sätze zu konzentrieren. Sie stand auf und spazierte in die Nacht, in das sahnige Licht eines Dreiviertelmondes. Die weiche Luft der Marsch senkte sich seitig um ihre Schultern. Das Mondlicht wählte einen unerwarteten Pfad durch die Kiefern, warf rhythmische Schatten. Kaja ging wie eine Schlafwandlerin, während der Mond sich nackt aus dem Wasser erhob und Ast für Ast die Eichen hinaufkletterte. Der glatte Schlamm am Ufer der Lagune glänzte in dem intensiven Licht und hunderte Leuchtkäfer sprengelten den Wald. In einem gebrauchten weißen Kleid mit fließendem Rock tanzte Kaja zu der Musik von Heuschrecken und Leopardfröschen, schwenkte dabei träge die Arme. Sie ließ die Hände seitlich am Körper und den Hals hinaufgleiten. Dann strich sie sich über die Schenkel, während sie Chase Andrews Gesicht vor sich sah. Sie wollte, dass er sie so berührte. Ihre Atemzüge wurden tiefer. Niemand hatte sie je so angesehen wie er. Nicht mal Tate. Sie tanzte zwischen den bleichen Flügeln der Eintagsfliegen, schwebte über den hellen Mondschlamm. Am nächsten Morgen umrundete sie die Halbinsel und sah Chase in seinem Boot nah am Ufer. Hier, bei Tageslicht, trieb die Wirklichkeit vor ihr, wartete und Kajas Kehle wurde trocken. Sie steuerte auf den Strand, stieg aus und zog ihr Boot mit dem knirschend über den sandschabenden Rumpf an Land. Chase dümpelte längsseits. Hi! Sie blickte über die Schulter und nickte. Er stieg aus und streckte ihr die offene Hand entgegen, lange, gebräunte Finger. Sie zögerte. Jemanden zu berühren hieß für sie, einen Teil von sich zu verschenken, den sie nie zurückbekommen würde. Trotzdem legte sie ihre Hand leicht auf seine. Er hielt sie fest, als sie ins Heck stieg und sich auf eine gepolsterte Bank setzte. Ein warmer, schöner Tag strahlte auf sie herab und Kaya sah in ihrer abgeschnittenen Jeans und der weißen Baumwollbluse – ein Outfit, das sie sich von anderen abgeguckt hatte – normal aus. Als er sich neben sie setzte, spürte sie seinen Ärmel leicht über ihren Arm gleiten. Chase manövrierte das Boot aufs offene Meer. Hier wurde es vom Seegang stärker hin und her geworfen als in der stillen Marsch und sie wusste, durch das Schaukeln würde ihr Arm öfter seinen Streifen. In Erwartung der Berührung blickte sie stur geradeaus, aber sie rückte nicht von ihm weg. Schließlich schwoll eine größere Welle an und wieder ab und sein Arm fest und warm liebkostet in ihren. Entzog sich je und drückte sich dann bei jedem Heben und Senken erneut an sie. Und als sich eine größere Woge unter ihnen auftürmte, stieß sein Oberschenkel an ihren und ihr stockte der Atem. Er beschleunigte, während sie in südlicher Richtung die Küste entlang fuhren. In diesem entlegenen Gebiet war weit und breit kein anderes Boot zu sehen. Zehn Minuten später erstreckten sich etliche Meilen weißer Strand entlang der Gezeitenlinie, vom Rest der Welt durch dichten Wald geschützt. Vor ihnen entfaltete sich Point Beach ins Wasser wie ein strahlend weißer Fächer. Seit der ersten Begrüßung hatte Chase kein Wort mehr gesagt und sie hatte überhaupt noch nicht gesprochen. Er ließ das Boot auf den Strand laufen und stellte den Picknickkorb im Bootsschatten auf den Sand. Sollen wir ein bisschen laufen? fragte er. Ja. Sie spazierten am Wasser entlang, wo ihr jede sanfte Welle in kleinen Strudeln um die Knöchel plätscherte und dann an den Füßen saugte, wenn sie zurück ins Meer gezogen wurde. Er hielt nicht ihre Hand, aber manchmal streiften sich ihre Finger von ganz allein. Hier und da gingen sie in die Hocke, um eine Muschel oder einen beinahe kunstvoll verdrehten Strang aus durchscheinendem Seetang zu betrachten. Chases blaue Augen waren verschmitzt, er lächelte oft. Seine Haut war ebenso sonnengebräunt wie ihre. Gemeinsam sahen sie groß, elegant, ähnlich aus. Kaya wusste, dass Chase sich entschieden hatte, nicht aufs College zu gehen, sondern für seinen Dad zu arbeiten. Er war in der Stadt so etwas wie ein Star, der Platzhirsch. Und insgeheim fürchtete sie, dass sie für ihn auch eine Art Kuriosität war, ein bizarres Fundstück vom Strand, das er ausgiebig inspizieren und dann zurück in den Sand werfen würde. Dennoch ging sie mit ihm weiter. Sie hatte der Liebe eine Chance gegeben, jetzt wollte sie bloß die Leere in ihrem Innern füllen, die Einsamkeit lindern, während sie ihr Herz verschlossen hielt. Nach einer halben Meile wandte er sich ihr zu, machte eine tiefe Verbeugung und forderte sie mit einer ausladenden Armbewegung übertrieben höflich auf, sich hinzusetzen. Sie lehnten sich gegen einen dicken Stamm Treibholz und gruben die Füße in die weißen Sandkristalle. Chase zog eine Mundharmonika aus der Tasche. Oh, sagte sie, du spielst. Die Worte fühlten sich rau auf ihrer Zunge an. Nicht besonders gut, aber wenn ich schon mal ein Publikum habe, das entspannt am Strand sitzt, er schloss die Augen und spielte Shenandoah. Seine Hand flatterte auf dem Instrument wie ein Vogel, der hinter einer Glasscheibe gefangen ist. Es war ein schöner, schwermütiger Klang, wie Musik aus einem fernen Zuhause. Plötzlich unterbrach er mitten im Lied und hob eine Muschel auf, etwas größer als eine Fünf-Cent-Münze, cremeweiß mit leuchtenden roten und lila Sprenkeln. Hey, guck mal, sagte er. Oh, das ist eine Schmuckkammmuschel, Pecten Ornatus, sagte Kaya. Die finde ich nur ganz selten, die Gattung ist hier stark verbreitet, aber diese spezielle Art lebt normalerweise in südlicheren Breiten, weil das Wasser hier zu kalt für sie ist. Er starrte sie an. Die Menschen hatten so viel über das Marschmädchen getratscht, dass nicht mal Hund buchstabieren konnte, aber niemand hatte je erwähnt, dass sie lateinische Namen von Muscheln kannte und wusste, wo sie vorkamen und warum auch Herr Gott noch mal. Davon verstehe ich nichts, sagte er. Aber guck mal, die ist was Besonderes. Die kleinen Flügel zu beiden Seiten des Scharniers waren gekrümmt und ganz unten war ein kreisrundes kleines Loch. Er drehte die Muschel in seiner geöffneten Hand um. Hier, behalt sie, du bist das Muschelmädchen. Danke. Sie steckte sie ein. Er spielte noch ein paar Stücke, als letztes einen schwungvollen Dixi, dann gingen sie zurück zu dem Picknickkorb. Sie setzten sich auf eine karierte Decke und aßen kaltes Brathähnchen, Kartoffelsalat und Brötchen mit geräuchertem Schinken. Süße, in Dill eingelegte Gürkchen, Tortenstücke mit dicker Karamellglasur, alles hausgemacht, in Wachspapier verpackt. Er öffnete zwei Flaschen Royal Crown Cola und goss sie in Pappbecher. Das erste Mal in ihrem Leben das Kaya Limonade trank. Das üppige Mal war für sie unglaublich, noch dazu mit hübschen Stoffservietten und Plastiktellern und Gabeln, sogar winzigen Salz- und Pfefferstreuern aus Zinn. Bestimmt hatte seine Mutter das alles eingepackt, dachte sie, ohne zu wissen, dass er mit dem Marschmädchen verabredet war. Sie unterhielten sich leise über das, was sie sahen. Dahingleitende Pelikane und trippelnde Strandläufer berührten sich nicht, lachten wenig. Als Kaya auf eine lose Formation von Pelikanen zeigte, nickte er und schob sich näher an sie heran, sodass ihre Schultern sich leicht berührten. Als sie ihn ansah, hob er mit einem Finger ihr Kinn an und küßte sie. Er berührte sanft ihren Hals, fuhr dann federleicht über ihre Bluse nach unten zu ihrer Brust. Er schlang einen Arm um sie, küßte sie jetzt fester und lehnte sich zurück, bis sie beide auf der Decke lagen. Langsam bewegte er sich, bis er auf ihr lag, drückte seinen Schritt zwischen ihre Beine und zog mit einer Hand rasch ihre Bluse hoch. Sie riss den Kopf zur Seite und wandte sich unter ihm weg. Ihre nachtschwarzen Augen funkelten ihn an, als sie ihr Oberteil wieder nach unten zog. Ganz ruhig, sehr gut. Sie lag da, die Haare im Sand aufgefächert, das Gesicht gerötet, die Lippen leicht geöffnet, hinreißend. Vorsichtig hob er die Hand, um ihre Wange zu streicheln, doch sie sprang schnell wie eine Katze auf. Kaya atmete schwer. Letzte Nacht hatte sie allein am Ufer der Lagune getanzt, sich mit dem Mond und den Eintagsfliegen gewiegt und sie hatte geglaubt, sie wäre bereit. Hatte gedacht, sie hätte durch das Beobachten von Tauben alles gelernt, was man über Kopulation wissen konnte. Niemand hatte je mit ihr über Sex geredet und ihre einzige Erfahrung mit Vorspiel hatte sie mit Tate gemacht. Aber aus ihren Biologiebüchern hatte sie Einzelheiten erfahren und sie hatte mehr Geschöpfe bei der Paarung beobachtet, als die meisten Menschen das je tun würden und es beschränkte sich nicht darauf, dass sie ihre Hintern aneinander reiben, wie Jodie gesagt hatte. Doch das hier war zu abrupt. Picknick dann das Marschmädchen bespringen. Selbst Vogelmännchen umwarben die Weibchen eine Zeit lang, spreizten buntes Gefieder, bauten kunstvolle Nester, führten wunderschöne Tänze auf und sangen Liebeslieder. Ja, Chase hatte ein Festmahl aufgefahren, aber sie war mehr wert als ein paar Stücke Brathähnchen. Und ein Dixie war nun wirklich kein Liebeslied. Sie hätte wissen müssen, dass es so sein würde. Männliche Säugetiere bemühen sich nur dann um Weibchen, wenn sie brünstig sind. Die Stille vertiefte sich, während sie einander anstarrten, nur durch Brochen vom Geräusch ihrer Atemzüge und der Brandung. Chase setzte sich auf und griff nach ihrem Arm, doch sie riss ihn weg. Es tut mir leid, ist schon gut, sagte er und stand auf. Zugegeben, er war mit ihr hergekommen, um sie zu bumsen, um der Erste zu sein, aber als er jetzt in ihre feurigen Augen sah, war er hingerissen. Er versuchte es erneut. Bitte, Kaya, ich hab gesagt, es tut mir einfach, ich bring dich zurück zu deinem Boot. Prompt drehte sie sich um und ging über den Sand zum Wald. Ihr schlanker Körper bewegte sich anmutig. Was soll das? Du kannst doch nicht den ganzen Weg laufen, es viel zu weit. Aber sie war schon zwischen den Bäumen und rannte schnurgerade zuerst landeinwärts, dann quer über die Halbinsel in Richtung ihres Boots. Die Gegend war ihr unbekannt, aber amseln fühlten sie durch die Küsten marsch. Sie wurde nicht langsamer, wenn sie auf Sumpflöcher oder Tümpel stieß, platzte durch Flussläufe, sprang über Baumstämme. Schließlich blieb sie stehen, beugte sich keuchend vor und fiel auf die Knie, stieß abgedroschene Flüche aus. Solange sie schimpfte und wetterte, blieb das Schluchzen unterdrückt. Aber nichts konnte die brennende Scham und die stechende Traurigkeit aufhalten. Die schlichte Hoffnung darauf, mit jemandem zusammen zu sein, tatsächlich begehrt zu werden, berührt zu werden, hatte sie angelockt. Aber diese hastigen grapschenden Hände waren nur gierig gewesen, nicht sanft oder zärtlich. Sie horchte eine Weile, ob er hinterher gekommen war, unschlüssig, ob sie wollte, dass er aus dem Büschen hervortrat, sie umarmte und um Vergebung flehte oder nicht, was sie erneut wütend machte. Schließlich stand sie erschöpft auf und ging den Rest des Weges zu ihrem Boot. Kapitel 24 Der Feuerwachturm 1965 Gewitterwolken türmten sich auf und drückten gegen den Horizont, als Kaya am Nachmittag aufs Meer hinaus fuhr. Seit ihrem Strandpicknick vor zehn Tagen hatte sie Chase nicht mehr gesehen, aber sie konnte noch immer die Form und die Kraft seines Körpers fühlen, der sie in den Sand drückte. Es waren keine anderen Boote in Sicht und sie steuerte auf einen Zufluss südlich von Point Beach zu, wo sie mal ungewöhnliche Schmetterlinge gesehen hatte, so strahlend weiß, dass es Albinos gewesen sein könnten. Gut vierzig Meter davon entfernt aber drosselte sie je den Motor, als sie Chases Freunde sah, die Picknickkörbe und bunte Handtücher in ihre Boote packten. Kaya wendete prompt, um das Weite zu suchen, drehte sich dann aber gegen ihren Fluchtinstinkt um und hielt nach ihm Ausschau. Sie wusste, dass diese Sehnsucht vollkommen widersinnig war. Irrationales Verhalten, um eine Leere zu füllen, bringt keine wirkliche Erfüllung. Wie viel gibst du auf, nur um nicht einsam zu sein? Und da, nicht weit von der Stelle, wo er sie geküsst hatte, sah sie eine Kühltasche. Plötzlich drehte Chase den Kopf und sah genau dahin, wo sie mit ihrem Boot dümpelte. Sie schaute nicht weg, sondern starrte ihn an. Wie immer war ihre Schüchternheit am Ende stärker, deshalb wandte sie sich ab und steuerte in eine schattige Bucht. Sie würde abwarten, bis sie mit ihrer kleinen Flotte weg waren, ehe sie selbst zu dem Strand fuhr. Zehn Minuten später tuckerte sie wieder hinaus und sah ein Stück entfernt Chase allein in seinem Boot auf den Wellen schaukeln, wartend. Die alte Sehnsucht meldete sich zurück. Er war noch immer an ihr interessiert. Zugegeben, bei dem Picknick war er zu forsch gewesen, aber er hatte aufgehört, als sie ihn zurückbies, hatte sich entschuldigt. Vielleicht sollte sie ihm noch eine Chance geben. Er winkte und rief »Hi, Kaya!« Sie fuhr nicht weiter auf ihn zu, aber auch nicht weg. Er steuerte sein Boot näher an Iris. »Kaya, das neulich tut mir leid, okay? Komm, ich will dir den Feuerwachturm zeigen.« Sie sagte nichts, trieb langsam zu ihm hin, wohl wissend, dass es Schwäche war. »Ehrlich, falls du noch nie auf dem Turm gewesen bist, von da hat man einen großartigen Blick über die Marsch. Fahr mir nach.« Sie gab Gas und folgte seinem Boot, suchte aber die ganze Zeit das Meer ab, um sich zu vergewissern, dass gesichert hatten, führte er sie einen von Talgbäumen und Stechpalmen fast überwucherten Pfad entlang. In diesem feuchten und knorrigen Wald war sie noch nie gewesen, weil er nicht weit genug von den Menschen entfernt auf der anderen Seite der Stadt lag. Während sie gingen, sickerten Prile aus Altwasser unter den Büschen hervor, aufreizende Erinnerungen daran, dass dem Meer dieses Land gehörte. Dann machte sich ein echter Sumpfbreit mit dumpferdigem Geruch und moderiger Luft. Jäh, untergründig und still zugleich erstreckte er sich tief in den dunklen weiten Wald. Kaya sah die verwitterte Holzplattform des alten Feuerwachturms über dem Blätterdach und einige Minuten später erreichten sie den breitbeinigen Sockel aus vier umgehobelten Holzpfählen. Um die Beine herum und unter dem Turm bestand der Boden aus schwarzem Schlamm. Feuchte Fäulnis fraß an den Balken. Eine Treppe wandte sich bis zur Spitze des Turms, der sich mit jedem Absatz nach oben hin verjüngte. Nachdem sie durch den Matsch gestapft waren, machten sie sich an den Aufstieg, Chase vorne weg. Als sie den fünften Treppenabsatz erreichten, erstreckte sich der satte Eichenwald, so weit das Auge reichte, gen Westen. In alle anderen Richtungen Kaya war noch nie so hoch über der Marsch gewesen. Jetzt lag alles vor ihr ausgebreitet und sie sah das ganze Gesicht ihrer Freundin zum ersten Mal. Auf der letzten Stufe angekommen, stieß Chase eine eiserne Luke über der Treppe auf und sobald sie auf die Plattform geklettert waren, schloss er sie wieder. Ehe Kaya sie betrat, tippte sie probeweise mit den Zehen darauf. Chase lachte leise. Die hält keine Bange. Er zog sie zum Geländer, wo sie über das Marschland blickten. Zwei Rotschwanz Bussarde flogen auf Augenhöhe an ihnen vorbei. Der Wind pfiff durch ihre Schwingen und sie blickten verdutzt, weil sie einen jungen Mann und eine Frau in ihrem Luftraum stehen sahen. Chase wandte sich ihr zu. Danke, dass du mitgekommen bist, Kaya, sagte er, dass du mir noch eine Chance gegeben hast, mich für neulich zu entschuldigen. Ich habe mich daneben benommen und es wird nicht wieder vorkommen. Sie sagte nichts. Ein Teil von ihr wollte ihn jetzt küssen, seine Kraft spüren. Sie griff in ihre Jeans Tasche. Ich habe ein Halsband mit der Muschel gemacht, die du gefunden hast. Du musst es nicht tragen, wenn du nicht willst. Am Vorabend hatte sie die Muschel auf die Lederschnur gefädelt. Sie hatte sich eingeredet, das Halsband selbst tragen zu wollen und doch die ganze Zeit gewusst, dass sie hoffte, Chase wiederzusehen und es ihm zu schenken, falls sich die Gelegenheit dazu ergab. Aber selbst in ihrem sehnsüchtigen Tagtraum hatte sie sich nicht vorstellen können, dass sie gemeinsam oben auf dem Feuerwachturm stehen würden, die Welt zu ihren Füßen, ein Gipfeltreffen. Danke, Kaya, sagte er. Er betrachtete das Halsband und streifte es sich dann über den Kopf, befingerte die Muschel, die auf seiner Brust lag. Klar trage ich die. Er sagte nichts Abgedroschenes wie, ich werde sie ewig tragen, bis Zeig mir dein Zuhause, sagte Chase. Kaya dachte an die Hütte, die sich unter Eichen duckte, die graue Holzverkleidung mit roten Flecken von dem rostenden Dach, die Fliegengitter durchlöchert, eine Bruchbude. Es ist weit, sagte sie nur. Kaya, ist mir egal, wie weit es ist oder wie es aussieht. Komm schon, lass uns hinfahren. diese Chance akzeptiert zu werden könnte vertan sein, wenn sie Nein sagte. Na gut. Sie stiegen wieder nach unten und er führte sie zurück zu der Bucht, bedeutete ihr, mit dem Boot vorauszufahren. Sie steuerte nach Süden, durch das Labyrinth von Wasserläufen und zog den Kopf ein, als sie in ihren grün überwachsenen Kanal bog. Sein Boot war fast zu groß, um durch die dichte Vegetation zu passen, ganz sicher war es zu blau und weiß, aber es quetschte sich hindurch, obwohl geäst kreischend an seinem Rumpf entlang schrammte. Als sich ihre Lagune vor ihnen auftat, spiegelten sich die zarten Details jedes mosigen Zweiges und sattgrünen Blattes in dem klaren dunklen Wasser. Libellen und schneeweiße Silberreiher flogen beim Anblick des fremden Bootes kurz auf, landeten dann wieder graziös auf lautlosen Flügeln. Der Kanadareier, der die weniger wilden Geschöpfe schon längst akzeptiert hatte, stand stocksteif nur wenige Meter entfernt. Ihre schäbige Wäsche, ausgeblichene Latzhosen und T-Shirts hing an der Leine und so viele Rüben hatten sich in den Wald ausgesät, dass kaum noch zu erkennen war, wo der Garten aufhörte und die Wildnis anfing. Mit Blick auf die vielfach ausgebesserte Veranda fragte Chase Wie lang lebst du schon allein hier draußen? Ich weiß nicht mehr genau, wann Paar verschwunden ist. Circa zehn Jahre schätze ich. Das ist klasse. Hier draußen wohnen ohne Eltern, die einem Vorschriften machen. Kaya ging nicht darauf ein, sagte bloß, drin gibt's nichts zu sehen. Aber er stieg bereits die wackeligen Verandastufen hoch. Das Erste, was er bemerkte, waren ihre Sammlungen in selbst gebauten Regalen. Eine schimmernde Collage des Lebens gleich hinter dem Fliegengitter. Das hast du alles gemacht? fragte er. Ja. Er sah sich kurz ein paar Schmetterlinge an, verlor überrascht das Interesse. Dachte, warum Zeug sammeln, das du direkt vor der Haustür hast? Ihre kleine Matratze auf dem Verandaboden hatte eine Decke, die so zerschlissen war wie ein alter Bademantel, aber sie war ordentlich glatt gestrichen. Sie betraten das winzige Wohnzimmer mit dem durchgesessenen Sofa und dann spähte er in das hintere Schlafzimmer, wo sich Federn in allen Farben, Formen und Größen über die Wände schwangen. Sie winkte ihnen in die Küche, überlegte, was sie ihm anbieten könnte. Sie hatte jedenfalls keine Coca-Cola oder Eistee, keine Kekse, nicht mal alte Brötchen. Auf der Ofenplatte stand ein Rest Maisbrot neben einem Topf mit Schwarzaugenbohnen, enthüllst und zum abendlichen Kochen vorbereitet. Wohl kaum was in den Ofen, stocherte gekonnt mit dem Schürhaken darin und sofort loderten Flammen auf. Das ist alles, sagte sie mit dem Rücken zu ihm, während sie an der Wasserpumpe einen verbeulten Kessel füllte. Ein Bild aus den Zwanzigern, mitten in den Sechzigern. Kein fließendes Wasser, kein Strom, kein Bad. Die Zinkwanne, der Rand verbogen und rostig, stand in einer Ecke der Küche. Im Fliegenschrank waren Teller mit übrig gebliebenem Essen ordentlich mit Geschirrtüchern abgedeckt und der wuchtige Eisschrank stand offen, eine Insektenklatsche in die Tür geklemmt. So etwas hätte Chase nie für möglich gehalten. Er bewegte den Pumpenschwengel auf und ab, sah das Wasser in die Emaljeschüssel fließen, die als Spüle diente, berührte das säuberlich gestapelte Holz neben dem Ofen. Die einzigen Lichtquellen waren ein paar Petroleumlampen mit grau verrusten Zylindern. Chase war ihr erster Besucher, sei Tate, der so natürlich und unvoreingenommen gewirkt hatte wie andere Geschöpfe der Marsch. Bei Chase fühlte sie sich bloßgestellt, als würde sie filetiert wie ein Fisch. Scham wallte in ihr auf. Sie stand mit dem Rücken zu ihm, spürte aber, dass er sich durch den Raum bewegte, gefolgt vom vertrauten Knarren des Bodens. Dann trat er hinter sie, drehte sie sachte um und umarmte sie sanft. Er drückte seine Lippen an ihr Haar und sie spürte seinen Atem dicht an ihrem Ohr. Kaya, ich kenne keinen Menschen, der so allein hier draußen hätte leben können. Die meisten Kinder, auch die Jungs, hätten viel zu viel Angst gehabt. Sie dachte, er würde sie küssen, doch er ließ die Arme sinken und ging zum Tisch. Was willst du von mir? fragte sie. Sag mir die Wahrheit. Hör mal, ich will nicht lügen, du bist hinreißend, frei, wild wie der Wind. Neulich wollte ich dir so nah wie möglich kommen. Wer würde das nicht wollen? Aber das war nicht okay. Ich hätte mich nicht so an dich ranmachen sollen. Ich will bloß mit dir zusammen sein, okay? Damit wir uns besser kennenlernen. Und was dann? Und dann schauen wir, wonach uns ist. Ich werde nichts machen, was du nicht willst. Was hältst du davon? Klingt gut. Du hast gesagt, hast einen Strand. Lass uns dahin gehen. Sie schnitt rasch ein paar Stücke von dem restlichen Maisbrot für die Möwen ab, dann ging sie vor ihm her den Pfad entlang, bis er sich weit öffnete und der helle Sand und das Meer vor ihnen lagen. Sie stieß einen leisen Ruf aus und sogleich kamen die Möwen, kreisten über ihr und um ihre Schultern. Ein besonders großes Männchen, von ihr Rotklecks genannt, landete und spazierte auf ihren Füßen hin und her. Chase stand ein kleines Stück entfernt und sah zu, wie Kaya in der Wolke aus Vögeln verschwand. Er hatte nicht vorgehabt, etwas für dieses seltsame und ungezähmte barfüßige Mädchen zu empfinden. Doch als er sie jetzt über den Sandwirbeln sah, Vögel an ihren Fingerspitzen, war er von ihrer Unabhängigkeit ebenso fasziniert wie von ihrer Schönheit. Jemand wie Kaya war ihm noch nie begegnet und in ihm regte sich Neugier ebenso wie Begehren. Als sie zu ihm zurückkam, fragte er, ob er sie am nächsten Tag wieder besuchen dürfte, versprach, dass er nicht mal versuchen würde, ihre Hand zu halten, dass er einfach in ihrer Nähe sein wollte. Sie nickte nur. Die erste Hoffnung in ihrem Herzen, seit Tate sie verlassen hatte. Kapitel 25 Besuch von Patty Love 1969 Es klopfte zaghaft an die Bürotür des Sheriffs. Joe und Ed blickten auf, als Patty Love Andrews, Chases Mutter, schattenhaft und verzerrt hinter der Milchglasscheibe auftauchte. Dennoch erkannten sie Patty Love in ihrem schwarzen Kleid mit Hut, grau gesträntes braunes Haar zu einem straffen Knoten gebunden, ein angemessen gedeckter Lippenstift. Beide Männer standen auf und Ed öffnete die Tür. Patty Love, hallo, komm rein, setz dich, kann ich dir einen Kaffee anbieten? Sie warf einen Blick auf die halbvollen Tassen mit angetrockneten Tropfspuren. Nein, danke, Ed. Sie setzte sich auf den Stuhl, den Joe für sie hinstellte. Habt ihr schon irgendwelche Spuren? Neue Informationen seit dem Laborbericht? Nein, nein, haben wir nicht. Wir gehen wirklich alles gründlich durch. Du und Sam erfahrt es als Erste, wenn wir was gefunden haben. Aber es war kein Unfall, Ed. Hab ich recht? Ich weiß, dass es kein Unfall war. Chase wäre niemals einfach so vom Turm gefallen. Ihr wisst ja, wie sportlich er war und gescheit. Wir sind auch der Ansicht, dass so einiges auf Fremdeinwirkung schließen lässt. Aber es ist eine laufende Ermittlung und noch ist gar nichts geklärt. Also du hast gesagt, hättest uns etwas zu erzählen? Ja, und ich denke, es ist wichtig. Patty Love blickte von Ed zu Joe und wieder zu Ed. Chase hat immer so ein Muschelhalsband getragen. Schon seit Jahren. Ich weiß, dass er es auch in der Nacht umhatte, als er zum Turm gegangen ist. Er hat an dem Abend bei Sam und mir gegessen, das habe ich abgenommen. Deshalb habe ich in dem Moment nichts gesagt. Und dann war ja die Beerdigung und alles und ich habe es vergessen. Aber dann bin ich rüber nach Sea Oaks gefahren und habe in der Rechtsmedizin gefragt, ob ich mal Chases Sachen sehen durfte, seine Kleidung und was er sonst bei sich gehabt hatte. Die haben alles für Labor Untersuchungen da behalten, aber ich wollte sie einfach nur mal anfassen, fühlen, was er in dieser letzten Nacht getragen hat. Ich durfte sie mir an einem Tisch anschauen und Sheriff das Muschelhalsband war nicht dabei. Ich habe nachgefragt, ob der Gerichtsmediziner es abgenommen hat und er hat gesagt, nein hat er nicht und er hat gesagt, er hat überhaupt kein Halsband gesehen. Das ist tatsächlich merkwürdig, sagte Ed. Was genau war das Es war eine einzelne Muschel an einer Lederschnur, die gerade lang genug war, um sie sich über den Kopf zu streifen. Es hing nicht locker um den Hals und war mit einem festen Knoten zusammengebunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie abgegangen sein könnte. Ich mir auch nicht. Leder ist reißfest und wenn es gut verknotet ist, kriegt man es kaum wieder auf, sagte Ed. Warum hat er das Halsband immer getragen? Hat es jemand für ihn gebastelt, der ihm nahe stand? Es ihm geschenkt? Patty Love schwieg lange, schaute seitlich am Schreibtisch des Sheriffs vorbei. Ihr graute vor der Antwort, weil sie nie zugegeben hatte, dass ihr Sohn sich mit Sumpfgesindel eingelassen hatte. Natürlich war in der Stadt gemunkelt worden, dass Chase vor seiner und Patty Love hatte den Verdacht, dass die Sache auch danach noch weiter gegangen war, aber sie hatte immer alles abgestritten, wenn sie von Freundinnen auf diese Gerüchte angesprochen worden war. Aber jetzt war alles anders. Jetzt musste sie die Wahrheit sagen, weil sie irgendwie wusste, dass diese Schlampe etwas mit seinem Tod zu tun hatte. Ja, ich weiß, von wem Chase das Halsband hat. Von der Frau, die in diesem alten klapprigen Boot herumfährt, schon seit Jahren. Sie hat es gebastelt und ihm geschenkt, als die beiden eine Weile was miteinander hatten. Meinst du das Marschmädchen? fragte der Sheriff. Joe schaltete sich ein. Hast du sie in letzter Zeit mal gesehen? Das ist kein Mädchen mehr, wahrscheinlich so Mitte 20 und eine echte Schönheit. Diese Clark also, fragte Ed mit hochgezogenen Augenbrauen, nur damit wir uns richtig verstehen. Patty Love sagte, ich weiß nicht, wie sie heißt, oder ob sie überhaupt einen Namen hat. Die Leute nennen sie jedenfalls das Marschmädchen. Sie hat jahrelang Miesmuscheln an Jump-In verkauft. Aha, alles klar, wir meinen dieselbe Person. Sprich weiter. Also, ich Und dann habe ich mir gedacht, dass sie die Einzige ist, der was daran liegen könnte, es an sich zu nehmen. Chase hat mit ihr Schluss gemacht und Pearl geheiratet. Sie konnte ihn nicht haben und vielleicht hat sie ihn deshalb getötet und ihm das Halsband abgenommen. Patty Love zitterte leicht und atmete einmal tief durch. Verstehe. Tja, das ist sehr wichtig, Patty Love, und wir werden dem nachgehen, aber lass uns keine voreiligen Schlüsse ziehen, sagte Ed. Bist du sicher, dass sie ihm das Halsband geschenkt hat? Ja, ganz sicher. Ich weiß das, weil Chase es mir erst nicht verraten wollte, aber dann hat er es doch getan. Weißt du noch mehr über das Halsband oder über die Beziehung der beiden? Nein, viel weiß ich nicht. Nicht mal wie lange Wie gesagt, selbst mir hat er es erst nach Monaten erzählt und auch danach wusste ich nie, ob er mit seinen Freunden zusammen war oder mit ihr, wenn er mit dem Boot rausgefahren ist. Gut, wir werden das untersuchen, versprochen. Danke, ich bin sicher, das ist eine wichtige Spur. Sie stand auf und Ed öffnete ihr die Tür. Du kannst jederzeit zu uns kommen, wenn dir noch was einfällt, Paddy Love. Auf Wiedersehen, Ed. Joe. Nachdem er die Tür geschlossen hatte, nahm Ed wieder Platz und Joe fragte, also, was meinst du? Falls Chase das Halsband am Turm abgenommen worden ist, dann heißt das, jemand war am Tatort und ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand aus der Marsch damit zu tun hat. Die haben ihre eigenen Gesetze. Andererseits halte ich es für unwahrscheinlich, dass eine Frau kräftigen Burschen wie Chase durch das Loch gestoßen haben kann. Sie könnte ihn darauf gelockt und die Gitterluke geöffnet haben, bevor er oben ankam. Als er dann oben war, könnte sie ihn in der Dunkelheit runter gestoßen haben, bevor er die offene Luke überhaupt gesehen hat, sagte Joe. Möglich. Nicht leicht, aber möglich. Gibt aber als Spur nicht viel her. Das Fehlen eines Muschelhalsbands, wandte der Sheriff ein. Im Moment ist es unsere einzige Spur, außer einigen mysteriösen roten Fasern und dem Fehlen von Fingerabdrücken. Stimmt. Ich verstehe nur eins nicht, sagte Joe. Warum hätte sie sich die Mühe machen sollen, ihm das Halsband abzunehmen? Mag ja sein, dass sie wild entschlossen war, ihn umzubringen, weil er sie verlassen hatte. Selbst das stand mir als Motiv ziemlich weit hergeholt. Aber wieso sollte sie das Halsband nehmen, wenn sie das doch postwendend mit der Tat in Verbindung bringt? Du weißt doch, wie das ist. Halsband noch immer trug und nach dem Mord war es ein Klacks, es ihm vom Hals zu ziehen. Sie wird nicht gewusst haben, dass jemand das Halsband mit ihr in Verbindung bringen würde. Deinen Quellen zufolge hatte Chase da draußen was am Laufen. Vielleicht ging es dabei ja nicht um Drogen, sondern wie du selbst gesagt hast, um eine Frau. Diese Frau. Joe sagte, eine andere Art von Droge. Und die Leute aus der Marsch wissen, wie man Spuren verwischt, weil sie Schlingen auslegen, Pferden lesen, Fallen stellen und so weiter. Es kann jedenfalls nicht schaden, wenn wir mal rausfahren und mit ihr reden. Sie fragen, wo sie in der Nacht war. Und wie können sie auf das Halsband ansprechen. Mal sehen, ob sie das verunsichert. Joe fragte, weißt Straße entlang, die sich an einer ganzen Reihe von Lagunen vorbeischlängelt. Ist lange her, aber ich war früher ein paar Mal da, weil ich mir ihren Vater vorknöpfen musste. War ein übler Bursche. Wann fahren wir? Morgen in aller Herrgotts früher, dann erwischen wir sie vielleicht noch, bevor sie loszieht. Aber vorher sollten wir noch mal raus zum Turm und alles nach diesem Halsband absuchen. Vielleicht liegt es ja schon die ganze Zeit da irgendwo rum. Kann ich mir nicht vorstellen, wir haben doch die ganze Umgebung abgesucht, nach Fußspuren, Reifenspuren und sonstigen Hinweisen. Trotzdem müssen wir das machen. Auf geht's. Später, nachdem sie den Matsch unter dem Turm mit Harken und Fingern durchkämmt hatten, waren sie sicher, dass da nirgendwo ein Muschelhalsband lag. Bleiches Licht drang durch eine tiefe, schwere Morgendämmerung, als Ed und Joe die schmale Straße durch die Marsch entlang fuhren, um hoffentlich das Marschmädchen noch anzutreffen, ehe es mit dem Boot irgendwo hinfuhr. Sie bogen mehrmals falsch ab und landeten in Sackgassen oder vor irgendwelchen Bruchbuden. Bei einer Hütte schrie jemand Sheriff und halbnackte Körper verflohen in alle Richtungen, brachen durch die Büsche. Verdammte Kiffer, sagte der Sheriff, die Schwarzbrenner behalten wenigstens ihre Klamotten an. Doch schließlich stießen sie auf den langen Weg, der zu Kajas Hütte führte. Jetzt sind wir richtig, sagte Ed. Er steuerte den übergroßen Pickup auf den Sandweg und fuhr langsam weiter, bis er fünfzig Schritte von der Hütte entfernt anhielt. Beide Männer stiegen lautlos aus. Ed klopfte an den Holzrahmen der Fliegengittertür. Hallo, jemand zu Hause? Es kam keine Antwort, also versuchte er es erneut. Sie warteten ein paar Minuten. Schauen wir uns mal hinten um, ob ihr Boot noch da ist. Nee, sieht so aus, als würde sie es immer an dem Stamm da festbinden. Sie ist schon weg. Mistverdammter, sagte Joe. Ja, hat uns kommen hören. Sie kann wahrscheinlich ein schlafendes Karnickel hören. Das nächste Mal fuhren sie noch vor Tagesanbruch hin, ließen den Wagen in einiger Entfernung stehen und sahen, dass ihr Boot an dem Stamm verteut war. Trotzdem machte niemand auf. Joe flüsterte, ich hab das Gefühl, sie hat sich hier irgendwo versteckt und beobachtet uns. Du nicht auch. Die hockten mitten zwischen den verdammten Palmettos, ganz in der Nähe. Ich weiß es einfach. Er drehte den Kopf hin und her, suchte das Buschwerk ab. Tja, so wird das nichts. Wenn wir noch irgendwas anderes finden, kommen wir mit einem Durchsuchungsbeschluss wieder. Fahren wir. Kapitel 26 Halleluja 1965 In der ersten Woche, die sie zusammen waren, kam Chase fast jeden Tag nach seiner Arbeit bei Western Ordo in Kajas Lagune und sie erkundeten einsame, von Eichen gesäumte Kanäle. Am Samstagmorgen machte er mit ihr einen Ausflug entlang der Küste zu einer Stelle, wo sie noch nie gewesen war, weil sie für ihr kleines Boot so weit entfernt war. Statt der mündungsarme und endlosen Schilflandschaften der Marsch sah Kaja hier klares Wasser durch einen hellen und offenen Zypressenwald fließen. Strahlend weiße Reier und Störche standen zwischen Seerosen und schwinnenden Wasserpflanzen, deren Grün förmlich leuchtete. Chase und Kaja setzten sich auf Sessel dicke Zypressen Kniewurzeln und aßen Käse Paprika Sandwiches und Kartoffelchips, grinsten als Gänse knapp unter ihren Zehen vorbeiglitten. Wie die meisten Menschen kannte Chase die Marsch nur als etwas, das für Bootsausflüge und zum Angeln taugte oder das trockengelegt werden sollte, um es in Farmland umzuwandeln. Deshalb war er fasziniert von Kajas Wissen über die Tierpflanzen und Wasserwelt. Doch er machte sich lustig über ihre Behutsamkeit, wenn sie das Boot drosselte, lautlos an Hirschen vorbeitrieb, in der Nähe von Vogelnestern flüsterte. Er war nicht daran interessiert, etwas über Muscheln oder Federn zu lernen, und er verstand nicht, warum sie sich Notizen machte oder bestimmte Exemplare sammelte. »Wozu malst du eigentlich Gräser?« fragte er sie eines Tages in der Küche. »Ich male ihre Blüten.« Er lachte. Gräser haben keine Blüten. »Natürlich haben sie welche. Schau mal hier, sie sind winzig, aber wunderschön. Jede Grassorte hat andere Blüten oder Blütenstände. Was hast du überhaupt mit dem ganzen Zeug vor? Ich mache Aufzeichnungen, damit ich mehr über die Marsch lerne. Du musst bloß wissen, wann und wo die Fische beißen und das kann ich dir verraten, sagte er. Sie lachte ihm zuliebe, etwas, was sie noch nie getan hatte, verschenkte ein weiteres Stück von sich selbst, nur um jemand anderen in ihrer Nähe zu haben. Eines Nachmittags, nachdem Chase sich verabschiedet hatte, fuhr Kaya allein in die Marsch. Aber sie fühlte sich nicht allein. Sie war etwas schneller als sonst unterwegs, ihr langes Haar flatterte im Wind und ein zartes Lächeln umspielte ihren Mund. Das bloße Wissen, dass sie ihn bald wiedersehen, mit jemandem zusammen sein würde, verschaffte ihr ein neues Lebensgefühl. Dann, als sie um einen hohen Schilfrohr Gürtel bog, sah sie Tate. Er war ziemlich weit weg, etwa vierzig Meter, und hatte ihr Boot nicht gehört. Unverzüglich nahm sie Gas weg und stellte den Motor ab, griff nach dem Ruder und paddelte rückwärts ins Schilf. Anscheinend zurück vom College, flüsterte sie. Im Laufe der Jahre hatte sie ihn gelegentlich gesehen, aber nie so nah. Und jetzt war er da, sein ungezähmtes Haar unter eine andere rote Kappe gezwängt, das Gesicht braun gebrannt. Tate trug eine hohe Warthose und stakste durch eine Lagune, füllte kleine Fläschchen mit Wasserproben. Keine alten Einmachgläser mehr wie damals, als sie noch barfüßige Kinder waren, stattdessen winzige Röhrchen, die in einem speziellen Tragegestell klimperten. Akademisch, ihr weit überlegen. Sie paddelte nicht weg, sondern beobachtete ihn eine Weile und dachte, dass wahrscheinlich keine Frau ihre erste Liebe vergisst. Sie atmete tief aus, dann wendete sie und fuhr dahin zurück, wo sie hergekommen war. Als Chase und Kaya am nächsten Tag die Küste entlang nach Norden fuhren, tauchten vier Tümmler in ihrem Kielwasser auf und folgten ihnen. Der Himmel war grau verhangen und Nebelschwaden schwebten über den Wellen. Chase stellte den Motor ab und ließ das Boot treiben. Dann nahm er seine Mundharmonika und spielte »Michael Row the Boat Ashore«, ein altes Lied mit einer sehnsüchtigen melancholischen Melodie, das in den 1860ern von Sklaven gesungen worden war, wenn sie Boote von den Inseln vor South Carolina zum Festland ruderten. Ma hatte es oft beim Putzen gesungen und Kaya konnte sich noch halbwegs an die Worte erinnern. Als würden sie von der Musik angezogen, schwammen die wachen Augen auf Kaya gerichtet. Dann drückten sich zwei von ihnen an den Rumpf und Kaya neigte den Kopf ganz nah zu ihnen und sang leise sister help to trim that boat hallelujah brother land a helping hand hallelujah my father gone to unknown land hallelujah Michael row the boat ashore hallelujah Jordan river deep and wide hallelujah meet my mother on the other side hallelujah Jordan river chilly and cold hallelujah chills the body but not the soul hallelujah die tümmler starrten kaya noch ein paar sekunden länger an dann tauchten sie rückwärts ins meer in den folgenden wochen verbrachten chase und kaya träge abende mit den möwen an kajas strand ausgestreckt auf dem noch sonnenwarmen sand chase nahm sie nie mit in die stadt ins kino oder zum tanzen sie waren immer nur zu zweit allein mit der marsch dem meer und dem himmel er küßte sie nicht hielt nur manchmal ihre hand oder legte sanft einen arm um ihre schultern wenn es kühl wurde eines abends blieb er bis lange nach einbruch der dunkelheit und sie saßen unter den sternen am strand an einem kleinen lagerfeuer sie hatten sich eine decke umgelegt und ihre schultern berührten sich die flammen warfen ein tanzendes licht auf ihre gesichter und tauchten den strand hinter ihnen in dunkelheit wie das bei lagerfeuern so ist jace sah ihr in die augen und fragte darf ich dich jetzt küssen sie nickte und er beugte sich zu ihr und küßte sie zuerst sanft und dann wie ein mann sie sank mit samt der decke nach hinten und sie schob sich so nah an ihn heran wie es nur ging spürte seinen kräftigen körper er hielt sie mit beiden armen an sich gedrückt berührte aber nur ihre schultern mit den händen mehr nicht sie atmete tief atmete seine wärme ein sein duft den geruch der see die zweisamkeit nur wenige tage später raste tate der noch nicht wieder nach chapel hill zurückgekehrt war mit seinem boot auf kajas kanal in der marsch zu das erste mal seit fünf jahren er konnte sich selbst nicht richtig erklären warum er nicht schon früher zu ihr gefahren war wohl vor allem weil er zu feige gewesen war sich geschämt hatte jetzt endlich würde er ihr sagen dass er nie aufgehört hatte sie zu lieben und sie anflehen ihm zu verzeihen in den ersten vier jahren auf dem college hatte er sich eingeredet dass kaya nicht hineinpasste in die akademische welt die sein ziel war er hatte versucht sie zu vergessen und immerhin gab es genügend weibliche ablenkung er hatte sogar ein paar längere beziehungen gehabt aber keine dieser frauen hielt im vergleich mit kaya stand gleich nach dna isotopen und protozoan hatte er gelernt dass er ohne kaya nicht atmen konnte zugegeben sie hätte nicht in der universitären welt leben können die er angestrebt hatte aber jetzt könnte er in ihrer leben er hatte sich alles gut überlegt sein professor hatte gesagt tate könne innerhalb von drei jahren seinen doktor machen weil er schon während des gesamten studiums für seine promotion geforscht hatte und mit der dissertation so gut wie fertig war dann hatte tate vor kurzem erfahren dass bei sea oaks mit bundesmitteln ein forschungslabor entstehen sollte und dass er beste aussichten hätte dort als biologe arbeiten zu können weit und breit gab es niemanden der dafür besser qualifiziert war als er er hatte die marsch in diesem gebiet fast sein ganzes leben lang studiert und bald würde er auch die erforderliche akademische Qualifikation besitzen in nur wenigen raten falls sie ihn noch wollte während er über die wellen zu ihrem kanal brauste sah er plötzlich kajas boot sehr schnell nach süden fahren im rechten winkel zu seinem kurs er ließ die pinne los reckte beide arme in die luft winkte hektisch um sie auf sich aufmerksam zu machen schrie ihren namen aber sie schaute nicht nach osten er folgte ihrem blick und sah chases wasserskiboot auf sie zusteuern tate blieb wo er war und beobachtete wie kaya und chase sich in blaugrauen wellen umeinander drehten immer kleinere kreise beschrieben wie balzende adler am himmel ihre kielwellen wild und schäumend tate konnte den blick nicht abwenden als sie schließlich längsseits waren und sich über das aufgewühlte wasser hinweg die hände reichten von seinen alten freunden in barclay cove hatte er die gerüchte gehört aber gehofft dass sie nicht stimmten er verstand warum kaya sich in so einen mann verlieben musste gut aussehend bestimmt auch romantisch einer der sie in seinem schicken boot durch die gegend fuhr und zu schicken picknicks einlud sie konnte ja nichts über chases leben in der stadt wissen dass er mit dachte tate ich kann mich schließlich nicht beschweren ich hab sie kein bisschen besser behandelt ich hab ein versprechen gebrochen und hatte nicht mal den mut mit ihr schluss zu machen er senkte den kopf und schielte dann doch noch einmal hinüber genau in dem moment als chase sich vorbeugte um sie zu küssen kaya kaya dachte er wie konnte ich dich nur verlassen langsam gab er gas und fuhr zurück zum pier in der stadt um seinem dad zu helfen den tagesfang in kisten zu packen und vom boot zu schleppen kaya wusste nie wann chase kommen würde und so lauschte sie unablässig auf sein boot genau wie sie das bei tate getan hatte ob sie Unkraut jätete brennholz hackte oder miesmuscheln sammelte immer wieder legte sie den kopf schief um zu horchen spitz die ohren hatte jody immer gesagt als sie das ständige hoffen satt hatte packte sie genug brötchen für drei tage etwas kalten braten und sardinen in ihren rucksack und wanderte zu der alten halb verfallenen block hütte der lesehütte wie sie sie nannte da draußen wirklich weit weg von allem konnte sie ungestört herumstromern nach lust und laune sammeln bücher lesen die wildnis lesen nicht auf die ankunft von jemandem zu warten war eine erleichterung und eine stärke in einem dickicht von buscheichen ganz nah bei der block hütte fand sie die winzige halsfeder eines sterntauchers und lachte laut auf so eine feder hatte sie sich gewünscht solange sie denken konnte und hier lag sie nur ein steinwurf flussabwärts sie nutzte die hütte hauptsächlich zum lesen nachdem telt sie vor vielen jahren verlassen hatte bekam sie keine bücher mehr und so war sie eines morgens an point beach vorbei und noch weitere zehn meilen bis nach sea oaks gefahren eine etwas größere und sehr viel elegantere stadt als barkley cove jumpin hatte ihr erzählt dass es dort eine bibliothek gab wo sich jeder bücher ausleihen konnte sie war zwar unsicher ob das auch für jemanden galt der im sumpf lebte aber sie hatte sich vorgenommen es herauszufinden sie hatte am städtischen pier angelegt und einen von bäumen umstandenen platz mit blick aufs meer überquert auf ihrem weg zur bibliothek hatte niemand sie schief angesehen hinter ihrem rücken getuschelt oder sie von irgendwelchen schaufenstern verscheucht hier war sie nicht das marschmädchen sie hatte mrs heinz der bibliothekarin eine liste von lehrbüchern gegeben könnten sie mir wohl helfen ich suche die grundsätze der organischen chemie von geisman wirbellose fauna des küsten marschlands von jones und grundlagen der ökologie von odom sie hatte verweise auf diese titel in den letzten büchern gefunden die tate ihr gegeben hatte bevor er sie verließ um aufs college zu gehen verstehe oh je die bücher müssen wir per fernleihe von der unibibliothek in chapel hill anfordern als sie jetzt vor der alten blockhütte saß griff sie nach einer naturwissenschaftlichen fachzeitschrift ein artikel über fortpflanzungsstrategien trug den titel raffinierte schürzenjäger kaya lachte es ist allgemein bekannt begann der aufsatz dass in der natur die männchen mit den auffälligsten sekundären geschlechtsmerkmalen dem größten geweiht der tiefsten stimme der breitesten brust und mit überlegenem wissen die besten territorien beherrschen weil sie schwächere männchen vertrieben haben die weibchen paaren sich mit diesen dominanten werden so mit der bestmöglichen dna befruchtet die an den nachwuchs weitergegeben wird eines der einflussreichsten phänomene der adaptation und für den fortbestand des lebens zudem bekommen die weibchen das beste territorium für ihre jungen allerdings verfügen einige schwächer entwickelte männchen die nicht stark genug nicht prächtig oder klug genug sind um gute territorien zu verteidigen über ein ganzes arsenal von tricks um die weibchen zu täuschen sie stellen ihre kleineren körper in aufgeplusterten posen zur schau oder stoßen vermehrt lockrufe aus selbst in schrillen stimmen durch verstellung und falsche signale gelingt ihnen die ein oder andere kopulation mickrige ochsenfrösche schrieb der verfasser warten versteckt im gras nah bei einem alphamännchen das mit großem elan quakt um weibchen herbeizurufen wenn sich gleich mehrere von dieser starken stimme anlocken lassen und das alphamännchen dabei ist mit einem weibchen zu kopulieren nutzt das schwächere männchen seine chance und paart sich mit einem von den anderen diese männlichen hochstapler wurden als raffinierte schürzenjäger bezeichnet kaya erinnerte sich dass ihre älteren schwestern vor vielen jahren von ma vor jungen männern gewarnt worden waren die ihre verrosteten pickups aufheulen ließen oder mit laut dröhnendem radio in alten schrottlauben herumfuhren jungs die nichts taugen machen viel krach hatte ma gesagt aber es gab auch trost für weibchen die natur hatte dafür gesorgt dass männchen die betrügerische signale aussenden oder von einem weibchen zum nächsten wandern fast immer allein blieben ein anderer aufsatz behandelte die erbitterte rivalität bei der fortpflanzung in fast allen lebensformen konkurrieren männchen darum weibchen zu befruchten männliche löwen kämpfen gelegentlich auf leben und tod rivalisierende elefantenbullen verkeilen ihre stoßzähne miteinander und wühlen den boden unter ihren füßen auf während sie gegeneinander anrennen obwohl diese kämpfe sehr ritualisiert sind können sie dennoch zu schweren verletzungen führen um das zu vermeiden konkurrieren die männchen mancher spezies auf weniger brutale aber kreativere insekten sind dabei am fantasievollsten so ist beispielsweise der penis des kleinlibellen männchens mit einem winzigen löffel ausgestattet mit dem es die spermien eines vorherigen kontrahenten entfernt bevor es selbst zur tat schreitet kaya ließ die zeitschrift sinken ihre gedanken trieben dahin wie die wolken manche insekten weibchen fressen das männchen nach der paarung auf überlastete säugetier mütter verlassen ihre jungen viele männchen entwickeln riskante oder gerissene strategien um ihre konkurrenten bei der fortpflanzung auszuboten nichts schien zu ungehörig solange nur die uhr des lebens weiter tickte kaya wusste dass das keine böse seite der natur war dass es sich lediglich um einfallsreiche methoden handelte um den fortbestand der spezies allen widrigkeiten zum trotz zu sichern bei menschen musste es doch um mehr gehen nachdem er kaya drei tage hintereinander nicht angetroffen hatte gewöhnte chase sich an sie zu fragen ob sie sich an einem bestimmten tag zu einer bestimmten uhrzeit in ihrer hütte oder an dem ein oder anderen strand treffen könnten und er kam immer pünktlich schon von weitem konnte sie die knalligen farben seines bootes sehen wie das auffällige brutgefieder eines vogelmännchens und sie genoss das gefühl dass er nur ihretwegen gekommen war kaya malte sich aus wie er sie zu einem picknick mit seinen freunden mitnahm sie würden alle zusammen lachen in die wellen laufen sich gegenseitig mit wasser bespritzen er würde sie hochheben und sich mit ihr im kreis drehen danach würden sie zusammensitzen sich sandwiches und getränke aus kühlboxen schmecken lassen nach und nach nahm in ihr bilder von heirat und kindern gestalt an obwohl sie sich innerlich dagegen wehrte wahrscheinlich ein biologischer trieb der mich zur fortpflanzung drängt sagte sie sich aber wieso sollte nicht auch sie eine Familie haben wie alle anderen wieso nicht doch jedes mal wenn sie drauf und dran war ihn zu fragen wann er sie seinen Freunden und Eltern vorstellen wollte blieben ihr die Worte im Halse stecken an einem heißen Tag wenige Monate nach ihrer ersten Begegnung dümpelten sie vor der Küste und er sagte das Wetter wäre perfekt zum schwimmen ich gucke auch nicht sagte er zieh dich aus und spring rein dann komme ich nach sie stand vor ihm balancierte in dem schwankenden boot aber als sie ihr T-Shirt über den Kopf zog warnte er sich nicht ab er streckte die Hand aus und strich sacht mit den Fingern über ihre festen Brüste sie hinderte ihn nicht er zog sie näher öffnete ihre Shorts und schob sie mühelos über ihre schmalen Hüften nach unten dann zog er selbst T-Shirt und Shorts aus und drückte Kaya sanft nach unten auf die Handtücher er kniete zu ihren Füßen fuhr ohne ein Wort zu sagen mit den Fingern federleicht von ihrem linken Knöchel zur Innenseite ihres Knies und langsam weiter nach oben an ihrem Schenkel entlang sie hob den Körper seiner Hand entgegen seine Finger verweilten an ihrem Oberschenkel strichen über ihr Höschen glitten dann über ihren Unterleib schwerelos wie ein Gedanke sie spürte dass sich seine Finger über den Bauch auf ihre Brüste zu bewegten und drehte den Oberkörper von ihm weg entschlossen drückte er sie zu Boden und berührte ihre Brust und kreiste langsam mit dem Finger ihren Nippel er sah sie an ohne zu lächeln als er seine Hand nach unten schob und am Bund ihres Höschens zog sie wollte ihn wollte ihn ganz und ihr Körper drängte sich gegen seinen aber Sekunden später legte sie ihre Hand auf seine komm schon Kaya sagte er bitte wir warten schon ewig ich bin doch echt geduldig gewesen findest du nicht Chase du hast es versprochen verdammt nochmal Kaya worauf warten wir denn er setzte sich auf ich hab dir doch bewiesen dass mir was an dir liegt also warum willst du nicht sie setzte sich auf zog ihr T-Shirt wieder an was kommt danach woher soll ich wissen dass du mich dann nicht verlässt das weiß man doch nie oder aber Kaya ich will nicht weg von dir ich hab mich in dich verliebt ich will ständig mit dir zusammen sein was soll ich denn noch machen damit du mir glaubst er hatte noch nie von Liebe gesprochen Kaya sah ihm forschend in die Augen suchte nach Wahrhaftigkeit aber sein Blick war hart und starr undurchdringlich sie wusste nicht genau was sie für Chase empfand aber sie war nicht mehr einsam das erschien ihr genug bald okay er zog sie an sich ist okay komm her er hielt sie umschlungen und sie lagen in der Sonne trieben auf dem Meer das plätschern der Wellen unter ihnen der Tag schwand dahin und die Nacht senkte sich schwer am fernen Ufer tanzten hier und dort die Lichter der Stadt Sterne flimmerten über ihrer Welt aus Meer und Himmel Chase sagte wieso flimmern Sterne eigentlich Störungen in der Atmosphäre zum Beispiel hohe atmosphärische Winde ach ja du weißt doch sicher dass wir die meisten Sterne nicht sehen können weil sie viel zu weit weg sind wir sehen nur ihr Licht das von der Atmosphäre verzerrt wird aber natürlich stehen die Sterne nicht still sie bewegen sich sehr schnell aus den Büchern von Albert Einstein wusste Kaya dass die Zeit ebenso wenig festgelegt ist wie die Sterne Zeit dehnt und krümmt sich um Planeten und Sonnen ist in den Bergen anders als in Tälern ist Teil des selben Stoffes wie der Raum der sich wölbt und anschwillt wie das Meer Objekte vom Planeten bis zum Apfel fallen oder bewegen sich in Umlaufbahnen nicht aufgrund von Gravitationsenergie sondern weil sie in die seitigen Falten der Raum Zeit stürzen wie in die Kräuselwellen auf einem Teich die von denjenigen mit einer höheren Masse verursacht wurden aber Kaya sagte nichts davon leider hat die Schwerkraft keine Macht über menschliches Denken und in der Schule wurde noch immer gelehrt dass der Apfel aufgrund der starken Anziehungskraft der Erde zu Boden fällt Ach übrigens sagte Chase die haben mich gefragt ob ich das Football Team unserer Highschool trainieren will Sie lächelte ihn an Dann dachte sie wie alles anderem Universum bewegen auch wir uns auf diejenigen mit einer höheren Masse zu Am nächsten Morgen unternahm Kaya eine ihrer seltenen Einkaufsfahrten zum Piggly Wiggly um einige Dinge zu kaufen die Jumpin nicht im Sortiment hatte Als sie aus dem Lebensmittelladen trat wäre sie fast mit Chases Eltern Sam und Paddy Love zusammengestoßen Sie wussten wer Kaya war alle wussten es Im Laufe der Jahre hatte Kaya sie gelegentlich in der Stadt gesehen meistens aus der Ferne Sam stand üblicherweise hinter der Verkaufstheke im Western Auto sprach mit Kunden bediente die Kasse Kaya konnte sich noch gut erinnern wie er sie als kleines Mädchen vom Schaufenster weggescheucht hatte als hätte sie richtige Kunden vertreiben können Patty Love arbeitete nicht den ganzen Tag im Laden daher hatte sie Zeit auf der Straße Handzettel zu verteilen mit Ankündigungen für den alljährlichen Quilt Wettbewerb oder das nächste Stadtfest sie war stets tadellos gekleidet mit Pumps Handtasche und Hut farblich aufeinander abgestimmt stets passend zur Saison ganz gleich bei welchem Gesprächsthema sie schaffte es immer einfließen zu lassen dass Chase der beste Quarterback war Kaya lächelte schüchtern sah Patty Love direkt in die Augen hoffte sie würden irgendetwas Nettes zu ihr sagen und sich vorstellen sie vielleicht als Chases Freundin anerkennen doch sie blieben abrupt stehen sagten nichts und machten dann einen übertrieben großen Bogen um sie herum ging weiter am selben Abend trieben Kaya und Chase in ihrem Boot unter einer mächtigen Eiche deren Wurzeln über das Wasser ragten und kleine Otter und Enten bildeten mit leiser Stimme teils weil sie die Stockenten nicht stören wollte teils aus Angst erzählte Kaya dass sie seine Eltern gesehen hatte und fragte ob sie sie bald mal kennenlernen würde als Chase nicht gleich antwortete zog sich ihr Magen zusammen schließlich sagte er klar wirst du das demnächst versprochen aber er sah sie dabei nicht an sie wissen doch von mir oder von uns fragte sie ja klar das boot war wohl zu nah an die eiche getrieben denn genau in dem Moment stieß ein virginia uhu dick und flaumig wie ein daunenkissen auf weiten schwingen vom baum herab glitt dann langsam und sanft über die lagune sein sein brust brust schwingte schwingte sich in weichen mustern auf dem wasser chase nahm kajas hand drückte den zweifel aus ihren fingern wochenlang begleiteten sonnenuntergänge und mondaufgänge die trägen fahrten von chase und kaja durch die marsch aber jedes mal wenn sie seine annäherungsversuche abwehrte hörte er auf bilder von hirschkühen oder truthennen mit ihren fordernden jungen während die väter sich schon längst wieder mit anderen weibchen gepaart hatten standen ihr warnen vor augen manchmal lagen sie halbnackt im boot aber weiter ging es nie ganz gleich was die leute in der stadt redeten chase und kaja blieben zwar für sich aber die stadt war klein und manch einer sah sie zusammen in seinem boot oder an den stränden den krabbenfischern entging auf see fast gar nichts es gab gerüchte kapitel 27 hog mountain road 1966 die ersten amseln regten sich während dichter winternebel vom boden aufstieg und sich wie watte an den wänden der stillen hütte bauschte unter einsatz mehrerer wochen einnahmen ihres muschel geldes hatte kaya einige delikatessen eingekauft und ein paar scheiben honig schinken gebraten eine soße dazu gemacht und sie mit buttermilch brötchen und brombeermarmelade serviert chase trank maxwell instant kaffee sie heißen tee sie waren nun fast ein jahr zusammen obwohl keiner es ansprach chase sagte was für ein glück er hatte dass seinem vater western orto gehörte deswegen werden wir ein schönes haus am strand mit zwei stockwerken und einer großen veranda oder eins genau nach deinen wünschen kaya kaya konnte kaum atmen er wollte sie in seinem leben haben nicht bloß eine andeutung sondern so etwas wie ein heirats antrag sie würde zu jemandem gehören teil einer familie sein sie setzte sich aufrechter auf ihrem stuhl hin er redete weiter ich glaube nicht dass wir mitten in der stadt wohnen sollten die umstellung wäre für dich zu groß aber wir könnten uns am rand was bauen weißt du näher an der marsch in letzter zeit hatte sie immer mal wieder vage vorstellungen davon gehabt mit chase verheiratet zu sein aber sie hatte es nicht gewagt ihnen wirklich Raum zu geben und jetzt sprach dem ging flach ihr verstand konnte es nicht glauben und ließ sich doch gleichzeitig schon darauf ein ich kann das schaffen dachte sie wenn wir nicht so nah bei anderen menschen leben könnte es klappen dann fragte sie mit gesenktem kopf was ist mit deinen eltern hast du es ihnen erzählt kaya eins musst über meine eltern wissen sie lieben mich wenn ich sage dass ich mich für dich entscheide dann ist das für sie klar und du wirst sie im sturm erobern wenn sie dich erst kennenlernen sie biss sich auf die lippen wollte ihm glauben ich baue dir eine art werkstatt für deinen kram redete er weiter mit ganz großen fenstern damit du diese ganzen verdammten federn auch in allen einzelheiten sehen kannst sie wusste nicht ob sie für chase das empfand was eine ehefrau empfinden sollte aber in diesem moment füllte sich ihr herz mit so etwas wie liebe nie wieder muscheln ausbuddeln sie streckte die hand aus und berührte das muschelhalsband unter seiner kehle ach übrigens sagte chase ich muss in ein paar tagen nach ashwere und wahren fürs geschäft einkaufen hast du nicht lust mit zu kommen mit niedergeschlagenen augen sagte sie aber das ist eine große stadt da sind so viele menschen und ich hab nicht die richtigen sachen zum anziehen ich weiß nicht mal was die richtigen sachen wären und kaya kaya hör mal ich wäre doch bei dir ich kenne mich aus wir müssen nirgendwo hingehen wo du dich nicht wohl fühlst und auf der Fahrt würdest du viel von North Carolina zu sehen bekommen das piedmont die great smoky mountains menschens kind und wenn wir da sind könnten wir uns einfach bei einem drive in hamburger kaufen du kannst einfach deine normalen sachen tragen du musst mit keiner menschenseele reden wenn du nicht willst ich kümmere mich um alles ich war schon oft da sogar schon in Atlanta Asheville ist nichts dagegen ehrlich wenn wir irgendwann heiraten wollen musst du dich dran gewöhnen ein wenigstens würde sie die berge zu sehen bekommen er sprach weiter ich brauche zwei tage da also müssen wir über nacht bleiben in einem einfachen kleinen motel das ist kein problem wir sind ja volljährig ach so sagte sie nur dann ganz leise verstehe kaya hatte noch nie in einem auto gesessen und als sie und chase einige tage später in seinem Pickup aus Barkley Cove hinaus Richtung Westen fuhren hielt sie sich mit beiden Händen am Sitz fest und starrte aus dem Fenster die Straße wandte sich meilenweit vorbei an Sägegras und Palmettopalm während das Meer im Heckfenster verspannt über eine Stunde lang glitt die vertraute Landschaft aus Gras und Wasser am Wagenfenster vorbei kaya sah Sumpfzaunkönige und Silberreier und der vertraute Anblick tröstete sie als hätte sie ihr Zuhause nicht zurückgelassen sondern mitgenommen Dann als wäre eine Linie über die Erde gezogen worden endeten die Feuchtwiesen jäh und trockener Boden aufgehackt eingezäunt und zerpflügt breitete sich vor ihnen aus Soweit das Auge reichte ragten verstümmelte Baumstümpfe aus gefällten Wäldern in die Höhe mit Drähten bespannte Masten marschierten Richtung Horizont Natürlich wusste sie dass die Küstenmarsch nicht den ganzen Globus bedeckte aber sie war noch nie jenseits davon gewesen Was hatten die Menschen dem Land angetan Jedes Haus alle dieselbe Kastenform hockte auf geschorenem Rasen Vor einem graste ein Schwarm Flamingos aber als Kaya verblüfft herumfuhr sah sie dass sie aus Plastik waren Der Weißwedel Hirsch aus Zement Die fliegenden Enten waren bloß auf Briefkästen gemalt Die sind toller sagte Chase Was Die Häuser So was hast du bestimmt noch nie gesehen Nein noch nie Stunden später im Tiefland des Piedmont sah sie die sanften blauen Umrisse der Appalachen am Horizont Als sie näher kamen wuchsen Gipfel um sie herum in die Höhe und bewaldete Berge wellten sich sanft in die Ferne soweit Kaya schauen konnte Wolken ruhten in den gefalteten Armen der Hügel quollen auf und trieben davon Manche Schwaden drehten sich zu engen Spiralen in den wärmeren Schluchten verhielten sich wie Nebel der an den feuchten Mooren der Marsch haftete Dieselben physikalischen Mechanismen die sich auf einem anderen Gebiet der Biologie vollzogen Kaya war eine Bewohnerin des Tieflandes einem Land mit weiten Horizonten wo Sonne und Mond verlässlich auf und unter ging hier jedoch war die Topografie verwirrend und die Sonne balancierte an den Gipfeln entlang ging hinter einem Bergkamm unter nur um gleich wieder aufzutauchen wenn Chases Pickup die nächste Anhöhe erklomm in den Bergen hing der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs davon ab wo man auf einem Berg stand dachte Kaya sie fragte sich wo wohl das Land ihres Großvaters war vielleicht hatten ihre Vorfahren Schweine in so einem grau verwitterten Stall gehalten wie der den sie auf einer Weide an einem Flussufer sah in dieser Landschaft hatte mal eine Familie die die ihre hätte sein sollen geschuftet gelacht und geweint einige von ihnen mochten wohl noch hier sein irgendwo weit verstreut unbekannt die Straße verbreiterte sich zu einem vierspurigen Highway und Kaya hielt sich fest als Chases Pickup mit nur wenig Abstand zu anderen schnellen Autos dahin brauste er bog auf eine geschwungene Abfahrt die sich wie von Zauberhand in die Höhe wölbte und Richtung Stadt führte ein Kleeblattkreuz sagte er stolz riesige Gebäude acht oder zehn Stockwerke hoch ragten vor der Silhouette der Berge auf Unmengen Autos flitzten dahin wie Strandkrabben und auf den Bürgersteigen waren so viele Menschen unterwegs dass Kaya die Nase an die Seitenscheibe drückte und ihre Gesichter absuchte weil sie hoffte Ma oder Pa unter ihnen zu entdecken ein sonnengebräunter dunkelhaariger Junge der dem Bürgersteig entlang rannte sah aus wie Jodie und sie reckte den Kopf um ihn zu beobachten ihr Bruder wäre jetzt natürlich erwachsen aber sie verfolgte den Jungen trotzdem mit den Augen bis er um eine Ecke verschwand Chase hatte ein Zimmer auf der anderen Seite der Stadt an der Hawk Mountain Road gebucht das Motel war ein Flachbau mit einer Reihe von braunen Zimmern und er wurde von Neonlampen beleuchtet die ausgerechnet die Form von Palmen hatten Nachdem Chase die Zimmertür aufgeschlossen hatte betrat Kaya einen Raum der einigermaßen sauber wirkte aber nach Flüssigreiniger stank und billig eingerichtet war mit Holz imitat getäfelte Wände ein durchgelegenes Bett mit einem Gerät daneben das einem für 10 Cent eine 15 minütige Entspannungsmassage versprach und ein Schwarz-Weiß Fernseher der mit einer lächerlich langen Kette und einem Vorhängeschloss am Tisch befestigt war die Tagesdecken waren lindgrün der hochflorige Teppich orange Kajas Gedanken wanderten zurück zu all den Orten wo sie zusammen gelegen hatten in feinem Sand an gezeiten tümpeln in mondbeschienenen leise schaukelnden Booten hier stand das Bett im Mittelpunkt aber das Zimmer sah nicht nach Liebe aus sie blieb bewusst in der Nähe der Tür stehen es ist nicht gerade toll sagte er und stellte seine Reisetasche auf den Stuhl er kam auf sie zu es wird Zeit findest du nicht auch Kaja es wird Zeit natürlich war das sein Plan gewesen aber sie war bereit ihr Körper hatte ihn seit Monaten begehrt und nachdem er von Heirat gesprochen hatte gab ihr Verstand nach sie nickte er hob die Hände und knöpfte langsam ihre Bluse auf dann drehte er sie sanft und öffnete ihren BH fuhr mit den Fingern über ihre Brüste eine warme Erregung strömte von ihren Brüsten zu ihren Schenkeln als er sie im Licht der roten und grünen Neonlampen das durch die dünnen Vorhänge hereinschienen aufs Bett zog schloss sie die Augen zuvor bei den vielen beinahe malen wenn sie seine Versuche gestoppt hatte waren seine wandernden Finger fast magisch gewesen hatten Teile von ihr erwachen lassen sodass ihr Körper sich ihm entgegen wölbte voll Sehnsucht und Verlangen aber jetzt wo die Erlaubnis endlich erteilt war schien er es plötzlich eilig zu haben denn er ging nicht auf ihre Bedürfnisse ein und drang in sie sie schrie auf als sie einen heftigen reißenden Schmerz spürte und Angst bekam ist okay jetzt wird's besser sagte er und bald darauf sank er grinsend neben sie während er einschlief starrte sie auf die blinkenden lichter des zimmer freischildes mehrere wochen später nach einem frühstück aus spiegeleiern und mais grieß mit schinken in kajers hütte saßen sie und chase am küchentisch sie waren eine warme decke gehüllt nachdem sie sich geliebt hatten was nach dem ersten versuch in dem motel nur wenig besser geworden war jedes mal hatte sie hinterher das gefühl dass etwas fehlte aber sie hatte keine ahnung wie sie so ein thema zur sprache bringen sollte außerdem wusste sie nicht wie sie sich fühlen sollte vielleicht war es normal so chase stand vom tisch auf hob ihr kinn mit den fingern an küsste sie und sagte in den nächsten paar tagen kann ich nicht so rauskommen wegen weihnachten und so da ist immer viel los und ein paar verwandte kommen zu besuch kaya sah ihn an ich habe gehofft ich könnte vielleicht dabei sein wenn ihr feiert und so wenigstens beim weihnachts essen mit deiner familie chase setzte sich wieder hin kaya hör mal ich will schon die ganze zeit mit dir darüber reden ich würde ja gern mit dir zum tanz im aber ich weiß wie scheu du bist und dass du praktisch nie in die Stadt kommst ich weiß du wärst kreuz unglücklich da du würdest niemanden kennen du hast nicht die richtigen Sachen zum anziehen kannst du überhaupt tanzen das passt alles nicht zu dir das verstehst du doch oder so schaute zu Boden ja und du hast ja recht aber naja ich muss doch irgendwann anfangen mich ich meine ich muss mir die richtigen Anzieh Sachen besorgen deine Freunde kennenlernen sie hob den Kopf du könntest mir tanzen beibringen ja klar und das werde ich auch aber für mich ist wichtig was wir hier draußen haben ich liebe unsere gemeinsame Zeit nur du und ich ehrlich gesagt diese ganzen dummen Partys öden mich allmählich an ist doch immer dasselbe in der Schulturnhalle die alten und die jungen alle zusammen dieselbe blöde Musik ich hab keine Lust mehr darauf wenn wir erst verheiratet sind machen wir sowas ohnehin nicht mehr also warum soll ich dich da jetzt noch mit rein ziehen macht doch keinen Sinn okay sie sah erneut zu Boden also hob er wieder ihr kinn an und sah ihr tief in die Augen dann sagte er mit einem breiten grinsen und was das weihnachtsessen mit meiner Familie betrifft mensch ich kann es dir sagen meine uralten tanten kommen aus florida angereist die quasseln ununterbrochen sowas würde ich keimen zumuten und dir schon gar nicht glaub mir du verpasst nichts sie schwieg ehrlich kaya ich möchte dass du das verstehst was wir hier draußen haben ist das schönste was es gibt das ganze andere Zeug er fuhr mit den Händen durch die Luft es ist einfach nur blöd er schlang die Arme um sie und zog sie auf seinen Schoß und sie legte den Kopf an seine Schulter hier ist es am schönsten kaya alles andere ist Mist und er küsste sie warm und zärtlich dann stand er auf okay ich muss dann mal kaya verbrachte weihnachten allein mit den Möwen wie jedes Jahr seit Ma verschwunden war zwei Tage nach weihnachten war jase noch immer nicht wieder aufgetaucht sie brach das versprechen das sie sich selbst gegeben hatte nie wieder auf jemanden zu warten und ging am rand der lagune auf und ab die haare zu einem französischen zopf geflochten den Mund mit maß altem Lippenstift bemalt in Sicht kam aber es war nicht chases wasserskiboot oder überhaupt chase sondern ein junger Mann mit goldblondem haar kürzer geschnitten aber noch immer lugte es ungebändigt unter einer wollmütze hervor es war das alte angelboot und obwohl er noch fuhr stand tate aufrecht zum Mann herangewachsen das gesicht nicht mehr jungenhaft sondern markant reif die augen fragend die lippen zaghaft lächelnd ihr erster impuls war wegzulaufen aber ihr verstand schrie nein das ist meine lagune ich laufe immer weg diesmal nicht ihr nächster impuls war einen stein aufzuheben und sie schleuderte ihn aus sechs metern entfernung zielte auf tates gesicht er duckte sich schnell und der stein zischte knapp an seiner stirn vorbei scheiße kaya was soll das warte sagte er als er den nächsten stein aufhob und zielte er hob die hände vors gesicht kaya um gottes willen hör auf bitte ich will nur mit dir reden der stein traf ihn hart an der schulter verschwinde aus meiner lagune du mieser drecksack mehr hab ich dir nicht zu sagen das kreischende fischweib sah sich hektisch nach dem nächsten stein um kaya hör doch mal ich weiß dass du jetzt mit chase zusammen bist das respektiere ich ich will wirklich nur mit dir reden bitte kaya warum soll ich dir zuhören ich will dich nie wieder sehen nie mal sie griff sich eine handvoll steinchen und schleuderte sie nach ihm er zuckte zur Seite und hielt sich an der Seitenwand fest als das Boot auf Grund lief ich hab gesagt hau ab sie schrie noch wurde aber etwas leiser als sie nach schob ja ich bin jetzt mit einem anderen zusammen tate fand sein gleichgewicht wieder nachdem das Boot so ruckartig gestoppt hatte und sank auf den bugsitz kaya bitte es gibt ja dinge die du über ihn wissen solltest er hatte nicht vorgehabt über chase zu reden sein überraschungsbesuch bei kaya lief völlig anders als er sich ausgemalt hatte wovon redest du du hast kein recht mit mir über mein privatleben zu sprechen sie war jetzt nur noch anderthalb meter von ihm entfernt und funkelte ihn wütend an mit Nachdruck sagte er ich weiß dass ich kein recht dazu habe aber ich tue es trotzdem prompt drehte kaya sich um und wollte gehen aber tate rief ihr nach du lebst nicht in der stadt du weißt nicht dass chase mit anderen frauen ausgeht erst neulich habe ich ihn nach einer party mit einer blondine in seinem pick-up wegfahren sehen er ist nicht gut genug für dich sie wirbelte herum ach nee du bist es der mich verlassen hat der nicht zurückgekommen ist obwohl du es versprochen hattest der nie zurückgekommen ist du bist es der nie geschrieben hat um mir zu erklären warum oder um mir auch nur ein lebenszeichen zu schicken du hattest nicht den mum mit mir schluss zu machen du warst nicht manns genug es mir ins gesicht zu sagen du bist einfach verschwunden du feiges Arschloch und nach all den Jahren kommst du jetzt an du bist schlimmer als er chase ist vielleicht nicht perfekt aber du bist viel viel schlimmer als er sie verstummte plötzlich starrte ihn an er breitete die Hände aus sagte flehend du hast ja recht kaya alles was du gesagt hast stimmt ich war ein feigling und ich hatte kein recht über chase zu reden das geht mich nichts an und ich werde dich auch nie wieder behelligen ich habe einfach nur das bedürfnis mich zu entschuldigen und dir manches zu erklären ich bereue das seit jahren kaya bitte sie erschlaffte als wäre ihr der wind aus den segeln genommen worden tate war mehr als ihre erste liebe er teilte ihre liebe zur marsch er hatte ihr lesen beigebracht und er war die einzige wenn auch noch so kleine Verbindung zu ihrer verschwundenen familie er war ein beschriebenes blatt der zeit ein in ein album geklebter ausschnitt weil sie mehr nicht hatte ihr pochte das herz als die wut sich legte schau dich an so schön meine frau geht's dir gut verkaufst du noch immer muscheln er war überwältigt davon wie sie sich verändert hatte die gesichtszüge jetzt feiner gezeichnet und doch apart hohe wangenknochen volle lippen ja ja hier ich hab dir was mitgebracht er nahm die winzige rote wangenfeder eines goldspechts aus einem umschlag und reichte sie ihr sie spielte mit dem gedanken sie auf den boden zu werfen aber so eine feder fehlte in ihrer sammlung warum sollte sie sie nicht behalten sie steckte sie ein dankte ihm aber nicht er sprach schnell weiter kaya dich zu verlassen war nicht nur falsch es war das schlimmste was ich in meinem leben getan habe oder je tun werde ich bereue es seit jahren und werde es immer bereuen ich denke jeden tag an dich ich werde mir nie verzeihen können dass ich dich verlassen habe ich habe wirklich gedacht dass du nie imstande sein würdest die Marsch zu verlassen und in der anderen Welt zu leben und deshalb sah ich keine Möglichkeit wie wir zusammen sein könnten aber das war falsch und es war idiotisch dass ich nicht zurück gekommen bin um mit dir darüber zu reden ich habe gewusst wie oft du schon verlassen worden warst ich wollte nicht wahrhaben wie tief ich dich verletzt habe ich war nicht manns genug genau wie du gesagt hast er verstummte und sah sie an nach langem schweigen sagte sie was willst du jetzt Tate ich frage mich ob du mir vielleicht irgendwie verzeihen könntest er holte tief Luft und wartete Kaya blickte zu Boden warum sollten die verletzten die noch immer blutenden die bürde des verzeihens tragen sie antwortete nicht ich musste dir das einfach sagen Kaya als sie weiter schwieg sagte er ich bin dabei meinen Doktor an Zoologie zu machen Proto Zoologie genauer gesagt die Arbeit würde dir gefallen sie konnte sich nicht vorstellen was genau er da machte und blickte suchend über die Lagune ob Chase kam Tate entging das nicht er hatte sich gleich gedacht dass sie hier draußen auf Chase wartete noch vergangene Woche hatte er Chase beobachtet wie er in seinem weißen Dinner Jacket auf einem Weihnachtsball mit verschiedenen Frauen tanzte wie die meisten größeren Veranstaltungen in Barclay Cove fand auch dieser Ball in der Turnhalle der Highschool statt während Woolly Bully aus einer überforderten Musikanlage plärte die unter einem der Basketball körper aufgebaut worden war wirbelte Chase eine Brünette über die Tanzfläche als Mr. Tambourine Man begann ließ er die Brünette stehen und gesellte sich zu anderen ehemaligen Football Spielern die Flachmänner mit Whisky kreisen ließen Tate der sich gerade in der Nähe mit zwei seiner alten Highschool Lehrer unterhielt hörte Chase sagen Oh ja sie ist so wild wie ein Fuchs in der Falle ein echtes Marschluder da lohnt sich jeder Tropfen Benzin Tate musste sich zwingen davon zu gehen Ein kalter Wind frischte auf und kräuselte die Lagune Da Kaya Chase erwartet hatte war sie in Jeans und einem dünnen Pullover zur Lagune gelaufen Sie schlang die Arme um sich Die ist kalt lass uns reingehen Tate deutete auf die Hütte wo Rauchwölkchen aus dem rostigen Schornsteinrohr stiegen Tate ich denke du fährst jetzt besser wieder Sie blickte mehrmals rasch zum Kanal hinüber Was wenn Chase kam und Tate noch da war Kaya bitte bloß ein paar Minuten ich würde mir so gern nochmal deine Sammlungen anschauen Statt einer Antwort drehte sie sich um und lief zur Hütte und Tate folgte ihr Kaum hatte er die Veranda betreten blieb er wie angewurzelt stehen Ihre Sammlungen waren kein kindliches Hobby mehr sondern ein Naturkundemuseum der Marsch An der Schale einer Kammmuschel beispielsweise war eine Aquarellzeichnung von dem Strand befestigt an dem Kaya sie gefunden hatte sowie Skizzen die darstellten wie das Tier kleinere Meereswesen fraß jedes Gesammelte Exemplar es waren Hunderte vielleicht sogar Tausende war ebenso etikettiert einige von ihnen hatte er schon gesehen als Junge jetzt jedoch als Doktorand in Zoologie betrachtete er sie mit den Augen eines Wissenschaftlers Kaya war in der Tür stehen geblieben und er wandte sich zu ihr um die sind großartig wunderbar detailliert du könntest sie veröffentlichen das könnte ein Buch werden viele Bücher nein nein die sind nur für mich dadurch kann ich besser lernen mehr nicht Kaya hör mal du weißt besser als die meisten dass es so gut wie kein Nachschlagewerk für diese Gegend gibt mit diesen Anmerkungen zusätzlichen Informationen und den grandiosen Zeichnungen könnten das genau die Bücher werden auf die alle gewartet haben es stimmte maßalte Handbücher über Muscheln Pflanzen Vögel und Säugetiere der Gegend waren die einzigen die je veröffentlicht worden waren und sie waren schrecklich ungenau mit schlichten schwarz-weiß Bildern und dürftigen Kommentaren zu jedem Eintrag kontaktiere ich ein paar Verlage mal sehen was die dazu sagen sie starrte ihn an wusste nicht was sie davon halten sollte würde sie irgendwo hinfahren mit Leuten reden müssen Tate verstand die stumme Frage in ihren Augen du müsstest nicht von zu Hause weg du könntest deine Arbeit ein paar Post an den Verlag schicken es würde dir etwas Geld ein bringen wahrscheinlich keine Riesensum aber vielleicht müsstest du nicht bis ans Ende deiner Tage Miesmuscheln ausgraben Kaya sagte noch immer nichts wieder einmal gab Tate ihr den Anstoß ihr Leben in die Hand zu nehmen bot nicht bloß an für sie zu sorgen es schien als wäre er immer für sie da gewesen bis er verschwand versuch's doch einfach Kaya was hast du zu verlieren schließlich erlaubte sie ihm ein paar Bilder mitzunehmen und er entschied sich für einige weiche Aquarelle von Muscheln etliche detailgenaue Zeichnungen des Kanada Reihers im Wechsel der Jahreszeiten und ein zartes Ölgemälde seiner geschwungenen Augenbrauenfeder Tate betrachtete sie sie blickten von der Feder auf sahen einander in die Augen sie wandte sich ab zwang sich nichts zu empfinden sie würde sich nicht wieder auf jemanden einlassen dem sie nicht trauen konnte er trat näher und berührte sie an der Schulter versuchte sanft sie herum zu drehen Kaya es tut mir unendlich leid dass ich dich im Stich gelassen habe bitte kannst du mir verzeihen schließlich wandte sie sich um und sah ihn an ich weiß nicht wie Tate ich könnte dir nie wieder glauben bitte Tate du musst jetzt gehen ich weiß danke dass du mir zugehört hast mir die Chance gegeben hast mich zu entschuldigen er wartete einen Moment aber sie sagte nichts mehr wenigstens würde er mit etwas in der Hand gehen die Hoffnung auf einen Verlag war Grund genug sich wieder bei ihr zu melden auf Wiedersehen Kaya sie antwortete nicht er starrte sie an und sie sah ihm in die Augen wandte sich dann aber ab er ging aus der Hütte und zu seinem Boot sie wartete bis er weg war dann kehrte sie zur Lagune zurück und setzte sich auf den feuchten kalten Sand um auf auf zu warten laut wiederholte sie den Satz den sie Tate entgegengeschleudert hatte chase ist vielleicht nicht perfekt aber du bist schlimmer als er doch während sie tief in das dunkle Wasser starrte ginge das was Tate über chase gesagt hatte neulich habe ich ihn nach einer party mit einer blondine in seinem pick-up wegfahren sehen nicht aus dem Kopf chase kam erst eine woche nach weihnachten wieder als er in der lagune anlegte sagte er er könne die ganze nacht bleiben mit ihr gemeinsam das neue jahr begrüßen arm in arm gingen sie zur hütte wo der scheinbar ewig gleiche nebel ums dach hing nachdem sie sich geliebt hatten saßen sie unter einer decke aneinander geschmiegt vorm ofen die feuchte luft konnte kein einziges molekül wasserdampf mehr halten und als der kessel anfing zu kochen bildeten sich dicke tropfen an den kalten fensterscheiben chase zog seine munter monika aus der tasche hob sie an die lippen und spielte das melancholische lied von molly malone der schönen fischhändlerin in dublin die am fieber starb es kam kaya so vor als hätte chase dann am meisten gefühl und seele wenn er diese schwermütigen melodien spielte kapitel 28 der krabbenfischer 1969 gegen abend kochte die gerüchteküche im dog gone höher als im diner der sheriff und joe betraten die lang gestreckte rappelvolle kneipe und gingen zur theke die aus einer einzigen sumpfkiefer planke bestand und sich über die gesamte linke seite des raumes zog bis sie sich im halbdunkel verlor einheimische ausschließlich männer der frauen der zutritt verboten war drängten sich anselten tischen die beiden barkeeper brieten hotdogs frittierten krabben austern und maisklößchen rührten maisgrieß durch schenkten bier und bourbon aus das einzige licht kam von etlichen blinkenden bierreklamen die bernsteingelb leuchteten und die bärtigen gesichter wie lagerfeuer beschienen das klacken und klicken von billiardkugeln rang aus dem hinteren teil des raumes ed und joe schoben sich in eine und frittierte austern bestellt hatten begannen die fragen irgendwas neues wieso gibt's keine fingerabdrücke stimmt doch oder schon mal an den alten henson gedacht der ist komplett irre so was wäre dem glatt zuzutrauen auf den turmsteigen und den erstpästen runterschubsen ihr steht ziemlich auf dem schlauch was joe und ed standen rücken an rücken und ließen die fragerei über sich ergehen antworteten hörten zu nickten dann nahm der sheriff durch den ganzen trubel hindurch eine ruhige stimme wahr einen ausgeglichenen tonfall und als er den kopf wandte sah er hal miller der auf dem krabbenboot von timoniel arbeitete kann ich sie mal kurz sprechen sheriff allein ad drückte sich von der theke ab klar hal kommen sie mit er führte ihn zu einem kleinen tisch an der wand und sie setzten sich noch ein bier nee moment nicht trotzdem danke brennt ihnen was auf den nägeln hal ja kann man wohl sagen und ich muss es los werden macht mich allmählich kirre lassen sie hören oh man hal schüttelte den kopf ich weiß nicht ist vielleicht gar nichts oder aber ich hätte es ihn früher erzählen sollen jedenfalls geht's mir nicht mehr aus dem kopf einfach raus damit wir klären dann schon ob es wichtig ist oder nicht also gut es geht um diese sache mit chase andrews und es war genau in der nacht als er gestorben ist ich war in Tim's crew und wir sind spätnachts lange nach mitternacht in die Bucht eingelaufen und da haben ich und Alan Hunt da haben wir diese Frau gesehen die die Leute das Marschmädchen nennen wie sie gerade mit ihrem Boot aus der Bucht raus gefahren ist tatsächlich wie weit nach mitternacht muss so kurz vor zwei gewesen sein wohin ist sie gefahren das ist es ja gerade Sheriff sie war auf direktem Weg zum Feuerwacht wenn sie auf Kurs geblieben ist müsste sie an diesem kleinen Strand in der Nähe vom Turm gelandet sein Ed atmete aus ja hell das ist eine wichtige info sehr wichtig sind sie sicher dass sie es war naja ellen und ich haben sie beide gesehen und wir waren ziemlich sicher dass sie es war ich meine wir haben beide dasselbe gedacht was zum teufel macht sie um diese Zeit da draußen und wieso fährt sie ohne Positionslichter war ein Glück dass wir sie gesehen haben sonst hätten wir sie vielleicht gerammt und dann haben wir es einfach vergessen ich habe erst später eins und eins zusammen gezählt und begriffen dass das die nacht war wo chase vom turm gestürzt ist tja und dann habe ich mir gedacht dass ich ihnen das wohl besser erzählen sollte haben noch andere aus der crew sie gesehen keine Ahnung es waren mehrere an deck klar wir waren auf dem rückweg her habe ich keinen danach gefragt verstehe es war richtig von ihnen mir das zu erzählen es ist ihre pflicht die polizei zu informieren machen sie sich keine sorgen sie können nicht mehr tun als mir erzählen was sie gesehen haben ich werde sie und Alan bitten eine offizielle aussage zu machen kann ich ihnen jetzt noch ein bier spendieren nein ich glaube ich gehe nach hause nacht gute nacht und danke nochmal hal stand auf und ad winkte joe zu sich der alle paar sekunden zu ihnen herüber geschielt hatte um den gesichtsausdruck des sheriffs zu studieren sie ließen hal noch einen moment zeit bis er sich ringsum verabschiedet hatte und auf die straße getreten war ad berichtete joe was hal gesehen hatte menschens kind sagte joe das müsste doch jetzt reichen meinst du nicht ich denke damit kriegen wir vom richter vielleicht einen durchsuchungsbeschluss sicher bin ich mir aber noch nicht und ich wäre mir lieber sicher bevor ich drum bitte wenn wir den beschluss haben können wir ihre hütte nach roten fasern durchsuchen die zu denen an chases kleidung passen wir müssen rausfinden und was sie in dieser nacht gemacht hat kapitel 29 si tang 1967 den ganzen winter hindurch kam chase oft zu kajas hütte und verbrachte fast jedes wochenende eine nacht bei ihr selbst an kalten feuchten tagen glitten sie durch nebel verhangenes buschwerk während sie sammelte und ehrstimmungsvolle melodien auf der mundharmonika spielte die noten schwebten durch die trübe luft verklangen in den dunklen weiten des tief land waldes und schienen irgendwie von der marsch aufgenommen und gespeichert zu werden denn immer wenn kaya wieder durch die kanäle kam hörte sie seine musik eines morgens anfang märz fuhr kaya unter einem grau bewölkten himmel allein nach barkley chase hatte in zwei tagen geburtstag und sie wollte zum pigli um zutaten für ein besonders festliches abendessen zu besorgen dessen krönung ihre erste karamell torte sein sollte sie hatte sich ausgemalt wie sie die torte mit geburtstagskerzen vor ihn auf den tisch stellte ein ereignis das die küche seit mars fortgang nicht mehr gesehen hatte in letzter Zeit hatte er mehrmals gesagt er sei dabei Geld für ihr gemeinsames Haus zu sparen und sie fand dass sie allmählich backen lernen sollte sie hatte das boot verteut und ging den pier entlang als sie chase an dessen ende stehen sah er war im gespräch mit freunden einen arm um die schultern einer schlanken blonden jungen frau gelegt kaiers verstand mühte sich ab das was sie da sah zu begreifen während sich ihre beine wie von selbst weiter bewegten sie hatte sich ihm nie in der stadt genähert wenn er mit anderen zusammen war aber diesmal hätte sie schon ins Meer springen müssen um ihnen aus zeitig um und sahen sie an und im selben moment ließ er den arm von den schultern der frau sinken kaya trug eine weiße abgeschnittene jeans die ihre langen beine betonte schwarze zöpfe fielen ihr bis über die brüste die gruppe verstummte und starrte sie an nicht einfach zu ihm laufen zu können brach ihr das herz weil ihr alles so schrecklich falsch kaya hi sie blickte von ihm zu den anderen hi chase sie hörte ihn sagen kaya du erinnerst dich doch an brian und tim pearl tina er ratterte noch ein paar namen herunter bis seine stimme verstummte dann deutete er auf kaya und das ist kaya clark natürlich erinnerte sie sich nicht an seine freunde weil sie ihnen nie vorgestellt worden war sie kannte sie nur als groß dünn blond und so weiter sie kam sich vor wie seetang der sich an einer angelschnur verfangen hat aber sie rang sich ein lächeln ab und sagte hallo das war die gelegenheit auf die sie gewartet hatte jetzt stand er inmitten der freunde zu denen sie dazugehören wollte kaya überlegte krampfhaft was sie sagen könnte irgendetwas schlaues das sie ihnen sie kühl entfernten sich dann aber und die anderen folgten ihnen rasch als würde ein schwarm fische die straße runterschwimmen tja da wären wir sagte jace ich wollte nicht stören ich gehe nur was einkaufen und fahre wieder nach hause du hast nicht gestört ich bin ihnen nur gerade zufällig über den weg gelaufen sonntag komme ich zu dir raus wie versprochen jace trat von einem bein aufs andere befingerte das muschelhalsband bis dann sagte sie aber er war schon weg beeilte sich die anderen einzuholen sie hastete zum lebensmittelladen musste dabei um eine stockenten familie herumgehen die über die main street watschelte ihre füße auffällig orange auf dem tristen asphalt kaya war noch dabei das bild von jace und dem mädchen aus ihrem kopf zu verbannen als sie im piggly wiggly um das ende des ganges mit brot bog und fast mit der schulinspektorin mrs carlpepper zusammengestoßen wäre sie starrten sich an wie ein kaninchen und ein koyote die gemeinsam eingepfercht sind kaya war jetzt größer als die frau und sehr viel gebildeter obgleich keine von beiden das dachte sie war so oft weggelaufen und wollte auch jetzt fliehen aber sie wich nicht von der stelle und hielt mrs carlpeppers blick stand die frau nickte knapp dann ging sie weiter kaya machte ihre einkäufe käse weißbrot und die zutaten für die torte die das ganze geld kosten würden was sie für diesen anlass mühsam zusammengespart hatte aber es schien als würde die hand einer anderen die sachen nehmen und in den korb legen ständig sah sie chases arm auf den schultern der frau vor sich sie kaufte noch eine lokalzeitung weil auf der ersten das bald in der nähe eröffnet werden sollte sobald sie aus dem laden war rannte sie wie ein diebisches frettchen zum pier zurück in der hütte setzte sie sich an den küchentisch um den artikel über das neue labor zu lesen und wirklich eine funkelnagelneue wissenschaftliche einrichtung entstand 20 meilen südlich von barclay cove in der nähe von sea oaks for die ökologie der marsch studieren die auf die eine oder andere art zum überleben von fast der hälfte alles maritimen lebens beitrug und kaya schlug die nächste seite auf um den artikel weiterzulesen und dort prangte ein großes foto von chase und einer jungen frau über einer verlobungsanzeige andrews stone ein wortschwall brach aus ihr heraus dann wimmern und schließlich zittrige schluchzer sie stand auf starrte die seite aus einigem abstand an hob sie an um erneut hinzusehen bestimmt spielte die fantasie ihr einen streich aber da waren sie die gesichter nah beieinander lächelnd die frau pearl stone schön sah gut betucht aus mit einer perlenkette und einer spitzenbluse die frau um die er den arm gelegt hatte nie ohne perlen kaya stützte sich an der wand ab wankte zur veranda und fiel aufs bett hände auf den offenen mund gepresst dann hörte sie einen motor sofort setzte sie sich auf und als sie zur lagune hinüberschaute sah sie chase der gerade sein boot ans ufer zog flink wie eine maus die aus einer schachtel ohne deckel entwischt schlüpfte sie durch die verandatür palmettos geduckt beobachtete sie wie er in die hütte ging ihren namen rief er würde den artikel aufgeschlagen auf dem tisch liegen sehen einige augenblicke später kam er wieder heraus und ging zum strand offenbar vermutete er sie dort zu finden sie rührte sich nicht selbst als er zurück kam und erneut ihren namen rief erst als er wieder in sein boot gestiegen war und davon fuhr kam sie aus der deck mit schleppenden schritten ging sie futter für die möwen holen und folgte der sonne zum strand ein starker wind vom ozean wehte ihr auf dem weg entgegen so dass sie sich wenigstens gegen den sturm lehnen konnte als sie den strand erreichte sie rief die möwen und warf große brocken weißbrot in die luft dann fluchte sie lauter und kreuzsee 1967 vom strand rannte kaya zu ihrem boot und brauste mit vollgas aufs offene meer geradewegs in die rippströmung den kopf nach hinten geworfen schrie sie du mieser beschissener dreckskerl schludrige wirre wellen rissen den bug zur seite zerrten an der pinne wie immer schien der ozean wütender als die marsch er war tiefer und hatte mehr zu sagen kaya hatte schon vor langer zeit gelernt normale strömungen und kabelseen zu erkennen wie man sie überstand oder wieder heraus kam indem man rechtwinklig zu ihnen steuerte aber sie war noch nie direkt in die tieferen strömungen hineingefahren manche davon wurden durch den golfstrom ausgelöst der pro sekunde über 100 millionen kubikmeter wasser befördert eine größere gewalt als alle landflüsse der erde zusammen und direkt vor north carolinas ausgestreckten armen entlang fließt die brandung löst brutale rückströme aus wütende strudel und umkehr strömungen die in den küstennahen rippströmungen wirbeln und so eine der gefährlichsten schlangengruben der weltmeere entstehen lassen ihr ganzes leben lang hatte kaya diese bereiche gemieden doch jetzt nicht mehr heute ging sie ihnen geradewegs an die kehle schmerz der wut davon zu laufen aufgewühltes wasser drängte auf sie zu hob sich unter dem bug und warf das boot nach steuerbord es legte sich stark auf die seite richtete sich dann wieder auf sie wurde in eine heftige rippströmung gezogen die sie noch schneller mit riss aus ihr herauszulenken schien zu riskant deshalb versuchte sie mit der strömung zu steuern hielt ausschau nach sandbänken die sich ständig verändernde hindernisse unter der oberfläche bildeten schon eine flüchtige berührung könnte sie zum kentern bringen wellen brandeten über ihren rücken durchnästen ihr haar schnelle dunkle wolken jagten dicht über ihrem kopf dahin verdunkelten die sonne und machten es fast unmöglich die anzeichen für strudel und turbulenzen zu entdecken saugten die wärme aus dem tag noch immer blieb ihr jede angst versagt obwohl sie sich danach sehnte panik zu empfinden alles um die klinge zu lösen die auf ihr herz presste plötzlich wechselte das dunkle wirbelnde wasser den kurs und das kleine boot schoss nach steuerbord legte sich auf die seite kaya wurde auf den boden des bootes geschleudert Meerwasser gistete nächsten brecher gefasst natürlich war sie noch weit vom eigentlichen golfstrom entfernt das hier war bloß ein trainings platz ein spielplatz der echten see aber für kaya bedeutete der vorstoß dass sie sich in die gefahr gewagt hatte und sie hatte fest vor sich ihr zu stellen etwas zu gewinnen den schmerz zu töten schiefer farbene wellen ohne jedes muster oder sinn für symmetrie brachen von allen hiefte sich zurück auf den sitz und griff nach der pinne wusste aber nicht wohin sie steuern sollte das festland war bloß eine ferne linie die nur dann und wann zwischen schaumkronen auftauchte immer wenn sie einen blick darauf erhaschte wirbelte das boot herum oder neigte sich bedrohlich und sie verlor es wieder aus den augen sie war so zuversichtlich gewesen dass sie die strömung beherrschen könnte aber die war unglaublich stark geworden und zog sie weiter hinaus auf das wütende dunkle meer die wolken wurden dichter und sammelten sich am horizont ließen kein licht mehr durch kaya war nass bis auf die haut und fröstelte als ihre kraft nachließ und das steuern immer schwieriger wurde sie hatte keine schlecht wettermontur dabei kein proviant kein wasser dann endlich kam die angst von einem ort tiefer als die see angst weil sie wusste dass sie wieder allein sein würde wahrscheinlich immer lebenslänglich hässliche rasselnde geräusche drangen aus ihrer kehle als das boot sich drehte und breitseits schlingerte sich bei jeder Welle gefährlich schief legte inzwischen stand schaumiges wasser 15 zentimeter hoch im boot und kayas nackte füße schmerzten vor kälte wie schnell das meer und die wolken die frühlings wärme zunichte machten sie drückte einen arm an die brust versuchte sich zu wärmen während sie mit der anderen hand kraftlos steuerte nicht gegen das wasser ankämpfte sich einfach mit ihm bewegte endlich wurde die see ruhiger und obwohl die strömung sie weiter willkürlich mitzog peitschte und wogte der ozean nicht mehr so stark weiter vorne sah kaya eine kleine lang gestreckte sandbank etwa 30 meter lang glänzend vom meer und von nassen muscheln sie musste gegen einen starken sog ankämpfen als sie die pinne genau im richtigen moment herumriss und aus der strömung heraus steuerte sie lenkte das boot auf die lehseite der sandbank und ließ es in dem ruhigeren wasser so sanft auflaufen wie ein erster kuss sie stieg auf den schmalen streifen land und sank auf den sand streckte sich aus und spürte festen grund unter sich sie wusste dass ihre trauer nicht chase galt sondern einem leben das von ablehnung geprägt war während über ihr himmel und wolken rangen sagte sie laut ich muss mein leben allein leben aber das habe ich ja gewusst ich weiß schon lange dass Menschen nicht bleiben das alles war kein Zufall gewesen chase hatte sie ganz gezielt mit seinem Gerede von heirat geködert dann prompt mit ihr geschlafen und sie anschließend wegen einer anderen verlassen sie wusste aus ihren Studien dass Männchen von einem Weibchen zum nächsten ziehen warum also war sie auf diesen Mann hereingefallen sein schickes Wasserskiboot entsprach dem aufgeblähten Hals und dem übergroßen Geweih eines brunftigen hirschbullen Zubehör um andere Männchen abzuschrecken und ein Weibchen nach dem anderen anzulocken dennoch war sie auf denselben Trick hereingefallen wie Ma scheinheilige raffinierte Schürzenjäger welche Lügen hatte Pa ihr aufgetischt in welche teuren Restaurants hatte er sie eingeladen bevor ihm das Geld ausging und er sie in sein wahres Territorium mit nahm eine Hütte im Sumpf vielleicht sollte man lieber die Finger von der Liebe lassen sie sagte ein Gedicht von Amanda Hamilton auf ich muss jetzt loslassen dich loslassen Liebe ist zu oft der Anlass zu bleiben zu selten der Grund zu gehen ich löse das Tau und seh dich davon treiben von jeher glaubtest du der heiße Sog der geliebten Brust zöge dich in die Tiefe doch es war die Flut meines Herzens die dich befreit dich sacht zwischen Seetang treiben lässt die schwache Sonne fand einen Spalt zwischen den schweren Wolken und berührte die Sandbank Kaya blickte sich um die Strömung die immense Weite des Meeres und dieser Sand hatten sich zu einem feinen Fangnetz zusammengetan denn um sie herum lag die erstaunlichste Ansammlung von Muscheln die sie je gesehen hatte die Lage der Sandbank und das ruhige Wasser auf der Leeseite sorgten dafür dass die Muscheln dort sanft und ohne zu zerbrechen auf den Sand gespült wurden sie sie entdeckte einige seltene Exemplare und viele von ihren Lieblingsmuscheln unversehrt und Permutfarben noch feucht glänzend sie ging herum suchte sich die erlesensten aus und legte sie auf einen Haufen sie drehte das Boot um ließ das Wasser ablaufen und reihte die Muscheln dann behutsam genau in der Mitte des Bodens auf jetzt plante sie ihre Rückfahrt indem sie sich hoch aufrichtete und das Wasser betrachtete sie studierte die See und da sie von den Muscheln gelernt hatte würde sie von der Leeseite losfahren und in gerader Linie auf Land zuhalten die stärksten Strömungen auf diese Weise umgehen als sie ablegte wusste sie dass niemand diese Sandbank je wieder betreten würde die Elemente hatten ein kurzes und veränderliches Lächeln aus Sand geformt genau im richtigen Winkel die nächste Flut die nächste Strömung würde eine andere Sandbank gestalten und noch eine andere aber nie wieder diese hier die sie aufgefangen hatte die sie das eine oder andere gelehrt hatte später als sie an ihrem Strand spazierte rezitierte sie ihr Lieblingsgedicht von Amanda Hamilton blasser Mond folge meinen Schritten durch Licht unberührt von Landschatten und fühle mit mir die kühlen Schultern der Stille du allein weißt wie Einsamkeit den Augenblick fast ins Unermessliche dehnt bis er endet und wie viel Himmel in einem Atemzug ist wenn die Zeit vom Sand zurück gleitet falls jemand Einsamkeit verstand dann doch wohl der Mond Kaya kehrte zurück zu den verlässlichen Phasen der Kaulquappen und dem Ballett der Leuchtkäfer vergrub sich noch tiefer in der wortlosen Wildnis die Natur schien der einzige Stein zu sein der ihn nicht mitten im Fluss unter den Füßen weglitt Kapitel 31 Ein Buch 1968 Der verrostete Briefkasten stand auf einem Pfosten den Paar zurecht gesägt hatte am Ende der Straße ohne Namen Kajas einzige Post bestand aus Werbung die an alle Einwohner verschickt wurde sie hatte keine Rechnungen zu bezahlen keine Freundinnen oder alte Tanten die ihr lustig liebevolle Ansichtskarten schrieben mit Ausnahme des Einbriefes von Ma vor Jahren war ihre Post uninteressant und manchmal lehrte sie den Kasten wochenlang nicht aber in ihrem 22. Jahr über ein Jahr nachdem Chase und Pearl ihre Verlobung bekannt gegeben hatten ging sie Tag für Tag den sengend heißen Sand weg hinunter und warf einen Blick in den Briefkasten eines Morgens dann fand sie endlich einen dicken Umschlag Exemplar von Die Muscheln der Ostküste von Catherine Danielle Clark in ihre Hand gleiten sie atmete ein niemand dem sie es zeigen konnte sie nahm das Buch mit zu ihrem Strand und schaute sich jede einzelne Seite an Tate hatte Wort gehalten und ihr den Kontakt zu einem Verlagshaus vermittelt nachdem Kaya dann weitere Zeichnungen an den Verlag geschickt hatte war ihr ein Vertrag zugesandt worden da all ihre Bilder und Skizzen sowie die Texte zu jedem Muschel Exemplar schon seit Jahren fertig waren schrieb ihr Lektor ein Mr. Robert Foster dass das Buch in Rekordzeit veröffentlicht werden könnte und dass ihr zweites über Vögel kurz darauf folgen würde als Vorschuss legte er einen Scheck über 5000 Dollar bei Pa wäre über sein Hinkebein gestolpert und hätte seinen Fusel verschüttet jetzt hielt sie das fertige Exemplar in den Händen jeder Pinselstrich jede mit Bedacht ausgewählte Farbe jedes Wort über die naturkundlichen Hintergründe gedruckt in einem Buch es enthielt auch Zeichnungen von den Wesen die im Inneren der Muscheln leben wie sie fressen wie sie sich bewegen sich paaren denn Wesen die so zurückgezogen leben geraten schnell in Vergessenheit sie berührte die Seiten und erinnerte sich an jede Muschel und deren Fund an den Strand auf dem sie gelegen hatte an die Jahreszeit den Sonnenaufgang ein Familienalbum in den folgenden Monaten wurde ihr Buch in Souvenirläden und Buchhandlungen entlang der Küste von North Carolina South Carolina Georgia Virginia Florida und Neuengland in Schaufenster gestellt oder auf Ausstellungstischen präsentiert Die Honorarschecks würden alle sechs Monate kommen hatten sie gesagt und es könnten jedes Mal mehrere tausend Dollar sein An ihrem Küchentisch schrieb sie einen Dankesbrief an Tate aber als sie ihn durchlas stockte ihr das Herz so ein schreiben erschien ihr zu wenig dank seiner Vermittlung konnte ihre Liebe zur Marsch nun ihre Lebensaufgabe sein ihr Leben alle Federn Muscheln Insekten die sie gesammelt hatte konnten jetzt auch anderen zugänglich gemacht werden und sie würde nicht mehr im Schlamm graben müssen um sich ihr Abendessen zu verdienen vielleicht würde sie auch nicht mehr jeden Tag Maisgrieß essen müssen Jumpin hatte ihr erzählt dass Tate jetzt in dem neuen Institut und Labor bei Sea Oaks arbeitete und dass man ihm ein komplett ausgestattetes Forschungsboot zur Verfügung gestellt hatte gelegentlich hatte sie ihn in der Ferne gesehen war ihm aber stets aus dem Weg gegangen sie fügte dem Brief einen Nachsatz hinzu falls du mal in der Nähe meiner Hütte bist komm vorbei ich möchte dir ein Exemplar des Buches schenken dann adressierte sie den Brief an das Labor in der Woche darauf beauftragte sie einen Klempner Jerry einen Wasseranschluss einen Boiler und ein komplettes Bad mit freistehender Wanne im hinteren Schlafzimmer zu installieren er baute ein Wasserklosett ein sowie eine Spüle in der Küche und fließte die Wand dahinter ein Stromanschluss wurde verlegt und Jerry schloss einen Gasherd und einen neuen Kühlschrank an Kaya bestand darauf den alten Holzofen zu behalten neben dem immer Feuerholz gestapelt war weil er die Hütte gut heizte aber hauptsächlich weil ihre Mutter in ihm so unendlich viele Brötchen mit Liebe gebacken hatte was wenn Ma zurück käme und der Ofen wäre weg Jerry zimmerte Küchenschränke aus Kiefern Kernholz hängte eine neue Haustür ein erneuerte das Fliegengitter um die sie bestellte ein Sofa Stühle Betten Matratzen und Teppiche bei Sears Roebuck & Co behielt aber den alten Küchentisch und jetzt hatte sie einen richtigen abschließbaren Schrank um ein paar Erinnerungsstücke aufzubewahren eine kleine Schatzkiste ihrer verschwundenen Familie wie zuvor blieb die Hütte außen ohne Anstrich die verwitterten Kiefern Bretter und das Blechdach behielten ihre gedeckten Grau und Rosttöne gestreichelt vom spanischen Moos das von den überhängenden Eichen wehte weniger marode aber nach wie vor eingewebt in den Stoff der Marsch Kaya schlief weiterhin auf der Veranda außer in ganz besonders kalten Winternächten aber jetzt hatte sie ein Bett Eines Morgens erzählte Jump in ihr dass sich Bauunternehmer in der Gegend umsahen und offenbar große Pläne hatten den dreckigen Sumpf trocken zu legen um Hotels zu bauen Dann und wann hatte Kaya im Laufe der Jahre schweres Gerät gesehen das in nur einer Woche ganze Eichenwälder fällte und anschließend Kanäle grub um die Marsch zu entwässern Wenn die Maschinen fertig waren zogen die Arbeiter weiter hinterließen durstige Spuren aus festgefahrener trockener Erde Offensichtlich hatten sie das Buch von Aldo Leopold nicht gelesen Ein Gedicht von Amanda Hamilton beschrieb es eindringlich Kind neben Kind Auge in Auge wuchsen wir unzertrennlich auf öffneten unsere Seelen Flügel für Flügel Blatt für Blatt verließest du diese Welt starbst du vor dem Kind meine Freundin die Wildnis Kaya wusste nicht ob ihrer Familie das Land gehörte oder ob sie sich einfach darauf niedergelassen hatte wie die Menschen in der Marsche seit vier Jahrhunderten getan hatten Jahrelang hatte sie auf der Suche nach Hinweisen wo Mar sein könnte jedes Blatt Papier in der Hütte gelesen und nie so etwas wie eine Besitzurkunde gefunden sobald sie nach ihrem Besuch bei Jumpin wieder zu Hause war wickelte sie die alte Bibel in ein Stück Stoff und fuhr damit zum Gericht in Barclay Cove Der Sachbearbeiter im Grundbuch Amt weiß Haarig mit einer kolossalen Stirn und schmalen Schultern legte ihr einen großen in Leder gebundenen Band mit Eintragungen einige Landkarten und ein paar Luftaufnahmen vor Kaya zeigte ihm wo ihre Lagune lag und wo so ungefähr die Grenzen dessen verliefen was sie für ihr Land hielt Der Mann notierte sich das Aktenzeichen und suchte in einem alten hölzernen Aktenschrank nach der Urkunde Ja, da haben wir's sagte er Das Land wurde 1897 ordnungsgemäß vermessen und von einem Mr. Napier Clark erworben Das war mein Großvater sagte Kaya Sie blätterte die dünnen Seiten der Bibel durch und im Geburten- und Sterberegister stand ein gewisser Napier Murphy Clark Ein nobler Name Derselbe Name den ihr Bruder trug Sie sagte dem Sachbearbeiter dass ihr Paar tot war was wahrscheinlich auch stimmte Es ist nie verkauft worden Also denke ich mal dass es wahrhaftig ihnen gehört Aber leider gibt's da einige Steuerrückstände Miss Clark und die müssen sie bezahlen wenn sie es behalten wollen Laut Gesetz ist es sogar so wenn jetzt einer kommt und die Steuern bezahlt dann gehört das Land Wie viel Kaya hatte noch kein Bankkonto eröffnet und alles Geld das sie nach der Renovierung der Hütte noch besaß rund 3000 Dollar trug sie in ihrem Rucksack Aber ihre Familie hatte mindestens 40 Jahre keine Steuern mehr bezahlt Da ging es bestimmt um Abertausende Dollar Na mal nachsehen Es ist hier in der Kategorie Brachland gelistet Das heißt für die meisten Jahre waren 5 Dollar Grundsteuer fällig Ich rechne das mal aus Er trat an eine wuchtige Rechenmaschine tippte Zahlen ein und drehte nach jeder einmal kräftig die Handkurbel die ein ratterndes Geräusch machte als würde sie tatsächlich aufaddieren Also das macht rund 800 Dollar damit wäre das Land dann schuldenfrei Kaya verließ das Gerichtsgebäude mit einer ordnungsgemäßen Urkunde die sie als Besitzerin von gut vier Hektar Land mit einsamen Lagunen glitzernder Marsch Eichenwäldern und einem langen Privatstrand an der Küste von North Carolina auswies Kategorie Brachland dreckiger Sumpf Als sie bei Einbruch der Dämmerung zurück in ihre Lagune kam hatte sie dem Reier etwas zu sagen Alles in Ordnung Der Platz hier ist deiner Am nächsten Tag lag eine Nachricht von Tate in ihrem Briefkasten was ihr seltsam und irgendwie förmlich vorkam weil er ihr früher seine Botschaften immer auf den Federbaumstumpf gelegt hatte Er bedankte sich für die Einladung und fügte hinzu dass er am Nachmittag vorbeikommen wollte Mit einem der sechs Exemplare des neuen Buches die der Verlag ihr geschickt hatte wartete sie auf dem alten Lesebaumstamm Nach etwa 20 Minuten hörte sie das Motorgeräusch von Tates altem Boot den Kanal heraufkommen und stand auf Als er aus dem Schilf in Sicht kam winkten sie einander zu und lächelten zaghaft Beide auf der Hut Das letzte Mal als er hier aufgetaucht war hatte sie ihn mit Steinen beworfen Tate verteute das Boot und kam auf sie zu Kaya dein Buch ist ein wahres Wunder Er beugte sich leicht vor als wollte er sie umarmen doch der harte Panzer um ihr Herz hielt sie zurück Stattdessen reichte sie ihm das Buch Hier Tate das ist für dich Vielen Dank Kaya sagte er schlug es umgehend auf und blätterte darin Natürlich verschwieg er ihr dass er sich längst eins im Buchladen von Sea Oaks gekauft und jede Seite bestaunt hatte So etwas ist noch nie veröffentlicht worden und ich bin sicher das ist erst der Anfang für dich Sie neigte nur den Kopf und lächelte schwach Als er die Titelseite aufschlug sagte er Oh du hast es nicht signiert du musst eine Widmung für mich reinschreiben bitte Sie riss den Kopf hoch und sah ihn an daran hatte sie nicht gedacht was für eine Widmung könnte sie für tate hineinschreiben er zog einen stift aus seiner jeans tasche und hielt ihn ihr hin sie nahm ihn überlegte kurz und schrieb dann für den federjung danke vom marschmädchen tate las die zeilen wandte sich ab und blickte weit über die marsch weil er kaya nicht in die arme schließen durfte dann nahm er ihre hand und drückte sie danke kaya du warst es tate sagte sie und dachte bei sich du warst es immer ein teil ihres herzens voller sehnsucht der andere auf selbst schutz bedacht er blieb noch einen moment stehen doch da sie nichts weiter sagte warnte er sich zum gehen als er in sein boot stieg sagte er kaya wenn du mich draußen in der marsch siehst versteck dich bitte nicht wie ein hirsch kälbchen ruf mich einfach dann können wir auch mal gemeinsam auf erkundungsfahrt gehen okay na gut noch mal vielen dank für das buch auf wiedersehen tate sie sah ihm nach bis er verschwunden war und sagte dann ich hätte ihn ja wenigstens auf eine tasse tee einladen können das wäre doch nicht so schlimm gewesen wir könnten freunde sein sie dachte an ihr buch und ein ungewohnter stolz überkam sie wir könnten kollegen sein eine eine stunde und legte und legte buch hinein zuerst verstand er nicht aber sie zeigte auf ihren namen und sagte mir geht's jetzt gut jump ich danke dir und mabel für alles was ihr für mich getan habt er starrte sie an in einer anderen zeit und in einem anderen land hätten sich ein alter schwarzer und eine junge weiße vielleicht umarmt aber nicht hier nicht zu dieser zeit sie bedeckte kurz seine hand mit ihrer wandte sich ab und fuhr davon es war das erste mal dass sie ihn sprachlos erlebt hatte sie kaufte weiter benzin und vorräte bei ihm nahm aber nie wieder geschenke von ihnen an und jedes mal wenn sie zu ihm kam sah sie ihr Buch in dem winzigen Fenster stehen damit jeder es sehen konnte wie ein stolzer Vater es zur Schau gestellt hätte Kapitel 32 Alibi 1969 Tiefe dunkle Wolken jagten über eine stahlgraue See auf Barclay Cove zu der Wind traf es zuerst rüttelte an Fenstern und schleuderte Brecher über den Pier die am Kai verteuten Bote hüpften auf und ab wie Spielzeuge während Männer in gelbem Ölzeug hier und da zur Sicherheit zusätzliche Leinen festzurrten dann peitschte Regen das Städtchen verdunkelte alles bis auf vereinzelte gelbe Gestalten die in dem Grau unterwegs waren der Wind pfiff so heftig durchs Fenster seines Büros dass der Sheriff lauter sprechen musste also Joe du wolltest mir was sagen und ob ich habe nämlich rausgefunden wo Miss Clark in der Nacht von Chases Tod angeblich gewesen ist im Ernst hast du sie endlich befragen können machst du Witze die ist schwerer zu packen als ein verdammter Aal verschwindet sobald ich in ihre Nähe komme deshalb bin ich heute morgen zu Jumpin rüber gefahren um zu fragen ob er weiß wann sie das nächste Mal kommt sie muss ja bei ihm tanken wie alle anderen auch und ich habe mir gedacht dass ich sie früher oder später dort erwische du wirst nicht glauben was ich daraus gefunden habe nun erzähl schon ich habe zwei verlässliche quellen die behaupten dass sie in der nacht verreist war was wer die verreist nie und selbst wenn doch wer soll das wissen erinnerst du dich an Tate Walker ist jetzt Dr. Walker und arbeitet in dem neuen Forschungslabor ja den kenne ich sein dad ist krappenfischer scupper walker genau jedenfalls Tate sagt dass er kaya er nennt sie kaya ziemlich gut gekannt hat als sie jünger waren ach nee nicht so da waren sie noch kinder anscheinend hat er ihr lesen beigebracht hat er dir das selbst erzählt ja er war gerade bei jumpin ich hab jumpin gefragt ob er wüsste wo oder wann ich dem marschmädchen ein paar fragen stellen könnte er meinte er wüsste nie wann sie das nächste mal bei ihm auftaucht jumpin war immer gut zu ihr ich glaube kaum dass er uns viel erzählen wird ich hab ihn jedenfalls gefragt ob er zufällig wüsste wo sie in der nacht war als chase gestorben ist und er hat gesagt das wüsste er tatsächlich weil sie am zweiten morgen nach der fraglichen nacht bei ihm war und dass er es war der erzählt hat dass chase tot ist er hat gesagt sie wäre für zwei nächte in greenville gewesen einschließlich besagter nacht greenville das gewesen und er hätte ihr erklärt wie man die bus verk kauft donnerwetter das ist ja ein ding sagte sheriff jackson und wie praktisch dass gleich beide dastanden und dieselbe geschichte parat hatten was soll sie denn in greenville gewollt haben tate meinte sie hätte eine ein ein ladung von einem verlag du weißt doch dass sie ein buch über muscheln und eins über seevögel geschrieben hat jedenfalls der verlag hat ihr die reisekosten bezahlt um sie mal persönlich kennenzulernen schwer zu glauben dass so feine verlags leute sich mit ihr treffen wollen müsste aber ziemlich leicht zu überprüfen sein was hat tate gesagt wie es dazu gekommen ist dass er ihr lesen beigebracht hat ich habe ihn gefragt woher er sie kennt er hat gesagt dass sie früher oft in der nähe von ihrer hütte geangelt hat und als er gemerkt hat dass sie nicht lesen kann hat er es ihr beigebracht aha joe sagte das ändert jedenfalls alles sie hat ein alibi noch dazu ein gutes ich würde sagen dass sie in greenville war es ein ziemlich gutes alibi stimmt auf den ersten blick du weißt ja was man über gute alibis sagt und wir haben den krabbenfischer der behauptet gesehen zu haben wie ihr boot schnurstracks Richtung feuerwachturm fuhr genau in der nacht als chase darunter gefallen ist er könnte sich geirrt haben es war dunkel der mond ist erst um zwei raus gekommen vielleicht war sie in greenville und er hat jemand anderen da draußen in einem boot gesehen das so ähnlich aussah wie ihres tja wie gesagt diese angebliche Fahrt nach Greenville müsste leicht zu überprüfen sein das Unwetter schwächte sich zu einem Wimmern und Nieseln ab trotzdem gingen die beiden nicht zum Diner sondern schickten einen Jungen los der ihnen Hühnersuppe mit Klößen Limabohnen Kürbis Auflauf Zuckersirup und Buttermilch Brötchen holte kurz nach dem Mittagessen klopfte es an der Tür des Sheriffs und Miss Pansy Price trat unaufgefordert ein Joe und Ed standen auf Ihr Turban glänzte rosa Guten Tag Miss Pansy Beide nickten Guten Tag Ed Joe Darf ich mich setzen Es dauert nicht lange Ich glaube ich habe Ihnen etwas Wichtiges bezüglich des Falls mitzuteilen Ja natürlich Nehmen Sie Platz Die beiden Männer setzten sich wieder sobald Miss Pansy sich wie eine mittelgroße Glucke auf dem Stuhl niedergelassen hatte Federn zurechtgerückt und Handtasche auf dem Schoß wie ein preisgekröntes Ei Der Sheriff konnte sich die Frage nicht verkneifen Und welcher Fall wäre das Miss Pansy Ach Herr Ed das wissen Sie ganz genau Wer Chase Andrews ermordet hat den überzeugt 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 Aber Patty Love sagt es jedem der es hören will Verstehe Also vom Geschäft aus haben ich und ein paar Kolleginnen das Marschmädchen mit dem Bus abfahren und zwei Tage später wieder ankommen sehen Was bedeutet dass sie in der Nacht als Chase starb verreist war Ich kann die entsprechenden Daten und Uhrzeiten bezeugen Ach ja Joe und Ed wechselten Blicke Und was sind das für Daten und Uhrzeiten Miss Pensy nahm auf ihrem Stuhl Haltung an Sie ist am 28 Oktober um 14 Uhr 30 in den Bus gestiegen und am 30 um 13 Uhr 16 zurück gekommen Sie sagten andere haben das auch gesehen Ja ich kann Ihnen die Namen aufschreiben wenn Sie möchten Das wird nicht nötig sein Wir kommen in den Five and Dime falls wir Ihre Aussagen benötigen Vielen Dank Miss Pensy Der Sheriff stand auf also taten Miss Pensy und Ed es ihm gleich Sie ging zur Tür Nun denn danke für Ihre Zeit Sie wissen ja wo Sie mich finden Sie verabschiedete sich Joe nahm wieder Platz Tja Tja da haben wir es Das bestätigt die Angaben von Tate und Jumpin Sie war an der fraglichen Nacht in Greenville Zumindest ist sie in den Bus gestiegen und irgendwo hingefahren Der Sheriff atmete tief und geräuschvoll aus Scheint so Aber ich schätze wenn jemand am Tag den Bus nach Greenville nimmt kann er abends auch den Bus zurück nehmen erledigen was er zu erledigen hat und mit dem Bus wieder nach Greenville fahren ohne dass einer was mitkriegt möglich scheint mir aber ein bisschen weit hergeholt besorg uns mal den Bus Fahrplan dann sehen wir ja ob es zeitlich hinkommt ob man überhaupt nachts hin und zurück fahren kann bevor Joe losgehen konnte redete Ed schon weiter könnte doch sein dass sie am helllichten Tag gesehen werden wollte wie sie in den Bus steigt wenn man genau überlegt musste sie irgendwas ungewöhnliches tun um sich ein Alibi zu verschaffen zu behaupten dass sie in der nacht von chases tot allein in ihrer hütte gewesen war wäre ja kein Alibi also hat sie sich was überlegt damit jede menge leute sie sehen würden ein prima Alibi vor aller augen der leute auf der main street clever war sicher da ist was dran jedenfalls müssen wir uns jetzt nicht mehr die hacken ablaufen wir können schön hier sitzen und kaffee trinken und die ladies der stadt mit allen infos antanzen lassen ich gehe mal den busfahrplan holen 15 minuten später war er zurück du hast tatsächlich recht sagte er sieh dir das an es wäre machbar in einer nacht von greenville nach barclay cove und wieder zurück zu fahren sogar problemlos ja reichlich zeit um zwischen ankunft und abfahrt jemanden vom feuer wachturm zu stoßen ich würde sagen wir besorgen uns einen durchsuchungs beschluss kapitel 33 die narbe 1968 1968 im winter des jahres 1968 saß kaya eines morgens an ihrem küchentisch und malte mit orangen und rosa wasser farben die rundliche form eines pilzes auf papier sie hatte ihr buch über seevögel fertig und arbeitete jetzt an einem neuen über pilze plante bereits ein weiteres über schmetterlinge und nachtfalter schwarzaugenbohnen rote zwiebeln und geräucherter schinken köchelten in dem alten verbeulten topf auf dem holzofen den sie noch immer lieber benutzte als den neuen herd besonders im winter leichter regen plätscherte aufs blechdach plötzlich war von ihrer straße her das geräusch eines wagens zu hören der sich durch sand quälte übertönte den regen mit aufsteigender panik trat sie ans Fenster und sah einen roten pick up durch die schlammigen furchen schlingern kaiers erster gedanke war wegzulaufen aber der pick up hielt bereits vor der veranda sie duckte sich und spähte über die fenster bank hinweg ein mann in grau-grüner armee uniform stieg aus einen moment lang stand er einfach nur da wagentür offen und blickte durch den wald den Pfad zur Lagune hinunter dann schloss er leise die tür trabte durch den regen zur verandatür und klopfte sie fluchte wahrscheinlich hatte er sich verfahren und wollte nur fragen wie er zurück in die stadt kam aber sie hatte keine lust sich mit ihm abzugeben sie würde sich in der küche verstecken und hoffen dass er wieder verschwand doch dann hörte sie ihn rufen hallo jemand zu hause hallo verärgert und neugierig zugleich ging sie durch das neu eingerichtete wohnzimmer zur veranda der fremde groß mit dunklen haaren stand auf der obersten stufe und hielt die fliegengittertür offen anderthalb meter von ihr entfernt seine uniform wirkte so steif als könnte sie von allein stehen als würde sie ihn aufrecht halten die linke Brustseite seiner Jacke war mit bunten rechteckigen orden behängt aber das auffälligste war eine gezackte rote narbe die sein gesicht vom linken ohr bis hinunter zum mund zerteilte kaya schnappte nach luft schlagartig kehrte sie zu einem ostersonntag zurück sechs monate bevor ma fort ging sie und ma sangen lobe den herrn und spazierten arm in arm durch das wohnzimmer in die küche wo sie die bunten eier die sie am vorabend bemalt hatten in körbe legten die anderen kinder waren fischen gegangen deshalb hatten ma und sie genug zeit die eier zu verstecken und dann das hühnchen und die buttermilch brötchen in den ofen zu schieben die geschwister waren eigentlich zu alt um noch nach ostereiern und süßigkeiten zu suchen aber sie würden herumlaufen so tun als könnten sie nichts finden und dann jeden kostbaren fund lachend in die luft recken ma und kaya wollten gerade mit ihren körben voller eier und schokoladen hasen aus dem five and dime aus der küche gehen als pa um die ecke kam er riss kaya den strohhut vom kopf den sie zu ostern bekommen hatte schwenkte ihn durch die luft und schrie ma an wo hast du das geld für das ganze zeug her hüte und blanke lederschuhe diese dämlichen bunten eier und schoko hasen na los wo hast du das geld her jake bitte sei nicht so es ist doch ostern es ist für die kinder er versetzte ma einen stoß hast du rumgeholt oder was hast du dir damit geld verdient los raus mit der sprache er packte ma am arm und schüttelte sie so fest dass es aussah als würde ihr gesicht um die augen herum beben denn die blieben ganz still und weit aufgerissen eier fielen aus dem korb und rollten als wabbelige pastelle über den boden pa bitte hör auf rief kaya brach dann in tränen aus er hob eine hand und gab kaya eine schallende ohrfeige halt die klappe du heulsuse sie gefällig das alberne kleid und die schicken schuhe aus die sind mit hurengeld bezahlt sie duckte sich eine hand an der wange und wollte maas handbemalte eier aufsammeln ich frage nur noch einmal wo hast du das Geld her pa nahm den eisernen schürhaken aus der ecke und ging auf ma zu kaya schrie so laut sie konnte und versuchte pa arm festzuhalten als er zuschlug der schürhaken traf ma mit voller wucht quer über die brust blut färbte das blumenmuster des sommerkleids mit roten tupfen dann kam ein großer körper angeflogen und kaya sah wie jodi sich auf paas rücken warf und beide der länge nach zu boden gingen ihr bruder stellte sich zwischen ma und pa und rief kaya und ma zu sie sollten weg laufen doch noch ehe kaya sich umdrehen konnte sah sie wie pa den schürhaken hob und jodi ins gesicht schlug das sich vor schmerz zu einer grimasse verzerrte blut spritzte aus einer klaffenden wunde die szene spielte sich jetzt blitzartig vor ihrem geistigen auge ab ihr bruder der zusammensackte zwischen lila blauen eiern und schokoladen hasen auf dem boden liegen blieb sie und ma auf der flucht durch palmettos versteckt im gebüsch ma den ihrem blutbefleckten kleid immer wieder sagte alles wäre gut die eier würden nicht kaputt gehen und das hühnchen könnten sie immer noch braten kaya verstand nicht warum sie sich versteckt hielten sie glaubte fest ihr bruder läge im sterben bräuchte ihre hilfe aber sie konnte sich vor angst nicht bewegen sie warteten lange dann schlichen sie sich zur hütte zurück späten durch die fenster um sich zu vergewissern das paar fort war jody lag bewusstlos in einer blutlache auf dem boden und kaya weinte weil sie glaubte er wäre tot aber ma bekam ihn wach und half ihm aufs sofa wo sie die wunde in seinem gesicht mit einer nähnadel nähte als alles ruhig war hob kaya ihren strohhut vom boden auf rannte nach draußen und schleuderte ihn so weit sie konnte ins sägegras jetzt schaute sie in die augen des fremden der auf ihrer veranda stand und sagte jody er lächelte wobei sich die narbe verzog kaya ich hatte gehofft dass du hier bist sie starrten suchten einander in älteren augen jody konnte nicht wissen dass er all die jahre bei ihr gewesen war ihr unzählige male den weg durch die marsch gezeigt ihr alles wissenswerte über reier und leuchtkäfer beigebracht hatte sie hatte sich so sehr gewünscht jody oder ma wieder zu sehen ihr herz hatte die narbe und all den damit verbundenen schmerz ausgeblendet kein Wunder dass ihr verstand die Szene verdrängt hatte kein Wunder dass ma fortgegangen war mit einem schürhaken auf die brust geschlagen jetzt sah kaya die ausgewaschenen flecken im blumenmuster des sommerkleids wieder als blut er wollte sie umarmen sie an sich ziehen aber als er sich vorneigte drehte sie scheu den kopf zur seite und wich zurück also trat er einfach nur auf die veranda komm rein sagte sie und führte ihn durch das kleine wohnzimmer das mit ihren sammlungen gefüllt war oh sagte er also doch ich hab dein Buch gesehen kaya ich war mir nicht sicher ob du es warst aber ja jetzt sehe ich dass es von dir ist es ist großartig er ging umher betrachtete ihre präparate aber nahm zugleich auch das zimmer mit den neuen möbeln in augenschein spähte den flur hinunter zu den schlafzimmern wollte nicht übermäßig neugierig sein ließ aber alles auf sich wirken möchtest zu Kaffee Tee sie wusste nicht ob er nur zu Besuch gekommen war oder um zu bleiben was wollte er nach all den Jahren ich nehme gern einen Kaffee danke in der Küche erkannte er den Holzofen wieder neben dem neuen Gasherd und Kühlschrank er strich mit einer Hand über den alten Küchentisch den sie so belassen hatte wie er war mit all seiner abblätternden Geschichte Sie goss Kaffee in Tassen und sie setzten sich Du bist also Soldat Zwei Dienstzeiten in Vietnam Ich bleibe noch ein paar Monate in der Armee Sie haben mich gut behandelt Mein Studium finanziert Maschinenbau an der Technischen Hochschule in Georgia Da finde ich es nur anständig wenn ich noch eine Weile da bleibe Georgia war nicht allzu weit weg Er hätte sie früher besuchen können aber jetzt war er da Ihr seid alle fortgegangen sagte sie Pa ist noch eine Weile geblieben nachdem du weg warst aber dann ist auch er verschwunden Ich weiß nicht wohin weiß nicht ob er überhaupt noch lebt Seitdem lebst du hier allein Ja Kaya ich hätte dich nicht mit diesem Monster allein lassen dürfen Jahrelang habe ich darunter gelitten mir Vorwürfe gemacht Ich war ein Feigling ein blöder Feigling diese verdammten Orden bedeuten überhaupt nichts er deutete vage auf seine Brust Ich hab dich ein kleines Mädchen mit einem irren allein im Sumpf deinem Schicksal überlassen Ich erwarte nicht dass du mir je verzeihst Jodie es ist gut du warst doch selbst noch ein Kind was hättest du denn machen sollen Ich hätte zurückkommen können als ich älter war Zuerst war es einer Überlebenskampf in den Straßen von Atlanta Er verzog das Gesicht zu einem bitteren Lächeln Ich bin hier mit 75 Cent in der Tasche abgehauen hab sie von dem Geld geklaut das Paar in der Küche liegen gelassen hatte Ich hab es genommen obwohl ich wusste dass es dir fehlen würde hab mich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten bis die Armee mich aufgenommen hat Nach der Grundausbildung ging es direkt in den Krieg Als ich wieder nach Hause kam war so viel Zeit vergangen dass ich mir eingeredet hab du wärst längst weg wärst selbst davon gelaufen Das ist der Grund warum ich nicht geschrieben habe Ich glaube Dann hab ich studiert und meinen Abschluss gemacht Vor zwei Monaten hab ich dein Buch in einem Geschäft entdeckt Catherine Danielle Clark Mir ist regelrecht das Herz gebrochen und gleichzeitig vor Freude übergelaufen Ich musste dich finden und hab mir gedacht ich fange hier mit der Suche an Tja und da wären wir Sie lächelte zum ersten Mal Seine Augen waren dieselben wie früher Gesichter verändern sich durch den Tribut den das Leben fordert aber Augen bleiben ein Fenster zu dem was war und sie konnte ihn darin sehen Jodie es tut mir leid dass du dich so gequält hast weil du fortgegangen bist ich hab dir das nie angekreidet wir waren die Opfer nicht die schuldigen er lächelte Danke Kaya Tränen drohten und beide schauten weg sie zögerte kurz sagte dann das ist jetzt vielleicht schwer zu glauben aber eine Zeit lang war Paar gut zu mir er hat weniger getrunken hat mir Angeln beigebracht und wir sind oft mit dem Boot weit raus in die Marsch gefahren aber natürlich hat er doch wieder mit dem Trinken angefangen und irgendwann ist er einfach nicht mehr zurück gekommen von da habe ich mich allein durchgeschlagen Jodie nickte ja diese Seite von ihm habe ich auch ein paar Mal erlebt aber er hat immer irgendwann wieder zur Flasche gegriffen einmal hat er mir erzählt das hätte was mit dem Krieg zu tun ich war selbst im Krieg und ich habe Dinge gesehen die ein Mann zum Trinker machen können aber er hätte es nicht an seiner Frau auslassen sollen seinen Kindern was ist mit Ma und den anderen fragte sie hast du mal was von ihnen gehört erfahren wo sie sind über Merv Mandy und Missy weiß ich nichts ich würde sie nicht mal erkennen wenn ich ihnen auf der Straße begegnen würde ich schätze sie haben sich inzwischen in alle Himmelsrichtungen zerstreut aber Ma nun ja Kaya das ist noch ein Grund warum ich dich finden wollte ich weiß jetzt was mit ihr passiert ist was denn sag schon ein eiskaltes Gefühl strömte Kaya von den Armen bis in die Fingerspitzen Kaya es ist eine traurige Nachricht ich habe es selbst erst vor kurzem erfahren Ma ist vor zwei Jahren gestorben sie krümmte den Oberkörper barg das Gesicht in den Händen ein leises stöhnen drang aus ihrer Kehle Jodie wollte sie umarmen aber sie drehte sich weg Jodie redete weiter Ma hatte eine Schwester Rosemary und die hat uns über das rote kreuz suchen lassen als Ma starb aber sie konnte uns nicht finden vor ein paar Monaten dann haben sie mich über die Army ausfindig gemacht und den Kontakt mit Rosemary hergestellt mit heiserer Stimme murmelte Kaya bis vor zwei Jahren hat Ma noch gelebt ich habe all die Jahre darauf gewartet dass sie wieder die Straße runter kommt sie stand auf hielt sich an der Spüle fest warum ist sie nicht zurück gekommen warum hat mir keiner gesagt wo sie war und jetzt ist es zu spät Jodie trat zu ihr und obwohl sie erneut versuchte sich abzuwenden schloss er sie in die Arme es tut mir leid Kaya komm setz dich ich erzähl dir was Rosemary gesagt hat er wartete bis sie wieder am Tisch saß dann sagte er Ma hatte einen schweren Nerven zusammenbruch als sie uns verließ sie ist nach New Orleans gefahren wo sie aufgewachsen ist sie war psychisch und physisch krank ich habe nur ein paar Erinnerungen an New Orleans ich war ungefähr fünf als wir von dort weg gegangen sind ich erinnere mich an ein schönes Haus große Fenster mit Blick auf einen Garten aber als wir dann hierher gezogen sind hat Pa uns verboten über New Orleans zu sprechen unsere Großeltern und alles was damit zusammen hängt Kaya schüttelte den Kopf ich hatte keine Ahnung Jodie sprach weiter Rosemary hat gesagt ihre Eltern waren von Anfang an gegen die Heirat von Ma und Pa war aber Ma ist trotzdem mit ihrem Mann nach North Carolina gegangen ohne einen Penny in der Tasche irgendwann hat Ma angefangen Rosemary zu schreiben und ihre Lebensverhältnisse zu schildern dass sie in einer Hütte im Sumpf hauste dass ihr Mann ein Trinker war der sie und ihre Kinder schlug eines Tages dann Jahre später tauchte Ma New Orleans auf sie hatte diese Schuhe aus künstlichem Krokodilleder an die sie so mochte hatte seit Tagen nicht gebadet oder sich die Haare gewaschen monatelang blieb Ma stumm sprach kein Wort sie verharrte in ihrem alten Zimmer am Haus ihrer Eltern aß kaum natürlich ließen sie Ärzte kommen aber keiner konnte ihr helfen Ma Vater hat im Büro des Sheriffs in Barkley Cove angerufen und gefragt ob es Ma Kindern gut ging aber Kaya schniefte immer mal wieder schließlich nach fast einem Jahr wurde Ma hysterisch und sagte zu Rosemary sie erinnere sich daran dass sie ihre Kinder verlassen hatte Rosemary half ihr Paar einen Brief zu schreiben in dem sie ihn fragte ob sie uns zu sich nach New Orleans holen dürfte er antwortete ihr wenn sie es wagte zurück zu kommen oder in irgendeiner Form zu uns Kontakt aufzunehmen er uns bis zur Unkenntlichkeit zusammenschlagen sie wusste dass er dazu fähig wäre der Brief in dem blauen Umschlag Ma hatte Kaya sie alle zu sich holen wollen hatte sie sehen wollen doch sie hatte mit dem Brief etwas völlig anderes bewirkt vor lauter Empörung hatte Paar wieder zur Flasche gegriffen und dann hatte Kaya auch ihn noch verloren sie sagte Jodie nicht dass sie die Asche des Briefes noch immer in einem kleinen Töpfchen aufbewahrte Rosemary hat gesagt Ma hätte sich mit niemandem angefreundet nie mit der Familie zusammen gegessen oder mal mit irgendwem Zeit verbracht sie hat sich selbst kein Leben kein Vergnügen gegönnt nach einer Weile hat sie wieder mehr geredet aber immer nur über ihre Kinder Rosemary meint dass Ma uns bis zu ihrem Tod geliebt hat aber in dem entsetzlichen Glauben gefangen war uns würde etwas zustoßen wenn sie zurückkehrte und wir würden uns im Stich gelassen fühlen wenn sie es nicht hat sie hat uns nicht für irgendeine Affäre verlassen sie war in den Wahnsinn getrieben worden und ist in einem Zustand geistiger Umnachtung gegangen Kaya fragte wie ist sie gestorben sie hatte Leukämie Rosemary hat gesagt die Krankheit wäre vermutlich heilbar gewesen aber Ma hat jede medizinische Behandlung abgelehnt sie wurde einfach immer schwächer und schwächer und ist dann vor zwei Jahren eingeschlafen Rosemary hat gesagt sie ist so gestorben wie sie gelebt hat in Dunkelheit in Stille Jodie und Kaya saßen stumm da Kaya dachte an ein Gedicht von Galway Cannell das Ma in ihrem Sprechen hatte ich muss gestehen ich bin froh dass es vorbei ist gegen Ende empfand ich nur noch Mitleid für diesen Drang nach noch mehr Leben Adieu Jodie stand auf komm mal mit Kaya ich möchte dir was zeigen er ging mit ihr nach draußen zu seinem Pickup und sie kletterten auf die Ladefläche nachdem er vorsichtig eine Plane entfernt hatte öffnete er einen großen Karton und zog nacheinander etliche Ölgemälde heraus er lehnte sie ringsum gegen die Seitenwände des Pickups eines zeigte drei junge Mädchen Kaya und ihre Schwestern die an der Lagune hoppten und Leuchtkäfer beobachteten Auf Auf einem anderen hielten Jodie und Murph stolz Fische hoch die sie gefangen hatten Ich habe sie mitgebracht weil ich gehofft habe dass du noch hier bist Rosemary hat sie mir geschickt sie hat gesagt dass Ma jahrelang Tag und Nacht immer nur uns gemalt hat Ein Gemälde zeigte alle fünf Kinder als würden sie die Künstlerin betrachten Kaya starrte in die Augen ihrer Geschwister die sie ansahen ganz leise fragte sie wer ist wer was es gab keine Fotos ich kenne sie nicht wer ist wer ach so ihm stockte der Atem doch nach einem Moment sagte er also das ist Missy die Älteste dann kommt Murph Mandy der kleine hübsche Kerl da bin natürlich ich und das bist du er ließ ihr einen Moment Zeit dann sagte er schau dir das hier mal an er deutete auf ein erstaunlich farbenfrohes Ölbild von zwei Kindern die in einem wogenden Meer aus grünem Gras und Wildblumen knieten das Mädchen war noch ganz klein vielleicht drei Jahre alt mit glattem schwarzem Haar das ihm über die Schultern fiel der Junge etwas älter mit goldblonden Locken zeigte auf einen Monarchfalter dessen schwarz geäderte gelbe Flügel über ein Gänseblümchen gebreitet gebreitet waren und er hatte eine Hand auf den Arm des Mädchens gelegt ich vermute das ist Tate Walker sagte Jodie und du ich glaube du hast recht sieht ihm ähnlich wieso hat Ma denn Tate gemalt er war ziemlich oft bei uns hat mit mir geangelt hat dir andauernd irgendwelche Insekten und so gezeigt warum erinnere ich mich nicht daran du warst noch zu klein eines Nachmittags ist Tate mit seinem Boot in unsere Lagune gekommen Pa war da und kippte sich ein hinter die Binde schon total betrunken du hast im Wasser geplanscht und Pa sollte auf dich auf passen auf einmal hat er dich ohne jeden Grund an den Armen gepackt und so heftig geschüttelt dass dein Kopf nach hinten geflogen ist dann hat er dich in den Matsch fallen lassen und gelacht Tate ist aus dem Boot gesprungen und zu dir gelaufen da war er höchstens sieben oder acht Jahre alt aber er hat Pa angeschrien natürlich hat Pa ihm eine und obwohl Pa noch immer brüllte und tobte hat Tate dich aufgehoben und zu Mar gebracht er hat sich vergewissert dass dir nichts passiert war bevor er wieder gefahren ist danach haben wir manchmal noch zusammen geangelt aber er ist nie wieder zu uns nach Hause gekommen nicht bis zu dem Tag an dem er mir den Weg nach Hause gezeigt hat als ich das Mal mit dem Boot in so friedlich irgendwie hatte Mars Erinnerung dem Wahnsinn Schönheit abgerungen jeder der sich diese Gemälde anschaute würde denken dass sie eine rundum glückliche Familie zeigten die am Meer lebte im Sonnenschein spielte Jody und Kaya setzten sich auf den Rand der Ladefläche und betrachteten weiter wortlos die Bilder nach einer Weile sagte er Mar war allein und einsam unter solchen Umständen verhalten Menschen sich anders Kaya stöhnte auf erzähl mir bitte nichts von Einsamkeit mir muss keiner erklären wie sehr sie einen Menschen verändert ich habe sie gelebt ich bin die fleisch gewordene Einsamkeit flüsterte Kaya mit einer gewissen Schärfe in der Stimme ich verzeihe Mar dass sie fortgegangen ist aber ich begreife nicht warum sie nicht zurückgekommen ist warum sie mich aufgegeben hat wahrscheinlich erinnerst du dich nicht mehr daran aber kurz nachdem sie fort war hast du mir erzählt dass eine Fuchsmutter manchmal bei höchster Gefahr oder weil sie sonst verhungern würde ihre Kinder verlässt die kleinen sterben was sie wahrscheinlich ohnehin getan hätten aber die Füchsen kann wieder Junge bekommen wenn die Bedingungen besser sind und sie einen neuen Wurf großziehen kann ich habe viel darüber gelesen in der Natur weit draußen wo die Flusskrebse singen erhöht dieses scheinbar skrupellose Verhalten tatsächlich die Anzahl der Jungen die ein Muttertier im Laufe seines Lebens zur Welt bringt daher werden die Gene die dafür sorgen dass sie ihren Nachwuchs bei Gefahr verlässt an die nächste Generation weitergegeben immer weiter und weiter so etwas gibt es auch bei Menschen manche Verhaltensweisen die uns heute brutal erscheinen haben das Überleben der ersten Menschen in einer feindlichen Umwelt gesichert ohne diese Instinkte gäbe es uns nicht sie sind noch immer in unseren Genen gespeichert und sie treten in Erscheinung wenn gewisse Umstände es verlangen zum Teil werden wir immer das sein was wir waren was wir sein mussten um zu überleben vor langer Zeit vielleicht haben ja primitive Instinkte uralte unzeitgemäße Gene mal dazu gebracht uns zu verlassen um dem Schrecken und der echten Gefahr zu entkommen die das Leben mit Paar für sie bedeutete das macht es nicht richtig sie hätte bei uns bleiben sollen aber das Wissen dass diese Reaktion in unserem biologischen Bauplan angelegt ist hilft womöglich selbst einer Mutter zu verzeihen die versagt hat es erklärt warum sie fort ging aber ich verstehe noch immer nicht warum sie nicht zurückgekommen ist warum sie mir nicht mal geschrieben hat sie hätte Brief um Brief schreiben können Jahr für Jahr bis einer davon mich endlich erreicht hätte ich schätze manche Dinge sind nicht zu erklären wir können sie nur verzeihen oder eben nicht ich kenne die Antwort auf deine Fragen nicht vielleicht gibt es auch keine es tut mir leid dass ich dir diese traurige Nachricht überbringen musste die längste zeit meines lebens habe ich keine Familie gehabt oder irgendetwas von meiner Familie gehört und jetzt habe ich innerhalb weniger Augenblicke einen Bruder gefunden und meine Mutter verloren es tut mir ehrlich leid Kaya das muss es nicht in Wirklichkeit habe ich mal vor Jahren verloren und jetzt bist du wieder da Jodie ich kann dir gar nicht sagen wie sehr ich mir gewünscht habe dich wieder zu sehen heute ist einer der glücklichsten und sogleich traurigsten Tage meines Lebens sie berührte seinen Arm mit den Fingerspitzen und erkannte sie schon gut genug um zu wissen dass das etwas Außergewöhnliches war sie gingen wieder in die Hütte und er schaute sich die neuen Möbel an die frisch gestrichenen Wände die maßgearbeiteten Küchenschränke Wie hast du dich durchgeschlagen Kaya vor deinem Buch Wie bist du an Geld und Essen gekommen Ach das ist eine lange uninteressante Geschichte Hauptsächlich habe ich Miesmuscheln Austern und geräucherten Fisch an Jumpin verkauft Jody warf den Kopf in den Nacken und lachte laut auf Jumpin an den habe ich seit Jahren nicht mehr gedacht lebt er noch Kaya lachte nicht Jumpin ist mein bester Freund gewesen jahrelang mein einziger Freund meine einzige Familie es sei denn du zählst die Silbermöwen mit Jody wurde ernst hast du denn keine Schulfreunde gehabt ich war in meinem ganzen Leben nur einen Tag in der Schule sagte sie mit einem Schmunzeln die Kinder haben mich ausgelacht deshalb bin ich nicht mehr hingegangen bin den Leuten von der Schulbehörde wochenlang immer wieder entwischt du hast mir so viel beigebracht dass das nicht besonders schwer war erblickte erstaunt aber wie hast du lesen und schreiben gelernt das hat Tate Walker mir beigebracht triffst triffst du dich noch mit ihm ab und an sie stand auf drehte sich zum ofen um noch kaffee die einsamkeit ihres lebens war in dieser küche spürbar jody erkannte sie an dem winzigen zwiebel vorrat im gemüsekorb dem einzelnen teller im trockengestell dem maisbrot das sorgfältig in ein geschirrtuch eingewickelt war wie es auch eine alte witwe tun würde nein danke aber wie wäre es mit einer kleinen fahrt durch die marsch fragte er ja gern du wirst dich wundern ich habe einen neuen motor aber noch immer dasselbe alte boot die sonne war durch die wolken gebrochen und schien hell und warm für einen wintertag während kaya durch die schmalen kanäle und glitzernden mündungsarme steuerte freute jody wenn er einen baumstumpf erblickte der noch genauso war wie er ihn in erinnerung hatte oder einen hohen bieberdamm an exakt derselben stelle wie früher sie lachten als sie zu der lagune kamen wo ma kaya und ihre schwestern das boot im schlamm auf grund gesetzt hatten zurück in der hütte packte sie ein picknick ein das sie am strand mit den möwen aßen ich war so jung als alle fortgegangen sind sagte sie erzähl mir von den anderen und er erzählte ihr geschichten von ihrem großen bruder murphy der sie oft auf den schultern durch den wald getragen hatte du hast dabei immer zugelacht er ist rumgehoppelt und im kreis gelaufen mit dir da hoch oben und einmal hast du dir vor lachen in die hose gemacht direkt an seinem hals oh nein hab ich nicht kaya lehnte sich lachen zurück doch hast du er hat kurz aufgekreis ist aber weiter gelaufen und einfach in die lagune gerannt bis er unter Wasser war mit dir noch musste sich hinsetzen auf die Erde weil sie sich gar nicht mehr einkriegte im kopf erfand sie bilder die zu den geschichten passten schnipsel und bruchstücke eines familienlebens von denen kaya geglaubt hatte sie würde sie niemals haben jody redete weiter missy war die 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 damit angefangen hat die möwen zu füttern was im ernst ich habe gedacht ich hätte von allein damit angefangen als alle weg waren nein sie hat die möwen immer gefüttert wenn sich ihr die chance bot und sie hat ihnen allen namen gegeben ein männchen hat sie rot klecks genannt das weiß ich noch wegen des roten flecks am schnabel es kann natürlich nicht derselbe vogel sein ich habe schon einige generationen von rot klecksen hinter mir aber der linke da vorne ist der aktuelle die ihr die möwen geschenkt hatte sah aber nur das gesicht in dem gemälde vor sich was mehr war als sie vorher gehabt hatte der rote fleck am schnabel der silbermöwe war nicht bloß zierde wie kaya wusste erst wenn die jungen gegen den fleck pickten gab der elternvogel das futter her das er für sie gefangen hatte war der rote fleck verdeckt und die jungen pickten nicht dagegen fütterten die eltern sie nicht und die brut verhungerte selbst in der natur hängt elternschaft an einem dünneren faden als man meinen möchte nach einem moment sagte kaya ich kann mich wirklich nicht an viel erinnern dann sei froh belass es dabei sie blieben noch eine weile schweigend sitzen ohne sich zu erinnern sie bereitete ein südstaaten essen zu wie ma es gemacht hätte schwarzaugenbohnen mit roten zwiebeln gebratener schinken maisbrot mit grieben in butter und milch gekochte limabohnen warmen brombeerkuchen mit einer süßen buttersauce in die sie etwas bourbon hinein rührte den jody mitgebracht hatte beim essen eröffnete er ihr dass er gern ein paar tage bleiben würde falls das in ordnung für sie wäre und sie sagte er könnte gern bleiben solange er wollte das ist jetzt dein land kaya du hast es verdient ich bin noch eine weile in fort banning stationiert deshalb muss ich bald wieder weg aber danach bekomme ich hoffentlich einen job in atlanta dann können wir in kontakt bleiben ich würde dich gern so oft wie möglich besuchen ich habe mir immer nur gewünscht dass es dir gut geht das wäre schön jody bitte komm wann immer du kannst am nächsten abend saßen sie am strand während wellen ihnen die nackten zehen kitzelten redete kaya ungewöhnlich viel und tate schien in jedem dritten satz vorzukommen sie erzählte wie er ihr den weg nach hause gezeigt hatte als sie sich damals noch ein kleines mädchen in der marsch verirrt hatte oder wie tate ihr das erste gedicht vorgelesen hatte sie erzählte von dem federspiel und dass er ihr lesen beigebracht hatte dass er jetzt als wissenschaftler in dem labor arbeitete er war ihre erste liebe aber er hatte sie verlassen als er aufs college ging hatte sie vergeblich am ufer der lagune warten lassen das war das ende gewesen wie lange ist das her fragte jody ungefähr sieben jahre glaube ich als er mit dem studium angefangen hat hast du ihn danach mal wieder gesehen er ist zu mir gekommen um sich zu entschuldigen und hat gesagt dass er mich noch immer liebt und er hat den Vorschlag gemacht dass ich Bücher veröffentlichen soll es ist schön ihn hin und wieder in der Marsch zu sehen aber ich würde mich nie wieder auf ihn ein lassen ich kann ihm nicht vertrauen Kaya das ist sieben Jahre her er war noch ein junger bursche zum ersten mal von zu Hause weg umgeben von zahllosen hübschen Mädchen wenn er zurückgekommen ist und sich entschuldigt hat und sagt dass er dich liebt solltest du vielleicht ein bisschen nachsichtiger sein die meisten Männer ziehen von einer Frau zur nächsten und die schlimmsten unter ihnen stolzieren herum und schwindeln dir was vor wahrscheinlich ist Ma deshalb auf jemanden wie Pa hereingefallen Tate war nicht der einzige Mann der mich verlassen hat Chase Andrews hat sogar schon von heirat geredet aber dann hat er eine andere geheiratet sogar ohne es mir zu sagen ich hab es aus der Zeitung erfahren das tut mir sehr leid ehrlich Kaya aber nicht nur Männer sind untreu ich bin selbst schon ein paar mal hintergangen betrogen und abserviert worden Tatsache ist nun mal dass Liebe oft Schiffbruch erleidet aber selbst wenn sie scheitert verbindet sie dich mit anderen und letzten Endes ist alles was wir haben Verbundenheit schau uns an du und ich haben jetzt einander und stell dir nun mal vor wenn ich irgendwann Kinder habe und du irgendwann Kinder hast dann ist das eine ganz neue Kette von Kaya falls du Tate liebst gib ihm eine Chance Kaya dachte an das Bild das Ma von ihr und Tate als Kinder gemalt hatte die Köpfe zusammengesteckt umgeben von pastellfarbenen Blumen und Schmetterlingen vielleicht hatte Ma ihr ja doch eine Botschaft geschickt am dritten Morgen von Jodies Besuch packten sie Ma Gemälde aus alle bis auf eines das Jody behielt und hängten einige davon an die Wände Das Licht in der Hütte veränderte sich als wären mehr Fenster geöffnet worden Kaya trat zurück und betrachtete sie Es war ein Wunder dass wieder Bilder von Ma an den Wänden hingen aus dem Feuer gerettet Dann begleitete sie Jody zu seinem Pickup und gab ihm ein Lunch Paket das sie ihm für die Fahrt gemacht hatte sie blickten beide in den Wald den Weg hinunter überall hin um sich nicht in die Augen zu sehen schließlich sagte er ich muss los aber das hier ist meine Adresse und Telefonnummer erhielt ihr einen Zettel hin es stockte der Atem und sie musste sich mit der linken Hand am Wagen abstützen als sie den Zettel mit der rechten nahm so etwas alltägliches die Adresse eines Bruders auf einem Stück Papier so etwas staunenswertes eine Familie die sie finden konnte eine Nummer die sie anrufen konnte und er würde sich melden ihr Hals war wie zugeschnürt als Jodie sie an sich zog und endlich nach einer ganzen Ewigkeit sank sie gegen ihn und weinte ich habe gedacht ich sehe dich nie wieder ich habe gedacht du wärst für immer fort ich werde ab jetzt immer für dich da sein versprochen wann immer ich umziehe schicke ich dir meine neue adresse falls du mich mal brauchst schreibst du mir oder rufst an hörst du mach ich und komm mich wieder besuchen sobald du kannst schreien 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 guck 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 mal hier das ist eine pfauenhahn feder und daneben steht dass das gefieder der hähne immer größer und größer wurde um weibchen anzulocken und jetzt kommen die mänchen kaum noch vom boden hoch sie können praktisch nicht mehr fliegen bist du jetzt fertig wir haben was anderes zu tun aber das ist doch sehr interessant Ed ging wieder nach hinten los Mann an die Arbeit nach einer Weile rief Joe den Sheriff erneut Ed trat aus dem kleinen Schlafraum ins Wohnzimmer und sagte lass mich raten du hast eine ausgestopfte Maus mit drei Augen gefunden statt einer Antwort hielt Joe eine rote Wollmütze hoch wo war die gleich da vorne an den paar Haken zusammen mit Jacken weiteren Mützen und so ganz offen nicht irgendwo versteckt nein wie gesagt gleich da vorne er zog einen Plastikbeutel aus der Tasche in dem sich die roten Fasern befanden die in der Jeansjacke von Chase gefunden worden waren und hielt ihn an die rote Mütze die sehen haargenau gleich aus dieselbe Farbe Länge und Dicke sagte Joe nachdem beide Männer Mütze und Fasern ausgiebig verglichen hatten Stimmt und bei beiden ist flauschige beige Wolle in dem Rot mit drin Mensch das könnte es sein wir müssen die Mütze ins Labor schicken also los eintüten und beschriften falls die Fasern übereinstimmen holen wir Miss Clark zum Verhör nachdem nachdem die Männer weitere vier Stunden lang die Hütte durchsucht hatten trafen sie sich in der Küche Ed streckte den Rücken ich schätze wenn hier noch irgendwas anderes wäre hätten wir es gefunden außerdem können wir ja gegebenenfalls noch mal wiederkommen machen wir Schluss für heute während sie über die holprige Straße zurück in die Stadt fuhren sagte Joe wenn sie wirklich schuldig ist hätte sie die rote Mütze doch eigentlich verstecken müssen aber die hing ganz offen darum wahrscheinlich hat sie nicht daran gedacht dass Fasern der Mütze an Chases Jacke haften bleiben oder dass das Labor sie identifizieren könnte sowas weiß sie einfach nicht naja kann sein dass sie das nicht gewusst hat aber ich wette sie weiß eine ganze Menge zum Beispiel dass die Pfauenhähne rumstolzieren und vor lauter Rivalität in Sachen Sex kaum noch fliegen können ich weiß nicht was das alles zu bedeuten hat aber auf irgendwas läuft das hinaus Kapitel 35 Der Kompass 1969 An einem Juli Nachmittag des Jahres 1969 über sieben Monate nach Jodies Besuch fand Kaya ihr zweites Buch Die Vögel der Ostküste von Catherine Danielle Clark in ihrem Briefkasten Sie fuhr mit den Fingern über den schön gestalteten Umschlag eine von ihr gemalte Silbermöwe Lächelnd sagte sie Hallo Ruth Klecks du hast es auf den Einband geschafft Mit dem neuen Buch in der Hand ging Kaya langsam zu der schattigen Eichenlichtung bei der Hütte um nach Pilzen zu suchen Der weiche feuchte Waldboden war kühl unter ihren Füßen als sie sich einer Ansammlung von leuchtend gelben Pilzen näherte Dann erstarrte sie mitten im Schritt Da auf dem alten Federbaum stumpf stand eine kleine Milchtüte rot und weiß genau so eine wie die vor so langer Zeit dort gestanden hatte Überrascht lachte sie auf Im Innern der Packung eingeschlagen in Seidenpapier lag ein alter Militär Kompass mit grünlich-grau angelaufenem Messinggehäuse sie atmete bei seinem Anblick tief ein sie hatte nie einen Kompass gebraucht weil sie einen guten Orientierungssinn hatte aber an bewölkten Tagen wenn die Sonne sich kaum blicken ließ würde der Kompass ihr den Weg weisen auf einem gefalteten Blatt Papier stand liebste Kaya dieser Kompass aus dem ersten Weltkrieg hat meinem Großvater gehört er hat ihn mir geschenkt als ich noch klein war aber ich habe ihn nie benutzt und dachte du könntest ihn besser gebrauchen in Liebe Tate PS ich bin froh dass du diese Nachricht lesen kannst Kaya las die Worte liebste und in Liebe erneut Tate der goldblonde Junge in dem Boot der sie vor dem Unwetter nach Hause geführt ihr Federn auf einen halb verrotteten Baumstumpf gelegt ihr Lesen beigebracht hatte der empfindsame Jugendliche der ihr durch ihre erste Menstruation geholfen und ihr erstes sexuelles Begehren als Frau geweckt hatte der junge Wissenschaftler der sie ermutigt hatte ihre Bücher zu veröffentlichen obwohl sie ihm das Muschelbuch geschenkt hatte war sie weiterhin ins Schilf geflüchtet wenn sie ihn in der Marsch gesehen hatte war ungesehen davon gerudert die unredlichen Signale der Leuchtkäfer das Einzige was sie von der Liebe wusste selbst Jodie hatte gesagt sie sollte Tate eine zweite Chance geben aber jedes Mal wenn sie an ihn dachte oder ihn sah sprang ihr Herz von der alten Liebe zum Schmerz des Verlassen Werdens sie wünschte sie könnte sich für eines von beidem entscheiden einige Tage später glitt sie im Morgen Nebel durch die Marsch den Kompass im Rucksack obwohl sie ihn wahrscheinlich nicht brauchen würde sie wollte auf einer baumbestandenen Sandzunge die weit ins Meer ragte nach seltenen Wildblumen suchen doch ein Teil von ihr hielt auf den Wasserwegen Ausschau Der Nebel erwies sich als hartnäckig Er wollte nicht weichen wand sich um tote Äste und umgestürzte Stämme Die Luft war still Selbst die Vögel schwiegen während Kaya langsam einen Kanal entlang tuckerte Plötzlich war nicht weit entfernt ein Klonk Klonk zu hören Ein Ruder das Träge gegen eine Bordwand schlug und dann tauchte ein Boot geisterhaft im Dunst auf Farben die von der verschleierten Luft getrübt worden waren fügten sich zu Formen zusammen als sie sich ins Licht bewegten goldblondes Haar unter einer roten Kappe Wie einem Traum entsprungen stand Tate im Heck seines alten Angelboots und stagte durch den Kanal Kaya stellte den Motor ab und ruderte rückwärts in ein Dickicht um zu beobachten wie er vorbei fuhr immer nur die heimliche Beobachterin später bei Sonnenuntergang ruhiger jetzt das Herz wieder da wo es sein sollte stand Kaya am Strand und rezitierte Der Sonnenuntergang ist nie einfach Dämmerlicht gebrochen und gespiegelt aber nie wahr Die Abendzeit ist eine Tarnung verwischt Spuren vertuscht Lügen Uns kümmert's nicht dass die Dämmerstunde trügt Wir sehen leuchtende Farben und begreifen nie dass die Sonne hinter der Erde versunken ist wenn wir ihr Feuer sehen Der Sonnenuntergang ist eine Tarnung verwischt Spuren vertuscht Lügen Amanda Hamilton Kapitel 36 Die Fuchsfalle 1969 Joe kam durch die offene Bürotür des Sheriffs Okay Ich hab den Bericht Dann wollen wir mal sehen Beide Männer überflogen den Text rasch bis zur letzten Seite Ed sagte Na bitte Hundertprozentige Übereinstimmung Fasern von ihrer Mütze waren auf der Jacke des Toten Chase Der Sheriff schlug triumphierend auf den Bericht Dann fasste er zusammen Also was haben wir bis jetzt Erstens der Krabbenfischer kann bezeugen dass er Miss Clark in ihrem Boot auf dem Weg zum Feuerwachturm gesehen hat kurz bevor Chase dort in den Tod stürzte Zweitens Patty Love hat uns erzählt dass Miss Clark das Muschelhalsband für Chase gebastelt hat und dass es in der Nacht seines Todes verschwunden ist Drittens Fasern von ihrer Mütze waren auf seiner Jacke Viertens das Motiv die verlassene Frau und ein Alibi das wir entkräften können das müsste reichen Ein besseres Motiv wäre überzeugender wandte Joe ein Dass er sie sitzen gelassen hat scheint mir ein bisschen dürftig Die Ermittlung ist ja auch noch nicht abgeschlossen aber wir haben genug um sie zu verhören wahrscheinlich sogar genug für eine Anklage Erhebung wenn wir sie erst hier haben sehen wir ja wie es weiter geht Tja genau das ist das Problem oder seit Jahren ist sie allen entwischt Schulinspektoren Volkszählungsmitarbeitern völlig egal keiner hat sie zu fassen gekriegt uns eingeschlossen wenn wir da rausfahren und sie quer durch die Sümpfe verfolgen machen wir uns zum Narren das schreckt mich nicht bloß weil sie bisher noch keine erwischt hat heißt das noch lange nicht dass es uns genauso gehen muss aber wir müssen uns was anderes überlegen ich schlage vor wir stellen ihr eine Falle ach so tja sagte der Deputy ich verstehe ein bisschen was vom Fallen stellen und wenn du einem Fuchs eine Falle stellst bleibt die meistens leer und überrumpeln können wir sie auch nicht mehr wir haben so oft an ihre Tür geklopft das hätte sogar einen Braunbären verscheucht wie wäre es mit den Hunden das klappt immer der Sheriff schwieg ein paar Sekunden ich weiß nicht vielleicht werde ich ja mit meinen 51 Jahren allmählich alt und weich aber mit den Hunden eine Frau zu verfolgen nur um sie zum Verhör abzuholen kommt mir irgendwie nicht richtig vor bei entflohenden Häftlingen Leuten die bereits wegen eines Verbrechens verurteilt worden habe ich keine Bedenken aber für Miss Clark gilt die Unschulds Vermutung wie für alle anderen und mir ist nicht wohl dabei die Hunde auf eine Verdächtige zu hetzen vielleicht als allerletztes Mittel aber jetzt noch nicht okay was für eine Falle genau darüber müssen wir gründlich nachdenken am 15. Dezember Ed und Joe diskutierten gerade verschiedene Möglichkeiten wie sie Kaya zum Verhör holen könnten klopfte es an der Tür die große Silhouette eines Mannes ragte hinter der Milchglas Scheibe auf herein rief der Sheriff als der Mann eintrat sagte Ed hallo Rodney was führt sie zu uns Rodney Horn ein ehemaliger Automechaniker lebte im Ruhestand und fuhr an den meisten Tagen zusammen mit seinem Freund Danny Smith zum Angeln raus die Leute kannten ihn als still und zurückhaltend immer in Latzhose er verpasste nie den Sonntagsgottesdienst trug aber auch da seine Latzhose allerdings mit einem schönen frischen Hemd das seine Frau Elsie gebügelt und brettsteif gestärkt hatte Rodney Rodney nahm seinen Filzhut ab und hielt ihn vor den Bauch Ed bot ihm einen Stuhl an aber Rodney schüttelte den Kopf wird nicht lange dauern sagte er ich muss bloß was loswerden das vielleicht wichtig für diese Sache mit dem Andrews Jungen ist um was geht's denn naja ist jetzt schon eine Weile her Danny und ich waren diesen Sommer am 30. August zusammen angeln und da haben wir draußen bei Cypress Cove was gesehen ich denke mal das könnte sie interessieren schießen sie los sagte der Sheriff aber setzen sie sich doch bitte Rodney uns wäre wohler wenn sie sitzen Rodney nahm auf dem angebotenen Stuhl Platz und in den folgenden fünf Minuten erzählte er ihnen seine Geschichte als er wieder gegangen war blickten Ed und Joe einander an Joe sagte jetzt haben wir unser Motiv schnappen wir sie uns Kapitel 37 Graue Haie 1969 waren. Tiefe Wolken jagten über ein noch träges Meer und im Osten baute sich drohend eine Orkanböe auf, schwarz und gewunden wie eine Peitsche. Kaya würde sich bei Jumpin beeilen müssen, um wieder nach Hause zu kommen, bevor der Sturm losbrach. Aus einer Viertelmeile Entfernung sah sie den von Nebel umwaberten Steg. Sie wurde noch langsamer und blickte sich suchend nach anderen Boten in der trüben Stille um. Endlich, sie war noch gut 40 Meter weit draußen, konnte sie Jumpin ausmachen. Er saß auf dem alten Stuhl gegen die Wand gelehnt. Sie winkte. Er nicht. Er sprang nicht auf. Er schüttelte leicht den Kopf, bloß eine Andeutung. Sie drosselte den Motor. Sie winkte wieder. Jumpin starrte sie an, rührte sich aber nicht. Sie riss die Pinne herum und wendete jäh, nahm wieder Kurs aufs Meer. Aber plötzlich tauchte ein großes Boot mit dem Sheriff am Steuer aus dem Nebel auf, flankiert von einigen weiteren Booten, und direkt hinter ihnen die Orkanböe. Sie gab Vollgas, schlängelte sich zwischen den entgegenkommenden Booten hindurch und sauste über weiße Schaumkronen hinweg aufs Meer zu. Sie wollte zurück in die Marsch, aber der Sheriff war zu dicht hinter ihr und würde sie einholen, ehe sie es bis dahin schaffen konnte. Die See wugte nicht mehr in berechenbaren Wellen, sondern warf sich wild hin und her. Das Wasser wurde wütender, als der Rand des Orkans sie erreichte. Sekunden später brach eine Sturzflut los. Kaya wurde bis auf die Haut durchnässt, und lange Haarsträhnen klebten ihr im Gesicht. Sie musste in den Wind drehen, um nicht zu kentern, doch die See brandete über ihren Bug. Sie wusste, dass die Verfolgerboote schneller waren und duckte sich tiefer in den peitschenden Wind. Vielleicht könnte es ihr gelingen, sie bei dieser schlechten Sicht abzuschütteln, oder sie könnte ins Meer hechten und ihnen schwimmend entkommen. Hektisch überlegte sie, was sie machen würde, wenn sie ins Wasser sprang, was sie für ihre beste Chance hielt. So nah an der Küste würde es Strömungen geben, die sie unter Wasser sehr viel schneller mitreißen würden, als sie nach Meinung ihrer Verfolger schwimmen konnte. Wenn sie zwischendurch gelegentlich auftauchte, um Luft zu holen, könnte sie es an Land schaffen und sich in der Uferböschung verstecken. Hinter ihr heulten die Motoren lauter als der Sturm, kamen näher. Sie konnte unmöglich einfach anhalten. Sie hatte sich noch nie ergeben. Sie musste springen, und zwar jetzt. Doch genau in dem Moment drängten sich die Boote um sie wie graue Haie, nahmen sie in die Zange. Eines stellte sich plötzlich vor ihr quer und Kaya krachte gegen die Seitenwand. Sie wurde nach vorne geschleudert und fiel dann rückwärts gegen den Motor. Der Sheriff bückte sich und packte ihre Bordwand, während sie alle in den aufgewühlten Wellen schaukelten. Zwei Männer sprangen in Kajas Boot, und der Deputy sagte, Miss Catherine Clark, ich verhafte Sie wegen Mordes an Mr. Chase Andrews. Sie haben das Recht zu schweigen. Den Rest hörte sie nicht mehr. Niemand hört je den Rest. Kapitel 38 Sunday Justice 1970 Kajas Augen schlossen sich blitzartig gegen das grelle Licht, das von Deckenlampen und durch hohe Fenster auf sie einströmte, nachdem sie zwei Monate im Halbdunkel gelebt hatte. Als sie die Augen wieder öffnete, nahm sie eine leise Ahnung der Marsch draußen wahr. Breite Eichen beschirmten hohe Farnbüsche und Stechpalmen. Sie versuchte, das lebendige Grün noch eine Sekunde länger festzuhalten, doch resolute Hände führten sie zu einem langen Tisch mit Stühlen, wo bereits ihr Anwalt Tom Milton saß. Sie trug Handschellen, sodass ihre Hände vor dem Körper zusammengelegt waren wie zu einer linkischen Gebietshaltung. Bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schlichten weißen Bluse, die Haare zu einem Zopf geflochten, der zwischen ihren Schulterblättern ruhte, wandte sie nicht den Kopf, um in den Zuschauerraum zu blicken. Trotzdem spürte sie die Hitze und die Unruhe der Menschen, die sich im Gerichtssaal drängten, um den Mordprozess zu verfolgen. Spürte, wie die Schultern und Köpfe der Leute sich reckten, um einen Blick auf sie zu erhaschen, sie in Handschellen zu sehen. Der Geruch, eine Mischung aus Schweiß, kaltem Rauch und billigem Parfum steigerte ihre Übelkeit noch. Das Husten und Räuspern erstarb, aber das Stimmengewirr wurde stärker, als sie sich ihrem Platz näherte. Alles ferne Geräusche für sie, weil sie fast nur das Würgen ihres eigenen rasselnden Atems hörte. Sie starrte auf die Holzdielen, auf Hochglanz poliertes Kiefernkernholz, während die Handschellen abgenommen wurden und ließ sich dann auf den Stuhl sinken. Es war 9.30 Uhr am 25. Februar 1970. Tom lehnte sich zu ihr herüber und flüsterte, alles würde gut werden. Sie sagte nichts, suchte aber in seinen Augen nach Aufrichtigkeit, irgendwas, woran sie sich festhalten konnte. Eigentlich glaubte sie ihm nicht, doch zum ersten Mal überhaupt musste sie ihr Leben in die Hände eines anderen geben. Für seine 71 Jahre wirkte Tom noch immer recht stattlich, und mit seinem vollen weißen Haar und den altmodischen Leinenanzügen, die er trug, verströmte er die fast klischeehafte, beiläufige Nonchalance eines ländlichen Würdenträgers. Er bewegte sich vorsichtig und sprach leise, mit einem einnehmenden Lächeln, das sein Gesicht belebte. Richter Sims hatte einen jungen Anwalt mit der Verteidigung von Miss Clark betraut, da sie selbst keine Schritte in diese Richtung unternommen hatte, doch als Tom Milton davon erfuhr, unterbrach er seinen Ruhestand und bat, sie kostenlos vor Gericht vertreten zu dürfen. Natürlich hatte auch er Geschichten über das Marschmädchen gehört und sie im Laufe der Jahre gelegentlich gesehen, wie sie unauffällig, als wäre sie Teil der Strömung durch die Wasserwege der Marschglitt oder so schnell vom Lebensmittelladen davon hastete wie ein Baschbär von einem Abfalleimer. Als er sie vor zwei Monaten das erste Mal im Gefängnis besuchte, hatte man ihn in einen kleinen, dunklen Raum geführt, wo sie an einem Tisch saß. Sie hatte nicht so im Hoch geblickt. Tom hatte sich vorgestellt und gesagt, er würde ihre Verteidigung übernehmen, aber sie hatte geschwiegen und ihn nicht angesehen. Er hatte den überwältigenden Drang gespürt, ihre Hand zu tätscheln, aber irgendetwas, vielleicht ihre aufrechte Haltung oder die ins Leere starrenden Augen, schützte sie vor jeder Berührung. In dem Versuch, Blickkontakt zu ihr herzustellen, bewegte er den Kopf mal in die eine, mal in die andere Richtung, während er ihr erläuterte, wie das Gerichtsverfahren ablaufen würde, womit sie rechnen musste, und stellte ihr dann einige Fragen. Aber sie schwieg beharrlich, rührte sich nicht und sah ihn nie an. Als man sie aus dem Raum führte, wandte sie den Kopf zu einem kleinen Fenster, durch das sie den Himmel sehen konnte. Seevögel kreischten über dem städtischen Hafen, und es schien, als würde Kaya deren Rufe beobachten. Bei seinem nächsten Besuch nahm Tom aus einer braunen Papiertüte einen Hochglanzbildband mit dem Titel »Die seltensten Muscheln der Welt« und schob ihn über den Tisch. Das Buch enthielt Abbildungen von in Öl naturgetreu gemalten Muscheln aus den entlegensten Küstenregionen der Erde. Ihr Mund öffnete sich leicht, sie blätterte langsam die Seiten durch und nickte bei besonderen Exemplaren. Er ließ ihr Zeit. Dann ergriff er wieder das Wort, und diesmal sah sie ihn an. Entspannt und geduldig erklärte er ihr erneut den Ablauf des Prozesses und machte sogar eine Zeichnung vom Gerichtssaal, auf der sie sehen konnte, wo die Geschworenenbank war, die Richterbank und wo die Anwälte und Kaya sitzen würden. Dann malte er noch Strichmännchen hinein, die den Gerichtsdiener, den Richter und die Protokollführerin darstellten, und erklärte deren Funktionen. Wie schon bei seinem ersten Besuch erläuterte er ihr die gegen sie vorliegenden Beweise und wollte von ihr wissen, wo sie in der Nacht von Chases Tod gewesen war. Doch sobald er auf Einzelheiten zu sprechen kam, zog sie sich in ihr Schneckenhaus zurück. Später, als er aufstand und sich verabschiedete, schob sie das Buch zurück über den Tisch, aber er sagte, »Nein, das ist ein Geschenk. Es gehört Ihnen.« Sie biss sich auf die Lippen und blinzelte. Und jetzt, zum ersten Mal im Gerichtssaal, versuchte er, sie von dem Gewimmel hinter ihnen abzulenken, indem er ihr in Natura zeigte, was er bereits in seiner Zeichnung dargestellt hatte. Doch das Ablenkungsmanöver war fruchtlos. Um 9.45 Uhr platzte der Zuschauerraum aus allen Nähten. Die Menschen, die dicht gedrängt die Sitzreihen füllten, gaben hemmungslos Kommentare von sich über die Beweise, die Todesstrafe. Eine kleine Galerie auf der Rückseite fasste zusätzlich 20 Personen, und obwohl es keine offizielle Vorschrift gab, war jedem klar, dass sich dort nur Schwarze aufhalten durften. Heute aber war die Galerie überwiegend mit Weißen und nur hier und da mit Schwarzen besetzt, denn dieser Fall war durch und durch Weiß. In einem abgetrennten Bereich weit vorne saßen einige Journalisten von der Atlanta Constitution und dem Raleigh Herald. Wer keinen Platz mehr finden konnte, drängte sich hinten oder entlang der Seitenwände mit den hohen Fenstern. Zappelig, tuschelnd, tratschend. Das Marschmädchen wegen Mordes angeklagt. Besser ging's nicht. Sunday Justice, die Gerichtskatze, schwarzer Rücken, Gesicht weiß mit einer schwarzen Maske um die grünen Augen, streckte sich in einem Sonnenflecken auf einer der tiefen Fensterbänke aus. Der Kater gehörte seit Jahren zum Inventar des Gerichtsgebäudes, verdiente sich sein Aufenthaltsrecht, indem er den Keller frei von Ratten und den Gerichtssaal frei von Mäusen hielt. Da Barkley Cove die erste Ortschaft war, die in diesem unwirtlichen und morastigen Teil der Küste von North Carolina besiedelt wurde, hatte die Krone es zur County-Hauptstadt erklärt und 1754 das erste Gerichtsgebäude dort bauen lassen. Selbst als später andere Städte, wie beispielsweise Sea Oaks, größer und fortschrittlicher wurden, blieb Barkley Cove der offizielle Verwaltungssitz. Das erste aus Holz erbaute Gerichtsgebäude wurde 1912 vom Blitz getroffen und brannte fast völlig ab. Im Jahr darauf errichtete man an derselben Stelle am Ende der Main Street einen zweistöckigen Ziegelbau mit über drei Meter hohen und granitumrandeten Fenstern. In den 60er Jahren hatten mittlerweile Wildgräser und Palmettos und sogar einige Schilfsorten das einst gepflegte Grundstück erobert. Eine von Seerosen überwucherte Lagune, die im Frühling über die Ufer trat, hatte im Laufe der Jahre Teile des Bürgersteigs verschlungen. Der eigentliche Gerichtssaal, dessen Gestaltung dem ursprünglichen nachempfunden war, wirkte dagegen beeindruckend. Über der erhöhten Richterbank aus dunklem Maragoni-Holz mit einer farbigen Intarsie, die das Siegel North Carolinas darstellte, waren etliche Fahnen aufgestellt, einschließlich die der Konföderierten. Das Geländer der geschworenen Bank, ebenfalls aus Maragoni, war mit Rotzedernholz eingefasst und die Fenster auf einer Seite des Raums rahmten das Meer. Als die Amtsträger den Saal betraten, zeigte Tom auf die Strichmännchen seiner Zeichnung und erklärte, wer sie waren. »Das ist der Gerichtsdiener, Hank Jones«, sagte er und deutete auf einen hoch aufgeschossenen Mann um die 60, der sich vorne im Raum postierte. Er hatte eine so hohe Stirnglatze, dass sein Kopf fast genau zur Hälfte kahl war und trug eine graue Uniform mit einem breiten Gürtel, an dem ein Funkgerät, eine Taschenlampe, ein beeindruckender Schlüsselbund und ein Holster mit einem sechsschüssigen Colt hingen. Mr. Jones rief in den Zuschauerraum, »Tut mir leid, Leute, aber ihr kennt die Brandschutzvorschriften. Wer keinen Sitzplatz hat, muss den Saal verlassen.« »Das ist Miss Henrietta Jones, Tochter des Gerichtsdieners und Protokollführerin«, erklärte Tom, als eine junge Frau, ebenso groß und dünn wie ihr Vater, leise hereinkam und sich an einen Schreibtisch vor der Richterbank setzte. Mr. Eric Chastain, der Staatsanwalt, saß bereits in seinem Tisch und holte Akten und Notizblöcke aus seiner Tasche. Chastain war etwa 1,80 Meter groß, ein Mann mit breiter Brust und roten Haaren. Der seine blauen Anzüge und breiten, auffälligen Krawatten stets bei C.S. Roebuck & Co. in Asheville kaufte. Gerichtsdiener Jones rief, »Bitte erheben Sie sich! Die Sitzung ist eröffnet! Der ehrenwerte Richter Harold Sims hat den Vorsitz!« Schlagartig wurde es still. Die Tür des Richterzimmers ging auf und Richter Sims trat herein. Mit einem Nicken signalisierte er, dass alle wieder Platz nehmen sollten, dann bat er die Vertreter der Anklage und der Verteidigung zu sich. Er war ein grobknochiger Mann mit einem runden Gesicht und auffälligen weißen Koteletten, und obwohl wohnhaft in Sea Oaks, übte er schon seit neun Jahren sein Amt in Barclay Cove aus. Im Allgemeinen galt er als sachlich, vernünftig und fair. Seine Stimme dröhnte durch den Saal. »Mr. Milton, Ihr Antrag, das Verfahren in ein anderes County zu verlegen, da Miss Clark aufgrund der in der hiesigen Bevölkerung verbreiteten Vorurteile gegen sie kein fairer Prozess gemacht werden kann, wird abgelehnt. Ich räume ein, dass ihre Lebensumstände ungewöhnlich sind und dass eine gewisse Voreingenommenheit gegen sie besteht, doch ich sehe keinerlei Hinweis darauf, dass sie stärker unter Vorurteilen zu leiden hatte als viele Angeklagte in Kleinstädten im ganzen Land, und übrigens auch in Großstädten. Die Verhandlung wird hier und jetzt stattfinden.« Beifälliges Kopfnicken unter den Zuschauern, als die Anwälte zu ihren Plätzen zurückkehrten. Richter Sims sprach weiter. »Catherine Danielle Clark, Sie sind wegen Mordes an Chase Lawrence Andrews angeklagt. Unter Mord versteht das Gesetz eine vorsätzliche Tötung, und in solchen Fällen hat der Staat das Recht, die Todesstrafe zu beantragen. Die Anklagevertretung hat angekündigt, dass sie dies tun wird, falls sie für schuldig befunden werden.« Ein Raunen lief durch den Saal. Tom schien ein kleines Stück näher an Kaya heranzurücken, und sie versagte sich diesen Trost nicht. »Wir werden mit der Auswahl der Geschworenen beginnen!« Richter Sims wandte sich an die ersten beiden Reihen, in denen mögliche Geschworene saßen. Während er eine Liste mit Regeln und Bedingungen verlas, machte Sunday Justice einen deutlich hörbaren Satz von der Fensterbank auf den Boden und sprang von dort in einer fließenden Bewegung auf die Richterbank. Geistesabwesen streichelte Richter Sims den Kopf des Katers, während er weiterlas. »Der Staat North Carolina gewährt Personen, die Gegner der Todesstrafe sind, das Recht, die Berufung auf die Geschworenenbank abzulehnen. Bitte heben Sie die Hand, wenn Sie die Todesstrafe nicht verhängen wollen oder können, falls die Angeklagte für schuldig befunden wird.« Keine Hand hob sich. »Todesstrafe« war das Einzige, was Kaya hörte. Der Richter sprach weiter. »Ein weiterer gesetzlich anerkannter Grund, von der Pflicht als Geschworener befreit zu werden, liegt dann vor, wenn Sie jetzt oder in der Vergangenheit eine derart enge Beziehung entweder zu Miss Clark oder zu Mr. Andrews unterhalten haben, dass Sie in diesem Fall nicht objektiv sind. Sollte das auf Sie zutreffen, teilen Sie es mir bitte jetzt mit.« In der Mitte der zweiten Reihe hob Mrs. Sally Culpepper die Hand und nannte ihren Namen. Ihr graues Haar war streng zu einem straffen kleinen Knoten nach hinten gebunden, und Hut, Kostüm und Schuhe waren allesamt mattbraun. »Bitte, Sally, sagen Sie, was Sie auf dem Herzen haben,« forderte der Richter sie auf. »Wie Sie wissen, war ich fast 25 Jahre lang Schulinspektorin in Barclay County. Miss Clark war einer meiner Fälle. Deshalb hatte ich mit ihr zu tun oder hab es wenigstens versucht.« Kaya konnte weder Mrs. Culpepper noch sonst irgendjemanden im Zuschauerraum sehen, ohne sich umzudrehen, was sie natürlich niemals getan hätte. Aber sie erinnerte sich noch deutlich an das letzte Mal, als Mrs. Culpepper im Auto gesessen hatte, während der Mann mit dem Filzhut versuchte, sie aufzuspüren. Kaya war mit dem alten Mann so schonend wie möglich umgegangen, war geräuschvoll durchs Gebüsch geflohen, damit er wusste, in welcher Richtung er suchen sollte, und war dann lautlos zurückgekommen, um sich hinter einigen Büschen in der Nähe des Wagens zu verstecken. Aber Filzhut war zum Strand gelaufen, genau in die entgegengesetzte Richtung. In ihrem Versteck kauernd, hatte Kaya mit einem Zweig gegen die Autotür geklopft, und als Mrs. Culpepper aus dem Fenster schaute, sah sie ihr direkt in die Augen. Sie meinte damals, die Schulinspektorin leise lächeln zu sehen. Jedenfalls hatte sie sie nicht verraten, als Filzhut fluchend zurückkam, ins Auto stieg und dann ein letztes Mal die Straße hinunter verschwand. Jetzt sagte Mrs. Culpepper zum Richter, Also, ich weiß nicht, ob ich als Geschworene befreit werden sollte, weil ich doch mit ihr zu tun hatte. Richter Simms sagte, Danke, Sally. Einige von Ihnen haben möglicherweise in den Läden der Stadt mit Miss Clark zu tun gehabt, oder aber in offizieller Funktion wie Mrs. Culpepper. Die Frage lautet, können Sie sich die Zeugenaussagen in diesem Fall anhören und aufgrund der Beweislage entscheiden, ob die Angeklagte schuldig oder unschuldig ist und nicht aufgrund vergangener Erlebnisse oder Gefühle? Jawohl, ich bin sicher, das kann ich, euer Ehren. Danke, Sally, Sie können bleiben. Um elf Uhr dreißig hatten sieben Frauen und fünf Männer auf der geschworenen Bank Platz genommen. Dort konnte Kaya sie sehen und blickte verstohlen in ihre Gesichter. Die meisten hatte sie schon mal in der Stadt gesehen, aber sie kannte nur wenige mit Namen. Mrs. Culpepper saß genau in der Mitte, was Kaya ein klein wenig tröstete. Aber neben ihr saß Theresa White, die blonde Ehefrau des Methodistenpredigers, die vor Jahren aus dem Schuhgeschäft geeilt war, um ihre Tochter von Kaya wegzuholen, die auf dem Bürgersteig stand, nachdem sie mit ihrem Paar das einzige Mal im Deiner gegessen hatte. Mrs. White, die zu ihrer Tochter gesagt hatte, Kaya sei schmutzig, war jetzt geschworene in ihrem Fall. Rechter Sims ordnete eine Mittagspause bis 13 Uhr an. Der Deiner würde für die geschworenen Thunfisch, Geflügelsalat und Schinkensandwiches liefern, die sie im Beratungsraum zu sich nehmen würden. Der Fairness halber würde das einzige andere Lokal der Stadt, die Doggone Beer Hall, an jedem zweiten Tag Hotdogs, Chili und Krabensandwiches liefern. Die Katze bekam auch immer eine Portion. Sunday Justice hatte eine Vorliebe für die Krabensandwiches. Kapitel 39 Zufälliges Wiedersehen 1969 An einem Augustmorgen des Jahres 1969 lichtete sich der Nebel gerade, als Kaya zu einer abgelegenen Halbinsel fuhr, die bei den Einheimischen Cypress Cove hieß und wo sie einmal seltene Pilze gesehen hatte. August war eigentlich schon zu spät für Pilze, aber Cypress Cove war kühl und feucht, deshalb würde sie diese seltene Spezies vielleicht wiederfinden. Über einen Monat war vergangen, seit Tate den Kompass für sie auf den Federbaumstumpf gelegt hatte. Sie hatte ihn danach zwar in der Marsch gesehen, sich aber nicht getraut, näher heranzufahren, um ihm für das Geschenk zu danken. Auch den Kompass hatte sie nicht benutzt, obwohl er gut verstaut in einer der vielen Taschen ihres Rucksacks steckte. Moos behangene Bäume säumten das Ufer und ihre niedrigen Äste bildeten eine Art Grotte, durch die Kaya glitt und nach Ansammlungen von kleinen orangefarbenen Pilzen auf schlanken Stielen Ausschau hielt. Schließlich entdeckte sie sie, auffällig und leuchtend, an die Seiten eines alten Baumstumpfs geschmiegt. Kaya lenkte ihr Boot ans Ufer, setzte sich im Schneidersitz hin und fing an, sie zu zeichnen. Plötzlich hörte sie Schritte auf dem weichen Boden und dann eine Stimme. »Na, wen haben wir denn da? Mein Marschmädchen!« Als sie herumwirbelte und gleichzeitig aufsprang, stand sie Auge in Auge mit Chase. »Hallo, Kaya!« sagte er. Sie schaute sich um. Wie war er hergekommen? Sie hatte kein Boot gehört. Er sah ihr die Frage an. »Ich hab geangelt, hab dich vorbeifahren sehen und bin drüben auf der anderen Seite am Ufer angelandet. »Bitte geh einfach!« sagte sie und stopfte ihre Stifte und den Zeichenblock in den Rucksack. Aber er legte eine Hand auf ihren Arm. »Komm schon, Kaya! Es tut mir leid, wie alles gelaufen ist.« Er beugte sich näher, ein Hauch Frühstücksböben im Atem. »Fass mich nicht an!« »Hey, ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Du hast gewusst, dass wir nicht heiraten können. Du hättest niemals in der Nähe der Stadt leben können. Aber ich hab dich immer gern gehabt. Ich hab zu dir gehalten. Zu mir gehalten? Was soll das heißen? Lass mich in Ruhe!« Kaya klemmte sich den Rucksack unter den Arm und wollte zu ihrem Boot. Doch er packte ihren Arm, drückte fest zu. »Kaya, es wird keine wie dich geben, niemals. Und ich weiß, dass du mich liebst.« Sie riss ihren Arm los. »Da irrst du dich. Ich weiß nicht mal, ob ich dich je geliebt habe. Aber du hast von Heirat geredet, schon vergessen? Du hast davon geredet, für uns beide ein Haus zu bauen. Stattdessen habe ich durch die Zeitung von deiner Verlobung mit einer anderen erfahren. Warum hast du das getan, Chase? Warum?« »Komm schon, Kaya. Es war unmöglich. Du musst doch gewusst haben, dass es nicht funktionieren konnte. Und was war denn so falsch daran, wie es zwischen uns lief? Lass uns wieder da anfangen, wo wir aufgehört haben.« Er griff nach ihren Schultern und zog sie an sich. »Lass mich los!« Sie wandte den Oberkörper und versuchte, sich loszureißen. Aber er hielt sie mit beiden Händen fest, quetschte ihre Arme. Er presste seinen Mund auf ihren und küsste sie. Sie riss die Arme hoch, schlug seine Hände weg. Sie nahm den Kopf zurück und zischte. »Wag es bloß nicht!« »Da ist ja meine kleine Löwin, wilder denn je!« Er packte ihre Schultern, trat ihr mit einem Bein in die Kniekehlen und stieß sie zu Boden. Ihr Kopf schlug hart auf. »Ich weiß, dass du mich willst!« sagte er lüstern. »Nein! Hör auf!« schrie sie. Er rammte ihr sein Knie in den Bauch, sodass sie keine Luft mehr bekam, öffnete den Reißverschluss seiner Jeans und zog sie herunter. Sie bäumte sich auf, presste beide Hände gegen ihn. Plötzlich schlug er ihr mit der geballten Faust ins Gesicht. Ein widerlich lautes Knacken ertönte in ihrem Kopf. Ihr Hals schnellte nach hinten und sie landete unsanft auf der Erde. Genau wie Parma geschlagen hatte. Ein pochender Schmerz ließ ihren Verstand ein paar Sekunden lang aussetzen. Dann drehte und krümmte sie sich, versuchte sich unter ihm wegzuwinden, aber er war zu stark. Mit einer Hand fixierte er ihre beiden Arme über ihrem Kopf, öffnete den Reißverschluss ihrer Shorts und riss sie zusammen mit ihrem Höschen nach unten, während sie nach ihm trat. Sie schrie, aber niemand würde sie hören. Sie stemmte die Füße in den Boden, versuchte ihn abzuschütteln, aber er packte ihre Taille und warf sie herum, sodass sie auf dem Bauch lag, presste ihr schmerzendes Gesicht in die Erde, griff dann unter ihren Bauch und zog ihr Becken hoch, während er hinter ihr kniete. Diesmal lass ich dich nicht laufen. Du gehörst mir, ob's dir gefällt oder nicht. Irgendeine Urkraft in ihr ließ sie Knie und Arme gegen den Boden stemmen und sich aufbäumen. Gleichzeitig riss sie einen Ellbogen nach hinten und erwischte ihn am Kinn. Sein Kopf schwang zur Seite, sie drosch mit den Fäusten auf ihn ein, bis er das Gleichgewicht verlor und nach hinten kippte. Dann verpasste sie ihm einen gezielten Fußtritt in den Schritt, punktgenau und hart. Er krümmte sich zusammen und fiel auf die Seite, hielt seine Hoden, das Gesicht schmerzverzerrt. Zur Sicherheit trat sie ihn in den Rücken, genau dahin, wo seine Nieren waren. Mehrmals, mit voller Wucht. Dann zog sie ihre Shorts hoch, schnappte sich den Rucksack und rannte zum Boot. Sie riss an der Anlasserschnur und als sie nach hinten sah, stemmte er sich stöhnend auf Hände und Knie. Sie fluchte, bis der Motor ansprang. In dem Gefühl, dass er ihr jede Sekunde folgen würde, zog sie die Pinne je herum und fuhr mit Vollgas davon, als Chase gerade wieder auf die Beine kam. Mit zitternden Händen schloss sie den Reißverschluss ihrer Shorts, einen Arm fest an den Oberkörper gedrückt. Panis spähte sie aufs Meer hinaus und sah ganz in der Nähe ein anderes Boot, in dem zwei Angler saßen und sie anstarrten. Kapitel 40 Cypress Cove 1970 Nach dem Mittagessen fragte Richter Sims den Staatsanwalt »Eric, sind Sie soweit, Ihren ersten Zeugen aufzurufen?« »Ja, Euer Ehren« In anderen Mordprozessen rief Chastain meist als erstes den Gerichtsmediziner auf, weil mit dessen Aussage unwiderlegbare Beweise einhergingen, wie beispielsweise die Mordwaffe, Tatort und Tatzeit, Tatortfotos, die unweigerlich einen starken Eindruck auf die Geschworenen machten. Aber in diesem Fall gab es keine Mordwaffe, keine Fingerabdrücke oder Fußspuren, weshalb Chastain mit dem Motiv anfangen wollte. »Euer Ehren, die Anklage ruft Mr. Rodney Horne auf.« Der ganze Gerichtssaal sah Rodney Horne in den Zeugenstand treten und schwören, die Wahrheit zu sagen. Kaya erkannte sein Gesicht, obwohl sie es nur für ein paar Sekunden gesehen hatte. Sie wandte sich ab. Automechaniker im Ruhestand. Er war einer von ihnen, verbrachte seine Zeit hauptsächlich beim Angeln, Jagen und Pokerspielen im Swamp Guinea. Konnte Whisky trinken wie ein Fass ohne Boden. Heute trug er wie jeden Tag seine Latzhose mit einem sauberen, karierten Hemd, dessen Kragen förmlich stramm stand, so steif war es gestärkt. Er hielt seinen Anglerhut in der linken Hand, während er die rechte auf die Bibel legte und seinen Eid sprach. Dann nahm er im Zeugenstand Platz, den Hut auf den Knien. Eric trat locker näher. »Guten Morgen, Rodney.« »Morgen, Eric.« »Also, Rodney, Sie waren am Morgen des 30. August 1969 mit einem Freund bei Cypress Cove angeln. Ist das richtig?« »Stimmt, genau. Danny und ich waren mit dem Boot draußen, schon seit Tagesanbruch.« »Fürs Protokoll. Sie meinen Danny Smith?« »Ja, Danny und ich.« »Gut. Bitte schildern Sie dem Gericht, was Sie an dem Morgen gesehen haben.« »Tja, wie gesagt, wir waren seit Tagesanbruch draußen, und es war so gegen elf, und es hatte schon länger keiner mehr angebissen. Wir wollten gerade unsere Leinen einholen und nach Hause fahren, aber dann haben wir zwischen den Bäumen drüben auf der Landzunge was gehört. Im Wald.« »Was genau haben Sie gehört?« »Na ja, da waren Stimmen. Zuerst noch ziemlich leise, aber dann wurden sie lauter. Ein Mann und eine Frau. Aber wir konnten sie nicht sehen, und es hat sich so angehört, als hätten sie Krach.« »Was ist dann passiert?« »Na ja, die Frau hat angefangen zu schreien, deshalb sind wir näher rangefahren, um mehr sehen zu können. Für den Fall, dass sie vielleicht Hilfe braucht.« »Und was haben Sie gesehen?« »Na ja, als wir nah genug waren, haben wir gesehen, wie die Frau neben dem Mann stand und ihm einen Tritt verpasst hat, genau in die...« Rodney sah den Richter an. Richter Sims sagte, »Wohin hat sie ihn getreten?« »Sagen Sie es ruhig.« »Sie hat ihn genau in die Eier getreten, und er es auf die Seite gekippt hat, gestöhnt und gewimmert.« »Dann hat sie ihn ein paar Mal in den Rücken getreten.« »War wütend wie ein Maultier, das auf eine Hummel gebissen hat.« »Haben Sie die Frau erkannt? Befindet sie sich heute im Gerichtssaal?« »Oh ja, wir haben genau gesehen, wer sie war. Die da drüben, die Angeklagte. Die Leute nennen sie das Marschmädchen.« Richter Sims beugte sich zu dem Zeugen. »Mr. Horne, der Name der Angeklagten ist Miss Clark. Nennen Sie sie bitte nicht anders.« »Na schön, dann haben wir eben Miss Clark gesehen.« Eric fragte weiter. »Haben Sie den Mann erkannt, den sie getreten hat?« »Na ja, im ersten Moment nicht, weil er sich so auf der Erde gewälzt hat. Aber nach ein paar Minuten ist er aufgestanden, und es war Chase Andrews, der mal so ein guter Football-Spieler gewesen ist.« »Wie ging es weiter?« »Sie ist zu ihrem Boot gestolpert und, na ja, sie war halb ausgezogen, ihre Shorts und die Unterhose auf Kniehöhe. Sie hat versucht, die Hose hochzuziehen und gleichzeitig zu laufen. Die ganze Zeit hat sie ihn angeschrien. Als sie beim Boot war, ist sie reingesprungen und mit Volldampf abgerauscht. War noch immer dabei, sich die Hose zuzumachen. Als sie an uns vorbeigekommen ist, hat sie uns direkt angesehen. Deshalb weiß ich ja, dass sie es war.« Sie sagten, sie hätte ihn angeschrien, während sie zu ihrem Boot gelaufen ist. Konnten sie verstehen, was sie gesagt hat? »Ja, wir haben sie ganz deutlich gehört, weil wir da schon sehr nah dran waren. Bitte wiederholen Sie für das Gericht, was die Angeklagte gerufen hat. Sie hat gebrüllt, »Lass mich in Ruhe, du Scheißkerl! Wenn du mir noch einmal zu nahe kommst, bringe ich dich um!« Lautes Gemurmel brach im Gerichtssaal aus, und als es kein Ende nahm, schlug Sims mit seinem Richterhammer auf den Tisch. »Ruhe! Das reicht jetzt!« Eric sagte zu dem Zeugen, »Das wäre alles. Danke, Rodney. Keine weiteren Fragen. Ihr Zeuge.« Tom ging mit flotten Schritten an Chastain vorbei und baute sich vor dem Zeugenstand auf. »Also, Rodney, Sie haben ausgesagt, dass Sie zuerst ziemlich leise und dann immer lautere Stimmen gehört haben, dass Sie aber nicht sehen konnten, was sich zwischen Miss Clark und Mr. Andrews abgespielt hat. Ist das richtig?« »Stimmt, genau. Wir konnten Sie erst sehen, als wir ein Stück näher herangefahren sind. Und Sie haben ausgesagt, dass die Frau, die Sie später als Miss Clark erkannt haben, geschrien hat, als bräuchte sie Hilfe. Richtig?« »Ja.« »Sie haben keine Zärtlichkeiten oder einvernehmliches sexuelles Verhalten zwischen zwei Erwachsenen gesehen. Sie haben gehört, dass eine Frau schrie, als würde sie angegriffen, als bräuchte sie Hilfe. »Ist das richtig?« »Ja.« »Wäre es also nicht vielleicht möglich, dass Miss Clark in Notwehr gehandelt hat, als sie Mr. Andrews trat? Eine Frau, allein im Wald, die sich gegen einen sehr starken, athletischen Mann wehrt. Ein ehemaliger Quarterback, der sie angegriffen hatte.« »Ja, ich schätze, das wäre möglich.« »Keine weiteren Fragen.« »Hat die Staatsanwaltschaft noch Fragen an den Zeugen?« »Ja, euer Ehren.« Chastain erhob sich hinter dem Tisch der Anklagevertretung. »Rodney, unabhängig von der Frage, ob ein gewisses Verhalten zwischen den beiden einvernehmlich war oder nicht, ist die Feststellung zutreffend, dass die angeklagte Miss Clark extrem wütend auf Chase Andrews war.« »Oh ja, stinkwütend.« »So wütend, dass sie ihn angeschrien hat, wenn er ihr noch mal zu nahe käme, würde sie ihn umbringen. Ist das richtig?« »Jawohl, genau so ist es gewesen.« »Keine weiteren Fragen, euer Ehren.« Kapitel 41 Eine kleine Herde 1969 Kajas Hände zitterten an der Pinne, als sie sich umdrehte, um zu sehen, ob Chase sie in seinem Boot von Cypress Cove aus verfolgte. Sie fuhr so schnell sie konnte zu ihrer Lagune und humpelte im Laufschritt mit schmerzenden Knien zur Hütte. In der Küche sank sie auf den Boden, weinte, betastete ihr anschwellendes Auge und spuckte Erde aus dem Mund. Dann lauschte sie, ob er hinter ihr herkam. Sie hatte das Muschelhalsband gesehen. Er trug es noch immer. Wie war das möglich? »Du gehörst mir«, hatte er gesagt. Er würde vor Wut kochen, weil sie ihn getreten hatte, und er würde sie verfolgen. Er könnte heute noch kommen oder auf die Nacht warten. Sie konnte es niemandem erzählen. Jumpin' würde darauf bestehen, dass sie zum Sheriff ging, aber die Polizei würde Chase Andrews eher glauben als dem Marschmädchen. Sie war nicht sicher, was die beiden Angler in dem Boot gesehen hatten, aber die würden sie niemals verteidigen. Sie würden sagen, sie hätte es verdient, denn bevor Chase sie verließ, hatten die Leute mitbekommen, dass sie monatelang mit ihm rumgeknutscht hatte, sich nicht verhalten hatte wie eine anständige Frau. Wie eine Nutte, würden sie sagen. Draußen heulte der Wind vom Meer, und aus Angst, dass sie Chases Motor nicht hören würde, stand sie unter Schmerzen auf, packte mit langsamen Bewegungen ein paar Kekse, Käse und Nüsse in ihren Rucksack und hastete durchs Schlickgras zur Lesehütte, den Kopf tief gegen einen wütenden Sturm gebeugt. Sie brauchte 45 Minuten für den Weg, und bei jedem Laut fuhr ihr schmerzender, steifer Körper zusammen, und sie drehte je den Kopf nach rechts und links, späte ins Dickicht. Endlich kam die alte Hütte in Sicht, bis zu den Knien in hohem Gras und ans Flussufer geschmiegt. Hier war der Wind ruhiger, die sanfte Wiese still. Sie hatte Chase nie von diesem Unterschlupf erzählt, aber vielleicht wusste er doch davon. Sie war sich nicht sicher. Der Rattengestank war verschwunden. Nachdem Tate vom Forschungslabor eingestellt worden war, hatten Skapper und er die baufällige Blockhütte renoviert, damit er bei manchen seiner Exkursionen hier übernachten konnte. Sie hatten die Wände abgestützt, das Dach repariert und ein paar schlichte Möbel aufgestellt. Ein schmales Bett mit Steppdecke, einen kleinen Holzofen, auf dem man kochen konnte, Tisch und Stuhl. Töpfe und Pfannen hingen von den Dachsparren. Ein Mikroskop, das mit Plastik abgedeckt war und auf einem Klapptisch stand, wirkte wie ein Fremdkörper. In einer alten Metallkiste in der Ecke waren Dosensuppen und andere Konserven verstaut. Nichts, was die Bären anlocken würde. Aber im Innern fühlte sie sich wie eingesperrt, konnte nicht sehen, ob Chase kam. Also setzte sie sich ans Flussufer, suchte das grasbestandene Wasserland mit dem rechten Auge ab. Das linke war mittlerweile zugeschwollen. Flussabwärts wanderte eine Herde aus fünf Hirschkühen, ohne ihr Beachtung zu schenken, äsend am Ufer entlang. Wenn Kaya sich ihnen doch nur anschließen, zu ihnen gehören könnte. Sie wusste, die Herde wäre eigentlich nicht unvollständig ohne eines der Tiere, aber jede Hirschkuh wäre unvollständig ohne ihre Herde. Eine hob den Kopf, später mit dunklen Augen suchend nach Norden, zwischen die Bäume, stampfte mit dem rechten Vorderfuß, dann mit dem linken. Die anderen blickten auf, stießen alarmierte Pfeiflaute aus. Sofort suchte Kajas intaktes Auge den Wald nach Chase oder irgendeinem anderen Raubtier ab. Aber nichts rührte sich. Vielleicht hatte ein Windstoß sie erschreckt. Sie hörten auf zu stampfen, zogen aber langsam weiter und verschwanden im hohen Gras, ließen Kaya allein und beklommen zurück. Wieder wanderte ihr Blick suchend über die Wiese, aber das Lauschen und Spähen raubte ihr alle Energie, also ging sie zurück in die Blockhütte, kramte schwitzenden Käse aus dem Rucksack. Sie ließ sich auf den Boden sinken und kaute geistesabwesend, betastete den Bluterguss an der Wange. Gesicht, Arme und Beine waren zerkratzt und mit blutigem Dreck verschmiert. Die aufgeschürften Knie pochten schmerzhaft. Sie brach in Schluchzen aus, kämpfte gegen das aufsteigende Schamgefühl an, spie plötzlich den Käse in einem krümelig-nassen Schwall wieder aus. Sie hatte es sich selbst zuzuschreiben, weil sie sich auf einen Mann eingelassen hatte. Ein natürliches Begehren hatte sie unverheiratet in ein billiges Motel geführt, aber unbefriedigt gelassen. Sex unter blinkenden Neonleuchten, verwischte Blutflecken auf Laken wie Tierspuren. Chase hatte wahrscheinlich allen gegenüber damit geprahlt, was sie gemacht hatten. Kein Wunder, dass die Menschen sie mieden. Sie war wertlos, widerwärtig. Als der Halbmond zwischen schnell dahingleitenden Wolken zum Vorschein kam, hielt sie durch das kleine Fenster Ausschau, ob sich draußen geduckte menschliche Formen anschlichen. Schließlich kroch sie in Tates Bett und schlief unter seiner Steppdecke. Sie schreckte immer wieder auf, horchte auf Schritte, zog sich dann den weichen Stoff eng ums Gesicht. Zum Frühstück erneut bröckeliger Käse. Ihr Gesicht hatte sich jetzt lila-grün verfärbt, das Auge angeschwollen wie ein Ei, der Nacken steif. Die Oberlippe war eine grotesk verzogene Wulst. Wie Mar, monströs, voller Angst, nach Hause zu gehen. Mit plötzlicher Klarheit erkannte Kaya, was Mar ertragen hatte und warum sie fortgegangen war. Mar, Mar, flüsterte sie. Ich verstehe dich. Endlich begreife ich, warum du gehen musstest und nie zurückgekommen bist. Es tut mir leid, dass ich es nicht gesehen habe, dass ich dir nicht helfen konnte. Kaya ließ den Kopf hängen und weinte bitterlich. Doch dann richtete sie sich auf und sagte, »So werde ich niemals leben. In ständiger Angst, wann und wo mich der nächste Faustschlag trifft.« Am Nachmittag kehrte sie nach Hause zurück. Doch obwohl sie Hunger hatte und Lebensmittel brauchte, fuhr sie nicht zu jumpeln. Chase könnte dort auf sie warten. Außerdem sollte niemand, schon gar nicht Jumpin' ihr misshandeltes Gesicht sehen. Nach einem kargen Mahl aus hartem Brot und Räucherfisch setzte sie sich auf den Rand ihres Verandabettes, starrte durch das Fliegengitter. Genau in dem Moment fiel ihr eine Gottesanbeterin auf, die dicht vor ihrem Gesicht über einen Ast spazierte. Das Insekt pflückte mit seinen starken Fangbeinen Motten und fraß sie, während ihre Flügel noch in seinem Maul flatterten. Ein Männchen, kopfhoch erhoben und stolz wie ein Pony, kam angestarkst und umwarb sie. Sie schien nicht abgeneigt, schwenkte ihre Fühler wie Zauberstäbe. Seine Umarmung mochte fest oder zärtlich sein, Kaya konnte es nicht erkennen. Aber während er mit seinem Kopulationsorgan herumtastete, um ihre Eier zu befruchten, drehte das Weibchen den langen, eleganten Hals nach hinten und biss ihm den Kopf ab. Er war so mit der Paarung beschäftigt, dass er es nicht merkte. Sein Hals stumpf zuckte, während er sie weiter begattete, und sie knabberte an seinem Thorax, fraß dann seine Flügel. Schließlich ragte sein letztes Vorderbein aus ihrem Maul, während sein kopfloser, herzloser Unterleib im perfekten Rhythmus weiter kopulierte. Leuchtkäferweibchen locken mit trügerischen Signalen die Männchen einer anderen Art an und fressen sie. Gottesanbeterinnen verschlingen ihre eigenen Männchen. Weibliche Insekten wussten, wie sie mit ihren Liebhabern fertig wurden, dachte Kaya. Nach ein paar Tagen fuhr sie wieder mit dem Boot in die Marsch. Sie erkundete Gebiete, die Chase nicht kennen würde. War aber nervös und ständig auf der Hut, was ihr das Zeichnen erschwerte. Ihr Auge war noch immer so geschwollen, dass sie nur durch einen schmalen Schlitz sehen konnte, und die widerlichen Farben des Blutergusses hatten sich über das halbe Gesicht ausgebreitet. Ihr Körper schmerzte an zahllosen Stellen. Beim Zwitschern eines Streifenhörnchens fuhr sie herum, lauschte angestrengt auf das Krächzen von Raben, eine Sprache noch älter als Worte, einfache und klare Kommunikation. Und wo sie auch unterwegs war, stets hatte sie schon einen Fluchtweg im Kopf. Kapitel 42 Eine Zelle 1970 Trübe Lichtstrahlen drangen durch das winzige Fenster von Kajas Zelle. Sie starrte die Staubflöckchen an, die lautlos in eine Richtung tanzten, als folgten sie irgendeinem verträumten Anführer. Sobald sie auf den Schatten trafen, verschwanden sie. Ohne die Sonne waren sie nichts. Sie zog die Holzkiste, die ihr als Tisch diente, unter das Fenster, das gut zwei Meter über dem Boden war. In einem grauen Overall mit der Aufschrift »Insasse« auf dem Rücken stieg sie auf die Kiste und blickte aufs Meer, das hinter der dicken Scheibe und dem Gitter so gerade eben zu sehen war. Schaumkronen klatschten und spritzten, und Pelikane flogen auf der Jagd nach Fischen tief über die Wellen. Wenn sie den Hals weit nach rechts reckte, konnte sie die dichten Baumkronen am Rande der Marsch sehen. Gestern hatte sie gesehen, wie ein Adler im Sturzflug einen Fisch fing. Das County-Gefängnis bestand aus sechs drei mal drei Meter großen Zellen in einem aus Zementblöcken errichteten Flachbau hinter dem Büro des Sheriffs am Rande der Stadt. Die Zellen reihten sich über die ganze Länge des Gebäudes, auf nur einer Seite, damit die Insassen einander nicht sehen konnten. Jeweils drei Wände bestanden aus feuchten Zementblöcken, die vierte aus einem Gitter, in das auch die Tür eingelassen war. Jede Zelle verfügte über ein Holzbett mit einer dünnen Baumwollmatratze, Federkissen, Bettwäsche und einer grauen Wolldecke, ein Waschbecken, eine Holzkiste als Tisch sowie eine Toilette. Über dem Waschbecken war kein Spiegel, sondern ein Bild von Jesus, das von der Frauengruppe der Baptistenkirche dort aufgehängt worden war. Das einzige Zugeständnis, das man ihr, der, abgesehen von Gästen für eine Nacht, ersten weiblichen Insassen seit Jahren gemacht hatte, war ein grauer Plastikvorhang, der um Waschbecken und Toilette gezogen werden konnte. In den zwei Monaten bis zum Prozessbeginn war sie wegen ihres gescheiterten Versuchs, dem Sheriff in ihrem Boot zu entkommen, ohne Kaution in dieser Zelle festgehalten worden. Kaya fragte sich, wer damit angefangen hatte, von Zelle zu sprechen, anstatt von Käfig. Irgendwann musste es einen Moment gegeben haben, in dem die Menschheit diese Umbenennung verlangte. Ihre Arme waren voll mit roten Kratzern, die sie sich selbst beigebracht hatte. Halbe Ewigkeiten saß sie auf ihrem Bett und studierte einzelne Strähnen ihrer Haare, zupfte sie aus wie Federn, so wie Möwen das tun. Als sie auf der Kiste stand und den Hals reckte, um die Marsch zu sehen, fiel ihr ein Gedicht von Amanda Hamilton ein, »Verletzte Möwe« von Brandon Beach. Geflügelte Seele, du flogst so frei, erschrakst den Tag mit schrillem Schrei. Du folgtest Schiffen fern von hier, triebst mit dem Wind zurück zu mir. Du brachst dir den Flügel, er malte ein Band von Zeichen und Spuren tief in den Sand. Gebrochene Federn sind dein Verderben, doch wer bestimmt die Zeit zu sterben? Wo bist du nun hin? Nie wieder ich dich sah, doch deine Flügelzeichen sind noch da. Ein gebrochenes Herz ist der Freude Verderben, doch wer bestimmt die Zeit zu sterben? Obwohl es Insassen unmöglich war, sich gegenseitig zu sehen, ließen sich die einzigen zwei anderen Häftlinge, zwei Männer am hinteren Ende der Zellenreihe, nicht davon abhalten, fast ununterbrochen, von morgens bis spätabends miteinander zu reden. Beide mussten sie 30 Tage absitzen, weil sie in der Doggone Beer Hall über die Frage, wer von ihnen am weitesten spucken konnte, eine Schlägerei angefangen hatten, die mit zerbrochenen Spiegeln hinter der Bar und einigen Knochenbrüchen endete. Die meiste Zeit lagen sie auf ihren Betten und unterhielten sich laut von Zelle zu Zelle. Oft ging es dabei um Gerüchte, die ihnen von Besuchern über Kajas Fall erzählt wurden. Vor allem um die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass sie die Todesstrafe bekommen würde, die im County seit 20 Jahren nicht mehr verhängt worden war und noch nie gegen eine Frau. Kaja bekam jedes Wort mit. Der Gedanke an den Tod belastete sie nicht. Mit der Drohung, dieses Schattendasein zu beenden, konnten sie ihr keine Angst machen. Aber die Vorstellung, durch die Hand eines anderen Menschen zu sterben, geplant und zu einem festgelegten Zeitpunkt, war so undenkbar, dass sie ihr den Atem verschlug. Schlaf entzog sich ihr, schlich sich an und huschte dann wieder davon. Mitunter sackte ihr Verstand einem jähen Schlummer entgegen, ein Moment des Glücks, dann schreckte ihr Körper sie wieder wach. Sie stieg von der Kiste herunter und setzte sich aufs Bett, das Kinn auf den angezogenen Knien. Sie hatten sie nach der Verhandlung hergebracht, daher müsste es inzwischen sechs Uhr sein. Erst eine Stunde vergangen. Oder vielleicht nicht mal das. Kapitel 43 Ein Mikroskop 1969 Anfang September, über eine Woche nachdem Chase sie angegriffen hatte, ging sie ihren Strand entlang. Der Wind zerrte an einem Brief in ihrer Hand und sie drückte ihn sich schützend an die Brust. Ihr Lektor hatte sie nach Greenville eingeladen, um sie persönlich kennenzulernen. Und da sie, wie er schrieb, wahrscheinlich nicht oft in die Stadt kam, würde der Verlag ihre Reisekosten übernehmen. Es war ein heißer und klarer Tag, deshalb fuhr sie mit dem Boot in die Marsch. Am Ende eines schmalen Wasserlaufs folgte sie einer von Gräsern umstandenen Biegung und plötzlich sah sie Tate auf einer breiten Sandbank hocken, wie er mit Reagenzgläsern Wasserproben nahm. Sein Boot, diese Kreuzung aus Kajütboot und Forschungsschiff, war in einem Baumstamm verteut und dümpelte mitten im Kanal, versperrte ihr den Weg. Sie drehte bei. Die Schwellungen und der Bluterguss in ihrem Gesicht waren ein wenig abgeklungen, aber ihr Auge war noch immer ringsum hässlich grün und lila verfärbt. Sie geriet in Panik. Tate durfte ihr geschundenes Gesicht auf keinen Fall sehen und sie versuchte, ihr Boot rasch zu wenden. Aber er blickte auf und winkte. Kaja, komm her! Ich hab ein neues Mikroskop, das muss ich dir zeigen! Die Wirkung war dieselbe wie damals, als die Schulinspektorin ihr zugerufen hatte, in der Schule gäbe es Hühnerpastete. Sie wurde langsamer, antwortete aber nicht. Komm doch! Die Vergrößerung ist unglaublich! Da sieht man sogar die Pseudopodien der Amöben! Sie hatte noch nie eine Amöbe gesehen, geschweige denn deren Scheinfüßchen. Und das Wiedersehen mit Tate gab ihr einen gewissen Frieden, Ruhe. Sie beschloss, die Gesichtsseite mit dem Bluterguss von ihm abgewandt zu halten, steuerte ihr Boot auf die Sandbank und wartete durch das seichte Wasser zu seinem hinüber. Sie trug eine abgeschnittene Jeans und ein weißes T-Shirt, hatte ihr Haar offengelassen. Tate stand schon auf der Leiter am Heck seines Bootes und streckte ihr die Hand entgegen. Sie nahm sie, den Kopf zur Seite gedreht. Das weiche Beige des Kajütbootes passte gut in die Marsch und etwas so Elegantes wie das Teekholzdeck und das Steuerrad aus Holz und Messing hatte Kaya noch nie gesehen. Komm mit, sagte er und stieg nach unten in die Kajüte. Sie ließ den Blick über den Navigationstisch und die kleine Kombüse gleiten, die besser ausgestattet war als ihre Küche, und betrat dann den Wohnbereich, deren ein schwimmendes Labor mit etlichen Mikroskopen und Ständern für Reagenzgläser verwandelt worden war. Andere Instrumente summten und blinkten. Tate hantierte an dem größten Mikroskop herum und richtete den Objektträger aus. Pass auf, gleich! Er gab einen Tropfen Marschwasser auf den Objektträger, legte einen weiteren darüber und stellte das Okular ein. Dann stand er auf. Schau mal durch! Kaja beugte sich behutsam vor, als wollte sie ein Baby küssen. Das Licht des Mikroskops spiegelte sich in ihren dunklen Pupillen und sie holte Tiefluft, als sie plötzlich einen Faschingszug von kostümierten Gestalten sah, die Pirouetten drehten und durcheinander wimmelten. Unvorstellbare Kopfbedeckungen schmückten erstaunliche Körper, so begierig auf mehr Leben, dass sie umher tollten, als wären sie in einem Zirkuszelt und nicht in einem einzigen Tropfen Wasser. Sie legte eine Hand aufs Herz. Ich hätte nie gedacht, dass sie so viele sind und so schön, sagte sie, während sie weiter durch das Mikroskop spähte. Er identifizierte einige besonders ungewöhnliche Exemplare, trat dann zurück und beobachtete sie. Sie spürt den Puls des Lebens, dachte er, weil sie eins ist mit ihrem Planeten. Er zeigte ihr noch mehr Objektträger. Sie flüsterte. Das ist, als hätte man noch nie Sterne gesehen und plötzlich sieht man sie. »Hast du Lust auf einen Kaffee?« fragte er leise. Sie hob den Kopf. »Nein, nein, danke.« Dann trat sie von dem Mikroskop weg, wich Richtung Bordküche zurück. Sie bewegte sich eigenartig, die braungrünen Augen ständig von ihm abgewandt. Tate war an Kajas zurückhaltendes Verhalten gewöhnt, aber heute benahm sie sich noch reservierter und seltsamer als sonst, hielt den Kopf immer eigenartig schief. »Komm schon, Kaja. Nur eine Tasse Kaffee.« Entschlossen ging er zur Kochnische, goss Wasser in eine Maschine und wartete, bis der starke Kaffee fertig war. Kaja stand neben der Leiter zum Oberdeck. Er reichte ihr eine Tasse und bedeutete ihr, wieder nach oben zu gehen. Dort bot er ihr einen Platz auf einer gepolsterten Sitzbank an, doch sie blieb im Heck stehen. Wie eine Katze hielt sie sich die Möglichkeit zur Flucht offen. Die strahlend weiße Sandbank erstreckte sich unter schützenden Eichen in einem Bogen von ihnen weg. »Kaja?« Er wollte ihr eine Frage stellen, doch dann blickte sie ihn endlich an und er sah ihre Blutergüsse. »Was ist mit deinem Gesicht passiert?« Er ging auf sie zu, wollte ihre Wange berühren. Sie drehte sich weg. »Nichts, ich bin nachts im Dunkeln gegen eine Tür gelaufen.« Die Art, wie sie blitzartig die Hand vors Gesicht hob, verriet ihm, dass das nicht stimmte. Jemand hatte sie geschlagen. »Chase?« Traf sie sich immer noch mit ihm, obwohl er verheiratet war? Tate biss die Zähne zusammen. Kaja stellte ihre Tasse ab, als wollte sie gehen. Er zwang sich, ruhig zu bleiben. »Hast du ein neues Buch angefangen?« »Mit dem über Pilze bin ich fast fertig. Mein Lektor kommt Ende Oktober nach Greenville und möchte sich da mit mir treffen. Aber ich weiß nicht.« »Du solltest hinfahren. Es wäre gut, ihn mal kennenzulernen. Von Barclay nach Greenville fahren täglich Busse, einer sogar nachts. Und die Fahrt dauert nicht lange. Eine Stunde, 20 Minuten, so um den Dreh. Ich weiß nicht, wo ich eine Fahrkarte kaufen kann. Die kriegst du beim Fahrer, wenn du einsteigst. Die Bushaltestelle ist auf der Main Street. Ich glaube, in Jumpins Laden hängt ein Fahrplan an der Wand. Fast hätte er erwähnt, dass er oft mit dem Bus aus Chapel Hill gekommen war, hielt es aber für besser, sie nicht an diese Zeit zu erinnern, als sie im Juli an einem Strand gewartet hatte. Sie schwiegen eine Weile, tranken ihren Kaffee und lauschten zwei Bussarden, die vor hohen Wolkenwänden ihre Pfeiflaute ausstießen. Er zögerte ihr, noch einen Kaffee anzubieten, weil er wusste, dass sie dann gehen würde. Also fragte er sie nach ihrem Buch über Pilze, sprach über die Protozonen, die er studierte. Alles nur, damit sie noch blieb. Das Nachmittagslicht wurde weicher und ein kühler Wind kam auf. Wieder stellte sie ihre Tasse ab und sagte, ich muss los. Ich habe gerade überlegt, eine Flasche Wein aufzumachen. Möchtest du ein Glas? Nein, danke. Warte noch kurz. Tate ging nach unten in die Kombüse und kam mit einer Tüte voll trockener Brotreste zurück. Grüß die Möwen von mir. Danke. Sie stieg die Leiter hinunter. Als sie zu ihrem Boot ging, rief er ihr nach. Kaya, es ist kälter geworden. Möchtest du eine Jacke oder so? Nein, mir ist nicht kalt. Dann nimm wenigstens meine Mütze. Und er warf ihr eine rote Wollmütze zu. Sie fing sie auf und warf sie zurück. Er schmiss sie erneut, diesmal weiter. Kaya trabte über die Sandbank, bückte sich und hob sie auf. Lachend sprang sie in ihr Boot, ließ den Motor an und als sie näher heran war, warf sie die Mütze zurück in sein Boot. Er grinste und sie kicherte. Dann hörten sie auf zu lachen und sahen einander nur an, während die Mütze zwischen ihnen hin und her flog, bis sie um die Biegung verschwand. Sie ließ sich auf den Sitz im Heck fallen und hob die Hand vor den Mund. Nein, sagte sie laut. Ich kann mich nicht wieder in ihn verlieben. Ich lasse mich nicht noch einmal verletzen. Tate stand auf dem Deck und ballte die Fäuste bei dem Gedanken daran, dass jemand sie geschlagen hatte. Sie fuhr jenseits der Brandung dicht an der Küste entlang Richtung Süden. Auf dieser Strecke würde sie an ihrem Strand vorbeikommen, ehe sie den Kanal erreichte, der durch die Marsch zur Hütte führte. Normalerweise hielt sie nicht an ihrem Strand an, sondern tuckerte durch das Labyrinth von Wasserwegen zu ihrer Lagune und ging dann zu Fuß zum Strand. Aber als sie dort vorbeikamen, entdeckten die Möwen sie und umschwärmten ihr Boot. Rotklecks landete auf dem Bug, ließ seinen Kopf auf- und abwippen. Sie lachte. Na schön, ihr habt gewonnen. Sie steuerte durch die Brandung, ließ das Boot hinter hohem Seegras am Strand anlanden und stieg aus, um die Brotreste zu verfüttern, die Tate ihr mitgegeben hatte. Als die Sonne sich golden und rosa über das Wasser breitete, setzte sie sich auf den Sand, während die Möwen sich um sie herum niederließen. Plötzlich hörte sie einen Motor und sah Chases Wasserski-Boot zu ihrem Kanal rasen. Er konnte ihr Boot nicht sehen, da es hinter den Gräsern versteckt war, aber sie selbst saß deutlich sichtbar mitten auf dem Strand. Sofort legte sie sich flach hin, drehte den Kopf zur Seite, damit sie ihn beobachten konnte. Er stand am Steuer, Haare nach hinten geweht, einen finsteren Ausdruck im Gesicht. Aber er blickte nicht in ihre Richtung, als er in den Kanal zu ihrer Hütte bog. Als er außer Sicht war, setzte sie sich auf. Wenn sie nicht hier bei den Möwen angehalten hätte, hätte er sie zu Hause erwischt. Sie hatte es wieder und wieder von Paar gelernt. Solche Männer mussten immer den letzten Schlag landen. Kaya hatte Chase hilflos auf der Erde liegend zurückgelassen. Die beiden alten Fischer hatten wahrscheinlich gesehen, wie sie ihn niedergestreckt hatte. Kaya musste eine Lektion verpasst werden, wie Paar sagen würde. Sobald er feststellte, dass sie nicht in der Hütte war, würde er hier zum Strand kommen. Sie rannte zum Boot, gab Gas und fuhr zurück in die Richtung, wo Tate sich befand. Aber sie wollte ihm nicht erzählen, was Chase mit ihr gemacht hatte, ihre Scham stärker als die Vernunft. Sie wurde langsamer und driftete auf der Dünung, während die Sonne versank. Sie musste sich verstecken und abwarten, bis Chase wieder wegfuhr. Solange sie ihn nicht davonfahren sah, würde sie nicht wissen, wann sie gefahrlos nach Hause konnte. Sie bog in ihren Kanal, rechnete voller Panik damit, dass er jeden Moment auf sie zugerast kommen würde. Den eigenen Motor beinahe im Leerlauf, damit sie sein Boot hören würde, glitt sie rückwärts in ein Dickicht aus überhängenden Bäumen und Büschen. Sie setzte immer tiefer zurück in das Gestrüpp, schob Zweige beiseite, bis dichtes Laubwerk und die hereinbrechende Nacht sie verbargen. Sie lauschte, schwer atmend. Endlich hörte sie seinen Motor durch die weiche Nachtluft kreischen. Sie duckte sich tiefer, fürchtete plötzlich, dass die Spitze ihres Bootes noch sichtbar war. Das Geräusch kam immer näher und dann schoss sein Boot in Sekundenschnelle vorbei. Sie blieb noch fast eine halbe Stunde in ihrem Versteck, bis es vollständig dunkel war. Dann fuhr sie im Licht der Sterne nach Hause. Sie nahm ihr Bettzeug mit zum Strand und setzte sich zu den Möwen. Die Vögel achteten nicht weiter auf sie, putzten ausgestreckte schwingen, ehe sie sich im Sand niederließen wie gefiederte Steine. Während sie leise glucksten und die Köpfe für die Nacht unter die Flügel steckten, legte Kaya sich so nah wie nur möglich zu ihnen. Aber selbst umgeben von ihrem friedlichen Gurren und Rascheln fand Kaya keinen Schlaf. Sie warf sich hin und her und fuhr jedes Mal auf, wenn der Wind sich anhörte wie menschliche Schritte. Im Morgengrauen donnerte die Brandung mit einem peitschenden Wind der Kaya in die Wangen biß. Sie setzte sich zwischen den Vögeln auf, die herumliefen, sich reckten und mit den Füßen scharrten. Rotklecks, Augen groß, Hals verdreht, hatte anscheinend etwas überaus Interessantes unter seinem Flügel entdeckt, ein Anblick, der Kaya normalerweise zum Lachen gebracht hätte. Jetzt jedoch weckten die Vögel keine Freude in ihr. Sie ging zur Wasserlinie. Chase würde sie nicht in Ruhe lassen. Isoliert zu sein war das eine, in ständiger Angst zu leben etwas völlig anderes. Sie stellte sich vor, wie sie einen Schritt nach dem anderen in das tosende Meer machte, in die Stille unter den Wellen sank, Haarsträhnen wie schwarze Wasserfarbe in der blassblauen See schwebten, ihre langen Finger und Arme nach oben trieben zu der im Gegenlicht gleißenden Oberfläche. Träume von Flucht, selbst durch den Tod, schwingen sich immer zum Licht auf. Der lockende, glänzende Siegespreis des Friedens, knapp außer Reichweite, bis der Körper endlich auf den Grund herabsinkt und in dunkler Stille zur Ruhe kommt, vor allen Gefahren sicher. Wer bestimmt die Zeit zu sterben? Kapitel 44 Zellengenosse 1970 Kaya stand in der Mitte ihrer Zelle. Sie war im Gefängnis. Wenn diejenigen, die sie geliebt hatte, Jodie und Tate eingeschlossen, sie nicht verlassen hätten, wäre sie nicht hier. Wer sich auf jemanden stützen kann, bleibt auf dem Boden. Vor ihrer Verhaftung hätte sie sich unter Umständen vorstellen können, einen Weg zurück zu Tate zu finden, ihm wieder ihr Herz zu öffnen. Liebe, die näher an der Oberfläche wartete. Aber als er mehrfach versucht hatte, sie im Gefängnis zu besuchen, hatte sie ihn nicht sehen wollen. Sie wusste selbst nicht genau, warum die Haft ihr Herz noch fester verschlossen hatte. Warum sie den Trost verweigerte, den er ihr an diesem Ort spenden könnte. Jetzt, da sie verletzlicher denn je war, schien es, als hätte sie Grund dazu, anderen noch weniger zu trauen. An diesem fragilsten Punkt ihres Lebens verließ sie sich auf das einzige Sicherheitsnetz, das sie kannte. Sich selbst. Ins Gefängnis gesteckt zu werden, ohne Aussicht auf Haftverschonung gegen Kaution hatte ihr deutlich vor Augen geführt, wie allein sie war. Der Hinweis des Sheriffs, sie habe das Recht auf ein Telefonat, erinnerte sie schmerzlich daran, dass es niemanden gab, den sie anrufen konnte. Die einzige Telefonnummer auf der Welt, die sie kannte, war Jody's. Und wie hätte sie ihren Bruder anrufen können, um ihm zu sagen, dass sie als Mordverdächtige im Gefängnis saß? Nach all den Jahren, wie hätte sie ihn da mit ihren Problemen belästigen können? Und vielleicht spielte auch Scham eine Rolle. Die anderen hatten sie verlassen und sie hatte allein überleben und sich allein durchschlagen müssen. Und das war sie geblieben, allein. Wieder einmal nahm sie den wunderbaren Band über Muscheln zur Hand, den Tom Milton ihr geschenkt hatte, ihr mit Abstand liebstes Buch. Auf dem Boden gestapelt lagen einige Biologie-Texte, die Tate gebracht hatte, wie sie vom Wärter wusste, aber sie konnte die Worte nicht sortieren. Sätze schlängelten sich in verschiedene Richtungen davon, kehrten zum Anfang zurück. Bilder von Muscheln waren einfacher. Schritte klackten auf dem billigen Fliesenboden und Jacob, ein kleiner, schwarzer Wärter, erschien vor ihrer Gittertür. Er hatte ein großes, in braunes Papier eingeschlagenes Paket in der Hand. Tut mir leid, dass ich störe, Miss Clark, aber sie haben Besuch. Sie müssen mitkommen. Wer ist es? Ihr Anwalt, Mr. Milton. Metall schepperte auf Metall, als Jacob die Tür aufschloss und ihr das Paket übergab. Und das hier ist von Jumpin'. Sie legte es aufs Bett und folgte Jacob den Gang hinunter und in einen Raum, der sogar noch kleiner war als ihre Zelle. Tom Milton stand von seinem Stuhl auf, als sie entrat. Kaya nickte ihm zu und sah dann aus dem Fenster, wo sich eine riesige Kumuluswolke mit pfirsichfarbenen Backen aufblähte. Guten Abend, Kaya. Mr. Milton? Kaya, bitte sagen Sie doch Tom zu mir. Und was ist mit Ihren Armen? Haben Sie sich verletzt? Sofort legte sie die Hände über das Geflecht, das sie in ihre Arme gekratzt hatte. Bloß Moskitostiche, glaube ich. Ich werde mit dem Sheriff reden. Sie sollten keine Moskitos in ihrer, ihrem Zimmer haben. Mit gesenktem Kopf sagte sie, bitte nicht, ist schon gut. Insekten stören mich nicht. Ja, natürlich. Ich werde nichts tun, was Sie nicht wollen. Kaya, ich bin gekommen, um mit Ihnen über Ihre Optionen zu reden. Was für Optionen? Das werde ich Ihnen erklären. Im Moment ist es schwer abzuschätzen, in welche Richtung die Geschworenen tendieren. Die Anklage ist gut vorbereitet. Das heißt keineswegs, dass die Beweise ausreichen, aber wenn man bedenkt, wie voreingenommen die Leute in dieser Stadt sind, müssen sie sich darauf einstellen, dass es nicht leicht wird, einen Freispruch zu erreichen. Wir könnten jedoch eine Absprache mit der Staatsanwaltschaft anstreben. Verstehen Sie, was ich meine? Nicht so richtig. Sie haben auf nicht schuldig plädiert. Falls Sie dennoch wegen Mordes verurteilt werden, bedeutet das entweder lebenslänglich oder sogar die Todesstrafe, wie Sie wissen. Ihre Option wäre, sich eines weniger schweren Verbrechens schuldig zu bekennen, beispielsweise Totschlag. Falls Sie zugeben würden, ja, Sie sind in der fraglichen Nacht auf dem Turm gewesen. Sie haben sich mit Chase da oben getroffen, es gab Streit und es kam zu dem schrecklichen Unfall. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht und ist durch die offene Luke gestürzt. Dann könnte der Prozess sofort beendet werden. Das Drama wäre für Sie vorbei und wir würden mit der Staatsanwaltschaft eine Vereinbarung über das Strafmaß treffen. Da Sie nicht vorbestraft sind, würden Sie wahrscheinlich zehn Jahre bekommen und könnten nach etwa sechs Jahren draußen sein. Ich weiß, das klingt schlimm, aber es ist immer noch besser als lebenslänglich oder eben das andere. Nein, ich werde mich auf kein Schuldeingeständnis einlassen. Ich werde nicht ins Gefängnis gehen. Kaya, ich verstehe Sie ja, aber bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Sie wollen doch nicht den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen und Sie wollen auch nicht das andere. Kaya schaute wieder aus dem Fenster. Ich muss nicht darüber nachdenken. Ich werde nicht im Gefängnis bleiben. Tja, wir müssen das nicht heute entscheiden. Uns bleibt noch Zeit. Warten wir erst mal ab, wie es läuft. Bevor ich gehe, gibt es irgendetwas, das Sie mit mir besprechen möchten. Bitte holen Sie mich hier raus. So oder so. Ich werde mein Bestes tun, um Sie rauszuholen, versprochen. Aber geben Sie nicht auf. Und bitte, helfen Sie mir. Wie schon gesagt, Sie müssen einnehmend wirken, zwischendurch mal die Geschworenen ansehen. Aber Kaya hatte sich schon zum Gehen gewandt. Jacob führte sie zurück in die Zelle, wo sie das Paket von Jumpin in die Hand nahm, vom Sheriff geöffnet und notdürftig wieder zugeklebt. Sie machte es auf, strich das Packpapier glatt und faltete es zusammen. Zum Vorschein kam ein Korb mit einigen kleinen Farbtöpfchen, ein Pinsel, Papier und eine Tüte mit Mabel's Maismuffins. Der Korb war mit einem Nest aus Kiefernnadeln, Eichenblättern, einigen Muscheln und langen Schilfhalmen ausgelegt. Kaya sog tief den Duft ein, presste die Lippen zusammen. Jump in, Mabel. Die Sonne war untergegangen, keine Staubflöckchen mehr, die sie beobachten konnte. Später holte Jacob das Tablett mit ihrem Abendessen ab. Also wirklich, Miss Clark, Sie haben ja fast nichts gegessen. Aber ich sag's Ihnen, so gute Koteletts mit Gemüse gibt's sonst nirgends. Sie lächelte ihn schwach an, lauschte dann seinen Schritten, die zum Ende des Ganges stiefelten. Kurz darauf fiel die dicke Metalltür schwer und endgültig ins Schloss. Plötzlich bewegte sich etwas auf dem Gang, direkt vor ihrem Zellengitter. Sunday Justice setzte sich hin und starrte mit seinen grünen Augen in ihre dunklen. Ihr raste das Herz. Wochenlang allein hier eingesperrt und jetzt konnte dieses Geschöpf wie ein Zauberer einfach durch die Gitterstäbe spazieren. Bei ihr sein. Sunday Justice wandte den Kopf und blickte den Gang hinunter, dorthin, wo sich die beiden anderen Häftlinge unterhielten. Kaya packte die Angst, dass er sie verlassen und zu ihnen gehen würde. Doch dann sah er sie wieder an, blinzelte mit gewohnter Langeweile und schob sich dann mühelos durch die Gitterstäbe in ihre Zelle. Kaya atmete aus, flüsterte, bitte bleib. Er erkundete in aller Seelenruhe schnuppert die Zelle. Und er suchte die feuchten Zementwände, die freiliegenden Rohre und das Waschbecken, ohne Kaya Beachtung zu schenken. Ein kleiner Riss in der Wand interessierte ihn am meisten. Das wusste sie, weil er seine Gedanken mit zuckendem Schwanz vermittelte. Schließlich beendete er seinen Rundgang neben dem schmalen Bett. Dann sprang er mir nichts, dir nichts auf ihren Schoß, drehte sich im Kreis und seine großen weißen Pfoten drückten auf ihre Oberschenkel. Kaya saß stocksteif da, die Arme leicht erhoben, um ihn bei seinem Manöver nicht zu stören. Endlich ließ er sich anstandslos nieder, als hätte er jede Nacht seines Lebens hier verbracht. Er sah sie an. Sachte berührte sie seinen Kopf, kraulte ihm dann den Nacken. Zugleich setzte ein lautes Schnurren ein. Diese selbstverständliche Akzeptanz ließ sie die Augen schließen. Ein tiefes Innehalten in einem Leben voller Sehnsucht. Aus Angst, sich zu bewegen, saß sie reglos da, bis sie die Beine einschliefen. Dann versuchte sie vorsichtig, die Muskeln zu strecken. Ohne die Augen zu öffnen, glitz an der Justice von ihrem Schoß und rollte sich neben ihr zusammen. Sie legte sich voll angekleidet aufs Bett und beide schmiegten sich aneinander. Sie sah ihm beim Schlafen zu, schlummerte dann selbst ein. Diesmal fiel sie nicht einem schreckhaften Erwachen entgegen, sondern sank endlich in eine ruhige Leere. Einmal öffnete sie in der Nacht die Augen und sah ihn auf dem Rücken schlafen, vor der Pfoten in die eine Richtung gereckt, hinter Pfoten in die andere. Aber als sie bei Tagesanbruch erwachte, war er fort. Ein Stöhnen presste sich aus ihrer Kehle. Später stand Jacob vor ihrer Zelle, hielt das Frühstückstablett mit einer Hand, während er mit der anderen die Tür aufschloss. Heute gibt's Haferbrei für Sie, Miss Clark. Sie nahm das Tablett. Jacob, der schwarz-weiße Kater, der im Gerichtssaal schläft. Der war letzte Nacht hier. Oh, Entschuldigung, Miss Clark, das ist Sunday Justice. Manchmal schleicht er sich mit mir rein und ich krieg's nicht mit, weil ich ja die Tabletts trage. Und dann kann's passieren, dass ich ihn hier einschließe. Netterweise sagte er nicht einsperren. Ist in Ordnung, ich hab ihn gern hier. Würden Sie ihn wohl reinlassen, wenn Sie ihn abends hier sehen? Oder egal wann? Er sah sie mit sanften Augen an. Klar, kein Problem. Mach ich gern, Miss Clark, versprochen. Kann mir denken, dass er ein richtig netter Besucher ist. Danke, Jacob. Am Abend kam Jacob erneut. Hier kommt Ihr Abendessen, Miss Clark. Brathähnchen und Kartoffelpüree mit Bratensauce vom Deiner. Ich hoffe, Sie kriegen heute mal was runter. Kaya stand auf, sah suchend zu seinen Füßen, als sie das Tablett nahm. Danke, Jacob. Haben Sie den Kater gesehen? Nee, den ganzen Tag nicht, aber ich guck mich um. Kaya nickte. Sie setzte sich aufs Bett, die einzige Sitzmöglichkeit und starrte auf ihren Teller. Hier im Gefängnis bekam sie besseres Essen als je in ihrem Leben. Sie schob die Hähnchenkeule hin und her, stocherte lustlos in den Limabohnen. Jetzt, wo sie sich satt essen könnte, kriegte sie keinen Bissen herunter. Dann das Geräusch eines Schlüssels im Schloss, das Öffnen der schweren Metalltür. Sie hörte Jacob am Ende des Ganges sagen, bitte sehr, Mr. Sunday Justice. Kaya hielt den Atem an, starrte auf den Boden vor ihrer Zelle und Sekunden später tauchte Sunday Justice auf. Sein Fell war erstaunlich starr und zugleich weich. Diesmal kam er ohne Zögern in ihre Zelle und schnurstracks zu ihr. Sie stellte den Teller auf den Boden und er fraß, zog die Hähnchenkeule glatt vom Teller, leckte dann die Soße auf. Die Limabohnen strafte er mit Verachtung. Sie sah ihm lächelnd zu, wischte dann den Boden mit einem Taschentuch sauber. Er sprang aufs Bett und wohliger Schlaf umhüllte sie beide. Am nächsten Tag stand Jacob vor ihrer Tür. Miss Clark, Sie haben Besuch. Wer denn? Mr. Tate schon wieder. Der ist schon ein paar Mal hier gewesen, Miss Clark. Hat Ihnen was gebracht oder gefragt, ob er Sie sehen kann. Wollen Sie heute nicht mal mit ihm reden, Miss Clark? Es ist Samstag, also keine Verhandlung, da haben Sie doch den lieben langen Tag nichts zu tun. Na gut, Jacob. Jacob führte sie in denselben schäbigen Raum, wo sie mit Tom Milton gesprochen hatte. Als sie durch die Tür trat, stand Tate auf und kam rasch auf sie zu. Er lächelte leicht, doch seine Augen verrieten, wie betrübt er war, sie hier zu sehen. Kaya, du siehst gut aus. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Danke, dass ich dich besuchen darf. Setz dich. Sie nahmen einander gegenüber Platz, während Jacob in einer Ecke stand und mit rücksichtsvoller Konzentration Zeitung las. Hallo Tate, danke für die Bücher, die du für mich abgegeben hast. Sie wirkte ruhig, doch ihr Herz drohte zu zerspringen. Kann ich sonst irgendwas für dich tun? Vielleicht könntest du die Möwen füttern, wenn du in die Nähe von meinem Strand kommst. Er lächelte. Mach ich schon. Ungefähr jeden zweiten Tag. Er sagte das beiläufig, als wäre es eine Kleinigkeit. Dabei war er jeden Tag früh, morgens und abends mit dem Auto oder per Boot zu ihr rausgefahren, um die Vögel zu füttern. Danke. Ich war im Gerichtssaal, Kaya. Hab direkt hinter dir gesessen. Du hast dich nie umgedreht, deshalb weiß ich nicht, ob du mich gesehen hast, aber ich werde jeden Tag da sein. Sie sah aus dem Fenster. Tom Milton ist sehr gut, Kaya. Wahrscheinlich der beste Anwalt der Gegend. Der holt dich hier raus. Halte durch. Als sie erneut nichts antwortete, sagte er, und sobald du draußen bist, erkunden wir wieder zusammen die Marsch, genau wie früher. Tate, bitte, du musst mich vergessen. Das habe ich nie und das werde ich nie. Du weißt, dass ich anders bin. Ich passe nicht zu anderen Menschen. Ich kann nicht zu deiner Welt gehören. Bitte versteh das doch. Ich habe Angst davor, mich je wieder an jemanden zu binden. Ich kann nicht. Das ist ja auch nachvollziehbar, aber Tate, hör mir zu. jahrelang habe ich mich nach Gesellschaft gesehnt. Ich habe wirklich geglaubt, jemand würde bei mir bleiben. Ich würde Freunde haben, eine Familie. Ich könnte dazugehören. Aber keiner ist geblieben. Du nicht. Meine Eltern und Geschwister nicht. Ich habe endlich gelernt, damit umzugehen und mich selbst zu schützen. Aber ich kann jetzt nicht darüber reden. Ich freue mich, dass du mich hier besuchen kommst, ehrlich. Und vielleicht können wir eines Tages Freunde sein, aber ich kann nicht über die Zukunft nachdenken. Nicht hier. Okay, Kaya, das verstehe ich. Im Ernst, das kann ich verstehen. Nach kurzem Schweigen sagte er, die Virginia Uhus rufen schon. Sie nickte, lächelte beinahe. Ach, gestern war ich bei deiner Hütte und ob du's glaubst oder nicht, da ist ein Rotschwanz Bussard genau auf deiner Verandatreppe gelandet. Endlich lächelte sie bei dem Gedanken an Bus. Eine ihrer vielen privaten Erinnerungen. Doch, ich glaub's dir. Zehn Minuten später sagte Jacob, ihre Zeit sei um und Tate musste gehen. Kaya dankte ihm nochmal für seinen Besuch. Ich werde die Möwen weiter füttern, Kaya, und ich bring dir auch noch mehr Bücher. Sie schüttelte den Kopf und folgte Jacob. Kapitel 45 Die rote Mütze 1970 Als Sie trug trug mit Seiden mit Seiden rosen geschmückten Hut, den sie sonst nur zur Kirche aufsetzte. Es hatte einige Unruhe gegeben, als die beiden mit Tate hereingekommen waren und in dem Bereich für Weiße Platz genommen hatten. Doch als der Gerichtsdiener ins Richterzimmer gegangen war, um es Richter Sims zu melden, hatte der ihn angewiesen, er solle bekannt geben, dass sich in seinem Gerichtssaal jeder hinsetzen könne, wo er wolle, ganz gleich welche Hautfarbe oder welchen Glaubens und wenn das gewissen Leuten nicht passe, stünde es ihnen frei zu gehen. Er würde sogar dafür sorgen, dass sie das taten. Beim Anblick von Jumpin und Mabel spürte Kaya ein winziges bisschen neue Kraft und ihr Rücken straffte sich ein wenig. Der nächste Zeuge der Anklage war der Gerichtsmediziner Dr. Stuart Cohn. Er hatte graumiliertes, sehr kurz geschnittenes Haar und trug die Brille weit vorne auf der Nasenspitze, eine Angewohnheit, die ihn zwang, den Kopf nach hinten zu neigen, damit konnte. Während er Eric Chastanes Fragen beantwortete, wanderten Kajas Gedanken zu den Möwen. In den langen Monaten im Gefängnis hatte sie sich nach ihnen gesehnt, aber Tate hatte sie die ganze Zeit gefüttert. Sie waren nicht verlassen worden. Sie dachte an Rotklecks, wie er immer über ihre Zehen spazierte, wenn sie den Möwen Brotstückchen zuwarf. Der Gerichtsmediziner legte den Kopf je in den Nacken, um durch seine Brille zu spähen, und die Bewegung holte Kaja zurück in den Gerichtssaal. Ich fasse also zusammen, sagte der Staatsanwalt gerade. Sie geben an, dass Chase Andrews zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1969 gestorben ist. Todesursache waren Verletzungen des Gehirns und des Rückenmarks, die durch einen Sturz aus 20 Metern Höhe durch die offene Luke des Feuerwachtturms verursacht wurden. Im Fallen prallte sein Hinterkopf auf einen Querbalken, was an dem Balken sichergestellte Blut- und Haarproben bestätigen. Ist das gemäß Ihrer sachverständigen Meinung soweit richtig? Ja. Nun, Dr. Cohn, warum sollte ein intelligenter und sportlicher junger Mann wie Chase Andrews durch eine offene Luke zu Tode stürzen? Um eine Möglichkeit gleich auszuschließen, wurde in seinem Blut Alkohol nachgewiesen oder irgendeine andere Substanz, die seine Urteilsfähigkeit hätte einschränken können? Nein, nichts dergleichen. Aus den vorgelegten Beweisen geht hervor, dass Chase Andrews mit dem Hinterkopf auf den Querbalken geprallt ist, nicht mit der Stirn. Chastain stellte sich vor die Geschworenen und machte einen großen Schritt. Aber wenn ich einen solchen Schritt vorwärts mache, befindet sich mein Kopf leicht vor dem Körperschwerpunkt. Würde ich hier vor mir in ein Loch treten, würden der Schwung und das Gewicht meines Kopfes mich vorwärts fallen lassen. Richtig? Hätte Chase Andrews einen Schritt nach vorne gemacht, wäre er folglich mit der Stirn auf den Balken geprallt, nicht mit dem Hinterkopf. Ist es daher korrekt, Dr. Cohn, dass die Beweislage darauf hindeutet, dass Chase Andrews rückwärts ging, als er zu Tode stürzte? Ja, die Beweislage untermauert diese Schlussfolgerung. Können wir also davon ausgehen, dass Chase Andrews, wenn er mit dem Rücken zu der offenen Luke stand und von jemandem gestoßen wurde, rückwärts gefallen wäre, nicht vorwärts. Ehe Tom Einspruch erheben konnte, schob Chastain rasch nach, sie sollen nicht behaupten, das wäre ein schlüssiger Beweis dafür, dass Chases tödlicher Sturz durch einen Stoß verursacht wurde. Ich will nur deutlich machen, falls jemand Chase rückwärts durch die Luke gestoßen hätte, würden die Kopfverletzungen durch den Querbalken genauso aussehen wie diejenigen, die tatsächlich an Tja, gut, Dr. Cohn, als Sie Chase Andrews am Morgen des 30. Oktober in der Rechtsmedizin untersuchten, trug er da ein Halsband mit einer Muschel dran? Nein. Um die Übelkeit zu unterdrücken, die in ihr aufstieg, blickte Kaya zu Sunday Justice, der sich auf der Fensterbank putzte. Schier unmöglich verdreht, ein Bein in die Luft gereckt, leckte er die Unterseite seiner Schwanzspirche. Die genüssliche Körperpflege schien ihn völlig in Anspruch zu nehmen. Wenige Minuten später fragte der Staatsanwalt, Stimmt es, dass Chase Andrews in der Nacht seines Todes eine Jeansjacke trug? Ja, das ist richtig. Und in ihrem offiziellen Bericht stellen sie fest, dass an dieser Jacke rote Wollfasern gefunden wurden, die keinem anderen seiner Kleidungsstücke zugeordnet werden konnten. Ist das korrekt, Dr. Cohn? Jawohl. Chastain hielt einen durchsichtigen Plastikbeutel mit feinen roten Wollfäden hoch. Sind das die Fasern, die an Chase Andrews Jacke gefunden wurden? Ja. Chastain nahm einen größeren Beutel von seinem Schreibtisch. Und können sie bestätigen, dass die roten Wollfasern an Chase Andrews Jacke zu dieser roten Mütze passen? Erreichte die Beutel dem Zeugen. Ja, das sind meine beschrifteten Proben und die Fasern von Mütze und Jacke stimmten exakt überein. Wo wurde diese Mütze gefunden? Der Sheriff hat die Mütze bei Miss Clark zu Hause gefunden. Das war den meisten Zuhörern neu und ein Raunen lief durch den Saal. Gab es Belege dafür, dass sie die Mütze je getragen hat? Ja, wir konnten einige Haare von Miss Clark in der Mütze sicherstellen. Kaya beobachtete Sunday Justice, und stellte sich unwillkürlich die Frage, wieso ihre Familie eigentlich nie Hunde oder Katzen gehabt hatte. Bloß ein Stinktierweibchen, ein seidiges, geschmeidiges und keckes Geschöpf, war mal fast sowas wie ein Haustier gewesen. Es lebte unter der Hütte, und Mar nannte es Chanel. Nach einigen beinahe Unfällen hatten sich alle aneinander gewöhnt, und Chanel wurde sehr höflich, drohte nur dann mit ihren Abwehrwaffen, wenn die Kinder allzu wild tobten. Ansonsten lebte sie vor sich hin, ließ sich nicht mal stören, wenn jemand keinen halben Meter von ihr entfernt und die Verandastufen rauf oder runter ging. In jedem Frühjahr führte sie ihre Jungen auf Streifzüge in die Eichenwälder und die Marsch. Die Kleinen liefen hinter drein, wuselten in einem schwarz-weißen Wirrwarr unter und übereinander. Natürlich drohte Pa andauernd damit sie loszuwerden. Doch Jody, der sehr viel mehr Reife an den Tag legte als sein Vater, meinte nur trocken, dann zieht doch bloß ein anderes Stinktier da unten ein und ich finde immer, ein Stinktier, das ich kenne, ist mir lieber als eins, das ich nicht kenne. Bei den Gedanken an Jody musste Kaya lächeln. Dann riss sie sich wieder zusammen. Dr. Cone, in der Nacht, als Chase Andrews starb, in der Nacht, als er rückwärts durch eine Luke fiel, wobei die Art des Sturzes die Möglichkeit befanden sich auf seiner Jacke also Fasern von einer roten Mütze, die bei Miss Clark zu Hause gefunden wurde. Und in dieser Mütze waren Haare von Miss Clark. Das ist richtig. Danke, Dr. Cone. Keine weiteren Fragen. Tom Milton sah kurz zu Kaya hinüber, die den Himmel betrachtete. Der ganze Raum lehnte sich fast spürbar in Richtung Anklage, als hätte sich der Boden geneigt und die Tatsache, dass Kaya ungerührt und distanziert wirkte, wie in Eis gemeißelt tat ihr Übriges. Er strich sich sein weißes Haar aus der Stirn und trat auf den Gerichtsmediziner zu, um ihn ins Kreuzverhör zu nehmen. Guten Morgen, Dr. Cone. Guten Morgen. Dr. Cone, Sie haben ausgesagt, dass die Wunde an Chase Andrews Hinterkopf dadurch entstanden sein kann, dass er rückwärts durch das offene Loch gestürzt ist. Könnte man sagen, dass die Folgen des Aufpralls mit dem Hinterkopf genau dieselben gewesen wären, wenn er selbst einen Schritt nach hinten gemacht hätte und aus Versehen durch die offene Luke gestürzt wäre? Ja. Hatte er an Brust oder Armen irgendwelche Blutergüsse, die darauf hindeuten, dass er geschubst oder gestoßen wurde? Nein. Natürlich wies sein gesamter Körper als Folge des Sturzes starke Prellungen auf, hauptsächlich auf der Rückseite des Torsos und der Beine. Es gab jedoch keine, die speziell einem Schubs oder Stoß zugeordnet werden konnten. Entspricht es nicht vielmehr der Wahrheit, dass es keinerlei Beweise irgendwelche Art dafür gibt, dass Chase Andrews in das Loch gestoßen wurde. Ja, meines Wissens gibt es keinerlei Beweise dafür, dass Chase Andrews gestoßen wurde. Dann hat ihre Sachverständige Untersuchung der Leiche von Chase Andrews also keinen Hinweis darauf erbracht, dass es sich um einen Mord handelt und nicht um einen Unfall. Das ist richtig. Tom schwieg einen Moment, ließ die Antwort bei den Geschworenen wirken. Dann erst machte er weiter. Kommen wir nun zu den roten Wollfasern, die auf Chase Andrews Jacke gefunden wurden. Können Sie genau sagen, wie lange die Fasern sich auf der Jacke befunden haben? Nein, wir können feststellen, woher sie stammen, aber nicht, wann sie auf die Jacke übertragen wurden. anders ausgedrückt, diese Fasern könnten schon seit einem Jahr, vielleicht sogar vier Jahren auf der Jacke gewesen sein. Das ist korrekt. Selbst wenn die Jacke gewaschen worden war? Auch dann. Es gibt also keinen Beweis dafür, dass diese Fasern in der Nacht, als Chase Andrews starb, auf die Jacke übertragen wurden? Richtig. Wir haben gehört, dass die Angeklagte vier Jahre lang Umgang mit Chase Andrews hatte. Sie sagen also aus, dass die Fasern möglicherweise irgendwann im Verlauf dieser vier Jahre von der Mütze auf die Jacke übertragen wurden, falls die beiden sich getroffen haben, als Die roten Fasern beweisen demnach nicht, dass Miss Clark mit Chase Andrews in der Nacht seines Todes zusammen war. Gab es irgendwelche anderen Hinweise darauf, dass sich Miss Clark in jener Nacht in unmittelbarer Nähe zu Chase Andrews befand? Zum Beispiel Partikel ihrer Haut an seinem Körper unter seinen Fingernägeln oder ihre Fingerabdrücke auf den Knöpfen oder Verschlüssen seiner Jacke, Haare von ihr auf seiner Kleidung oder seinem Körper. Nein. Das heißt also, da sich die roten Fasern schon seit vier Jahren auf der Jacke befunden haben können, liegen keinerlei Beweise dafür vor, dass Miss Catherine Clark in der Nacht als Chase Andrews Starb in seiner Nähe war. Den Ergebnissen meiner Untersuchung nach ist das richtig. Danke. Keine weiteren Fragen. Richter Sims erklärte, das Gericht werde früher als sonst eine Mittagspause einlegen. Tom berührte Kaya sacht am Ellbogen und flüsterte, das Kreuzverhör sei gut gelaufen. Sie nickte leicht, während die Leute aufstanden und sich reckten. Fast alle blieben noch lange genug, um zuzusehen, wie Kaya Handschellen angelegt und sie aus dem Saal geführt wurde. Nachdem Jacob sie in ihrer Zelle eingeschlossen hatte und seine Schritte den Gang hinunter verhalten, setzte Kaya sich sogleich auf ihr Bett. Zu Beginn ihrer Inhaftierung war ihr nicht erlaubt worden, ihren Rucksack mit in die Zelle zu nehmen, aber immerhin hatte sie einiges daraus in eine braune Papiertüte packen und behalten dürfen. Sie griff in die Tüte und zog den Zettel mit Jodys Telefonnummer und Adresse heraus. Seit sie hier eingesperrt war, hatte sie diesen Zettel fast jeden Tag angestarrt und überlegt, ob sie ihren Bruder anrufen und ihn bitten sollte, herzukommen und ihr beizustehen. Sie wusste, dass er das tun würde und Jacob hatte gesagt, sie könne das Telefon benutzen, um ihn anzurufen. Aber sie hatte es nicht getan. Wie hätte sie die Worte über die Lippen bringen können? Bitte komm her, ich bin im Gefängnis unter Mordverdacht. Vorsichtig legte sie den Zettel zurück in die Tüte und nahm den Kompass aus dem Ersten Weltkrieg heraus, den Tate ihr geschenkt hatte. Sie ließ die Nadel nach zu, bis sie aufhörte zu zittern. Sie drückte sich den Kompass ans Herz. Wo sonst brauchte man einen Kompass mehr als hier? Dann flüsterte sie Zeilen von Emily Dickinson. Das Herz aufwägen, die Liebe wegräumen, die wir nicht wieder brauchen wollen bis in die Ewigkeit. Kapitel 46 König der Welt 1969 Eine weiche Sonne ließ das Septembermeer und den Himmel blass blau leuchten, als Kaya in ihrem kleinen Boot zu Jumpin tuckerte, um sich über die Busfahrzeiten zu informieren. Der Gedanke mit fremden Leuten im Bus in eine fremde Stadt zu reisen, machte ihr Angst. Aber sie wollte ihren Lektor kennenlernen, Robert Forster. In über zwei Jahren hatten sie sich viele kurze Mitteilungen geschickt und sogar einige längere Briefe, in denen es meistens um redaktionelle Änderungsvorschläge für die Texte und Illustrationen in ihren Büchern ging. Doch die Korrespondenz, die größtenteils aus biologischen Termini vermischt mit poetischen Beschreibungen bestand, war zu einem in einer ganz eigenen Sprache geschmiedeten Band geworden. Sie wollte diesen Menschen am anderen Ende der Postverbindung kennenlernen, der wusste, wie gewöhnliches Licht von mikroskopisch kleinen Prismen in den Federn eines Kolibris gebrochen wird, sodass dessen rot-goldene Kehle schillert. Und wie man das mit Worten ausdrückte, die ebenso erstaunlich waren wie die Farben. Als sie auf den Steg kletterte, begrüßte Jump in sie und fragte, ob sie tanken müsse. Nein, danke diesmal nicht. Ich muss mir den Busfahrplan abschreiben. Du hast doch einen hier, oder? Ja, klar, hängt an der Wand links neben der Tür. Nur zu. Als sie mit den Fahrzeiten wieder aus dem Laden kam, fragte er, willst du wegfahren, Miss Kaya? Vielleicht. Mein Lektor hat mich nach Greenville eingeladen, damit wir uns mal kennenlernen. Ich weiß aber noch nicht genau. Na, das wäre aber doch schön. Ist nicht gerade um die Ecke, aber so eine Reise wird dir gut tun. Als Kaya sich abwandte, um wieder ins Boot zu steigen, beugte Jumpin sich vor und musterte sie genauer. Miss Kaya, was ist mit deinem Auge passiert? Deinem Gesicht? Sieht aus, als hätte ich wer zusammengeschlagen, Miss Kaya. Sie drehte schnell den Kopf weg. Der Bluterguss von Chase Fausthieb, fast einen Monat alt, war zu einem schwach gelblichen Fleck verblasst, hatte, er würde niemandem auffallen. Nein, ich habe mich bloß am Türrahmen gestoßen. Versuch jetzt bloß nicht mir was vorzumachen, Miss Kaya, ich bin nämlich nicht von gestern. Wer hat dich geschlagen? Sie stand da und schwieg. War das Mr. Chase, der das gemacht hat? Du kannst es mir ruhig erzählen. Ehrlich, ich rühre mich hier nicht weg, bis du es mir erzählst. Ja, es war Chase. Kaya konnte kaum glauben, dass sie den Satz über die Lippen brachte. Sie hätte nie gedacht, dass sie jemanden hatte, dem sie so etwas anvertrauen konnte. Sie wandte sich ab, rang mit den Tränen. Jumpins ganzes Gesicht verdunkelte sich. Einige Sekunden lang sagte er nichts. Und dann, was hat er sonst noch gemacht? Nichts, ich schwöre. Er hat's versucht, Jumpin, aber ich hab mich wehren können. Den Mann muss man auspeitschen und aus der Stadt jagen. Jumpin, bitte. Du darfst es niemandem sagen. Du darfst es auf keinen Fall dem Sheriff oder sonst wem sagen. Die würden mich abholen. Und dann müsste ich wildfremden Männern genau erzählen, was passiert ist. Das stehe ich nicht durch. Kaya barg das Gesicht in den Händen. Na, aber irgendwas müssen wir machen. Der kann sowas doch nicht einfach tun und weiter mit seinem Angeberboot rumgondeln, als wäre er der König der Welt. Jumping, du weißt, wie das läuft. Sie werden zu ihm halten. Sie werden sagen, ich mache nur Ärger, dass ich versuche, Geld von seinen Eltern zu erpressen oder irgendwas. Stell dir vor, was passieren würde, wenn eins der Mädchen aus der Schwarzen Siedlung versuchen würde, Chase Andrews Körperverletzung und versuchte Vergewaltigung vorzuwerfen. Die würden nichts machen. Null. Kajas Stimme wurde immer schriller. Das Mädchen würde Riesenprobleme kriegen, gehässige Kommentare in der Zeitung. Die Leute würden sie als Hure bezeichnen. Und für mich würde es genauso kommen und das weißt du auch. Bitte versprich mir, dass du es niemandem erzählst. Sie schluchzte auf. Hast recht, Miss Kaja, weiß ich ja. Mach dir mal keine Sorgen, dass ich irgendwas tue, was das alles noch schlimmer macht. Aber woher willst du wissen, dass der es nicht nochmal versucht? Wo du da draußen doch immer so allein bist? Ich habe immer auf mich selbst aufgepasst. Er hat mich nur erwischt, weil ich nicht gehört habe, dass er kommt. Mir passiert schon nichts, Jumpin. Falls ich mich dafür entscheide, nach Greenville zu fahren, bleibe ich danach vielleicht eine Weile draußen in meiner Lesehütte. Ich glaube, aber ich will, dass du öfters herkommst. Ich will, dass du herkommst und mir sagst, wie es so läuft. Und wenn du willst, kannst du auch bei mir und Mabel wohnen, das weißt du. Danke, Jumpin, ich weiß. Wann willst du rüber nach Greenville? Weiß ich noch nicht. Der Lektor hat was von Ende Oktober geschrieben. Ich habe noch nichts richtig geplant, habe noch nicht mal seine Einladung angenommen. Ihr war jetzt klar, dass sie nicht fahren konnte, solange der Bluterguss nicht vollständig verschwunden war. Na dann, sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du hinfährst und wann du wieder kommst, ja? Ich muss wissen, wenn du verreist bist, weil wenn ich dich länger als einen Tag oder so nicht zu Gesicht bekomme, fahre ich Mach ich. Danke, Jumpin. Kapitel 47 Der Experte 1970 Staatsanwalt Eric Chastain befragte den Sheriff zu den beiden Jungs, die am 30. Oktober Chase Andrews Leiche am Fuße des Feuerbachturms gefunden hatten, zu der ärztlichen Untersuchung vor Ort und den ersten Ermittlungsmaßen. Dann sagte Chastain Sheriff, bitte erläutern Sie uns, was sie zu der Annahme brachte, dass Chase Andrews tödlicher Sturz kein Unfall war. Was weckte in ihnen den Verdacht, dass ein Verbrechen vorlag? Nun ja, mir ist gleich zu Anfang aufgefallen, dass es rund um Chases Leiche keine Fußspuren gab, nicht mal seine eigenen. Da waren nur die Spuren von den Jungs, die ihn gefunden Deshalb habe ich mir gedacht, dass jemand sie verwischt haben musste, um ein Verbrechen zu vertuschen. Haben Sie nicht ebenfalls festgestellt, dass am Fundort weder Fingerabdrücke noch Reifenspuren von irgendwelchen Fahrzeugen zu sehen waren? Ja, das ist richtig. Laut Laborbericht wurden im Turm keine frischen Fingerabdrücke gefunden. Nicht mal auf der Gitterluke und die musste jemand geöffnet haben. Mein Deputy und ich haben nach Reifenspuren gesucht, konnten aber keine entdecken. All das deutete darauf hin, dass jemand gezielt Beweise vernichtet hatte. Und als sie dann im Laborbericht lasen, dass rote Wollfasern von Miss Clarks Mütze auf der Kleidung gefunden worden waren, die Chase in jener Nacht trug, haben sie Einspruch euer Ehren, sagte Tom. Suggestiv Frage. Zudem wurde bereits festgestellt, dass die roten Fasern schon weit vor der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober von Miss Clarks Kleidung auf Mr. Andrews Jacke übertragen worden sein können. Statt Stattgegeben Tom Tom Milton trat an den Zeugenstand Sheriff, haben Sie oder jemand anders einen Experten angefordert, um nach Fußspuren zu suchen oder nach Hinweisen darauf, dass eventuelle Fußspuren verwischt wurden? Das war nicht nötig. Ich bin Selbstexperte dafür. Die Untersuchung von Fußspuren gehörte zu meiner Ausbildung. Ich brauchte keinen externen Experten. Verstehe. Lagen denn Hinweise darauf vor, dass Fußabdrücke verwischt worden waren? Ich meine, konnten sie zum Beispiel Spuren von Büschen oder Ästen ausmachen, mit deren Hilfe Abdrücke verwischt wurden? Oder war an manchen Stellen offensichtlich Schlamm weggeräumt und woanders aufgetürmt worden? Gibt es irgendwelche Beweise, irgendwelche Fotos, die das belegen? Nein. Ich kann hier nur aussagen, dass es meiner Sachverständigen Meinung nach unter dem Turm keine anderen Fußspuren gab, als unsere eigenen und die der Jungs. Also müssen alle anderen verwischt worden sein. Okay. Aber Sheriff, es ist eine physikalische Eigenschaft der Marsch, dass das Grundwasser auch weit hinter der Gezeitenlinie mit Ebbe und Flut steigt und absinkt, sodass manche Bereiche eine Weile trocken liegen und wenige Stunden später wieder unter Wasser stehen. Vielerorts überspült das Wasser sämtliche Spuren im Schlamm, auch Fußabdrücke. Es macht sozusagen reinen Tisch. Ist Ihnen diese Tatsache bekannt? Na ja, doch, sowas kommt vor. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass es in diesem Fall auch so war. Ich habe hier den Gezeiten Kalender für die Nacht des 29. Oktober und den Morgen des 30. Oktober und wissen Sie was, Sheriff Jackson? Dem Kalender nach war der Wassertiefstand um Mitternacht. Als Chase am Turm ankam und zur Treppe ging, wird er dem Nachspuren im Matsch hinterlassen haben. Später dann wurden diese Spuren durch das mit der Flut ansteigende Grundwasser überspült. Das ist der Grund, warum Sie und die Jungs tiefe Abdrücke hinterließen und warum Chases Spuren verschwunden waren. Stimmen Sie mir zu, dass dies eine mögliche Erklärung ist. Kaya nickte leicht. Ihre erste Reaktion auf einen Zeugen seit Prozessbeginn. Sie hatte schon oft gesehen, wie das Marschwasser die Geschichte des Vortages verschlang. Hirschspuren an einem Bach oder die Fährte eines Rotluchses neben einem toten Jungtier verschwunden. Der Sheriff antwortete Tja, ich habe jedenfalls noch nie gesehen, dass etwas so restlos weggespült wird, also ich weiß nicht. Aber Sheriff, wie Sie selbst gesagt haben, Sie sind der Experte, ausgebildet in der Analyse von Fußspuren. Und jetzt sagen Sie, Sie wissen nicht, ob sich dieser durchaus verbreitete Vorgang in jener Nacht ereignete oder nicht. Tja, wäre ja ziemlich einfach, das zu überprüfen, oder? Man muss einfach bei Abadad draußen ein paar Spuren machen und dann abwarten, ob sie verschwinden, wenn die Flut kommt. Ja, das wäre in der Tat ziemlich einfach gewesen, das zu überprüfen. Warum also ist das nicht geschehen? Wir sind hier vor Gericht und sie haben nicht den geringsten Beweis dafür, dass jemand Fußspuren verwischt hat, um ein Verbrechen zu vertuschen. Wahrscheinlicher ist vielmehr, dass Chase Andrews am Turm Fußabdrücke hinterlassen hat, die dann vom steigenden Grundwasser überspült wurden. Und falls irgendwelche Freunde bei ihm waren, um mit ihm zusammen aus Spaß auf den Turm zu steigen, dann sind auch deren Spuren weggespült worden. Angesichts dieser höchst naheliegenden Erklärung besteht nicht der leiseste Grund, ein Verbrechen zu vermuten. Habe ich nicht recht, Sheriff? Eds Augen huschten nach links und rechts, links und rechts, als stände die Antwort an den Wänden. Leute rutschten unruhig auf den Bänken hin und her. Sheriff, wiederholte Tom. Meiner Sachverständigen Meinung nach ist es unwahrscheinlich, dass Fußspuren durch einen normalen Grundwasseranstieg vollständig überspült werden. Allerdings beweist das Fehlen von Fußabdrücken allein noch nicht, dass ein Verbrechen vorliegt, somal es keine Anzeichen dafür gab, dass sie verwischt worden waren. Dennoch danke. Tom wandte sich den Geschworenen zu und wiederholte die Worte des Sheriffs. Das Fehlen von Fußabdrücken beweist nicht, dass ein Verbrechen vorliegt. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, Sheriff. Was ist mit der offenstehenden Gitterluke oben im Feuerwachtturm? Haben Sie die auf Miss Clarks Fingerabdrücke untersucht? Ja, natürlich. Und haben Sie Miss Clarks Fingerabdrücke auf der Luke oder überhaupt irgendwo im Turm gefunden? Nein, nein, wir haben aber auch keine anderen Fingerabdrücke gefunden, womit? Der Richter beugte sich zum Zeugenstand. Beantworten Sie nur die Fragen, Ed. Was ist mit Haaren? Miss Clark hat langes schwarzes Haar. Falls sie bis ganz nach oben geklettert ist und auf der Plattform eine Luke geöffnet hat und so weiter, würde ich doch erwarten, dass man das ein oder andere Haar von ihr dort hätte finden müssen. Haben Sie welche gefunden? Nein, die Stirn des Sheriffs glänzte. Nach Aussage des Gerichtsmediziners ergab die Untersuchung der Leiche von Chase Andrews keinerlei Hinweise darauf, dass Miss Clark sich in der fraglichen Nacht in dessen unmittelbarer Nähe befunden hat. Ja, es wurden diese Wollfasern gefunden, aber die hätten auch schon vier Jahre alt sein können. Und jetzt sagen Sie, es liegt nicht der geringste Beweis dafür vor, dass Miss Clark in jener Nacht überhaupt auf dem Turm war. Ist diese Aussage korrekt? Ja. Wir haben also keinen Beweis dafür, dass Miss Clark in der Nacht, als Chase Andrews zu Tode stürzte, auf dem Turm war. Korrekt. Hab ich doch gesagt. Das heißt also ja. Jawohl, das heißt ja. Sheriff, entspricht es der Wahrheit, dass die Gitterluken oben im Turm schon recht häufig von spielenden Kindern offen gelassen wurden? Stimmt, die standen manchmal offen, aber wie gesagt, meistens ging es dabei um die Luke, die man aufmachen muss, um auf die Plattform zu gelangen, nicht um die anderen. Aber entspricht es nicht der Wahrheit, dass die Luke über der Treppe und gelegentlich auch andere so häufig offen gelassen wurden und eine so große Gefahr darstellten, dass ihr Büro die staatliche Forstbehörde schriftlich aufgefordert hat, die Situation zu beheben. Tom hielt dem Sheriff ein Dokument vor. Ist das hier das offizielle Schreiben an die Forstbehörde vom 18. Juli letzten Jahres? Der Sheriff blickte auf das Blatt. Ja, das ist es. Wer genau hat dieses Schreiben formuliert? Das war ich. Sie haben also nur drei Monate bevor Chase Andrews durch eine offene Luke des Feuerwachturms in den Tod stürzte, die Forstbehörde schriftlich aufgefordert, den Turm entweder zu schließen oder die Gitterluken zu sichern, damit niemand zu Schaden kommt. Ist das richtig? Ja. Sheriff, würden Sie dem Gericht bitte den letzten Satz dieses Schriftstücks vorlesen, das Sie an die Forstbehörde geschickt haben? Nur den letzten Satz. Hier. Erreichte dem Sheriff das Blatt und deutete auf die letzte Zeile. Der Sheriff las laut, ich muss wiederholen, diese Gitterluken sind äußerst gefährlich und falls nicht bald für Abhilfe gesorgt wird, könnte jemand ernsthaft verletzt werden oder gar zu Tode kommen. Ich habe keine weiteren Fragen. Kapitel 48 Eine Reise 1969 Am 28 Oktober legte Kaya kurz ein Jump ins Steg an, um sich wie versprochen von ihm zu verabschieden. Dann fuhr sie zum städtischen Pier, wo die Schiffer und Krabbenfischer wie immer ihre Arbeit unterbrachen, um sie mit Blicken zu verfolgen. Ohne auf sie zu achten, verteute sie ihr Boot und ging mit einem verblichenen Pappkoffer, den sie aus maßaltem Schrank hervorgeholt hatte, auf die Main Street. Sie hatte keine Handtasche dabei, sondern trug ihren Rucksack, prall gefüllt mit Büchern, etwas Schinken und Brot und einem kleinen Geldbetrag, nachdem sie den Großteil ihres Autoren Honorars in einer Blechdose nicht weit von der Lagune vergraben hatte. Ausnahmsweise sah sie ganz normal aus. Sie trug einen braunen Rock von Sears Roebuck & Co., eine weiße Bluse und flache Schuhe. Ladenbesitzer machten sich auf der Straße zu schaffen, bedienten Kunden, fegten den Bürgersteig und jeder einzelne von ihnen starrte sie an. Sie blieb an der Bushaltestelle an der Ecke stehen und wartete, bis der Trailways-Bus mit zischenden Bremsen anhielt, den Blick auf den Ozean versperrte. Niemand stieg aus und Kaya kaufte beim Fahrer eine Fahrkarte nach Greenville. Als sie nach den möglichen Tagen und Zeiten für die Rückfahrt fragte, reichte er ihr einen ausgedruckten Fahrplan und verstaute dann ihren Koffer. Sie hielt ihren Rucksack mit beiden Händen fest, als sie sich einen Platz suchte. Und ehe sie Zeit hatte, groß darüber nachzudenken, fuhr der Bus, der ihr fast so lang wie Barclay Co. vorkam, los und ließ das Städtchen hinter sich. Zwei Tage später, um 13 Uhr 16, stieg Kaya aus dem Trailways-Bus von Greenville. Jetzt waren noch mehr Bewohner von Barclay auf der Straße, gafften und tuschelten, als sie ihr langes Haar über die Schulter warf und sich vom Fahrer ihren Koffer geben ließ. Sie ging zum Pier, stieg in ihr Boot und fuhr geradewegs nach Hause. Sie wollte bei Jumpin vorbeischauen und ihm wie versprochen sagen, dass sie wieder da war, aber an seinem Steg warteten etliche Boote darauf, betankt zu werden. Deshalb nahm sie sich vor, am nächsten Tag zurückzukommen. Außerdem konnte sie so schneller wieder bei ihren Möwen sein. Also Sie rief seinen Namen und er trat aus dem kleinen Laden. Hallo Jumpin, ich wollte dir Bescheid geben, dass ich wieder zu Hause bin. Gestern angekommen. Er sagte nichts, als er auf sie zukam. Sobald sie auf seinem Steg war, sagte er, Miss Kaya, ich... Sie legte den Kopf schief. Was ist denn? Ist was passiert? Er stand da und sah sie an. Hast du das mit Mr. Chase gehört? Nein. Was denn? Er schüttelte den Kopf. Chase Andrews ist tot. Er ist mitten in der Nacht gestorben, als du drüben in Greenville gewesen bist. Was? Kaya und Jumpin sahen einander tief in die Augen. Die haben ihn gestern Morgen unter dem alten Feuerwachturm gefunden und naja, die sagen, sein Genick war gebrochen und sein Schädel zertrümmert. Er soll von oben runtergefallen sein. Kajas Mund blieb offen stehen. Jumpin redete weiter. In Leuten liegen die Nerven blank. Für die einen war es ein Unfall, aber es heißt, dass der Sheriff da nicht so sicher ist. Chases Mama ist außer sich, sagt irgendwer hat ihn umgebracht. Es ist alles furchtbar. Kaja fragte, wieso denken sie denn, dass er umgebracht worden ist? Eins von den Gittern da oben im Turm ist wohl offen gewesen und er ist glattweg durchgefallen und die meinen, das ist verdächtig. Einige Leute sagen ja, dass die Dinger dauernd offen stehen, weil da oben oft Kinder rumspielen und Mr. Chase könnte aus Versehen durchgefallen sein, aber andere schreien was von Mord. Kaja schwieg, also sprach Jumpin weiter. Ein Grund war auch, als sie Mr. Chase gefunden haben, hat er nicht das Band mit der Muschel umgehabt, das er jahrelang immer um den Hals getragen hat, und seine Frau sagt, er hätte es an dem Abend umgehabt, als er aus dem Haus gegangen ist, weil er bei seinen Eltern zum Abendessen war. Hat immer getragen, Halsbands wurde Kajas Mund trocken. Und die zwei Jungs, die Chase gefunden haben, tja, die haben gehört, wie der Sheriff gesagt hat, dass da um den Turm rum gar keine Fußspuren waren, überhaupt keine, so als hätte da wer Beweise verwischt. Die Jungs haben es in der ganzen Stadt rum erzählt. Jumpin sagte er, wann die Beerdigung sein würde, obwohl er wusste, dass Kaja nicht hingehen würde. Was wäre das für eine Sensation für die Nähkränzchen und Bibel Grüppchen? Garantiert würden die Gerüchte und Spekulationen auch um Kaja kreisen. Gott sei Dank, dass sie in Green gewesen ist, als er gestorben ist, sonst würden dies ihr anhängen, dachte Jumpin. Kaja nickte Jumpin zu und fuhr nach Hause. Am schlammigen Ufer der Lagune flüsterte sie eines von Amanda Hamiltons Gedichten. Unterschätze nie das Herz, zu Taten fähig, die unvorstellbar scheinen. Das Herz bestimmt und fühlt zugleich. Wie sonst ist der Weg zu erklären, den ich gegangen bin, den du gegangen bist, den langen Weg durch dieses Tor. Kapitel 49 Verkleidungen 1970 Der nächste Zeuge, der vereidigt wurde, ein Mann mit lockigem weißem, kurzgeschnittenem Haar, in einem blauen Anzug, der billig glänzte, gab an, sein Name sei Mr. Larry Price und dass er als Busfahrer bei Trailways auf unterschiedlichen Routen in diesem Gebiet von North Carolina eingesetzt wurde. Auf die Frage des Staatsanwalts bestätigte er, dass es möglich war, in einer Nacht mit dem Bus von Greenville nach Barclay Cove und wieder zurückzufahren. Er sagte auch aus, dass er in der Nacht von Chase Andrews tot den Bus von Greenville nach Barclay Cove gefahren hatte und dass unter den Passagieren niemand gewesen war, der wie Miss Clark aussah. Chastain sagte, Nun, Mr. Price, Sie haben dem Sheriff im Zuge seiner Ermittlungen erzählt, dass ein sehr dünner Fahrgast in dem Bus gesessen hat, der eine als Mann verkleidete Frau gewesen sein könnte. Ist das richtig? Bitte beschreiben Sie den Fahrgast. Ja, das ist richtig. Ein junger Weißer, gut 1,70 Meter groß und die Hose schlottert an ihm wie Bettwäsche an einem Zaumpfey. Er hatte eine große unförmige Mütze auf, blau, hat die ganze Zeit den Kopf hängen lassen, hat keinen angeguckt. Und jetzt, da Sie Miss Clark gesehen haben, halten Sie es dafür möglich, dass der dünne Mann im Bus Miss Clark war, die sich als Mann verkleidet hatte? Hätten ihre langen Haare unter der unförmigen Mütze versteckt gewesen sein können. Ja, das wäre möglich. Chastain bat den Richter, Kaya aufzufordern, dass sie aufstehen sollte, und sie tat es, zusammen mit Tom Milton. Sie können wieder Platz nehmen, Miss Clark, sagte Chastain und wandte sich wieder dem Zeugen zu. Würden Sie sagen, dass der junge Mann im Bus in etwa dieselbe Größe und Statur hatte wie Miss Clark? Ich würde meinen ziemlich genau gleich, sagte Mr. Price. Würden Sie also alles in allem sagen, dass es sich bei dem dünnen Mann, der in der Nacht des 29. Oktober letzten Jahres mit dem Bus um 23.50 Uhr von Greenville nach Barclay Cove gefahren ist, wahrscheinlich in Wirklichkeit um die angeklagte Miss Clark gehandelt hat? Ja, ich würde sagen, das ist durchaus möglich. Danke, Mr. Price, keine weiteren Fragen, Ihr Zeuge. Tom postierte sich vor dem Zeugenstand und nachdem er Mr. Price fünf Minuten befragt hatte, sagte er, ich fasse also Folgendes zusammen. Erstens, in der Nacht des 29. Oktober 1969 saß keine Frau, die aussah wie die Angeklagte in dem Bus von Greenville nach Barclay Cove. Zweitens, in dem Bus saß ein großer, dünner Mann, doch zum damaligen Zeitpunkt hielten sie ihn nicht für eine als Mann verkleidete Frau und das, obwohl sie sein Gesicht aus nächster Nähe sahen. Drittens, der Gedanke, er könnte verkleidet gewesen sein, kam ihnen erst, als der Sheriff das andeutete. Tom redete weiter, bevor der Zeuge reagieren konnte. Mr. Price, erklären Sie uns bitte, wie Sie sich so sicher sein können, dass der dünne Mann in dem Bus um 23.50 Uhr ab Greenville saß. Haben Sie sich das notiert, aufgeschrieben? Vielleicht ist er ja in der Nacht davor oder danach mitgefahren. Sind Sie sich hundertprozentig sicher, dass es am 29. Oktober war? Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen und als der Sheriff meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen hat, kam es mir wirklich so vor, als wäre der Mann genau in der Nacht mitgefahren, aber jetzt muss ich zugeben, dass ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Außerdem, Mr. Price, ist der Bus in der betreffenden Nacht nicht mit einiger Verspätung abgefahren? Hatte er nicht 25 Minuten Verspätung und ist erst um 1.40 Uhr in Barclay Cove angekommen? Ist das richtig? Ja, das stimmt. Mr. Price sah den Staatsanwalt an. Ich will doch nur helfen. das richtige tun. Tom beruhigte ihn. Sie waren eine große Hilfe, Mr. Price. Vielen Dank. Keine weiteren Fragen. Als seinen nächsten Zeugen rief Chastain einen Mr. John King auf, den Fahrer des Buses, der am frühen Morgen des 30. Oktober um 2.30 Uhr von Barclay Cove nach Greenville gefahren war. Er sagte aus, die Angeklagte, Miss Clark, habe nicht in dem Bus gesessen, dass aber eine ältere Lady mitgefahren sei. So groß wie Miss Clark mit kurzem lockigem grauem Haar wie Dauergewillt. Bitte schauen Sie sich die Angeklagte an, Mr. King. Halten Sie es für möglich, dass Miss Clark, wenn sie sich als ältere Lady verkleidet hätte, Ähnlichkeit mit dieser Frau im Bus gehabt hätte? Naja, ist schwer zu sagen. Vielleicht. Es wäre also möglich. Ja, ich glaube schon. Im Kreuzverhör sagte Tom, wenn ein Mensch wegen Mordes angeklagt ist, können wir uns nicht mit dem Wort Glauben zufrieden geben. Haben Sie Miss Clark am frühen Morgen des 30. Oktober 1969 in dem Bus gesehen, der um 2.30 Uhr von Barclay Cove nach Greenville fuhr? Nein, das habe ich nicht. Und ging in dieser Nacht noch ein anderer Bus von Barclay Cove nach Greenville? Nein. Kapitel 50 Das Bilderbuch 1970 Als Kaya am nächsten Tag in den Gerichtssaal geführt wurde, schielte sie zu Tate, Jumpin und Mabel hinüber und ihr stockte der Atem, als sie eine Militäruniform sah, ein kleines Lächeln in einem vernaubten Gesicht. Jodie. Sie nickte knapp, fragte sich, wie er von dem Prozess erfahren hatte, wahrscheinlich aus den Zeitungen in Atlanta. Sie senkte beschämt den Kopf. Eric Chastain stand auf. Euer Ehren, mit Erlaubnis des Gerichts ruft die Anklage Mrs. Sam Andrews auf. Der ganze Saal atmete hörbar aus, als Patty Love, die trauernde Mutter, hereinkam und zum Zeugenstand ging. Kaya betrachtete die Frau, von der sie mal gehofft hatte, sie würde ihre Schwiegermutter werden und erkannte jetzt, wie absurd diese Vorstellung gewesen war. Selbst in diesem düsteren Umfeld schien es Patty Love in feinste schwarze Seide gekleidet, vor allem um ihr Aussehen und ihre Wirkung zu gehen. Sie setzte sich kerzengerade hin, hielt ihre glänzende Handtasche auf dem Schoß. Das dunkle Haar war zu einem perfekten Knoten nach hinten gekämmt, ihr Hut saß im genau richtigen Winkel auf dem Kopf und ein dramatisches schwarzes Netz verschleierte ihre Augen. Nie und nimmer hätte diese Frau eine barfüßige Marschbewohnerin als Schwiegertochter akzeptiert. Mrs. Andrews, ich weiß, es ist schwer für Sie, deshalb werde ich mich möglichst kurz fassen. Ist es richtig, dass Ihr Sohn Chase Andrews ein Lederhalsband mit einer Muschel daran trug? Ja, das stimmt. Wann und wie oft trug er dieses Halsband? Immer. Er nahm es nie ab. Vier Jahre lang habe ich ihn nie ohne dieses Halsband gesehen. Chastain zeigte Mrs. Andrews einen in Leder gebundenen Band. Können Sie dem Gericht sagen, was für ein Buch das ist? Kaya starrte zu Boden, biss sich auf die Lippen, empört über diese Verletzung ihrer Privatsphäre, während der Staatsanwalt das Buch hochhielt, damit alle im Saal es sehen konnten. Sie hatte es für Chase gemacht, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. Die meiste Zeit ihres Lebens war ihr die Freude des Schenkens versagt geblieben, eine Entbehrung, die wenige nachvollziehen können. Sie hatte Tage und Nächte an dem Bilderbuch gearbeitet und es dann in braunes Papier eingeschlagen und mit aparten grünen Farnen und weißen Schneegansfedern geschmückt. Sie hatte es Chase hingehalten, als er am Ufer der Lagune aus seinem Boot stieg. Was ist das? Bloß ein Geschenk von mir, hatte sie lächelnd gesagt. Die gemalte Geschichte der Zeit, die sie gemeinsam verbracht hatten. Auf der ersten Seite eine Tuschezeichnung von ihnen beiden, wie sie an einem angeschwemmten Stamm am Strand lehnten und Chase Mondharmonica spielte. Die lateinischen Namen der Gräser und herumliegenden Muscheln hatte Kaya in Druckschrift dazugeschrieben. Ein Wirbel von Aquarellfarben stellte sein im Mondlicht treibendes Boot dar. Dann kam ein abstraktes Bild von neugierigen Tümmlern, die das Boot umkreisten und in den Wolken driftete der Text von Michael Row the Boat ashore. In einem anderen tanzte sie zwischen silbrigen Möwen an einem silbrigen Strand. Chase hatte die Seiten staunend umgeblättert, war mit den Fingern behutsam über manche der Zeichnungen gefahren, hatte über andere gelacht, doch die meiste Zeit war er still, nickte. Sowas habe ich noch nie geschenkt bekommen. Er hatte sich vorgebeugt, sie umarmt und gesagt, danke, Kaya. Dann hatten sie sich auf den Sand gesetzt, in Decken gewickelt, hatten geplaudert und Händchen gehalten. Kaya erinnerte Clark 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 Chase gemacht hat. Sie hat sie ihm geschenkt. Patty La verinnerte sich daran, wie sie das Buch unter einem Stapel Langspielplatten gefunden hatte, als sie sein Zimmer aufräumte. Offenbar hatte er es vor ihr verstecken wollen. Sie hatte sich auf Chases Bett gesetzt und den dicken Einband geöffnet. Da, detailliert mit Tusche gezeichnet, lehnte ihr Sohn mit dieser Frau an einem Baumstamm, mit dem Marschmädchen, ihr Chase mit solchem Gesindel. Sie konnte kaum atmen. Als wenn die Leute das erfuhr. Ihr wurde heiß und kalt, ihr Andrews, würden Sie bitte schildern, was Sie auf dem Bild sehen, das die angeklagte Miss Clark gemalt hat? Es zeigt Chase und Miss Clark oben auf dem Feuerwachturm. Ein Murmeln durchlief den Saal. Und was tun die beiden da? Sie hält das Muschelhalsband in den Händen und gibt es ihm. Und er hat es nie wieder abgenommen. dachte Paddy Love. Ich habe geglaubt, er erzählt mir alles. Ich habe gedacht, ich hätte ein engeres Verhältnis zu meinem Sohn als andere Mütter. Das habe ich mir eingeredet. Aber ich hatte keine Ahnung. Sie wussten also, dass Ihr Sohn sich regelmäßig mit Miss Clark traf, weil er es ihnen erzählt hatte und aufgrund dieses Bilderbuchs. Wussten Sie auch, dass sie ihm das Halsband geschenkt hatte? Ja. Als Chase am Abend des 29. Oktober zu ihnen zum Essen kam, trug er da das Halsband? Ja. Er ist erst nach 11 Uhr wieder gegangen und da trug er das Halsband noch. Und als sie Chase am nächsten Tag im Krankenhaus identifizieren mussten, hatte er da das Halsband um? Nein. Können sie sich irgendeine Erklärung denken, warum einer seiner Freunde oder jemand anders, abgesehen von Miss Clark, ihm das Halsband hätte abnehmen sollen? Nein. Einspruch euer Ehren, rief Tom rasch und stand auf. Hören sagen, Spekulation, sie kann sich nicht zu den Beweggründen anderer äußern. Stattgegeben, Geschworene, sie müssen die letzte Frage und die Antwort außer Betracht lassen. Dann senkte der Richter den Kopf wie ein angriffslustiger Gänserich und ermahnte den Staatsanwalt, sehen Sie sich vor, Eric, Herr Gott, noch mal, sowas haben nötig. Chastain machte ungerührt weiter. Nun denn, wir wissen also aus Miss Clarks eigenen Zeichnungen, dass sie mindestens einmal mit Chase auf dem Feuerwachturm war. Wir wissen, dass sie ihm das Muschelhalsband geschenkt hat, das er von da an ständig trug, bis zur Nacht seines Todes. Seitdem ist es verschwunden. Trifft das alles zu? Ja. Danke. Keine weiteren Fragen, ihre Zeugin. Ich verzichte auf das Kreuzverhör, sagte Tom. Kapitel 51 Abnehmender Mond 1970 Die Sprache des Gerichtssaals war natürlich nicht so poetisch wie die Sprache der Marsch. Dennoch erkannte Kaya gewisse Ähnlichkeiten. Der Richter, offensichtlich das Alpha-Männchen, war in seiner Position ungefährdet. Folglich war sein Auftreten Achtung gebietend, aber gelassen und unangefochten wie das eines starken Keilers. Tom Milton strahlte mit ruhigen Bewegungen und entspannte Haltung ebenfalls Selbstbewusstsein und Status aus. Ein kräftiger Bock, der auch als solcher anerkannt wurde. Der Staatsanwalt dagegen baute auf breite auffällige Krawatten und Sakkos mit gepolsterten Schultern, um seine Stellung zu untermauern. Er machte sich wichtig, indem er übertrieben gestikulierte oder die Stimme hob. Ein schwächeres Männchen muss laut werden, damit es bemerkt wird. Der Gerichtsdiener repräsentierte das rangniedrigste Männchen und brauchte seinen Gürtel, der mit glänzender Pistole, klirrendem Schlüsselbund und klobigem Funkgerät behängt war, um seine Position zu stärken. Dominanzhierarchien sichern die Stabilität in natürlichen Populationen und in einigen weniger natürlichen, dachte Kaya. Der Staatsanwalt, der eine scharlachrote Krawatte trug, trat großspurig vor und rief seinen nächsten Zeugen auf, Hal Miller, einen spindeldürren 28-Jährigen mit wuscheligem braunem Haar. Mr. Miller, bitte schildern Sie uns, wo Sie in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1969 gegen Viertel vor zwei waren und was Sie gesehen haben. Ich und Alan Hunt haben auf dem Krabbenkutter von Tim O'Neill gearbeitet und wir waren ziemlich spät auf dem Rückweg nach Barkley Cove. Und da haben wir Sie gesehen, Miss Clark, meine ich, in ihrem Boot, etwa eine Meile draußen östlich von Barkley, wie sie Richtung Nord-Nordwest fuhr. Und wenn sie diesen Kurs gehalten hat, wo wäre sie dann angekommen? Genau in der kleinen Bucht, nicht weit vom Feuerwachturm. Richter Sims musste energisch seinen Hammer einsetzen, um den Tumult unter den Zuhörern einzudämmen, die sich eine volle Minute lang kaum beruhigen konnten. Könnte sie nicht irgendwo anders hin unterwegs gewesen sein? Ja, schon, aber da draußen gibt's meilenweit bloß morastigen Wald. Ich wüsste nicht, wo man da sonst hin will, außer zum Feuerwachturm. Die Fächer der Ladies flatterten gegen den warmen, unruhigen Raum an. Sunday Justice, der auf der Fensterbank geschlafen hatte, sprang geschmeidig auf den Boden und spazierte zu Kaya hinüber. Zum ersten Mal schmiegte er sich im Gerichtssaal an ihr Bein, sprang dann auf ihren Schoß und ließ sich dort nieder. Chastain verstummte und sah den Richter an, erwog möglicherweise Einspruch gegen eine derart offensichtliche Demonstration von Parteilichkeit einzulegen, aber es schien keinen Präzedenzfall für dergleichen zu geben. Wie können sie sicher sein, dass es Miss Clark war? Ach, wir kennen hier alle ihr Boot, sie fährt schon seit Jahren allein damit rum. Hatte sie Bootslampen an? Nein, keine Lampen. Wir hätten glatt über sie drüber fahren können, hätten wir sie nicht gesehen. Es ist aber doch verboten, nach Einbruch der Dunkelheit ein unbeleuchtetes Boot zu steuern. Klar, sie hätte Lampen anhaben müssen, hatte sie aber nicht. In der Nacht, als Chase Andrews am Feuerwachtturm starb, war Miss Clark also genau in diese Richtung unterwegs und das nur Minuten vor dem Zeitpunkt seines Todes. Ist das korrekt? Ja, genau das haben wir gesehen. Keine weiteren Fragen, sagte Chastain und setzte sich. Tom ging zu dem Zeugen. Guten Morgen, Mr. Miller. Morgen. Mr. Miller, wie lange arbeiten Sie schon auf Tim O'Neils Krabbenboot? Fast drei Jahre. Und verraten Sie mir doch bitte, um welche Zeit der Mond in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober aufgegangen ist. Wir hatten abnehmenden Mond und der ist erst aufgegangen, als wir schon im Barkley angelegt hatten. Irgendwann nach zwei Uhr morgens, würde ich sagen. Verstehe. Dann war es also eine noch mondlose Nacht, als sie das kleine Boot in der Nähe von Barkley Kauf gesehen haben. Es muss sehr dunkel gewesen sein. Stimmt, es war dunkel. Ein paar Sterne haben ein bisschen Licht gegeben, aber es war ziemlich dunkel, ja. Würden zu weit weg zu weit zu sehen. Tom sah die Geschworenen an, als er das sagte. Wie weit weg waren sie denn? Ich schätze mindestens 60 Meter. Sechzig Meter. Wieder sah Tom die Geschworenen an. Das ist eine ziemlich große Entfernung, um ein kleines Boot in der Dunkelheit zu identifizieren. Sagen Sie, Mr. Miller, welche Besonderheiten, welche Merkmale an der Person in dem Boot machten Sie so sicher, dass es sich um Miss Clark handelte? Naja, wie gesagt, hier bei uns kennt jeder ihr Boot, hat es schon von Namen und aus der Ferne gesehen. Wir kennen die Form des Boots und wie Miss Clark aussieht, wenn sie im Heck sitzt, so groß und dünn. Da weiß man auf Anhieb, dass sie es ist. So groß und dünn. Dann hätte doch aber jeder mit der gleichen Gestalt, jeder Mensch, der groß und dünn ist, in so einem Boot ausgesehen wie Miss Clark. Richtig? Kann sein, dass irgendwer anders ihr ähnlich gesehen hätte, aber wir sind ja ständig da draußen und deshalb wissen wir ziemlich genau, welches Boot wem gehört. Aber Mr. Miller, darf ich Sie ernstere Situation gibt es nicht und wir müssen uns unserer Sache absolut sicher sein. Wir können uns nicht auf Gestalten oder Silhouetten verlassen, die im Dunkeln aus 60 Metern Entfernung gesehen wurden. Deshalb frage ich Sie, können Sie mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Person, die Sie in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1969 gesehen haben, Miss Clark war? Äh, nein, absolut sicher bin ich mir nicht, hab auch nie behauptet, ich wäre absolut sicher, dass sie das war, aber ich bin ziemlich ... Das wäre dann alles, Mr. Miller. Danke. Richter Sims sah den Staatsanwalt an. Haben Sie noch Fragen an den Zeugen? Chastain sagte von seinem Platz aus, Hell, Sie haben ausgesagt, dass Sie Miss Clark seit mindestens drei Jahren immer wieder in ihrem Boot gesehen und erkannt haben. Ist es schon mal vorgekommen, dass Sie von weitem meinten, Miss Clark in ihrem Boot zu sehen, aber dann beim Näherkommen feststellten, dass es gar nicht Miss Clark war? Nein, kein einziges Mal. In drei Jahren, kein einziges Mal. In drei Jahren, kein einziges Mal. Euer Ehren, die Anklage ruft keine weiteren Zeugen auf. Kapitel 52 war und Platz genommen hatte, sagte Tom, bitte nennen Sie Ihren Namen und geben Sie an, welcher Arbeit Sie in Barkley Cove nachgehen. Kaya hob den Kopf ein wenig, sodass sie die kleine ältere Frau mit dem lila-weißen Haar in dauergewählten Löckchen sehen konnte, von der sie vor vielen Jahren gefragt worden war, warum sie immer nur allein in den Lebensmittelladen kam. Vielleicht war sie jetzt etwas kleiner und ihre Löckchen noch dichter gekringelt, aber ansonsten sah sie erstaunlich unverändert aus. Mrs. Singletary hatte neugierig und herrisch gewirkt, aber in dem Winter, nachdem Marv Ort gegangen war, hatte sie Kaya einen Weihnachtsstrumpf geschenkt, in dem eine blaue Pfeife steckte. Es war das weihnachtlichste, was Kaya je erlebt hatte. Ich heiße Sarah Singletary und bin Kassiererin in der Piggly Wiggly Filiale hier in Barkley Cove. Sarah, stimmt es, dass sie von ihrer Kasse im Piggly Wiggly aus die Haltestelle der Trailways-Busse sehen können? Ja, ich habe einen freien Blick darauf. Haben Sie am 28. Oktober letzten Jahres die Angeklagte Miss Catherine Clark um 14.30 Uhr an der Bushaltestelle warten sehen? Ja, ich habe Miss Clark dort stehen sehen. Als sie das sagte, blickte Sarah zu Kaya hinüber und erinnerte sich an das kleine Mädchen, das so viele Jahre barfuß in den Laden gekommen war. Niemand würde es je erfahren, aber als Kaya noch nicht zählen konnte, hatte Sarah dem Kind oft absichtlich zu viel Wechselgeld rausgegeben und den fehlenden Betrag in der Kasse dann aus ihrem eigenen Portemonnaie beglichen. Natürlich war es damals immer nur um kleine Beträge gegangen, aber bestimmt hatte es Kaya geholfen. Wie lange hat sie gewartet? Und haben sie mit eigenen Augen gesehen, dass sie in den Bus um 14.30 Uhr gestiegen ist? Sie hat etwa zehn Minuten gewartet, glaube ich. Wir haben alle gesehen, wie sie ihre Fahrkarte beim Fahrer gekauft und ihm ihren Koffer gegeben hat. Dann ist sie eingestiegen. Der Bus ist abgefahren und sie hat ganz eindeutig drin gesessen. Soweit ich weiß, haben sie am 30. Oktober auch ihre Rückkehr mit dem Bus um 13.16 beobachtet. Ist das richtig? Ja, zwei Tage später, es war ziemlich genau Viertel nach eins. Ich habe hochgeschaut, als der Bus anhielt und gesehen, wie Miss Clark ausstieg. Ich habe noch meine Kolleginnen auf sie aufmerksam gemacht. Was hat Miss Clark dann getan? Sie ist zum Pier gegangen, in ihr Boot gestiegen und losgefahren. Danke, Sarah. Das wäre alles. Richter Sims wandte sich an Chastain. Irgendwelche Fragen? Nein, euer Ehren, ich habe keine Fragen. Tatsächlich entnehme ich der Zeugenliste, dass die Verteidigung vorhat, mehrere Bürger dieser Stadt aufzurufen, damit sie wie Mrs. Singletary bestätigen werden, dass Miss Clark zu den betreffenden Uhrzeiten und Daten mit dem Trailways-Bus abgefahren und angekommen ist. Die Anklage bestreitet diesen Sachverhalt nicht. Wir sind der einvernehmlichen Meinung, dass Miss Clark die jeweiligen Busse genommen Zeugen dazu anzuhören. Nun gut, Mrs. Singletary, Sie können den Zeugenstand verlassen. Was meinen Sie, Mr. Milton, falls die Anklage die Tatsache akzeptiert, dass Miss Clark am 28. Oktober 1969 in den Bus um 14.30 gestiegen ist und um etwa 13.16 am 30. Oktober 1969 zurückkam, ist es dann notwendig, weitere Zeugen aufzurufen, die das bestätigen, Nein, euer Ehren. Toms Gesicht wirkte ruhig, doch innerlich fluchte er. Einer der wichtigsten Punkte seiner Verteidigungsstrategie war Kajas Alibi, dass sie zum Zeitpunkt von Chases Tod verreist gewesen war. Jetzt war es Chastain gelungen, dieses Alibi abzuschwächen, indem er es einfach akzeptierte und sogar auf weitere Zeugenaussagen zur Bestätigung von Kajas Busfahrten bei Tage verzichtete. Dieser Umstand spielte für die Vertreter der Anklage keine Rolle, weil sie der Ansicht waren, dass Kaja in der Nacht zurückgekehrt war und den Mord begangen hatte. Tom hatte die Gefahr kommen sehen, es aber dennoch für wichtig gehalten, dass die Geschworenen entsprechende Zeugenaussagen hörten, damit sie sich bildlich vorstellten, wie Kaja die Stadt am helllichten Tag verließ und erst nach Chases tödlichem Sturz zurückkehrte. Jetzt würden sie denken, dass das Alibi so unwichtig war, dass es nicht mal einer Bestätigung bedurfte. Zur Kenntnis genommen, bitte rufen sie ihren nächsten Zeugen auf. Mr. Lang Thurlow, glatzköpfig und untersetzt in einem Sakko, das sich über einem runden Bauch spannte, sagte aus, dass er das Three Mountain Motel in Greenville besaß und betrieb und dass Miss Clark vom 28. bis zum 30. Oktober 1969 dort Gast gewesen war. Kaja fand es äußerst unangenehm, diesem Mann mit dem fettigen Haar zuzuhören, von dem sie geglaubt hatte, sie würde ihn nie wiedersehen und der jetzt über sie sprach, als wäre sie nicht im Raum. Er beschrieb, wie er sie zu ihrem Motelzimmer gebracht hatte, verschwieg aber, dass er zu lange geblieben war. Immer wieder waren ihm Gründe eingefallen, noch länger herumzutrödeln, bis sie schließlich die Tür geöffnet und ihn aufgefordert hatte, zu gehen. Als Tom fragte, wie es denn möglich sei, dass er sich so genau an Miss Clarks Kommen und Gehen erinnerte, grinste er und sagte, sie gehöre zu der Sorte Frau, die Männern auffiel. Er fügte hinzu, wie eigenartig sie gewirkt hatte, dass sie nicht gewusst hatte, wie man das Telefon bediente, dass sie mit einem Pappkoffer in der Hand von der Bushaltestelle zu Fuß gekommen war, sich selbst was zu essen mitgebracht hatte. Mr. Furlow, in der Nacht darauf, es geht um den 29. Oktober, die Nacht, in der Chase Andrews starb, haben Sie die ganze Zeit an der Rezeption gearbeitet, ist das richtig? Ja. Miss Clark war um 10 Uhr abends, nach dem Essen mit ihrem Lektor, zurück auf ihr Zimmer gegangen. Haben Sie danach gesehen, dass sie es wieder verließ? Haben Sie am Abend des 29. Oktober oder in den frühen Morgenstunden des 30. Oktober gesehen, wie sie ihr Zimmer verließ oder dorthin zurückkehrte? Nein, ich war die ganze Nacht an der Rezeption und habe nicht gesehen, dass sie ihr Zimmer verließ. Das Zimmer lag direkt gegenüber der Empfangstheke, ich hätte sie also sehen müssen, wenn sie noch mal ausgegangen wäre. Ja, Danke, Mr. Furlow, das wäre alles. Ihr Zeuge. Nach einigen Minuten Kreuzverhör sagte Chastain zusammenfassend, Ok, Mr. Furlow, bislang haben wir gehört, dass Sie die Rezeption zweimal verlassen haben, um Ihre Wohnung aufzusuchen und die Toilette zu benutzen. Ein Lieferjunge hat Ihnen Pizza gebracht, Sie haben ihn bezahlt und so weiter. Vier Gäste sind angekommen, zwei sind abgereist und zwischendurch haben Sie noch Ihre Abrechnung gemacht. Sie waren also ziemlich beschäftigt. Ich würde behaupten, Mr. Furlow, dass Miss Clark reichlich Gelegenheit gehabt hätte, aus ihrem Zimmer zu schleichen und rasch die Straße zu überqueren, ohne dass Sie es bemerkt hätten. Liegt das nicht durchaus im Bereich des Möglichen? Naja, ich schätze, möglich wäre es schon, aber ich habe Sie nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass Sie in der Nacht Ihr Zimmer verlassen hat, dabei bleibe ich. Das verstehe ich, Mr. Furlow, und ich bleibe dabei, dass es durchaus möglich ist, dass Miss Clark Ihr Zimmer verließ, zur Bushaltestelle ging, nach Barkley Coe fuhr, Chase Andrews ermordete, in Ihr Zimmer zurückkehrte und Sie Miss Clark kein einziges Mal bemerkten, weil Sie so vertieft in Ihre Arbeit waren. Keine weiteren Fragen. Nach der Mittagspause, als alle, einschließlich des Richters, gerade wieder ihre Plätze eingenommen hatten, betrat Scupper den Gerichtssaal. Tate wandte sich um und sah seinen Vater, der den Gang herunterkam, noch immer in Latzhose und gelben Gummistiefeln. Scupper war bislang nicht zum Prozess gekommen, wegen seiner Arbeit, hatte er gesagt, aber hauptsächlich, weil die langjährige Zuneigung seines Sohnes zu Miss Clark ihn verunsicherte. Es schien, als hätte Tate nie Gefühle für irgendein anderes Mädchen entwickelt und selbst als erwachsener, berufstätiger Mann liebte er diese eigenartige, geheimnisvolle Frau noch immer. Eine Frau, die jetzt unter Mordanklage stand. An diesem Nachmittag dann, als Scupper in seinem Boot stand, Fischernetze um seine Stiefel gehäuft, atmete er schwer aus. Sein Gesicht lief schamrot an, als ihm klar wurde, dass er genau wie so manch anderer engstirnige Mitbürger Vorurteile gegen Kaya gehabt hatte, weil sie in der Marsch aufgewachsen war. Er erinnerte sich daran, wie Tate ihm stolz Kaya's erstes Buch über Muscheln gezeigt hatte und wie er selbst über ihr wissenschaftliches und künstlerisches Talent gestaunt hatte. Scupper hatte jedes ihrer Bücher gekauft, das aber Tate gegenüber nie erwähnt. Was für ein Unsinn. Er war so stolz auf seinen Sohn, weil er immer gewusst hatte, was er wollte und wie er es erreichen konnte. Nun, Kaya war genauso, und das trotz wesentlich schlechterer Ausgangsbedingungen. Wie konnte er nicht für Tate da sein? Nichts war wichtiger, als seinem Sohn beizustehen. Er ließ das Netz fallen, stieg aus seinem Boot, das am Pier dümpelte und ging schnurstracks zum Gericht. Als er die erste Reihe erreichte, standen Jody, Jumpin und Mabel auf, damit er sich neben Tate setzen konnte. Vater und Sohn nickten einander zu. Tate schossen Tränen in die Augen. Tom Milton wartete, bis Scupper Platz genommen hatte und es still im Saal geworden war. Dann sagte er, Euer Ehren, die Verteidigung ruft Robert Foster auf. Mr. Foster, in Tweetsacko, Krawatte und Kakihose, war drahtig, mittelgroß und hatte einen gepflegten Bart und freundliche Augen. Tom fragte ihn nach seinem Namen und seinem Beruf. Ich heiße Robert Foster und ich bin Cheflektor beim Verlag Harrison Morrison in Boston, Massachusetts. Kaya, eine Hand an die Stirn gedrückt, starrte zu Boden. Ihr Lektor war der einzige Mensch, den sie kannte, der in ihr nicht das Marschmädchen sah, der sie respektiert hatte, ja anscheinend sogar ihr Wissen und Talent bewunderte und jetzt war er hier im Gericht und sah sie am Tisch der Verteidigung als Mord Angeklagte. Sind Sie der Lektor von Miss Catherine Clarks Büchern? Ja, sie ist eine sehr talentierte Naturkundlerin, Künstlerin und Autorin. Wir schätzen sie ganz besonders. Können Sie bestätigen, dass Sie am 28. Oktober 1969 nach Greenville reisten und sich sowohl am 29. als auch am 30. mit Miss Clark getroffen haben? Das ist richtig. Ich habe dort an einer kleinen Tagung teilgenommen und da ich wusste, dass ich zwischendurch etwas freie Zeit haben würde, allerdings nicht genug, um zu ihr nach Hause zu fahren, habe ich Miss Clark nach Greenville eingeladen, damit wir uns einmal persönlich kennenlernen konnten. Können Sie uns sagen, wann genau Sie sie am Abend des 29. Oktober letzten Jahres zurück zu ihrem Motel gefahren haben? Wir hatten einiges zu besprechen und haben dann bei mir im Hotel zu Abend gegessen. Anschließend habe ich Kaya um 21.55 Uhr zu ihrem Motel gefahren. Kaya erinnerte sich, wie sie auf der Schwelle zum Hotelrestaurant gestanden hatte. Brennende Kerzen auf Tischen unter sanft schimmernden Kronleuchtern, hohe Weingläser auf weißen Tischtüchern. Elegant gekleidete Gäste plauderten leise, während Kaya nur ihren schlichten Rock mit Bluse trug. Sie und Robert aßen Forelle in Mandelkruste, wilden Reis, Rahmspinat und Hefebrötchen. Kaya fühlte sich wohl, weil er das Gespräch locker und entspannt in Gang hielt und bei Naturthemen blieb, die ihr vertraut waren. Als sie jetzt daran zurückdachte, wunderte sie sich, wie sie das geschafft hatte. Doch in Wahrheit war das Restaurant mit all seinem Glanz nicht annähernd so beeindruckend wie ihr schönstes Picknick. Als sie fünfzehn war, hatte Tate sie eines frühen morgens von ihrer Hütte abgeholt und nachdem er ihr eine Decke um die Schultern gelegt hatte, waren sie in seinem Boot durch ein Labyrinth von Wasserwegen zu einem Wald gefahren, den sie noch nie gesehen hatte. Nach einem Fußmarsch von einer Meile gelangten sie zu einer Feuchtwiese, wo frisches Gras aus dem Schlamm spross, und dort hatte er eine Decke ausgebreitet unter Fahnen so groß wie Sonnenschirme. Jetzt warten wir, hatte er gesagt, während er heißen Tee aus einer Thermosflasche einschenkte und ihr selbst zubereitete mit pikantem Cheddar überbackene Wurstbällchen anbot. Sogar jetzt noch, in der kalten Atmosphäre des Gerichtssaals, erinnerte sie sich an die Wärme seiner Schulter, die unter der Decke ihre berührte, während sie sich ihr Frühstückspicknick schmecken ließen. Sie mussten nicht lange warten. Augenblicke später ertönte von Norden her ein lautes Tosen. Da kommen sie, sagte Tate. Eine schmale, schwarze Wolke erschien am Horizont und als sie näher kam, schwang sie sich zum Himmel hinauf. Das Kreischen wurde intensiver und ohrenbetäubender, während die Wolke den Himmel ausfüllte, bis kein Fleck Blau mehr zu sehen war. Hunderttausende Schneegänse bedeckten die Welt, flatterten, schrien, glitten dahin. Wirbelnde Massen kreisten und setzten zur Landung an. Vielleicht eine halbe Million weiße Schwingen schlugen im Leichtakt, rötliche Füße hingen herab und ein Blizzard aus Vögeln ging nieder. Alles auf Erden, nah und fern, verschwand in einem gleichmäßigen Weiß. Einzeln, dann zu Zehnt, dann zu Hunderten, landeten die Vögel nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo Kaya und Tate unter den Farnwedeln saßen. Der Himmel leerte sich, während sich die Feuchtwiese füllte, bis sie mit flaumigem Schnee bedeckt war. Dagegen verblasste jedes noch so elegante Restaurant, und die Wurstbällchen boten mehr Würze und Wärme als Forellen in Mandelkruste. Haben Sie Miss Clark in Ihr Zimmer gehen sehen? Natürlich. Ich habe ihr die Tür geöffnet und sie zum Zimmer begleitet, bevor ich wieder davon fuhr. Haben Sie Miss Clark am nächsten Tag getroffen? Wir hatten uns zum Frühstück verabredet und ich habe sie um sieben Uhr dreißig abgeholt. Wir haben im Pfannkuchenhaus Stackem High gegessen. Um neun Uhr habe ich sie wieder vor ihrem Motel abgesetzt. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Bis heute. Er blickte zu Kaya hinüber, doch sie starrte nach unten auf den Tisch. Danke, Mr. Forster. Ich habe keine weiteren Fragen. Chastain stand auf. Mr. Forster, ich Impeedment Hotel gewohnt haben, dem besten Hotel von Greenville, während ihr Verlag für Miss Clark, eine so talentierte Autorin, die sie ganz besonders schätzen, wie sie sagten, nur ein sehr einfaches Motel, das Three Mountains bezahlt hat. Selbstverständlich haben wir Miss Clark angeboten und sogar empfohlen, Impeedment abzusteigen, aber sie bestand darauf, in dem Motel zu wohnen. Ach ja? Kannte sie den Namen des Motels? Hat sie ausdrücklich darum gebeten, im Three Mountains zu wohnen? Ja, sie hat uns brieflich mitgeteilt, dass sie lieber im Three Mountains wohnen wollte. Hat sie erklärt, warum? Nein, ich kenne ihre Beweggründe nicht. Tja, ich hätte da eine Idee. Das hier ist eine Straßenkarte von Greenville. Chastain hielt die Karte hoch und trat näher an den Zeugen Stand. Wie Sie hier sehen können, Mr. Forster, liegt das Piedmont, das Vier-Sterne-Hotel, das Sie Miss Clark angeboten haben, im Stadtzentrum. Das Three Mountains Motel liegt dagegen am Highway 258, in der Nähe vom Busbahnhof. Wenn Sie die Karte genauer studieren, wie ich das getan habe, werden Sie sogar feststellen, dass kein anderes Hotel so nah am Busbahnhof liegt, wie das Three Mountains Einspruch euer Ehren, rief Tom. Mr. Foster kann keine sachkundige Auskunft über den Stadtplan von Greenville geben. Nein, aber die Karte kann das, erwiderte der Richter. Ich sehe, worauf Sie hinauswollen, Mr. Chastain, und ich werde es zulassen. Fahren Sie fort. Mr. Foster, wenn jemand vorhat, mitten in der Nacht möglichst schnell zum Busbahnhof zu kommen, würde er logischerweise eher im Three Mountains absteigen als im Piedmont, besonders, wenn dieser jemand plant, zu Fuß zu gehen. Ich frage Sie also noch mal, hat Miss Clark ausdrücklich verlangt, im Three Mountains untergebracht zu werden und nicht in Piedmont. Wie gesagt, sie hat um das Three Mountains gebeten, erwiderte Mr. Foster. Das wäre alles. Hat die Verteidigung noch weitere Fragen, sagte Richter Sims. Ja, euer Ehren. Mr. Foster, wie lange arbeiten Sie schon mit Miss Clark zusammen? Drei Jahre. Und auch wenn Sie ihr erst bei dem Besuch in Greenville im letzten Oktober persönlich begegnet sind, würden Sie sagen, dass Sie Miss Clark im Lauf dieser drei Jahre durch ihre Korrespondenz recht gut kennengelernt haben? Falls dem so ist, wie würden Sie sie beschreiben? Ja, das habe ich. Sie ist ein scheuer, sanftmütiger Mensch, würde ich sagen. Am liebsten ist sie allein in der Natur. Es hat eine Weile gedauert, bis ich sie überreden konnte, nach Greenville zu kommen. Menschenansammlungen sind ihr in jedem Fall ein Gräuel. Menschenansammlungen, wie man sie in einem großen Hotel wie dem Piedmont antreffen würde? Ja. Würden Sie nicht sogar sagen, dass Miss Clark, die gern für sich ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit lieber in einem kleinen, etwas abgelegenen Motor wohnen würde, als in einem großen, geschäftigen Hotel mitten in der Stadt? Dass diese Wahl eher ihrer Persönlichkeit entspricht? Ja, das würde ich sagen. Miss Clark, die sich nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln auskennt, wusste, dass sie gezwungen wäre, zu Fuß mit einem Koffer vom Busbahnhof zu ihrem Hotel und wieder zurück zu gehen. Scheint es da nicht ganz vernünftig, dass sie ein Hotel oder Motel ausgewählt hat, das möglichst in der Nähe liegt? Doch das tut es. Danke, keine weiteren Fragen. Als Robert Foster aus dem Zeugenstand entlassen wurde, setzte er sich hinter Kaya zu Tate, Scupper, Jody, Jumpin und Mabel. Am Nachmittag rief Tom erneut den Sheriff als Zeugen auf. Kaya kannte Toms Zeugenliste und wusste, dass nicht mehr viele Namen darauf standen. Der Gedanke machte ihr Angst. Als nächstes würden die Schluss Plädoyers kommen und dann das Urteil. Solange eine Reihe von Zeugen ihr beistand, konnte sie noch auf einen Freispruch hoffen oder zumindest auf einen Aufschub des Schuldspruchs. Würde sich der Prozess ewig in die Länge ziehen, käme es nie zu einem Gerichtsurteil. Sie versuchte sich mit Gedanken ein wesenvoller Schneegänse abzulenken, wie sie das schon seit Beginn des Prozesses immer mal wieder tat, doch stattdessen sah sie nur Gefängniszellen, Gitterstäbe, feuchte Zementwände. Zwischendurch blitzten mentale Bilder von einem elektrischen Stuhl auf, viele Gurte und Riemen. Plötzlich hatte sie das Gefühl, nicht mehr atmen zu können, nicht mehr da sitzen zu können, als wäre ihr Kopf zu schwer für ihren Hals. Sie sackte leicht in sich zusammen und Tom drehte sich vom Sheriff zu Kaya um, die den Kopf in die Hände fallen ließ. Er eilte zu ihr. Euer Ehren, ich beantrage eine kurze Unterbrechung. Miss Clark braucht eine Pause. Stattgegeben. Die Verhandlungen wird für fünfzehn Minuten unterbrochen. Tom half ihr auf die Beine und boxierte sie durch eine Seitentür in ein kleines Besprechungszimmer, wo sie auf einen Stuhl sank. Er setzte sich neben sie und fragte »Was Was haben Sie Kaya? Was ist los?« Sie barg das Gesicht in den Händen. »Wie können Sie das fragen? Ist das nicht offensichtlich? Wie soll das ein Mensch durchhalten? Ich bin zu schwach, zu müde, um da zu sitzen. Muss ich denn dabei sein? Kann der Prozess nicht ohne mich weiter gehen? Sie fühlte sich zu nichts anderem mehr in der Lage, wünschte sich nichts sehnlicher als in ihre Zelle zurück zu kehren und mit Sunday Justice auf ihrem Bett zu liegen. Nein, leider nicht. Bei einem Mordprozess verlangt das Gesetz ihre Anwesenheit. Und wenn ich nicht kann, wenn ich mich weigere, das Schlimmste, was sie machen können, ist, mich ins Gefängnis zu stecken. Kaya, so ist das Gesetz. Sie müssen teilnehmen. Und außerdem ist es besser für sie, wenn sie dabei sind. Geschworenen fällt es leichter, einen abwesenden Angeklagten schuldig zu sprechen. Aber Kaya, es wird nicht mehr lange dauern. Das tröstet mich nicht, verstehen sie denn nicht? Was danach kommt, ist noch schlimmer als und bedenken sie, wenn es nicht so läuft, wie wir hoffen, können wir Berufung einlegen. Kaya antwortete nicht. Der Gedanke an eine Berufung belastete sie noch mehr, wieder ein unfreiwilliger Marsch durch andere Gerichtssäle, noch weiter von ihrem Zuhause entfernt, wahrscheinlich in irgendeiner Großstadt, unter einem Himmel ohne Möwen. Tom ging aus dem Raum und kam mit einem Glas süßem Eistee und einer Packung salziger Erdnüsse zurück. Sie nippte an dem Tee, lehnte die Nüsse ab. Wenige Minuten später klopfte der Gerichtsdiener an die Tür und führte sie zurück in den Saal. Kajas Verstand blendete die Wirklichkeit zeitweise aus, bekam nur Bruchstücke der Zeugenaussage mit. Sheriff Jackson, sagte Tom, Die Anklagevertretung behauptet, dass Miss Clark sich spätabends aus ihrem Motel geschlichen hat und vom Three Mountains Motel zum Busbahnhof gegangen ist, wofür sie mindestens 20 Minuten gebraucht hätte. Dann soll sie um 23.50 Uhr den Nachtbus von Greenville nach Barclay Cove genommen haben. Der Bus hatte aber Verspätung, sodass sie frühestens um 1.40 Uhr in Barclay angekommen sein kann. Dann ist sie angeblich von der Bushaltestelle in Barclay zum Pier gelaufen, drei bis vier Minuten, mit ihrem Boot zu der Bucht in der Nähe des Feuerwachtturms gefahren, mindestens 20 Minuten, zum Turm gegangen, weitere acht Minuten, im Stock finstern hinaufgeklettert, sagen wir vier bis fünf Minuten. Sie soll die Gitterluke geöffnet haben, ein paar Sekunden, dann auf Chase gewartet haben, keine zeitliche Schätzung möglich, und das alles dann nochmal in umgekehrter Reihenfolge. Dieser Ablauf hätte mindestens eine Stunde und sieben Minuten gedauert, und das ohne die Zeit einzurechnen, die sie möglicherweise auf Chase gewartet hat. Aber der Bus zurück nach Greenville, den sie hätte nehmen müssen, fuhr nur fünfzig Minuten nach ihrer Ankunft ab. Somit liegt eines klar auf der Hand. Sie hatte gar nicht genug Zeit, um dieses angebliche Verbrechen zu begehen. Ist das zutreffend, Sheriff? Der Zeitplan wäre sehr knapp gewesen, das stimmt. Aber sie könnte von ihrem Boot zum Turm und wieder zurück gerannt sein. Sie könnte hier und da eine Minute eingespart haben. Eine Minute hier und da genügt aber nicht. Sie hätte volle zwanzig Minuten zusätzlich benötigt, mindestens. Wie hätte sie zwanzig Minuten einsparen sollen? Nun ja, vielleicht hat sie nicht ihr Boot genommen. Vielleicht ist sie von der Haltestelle auf der Main Street über den Sandweg zum Turm gerannt. Dann wäre sie sehr viel schneller gewesen als mit dem Boot. Eric Chastain saß auf seinem Platz am Tisch der Staatsanwaltschaft und funkelte den Sheriff erbost an. Er hatte die Geschworenen davon überzeugt, dass Kaya genug Zeit gehabt hatte, um das Verbrechen zu begehen und den Bus nach Greenville zu erwischen. Sie mussten nicht groß überzeugt werden. Außerdem hatte er einen erstklassigen Zeugen, den Krabbenfischer, der ausgesagt hatte, dass er Miss Clark in ihrem Boot auf dem Weg zum Turm gesehen hatte. Haben sie irgendwelche Beweise dafür, dass Miss Clark auf dem Fußweg zum Turm gelaufen ist, Sheriff? Nein, aber es ist eine gute Theorie. Theorie, Tom wandte sich an die Geschworenen. Sie hatten genug Zeit für Theorien, bevor sie Miss Clark verhaftet haben, bevor sie sie zwei Monate im Gefängnis festhielten. Tatsache ist, sie können nicht beweisen, dass sie den Fußweg genommen hat und die Zeit hätte nicht ausgereicht, um mit dem Boot zum Turm zu fahren. Keine weiteren Fragen. Chastain begann sein Kreuzverhör mit der Frage, Sheriff, ist es richtig, dass das Meer vor Barclay Cove starke Strömungen sowie Rippströmungen und Sohkräfte aufweist, die sich auf die Geschwindigkeit eines Bootes auswirken können? Ja, das stimmt, alle Einheimischen wissen das. Jemand, der sich darauf versteht, derartige Strömungen zu nutzen, hätte sehr schnell mit dem Boot vom städtischen Pier zum Turm fahren können. »In In einem solchen Fall wäre es durchaus möglich, beim Hin und Rückweg 20 Minuten einzusparen. Ist das richtig?« Chastain war ungehalten, weil er noch eine weitere Theorie vorstellen musste, aber er brauchte nun mal eine plausible Erklärung, mit der er die Geschworenen auf seine Seite ziehen konnte. »Ja, das ist richtig. Danke.« Sobald Chastain sich vom Zeugenstand abwandte, stand Tom erneut auf. »Sheriff, ja oder nein, haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass es in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober Strömungen, Rippströmungen oder starke Winde gab, die es ermöglicht hätten, schneller per Boot von Barkley Cove zum Feuerbach Turm zu kommen, oder aber irgendeinen Beweis dafür, dass Miss Clark zu Fuß zum Turm gelaufen Ich bin sicher, Sheriff, es spielt keine Rolle, wessen Sie sich sicher sind oder nicht. Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass es in der Nacht des 29. Oktober 1969 starke Strömungen gab? Nein, habe ich nicht.